Lara Adrian, Kriegerin der Schatten Die Menschenmenge, die sich zum Rhythmus der dröhnenden Musik auf der Tanzfläche des Bostoner Nachtclubs bewegte, schien zu spüren, dass der Tod das Gebäude betreten hatte. Nathan bemerkte die plötzliche Veränderung in der Atmosphäre, sobald sie den Club betreten hatten. Er hatte sich schon längst an die instinktive Reaktion gewöhnt, die er bei Sterblichen auslöste. Weil er ein Ordenskrieger und ein Stammesvampir der ersten Generation war, die mächtigsten Vampire, die es gab, versetzte er selbst andere Vampire durch seine Gegenwart in Alarmbereitschaft. Aber die Angst, die er auf der Tanzfläche spüren konnte, hatte mit einem anderen Teil seiner Natur zu tun. Er war von Geburt an zu einem Jäger abgerichtet worden, zu einem Soldaten der dunklen Legion, der zum Töten gezüchtet worden war und dem man jegliches Gefühl und jegliche Zuneigung zu irgendjemandem abtrainiert hatte. In dem schummrigen, nur durch die sich drehenden Diskokugeln beleuchteten Club blickten viele Gäste verstohlen zu ihm hinüber. In ihren Augen lag die unaussprechliche, aber mit jeder Faser ihres Körpers spürbare Furcht vor dem Jäger in ihm. »Wie sehen nicht gerade glücklich aus, dass wir hier sind«, sagte Raffi. Er war Nathans Gefolgsmann und einer der drei Stammeskrieger, die ihm als Käpt'n des Teams unterstellt waren. »Cashen Grey wird den Orden auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen.« Elijah sprach wie immer langsam, mit einem texanischen Akzent, der darüber hinwegtäuschte, wie schnell und kompetent der Vampir mit den Messern und Schießwaffen umgehen konnte, die er in seinem Waffengurt stecken hatte. Auf der anderen Seite von Eli stand Jax, das dritte Mitglied der Patrouille am heutigen Abend. Er zog eine schmale, schwarze Braue über seinen mandelförmigen Augen hoch. »Unser letzter Besuch hat nicht gerade unter den besten Umständen geendet.« Wo Jax recht hatte, hatte er recht. Das Lanotte, einer der beliebtesten, wenn auch berüchtigsten Szeneklubs, befand sich in einer ehemaligen Kirche. Und als Nathan und sein Team das letzte Mal hier aufgetaucht waren, endete die Sache damit, dass der Besitzer des Clubs, Cashen Grey, die Joint Urban Security Task Force Initiative Squad, kurz Justice, gerufen hatte. Eine Polizeitruppe der Regierung, die aus handverlesenen Vampiren und Menschen bestand. Der Orden hatte damals nicht die Zeit gehabt, um sich irgendwie öffentlich oder politisch mit Justice anzulegen. Doch wenn Cass dachte, er könne sich für immer hinter Justice verstecken, nur weil er dort mit vollen Händen Schmiergelder austeilte, dann täuschte er sich. Und zwar gewaltig. Wenn er das Spiel wirklich auf diese Weise spielen wollte. Der Orden hatte vor kurzem aus einer verlässlichen Quelle erfahren, dass Cass anscheinend noch andere, unbekannte Verbündete auf seiner Gehaltsliste hatte. Verbündete, neben denen seine Kontaktleute bei der Polizei und in der Unterwelt angeblich nicht mehr als unbedeutende Marionetten waren. Nathan und sein Team hatten den Auftrag, den geheimnisvollen Clubbesitzer ins Bostoner Hauptquartier zu bringen, um ihn zu befragen. Los geht's. Irgendwo hier muss der Mistkerl ja stecken. Nathan ignorierte den scharfen Geruch von Adrenalin und Angstschweiß, der sich mit dem von Alkohol abgestandenem Rauch und Parfüm zu einer Wolke vermischte, die wie Nebel unter der Decke des Clubs hing. Mit einer Handbewegung wies er sein Team an, ihm weiter hinein ins Innere zu folgen. »Eli, du und Jax, ihr durchsucht die öffentlich zugänglichen Räume. Raffi und ich schauen uns in den Büros hinten um.« Die beiden Krieger gehorchten seinem Befehl ohne ein weiteres Wort und marschierten los. Raffi drängte sich neben Nathan durch die Menge, um zu den Privaträumen des Besitzers vom Lanotte zu gelangen. Selbst als sie vor Cass' Büro standen, tauchten nirgends Leibwächter auf, um sie aufzuhalten. Entweder hatte er sich unter die Gäste seines Clubs gemischt oder er war heute Abend gar nicht hier. Nathan hoffte, dass Cass seiner Lieblingsbeschäftigung nachging und wichtigen Gästen Honig um den Mund schmierte. Wenn nicht, dann würde er so oder so von ihrem unangekündigten Besuch erfahren. Der Orden wollte auf keinen Fall, dass der Scheißkerl vorgewarnt war. Sie konnten nicht riskieren, dass er untertauchte, bevor sie ihn darüber befragen konnten, wer, oder besser gesagt, was er wirklich war. Nathan schritt auf die schwarzgestrichene Stahltür zu, in die jemand mit der Spitze eines Sägemessers das Wort »privat« geritzt hatte. Das Bolzenschloss und die zusätzliche Verriegelung waren kein Problem für seine übersinnliche Gabe. Eine knappe Sekunde Konzentration und schon öffnete sich der Bolzen und der Riegel fiel zur Seite. Er drückte die Tür auf. Raffi folgte ihm in das dunkle Büro. Sie brauchten kein Licht anzumachen, denn als Stammesvampire verfügten sie über ein außergewöhnliches Sehvermögen, das im Dunkeln nur noch schärfer wurde. Schnell blickte sich Nathan in dem leeren Raum um und fluchte. Er ist schon abgehauen. Nirgends war eine Spur von Cash and Grey zu entdecken. Alle Papiere und persönlichen Dinge waren vom Schreibtisch geräumt worden. Nicht einmal mehr ein Tablet-PC lag herum, den sie praktischerweise hätten konfiszieren können. Das Büro war sorgsam leergeräumt worden, und Cass schon mindestens seit ein paar Stunden weg, vermutete Nathan. Vielleicht sogar schon seit einem ganzen Tag oder noch länger. Verdammt, presste er zwischen den Zähnen hervor. Auf der anderen Seite des Zimmers hatte Raffi einen Büroschrank mit Akten und Wirtschaftsbüchern aufgebrochen. Hier sind nur Buchhaltungen und Quittungen, Barausstattung, Rechnungen für Schnaps, Verträge mit Bands, die im Club aufgetreten sind. Der blonde Vampir warf Nathan einen schiefen Blick zu. »Was glaubst du? Wo bewahrt Cass wohl die Unterlagen von den Geschäften auf, mit denen er wirklich Kohle einfährt? Hier steht kein Wort von der Kampfarena im Keller, nichts von illegalem Glücksspiel, Prostitution oder Bluthandel. Hier finden wir auch nichts über die anderen Aktivitäten, die das Lanotte sonst noch im Angebot hat.« Nathan grunzte nur. Es war nicht gerade ein Geheimnis, dass Cass illegale und andere ungewöhnliche Dienste in den Kellerräumen seines Clubs anbot, zu denen die Allgemeinheit keinen Zutritt hatte. Doch illegal oder nicht, Cass warte mit großer Sorgfalt seine eigenen Interessen und die seiner Kunden. Die Unterlagen über diese Bereiche seines Geschäfts lagerte er hundertprozentig nicht in den Büroräumen seines Clubs, sondern an einem weitaus sichereren Ort. Nein, Cashin Gray war ein Mann, der genau wusste, wann und wie er seine Geheimnisse schützen konnte. Raffi gab die Durchsuchung des Aktenschranks auf und schritt weiter nach hinten in das finstere Büro. »Hey, schau dir das mal an«, rief er Nathan über die Schulter zu. »Hier ist noch eine Tür!« Er öffnete sie und stieß einen leisen Pfiff aus. »Mann, das musst du dir ansehen!« Hinter der Tür befand sich ein Schlafzimmer. Ein übergroßes Himmelbett mit schwarzer Satinbettwäsche beherrschte den Raum. An den Leisten zwischen den Bettpfosten hingen jede Menge Lederriemen und eine ganze Reihe von Handschellen und Fesseln mit Schnallen, von denen einige mit scharfen Metalldornen versehen waren. Raffi stieß ein dunkles Lachen aus. »Hach, eins ist schon mal klar! Cashin Gray ist ein perverser Arsch, was immer er auch sonst sein mag!« Nathan starrte auf die Requisiten für abartige Sexspiele und Folterungen, während sein Freund und Gefährte näher trat und eine der dornenbewehrten Fesseln zum Klirren brachte. »Lass das Zeug, Raffi. Hier verschwenden wir nur Zeit. Cash ist offensichtlich nicht da. Komm!« »Wir suchen die anderen und hauen ab.« Raffi ließ den Lederriemen aufs Bett fallen, und sie wandten sich gerade beide zur Tür, als Jacks ihnen entgegenstürzte. Sein Gesichtsausdruck war ernst und angespannt. »Wir haben ein Problem.« »Habt ihr Cash gefunden?« fragte Nathan. Jacks schüttelte den Kopf. »Eric Chase. Er ist unten bei den Käfigen. Mit Rune!« »Verfluchte Scheiße!« zischte Raffi und stellte sich neben Nathan. »Eli versucht gerade, die beiden auseinanderzubringen,« sagte Jacks. »Aber Eric will nicht aufhören. Das wird gleich ziemlich hässlich da unten.« Nathan stieß einen knurrenden Fluch aus. »Ist Carys auch hier?« »Heute Nacht nicht,« sagte Raffi. »Sie ist im Kunstmuseum mit Jordana Gates. Die beiden veranstalten einen Empfang für die Förderer des Museums. Sie haben den Abend seit Monaten organisiert.« Nathan nickte knapp. Wenigstens waren von dieser Seite keine Probleme zu befürchten. Auf keinen Fall sollte Carys Chase mit ansehen, wie ihr Zwillingsbruder von dem brutalen Käfigkämpfer zusammengeschlagen wurde, mit dem sie seit kurzem das Bett teilte. Aber falls der Käfigkämpfer und die Tagwandlerin mehr als nur das Bett teilten, falls sie womöglich eine Blutsverbindung eingegangen waren, dann war Eric sicher nicht der einzige von den Chases, der Rune einen Tritt in seinen schwarzen Arsch verpassen wollte. Oder sich zumindest mit Rune anlegte. Shit, Nathan würde wahrscheinlich selbst mit auf ihn einprügeln. Zusammen mit Raffi und Jax rannte er so schnell wie er konnte in Richtung der stahlvergitterten Kampfarena am Kellergeschoss des Lanotte. Röhrende Schreie und blutrünstiger Applaus donnerten durch den untersten Stock der ehemaligen Kirche. Kaum hatten sie die illegale Arena erreicht, da erblickte Nathan Eric und Rune. Sie standen vor den Käfigen. Eli hatte sich zwischen sie gestellt und war damit beschäftigt, Eric zurückzuhalten. Die beiden Stammesvampire hatten ihre Fangzähne ausgefahren. In der düsteren Kampfarena glühten ihre Augen wie heller Bernstein. Nathan warf Jax einen finsteren Blick zu. »Was ist hier verflucht nochmal los?« »Ich weiß es nicht genau. Die Stimmung war schon geladen, als Eli und ich hier runterkamen.« Ein anderer Kämpfer aus dem Lanotte, ein langhaariger, blonder Stammesvampir namens Sin, stand ganz in der Nähe und erwiderte Nathans wütenden Blick. Der Lärm der Zuschauer um die Arena herum wurde immer lauter. »Hier pfeift besser euer Kriegerbaby zurück, sonst lässt Rune nur blutige Fetzen von ihm übrig.« »Was für ein Problem hat Rune denn heute mit Eric?« Sin grinste. »Rune hat kein Problem.« Er schüttelte den Kopf. »Er hat keinen gestört, sich hier nur noch ein bisschen ausgeruht und ein paar Erfrischungen zu sich genommen vor dem ersten Kampf heute.« So wie er das Wort Erfrischungen betonte, war Nathan klar, dass Rune, als Eric ihn entdeckte, wahrscheinlich von einer bezahlten Blutwirtin getrunken hatte. Cass hatte hier unten menschliche Blutwirte für seine Kämpfer und VIPs angestellt. »Euer Junge hier hat scheiße geredet,« sagte Sin. »Der Orden hat ihn angeblich auf dem Kieker,« hat er Rune erzählt. »Und dass er sich in Acht nehmen soll, sonst wäre er bald nur noch Asche.« Himmel noch mal. Wahrscheinlich sollte Nathan sich nicht wundern, dass es zur Konfrontation zwischen den beiden gekommen war. Doch Erics persönliche Abneigung gegen den brutalen Käfigkämpfer hatte nichts mit den Angelegenheiten des Ordens zu tun. Zumindest bis jetzt noch nicht. Falls der Vater von Eric und Karis, Sterling Chase, jemals erfuhr, dass seine Tochter sich mit einem skrupellosen Kriminellen wie Rune eingelassen hatte, dann, da war Nathan sich sicher, würde der Orden auf jeden Fall etwas dazu zu sagen haben. Nathan, Raffi und Jax drängten sich durch die johlende Menge nach vorn. Sie kamen gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Eric an Elijah vorbei auf Rune zustürzte. Mit vollem Körpereinsatz warf er sich auf den muskelbepackten Kämpfer mit ausgefahrenen Fängen und wutentbranntem Blick. Rune knallte mit dem Rücken gegen den nächsten Käfig. Eric prügelte mit unkoordinierten Faustschlägen auf ihn ein, die Rune gekonnt abwehrte. Eric allerdings war so wütend, dass er jeden Selbstschutz vergaß. Seine fehlende Deckung lud geradezu zu einem vernichtenden Fausthieb ein. Aber Rune schlug nicht zurück. Er warf Eric tödliche Blicke zu. Seine brutalen Gesichtszüge waren wutverzerrt. Doch der bislang ungeschlagene Käfigkämpfer, der mehr tödliche Siege in der Tasche hatte als jeder andere, hielt sich zurück. Nathan stieß die Zuschauer beiseite, damit er und Raffi Eric von Rune wegreißen konnten. Das war leichter gesagt als getan. Eric war jung, gerade mal zwanzig. Aber er war ein Gen 1, wie Nathan. Er war sehr muskulös gebaut und strotzte nur so vor Kraft. Und im Moment war sein ganzer Körper wie elektrisiert. Er kochte vor Feindseligkeit gegen den inakzeptablen Liebhaber seiner Schwester. »Ey, hast du den Arsch offen, Mann?« brüllte Raffi seinen Freund an. »Drehst du jetzt völlig durch, Eric? Was hast du hier unten überhaupt verloren?« Eric ließ von Rune ab, aber er starrte ihn immer noch voller Hass an. Mit dem Finger deutete er auf den Kämpfer, der so gelassen dastand, als könne ihn nichts aus der Ruhe bringen. »Du hältst dich an deinesgleichen! Lass die Finger von ihr! Sie ist besser als das hier! Besser als du!« Rune verzog langsam die Lippen. Ein spöttisches Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. »Das sage ich ihr die ganze Zeit, aber sie denkt anscheinend anders darüber.« Während Rune noch redete, kam eine Blutwirtin des Lanotte auf ihn zugetänzelt und schlang ihren fast nackten Körper um ihn. Sie nahm sein Urläppchen zwischen die Zähne, drückte ihren Mund an seine dunkle, unrasierte Wange und flüsterte ihm etwas zu. Rune verpasste ihr einen Klaps auf den Hintern und wies sie an, in einer der Sitznischen auf ihn zu warten. Eric drehte durch. Er kochte vor Wut und knurrte wie ein wildes Tier. Mit aller Kraft versuchte er sich aus Nathans und Raphys Armen loszureißen. »Raus mit ihm, bevor das hier noch ein böses Ende nimmt«, sagte Nathan. »Eine kluge Entscheidung«, Sin nickte ihnen zu, als Nathan und sein Team Eric mit Gewalt von den Käfigen und Rune wegzerrten. Sie schleppten den aufgebrachten Vampir aus dem Club hinaus auf die Straße. Als sie ihn losließen, wollte Eric sofort zurück zum Eingang stürzen, aber Nathan und Raffy stellten sich ihm in den Weg. Er baute sich vor ihnen auf, wobei er sein Gewicht auf die Stiefelabsätze verlagerte. »Sie muss kapieren, dass es so nicht weitergehen kann. Charis muss kapieren, dass er ihrer nicht würdig ist. Ich kann doch nicht daneben stehen und zusehen, wie ein solcher Abschaum wie Rune ihr das Herz bricht.« Eric stieß seinen leisen, deftigen Fluch aus. »Verdammt nochmal! Ich lasse das nicht zu.« Dann drehte er sich um und rannte davon. Nicht zurück zum Club, sondern die Straße hinunter. »Shit«, brummte Raffy und fuhr sich mit der Hand über den Kopf. Er schaute hoch zu Nathan. »Du weißt, wo er hingeht.« Der Empfang im Museum. Man musste kein Gedankenleser sein, um das zu erraten. Aber Nathan ärgerte es, dass Eric auf dem Weg zum Kunstmuseum war. Noch mehr ärgerte es ihn, dass er und sein Team die geplante Suche nach Cash and Grey heute Nacht abbrechen und sich stattdessen um einen der Iren kümmern mussten. Einen der Iren, der den ganzen Zorn seiner geliebten Schwester auf sich ziehen würde, wenn er seine Drohung wahrmachte und Charis und Rune auseinanderbringen wollte. Und wenn sie jetzt Eric nachsetzten, dann würden sie im Museum jemanden treffen, dem Nathan lieber aus dem Weg gegangen wäre, besonders unter diesen Umständen. Jordana Gates. Die schöne junge Frau aus den dunklen Häfen, an die er die ganze letzte Woche hatte denken müssen, so sehr er sich auch dagegen wehrte. Er bekam sie nicht mehr aus dem Kopf, seit sie ihre Lippen auf seine gepresst hatte, in einem völlig unerwarteten, absolut unvergesslichen Kuss. Der Kuss hatte ihn aus der Bahn geworfen. Und ja, das machte ihn wütend. Der Kuss hatte ihn auf eine Weise durcheinandergebracht, die Nathan kaum verstehen konnte. »Das Kunstmuseum liegt an der Huntington Avenue«, sagte Raffi neben ihm. »Ich weiß, wo das Museum ist.« Nathan wusste mehr über die hübsche Jordana Gates, als er wissen sollte. Auch über die Orte, an denen sie sich aufhielt. Vor allem, damit er ihr aus dem Weg gehen konnte. Aber jetzt war ein Treffen nicht zu vermeiden. Nicht, wenn Eric in den Empfang im Museum hineinplatzte, um die Tugend seiner Schwester zu verteidigen. »Na los, gehen wir«, knurrte Nathan. Er mochte sich darüber ärgern, wohin diese beschissene Nacht sie führte, aber er war doch der Erste, der vom Bordstein trat und in Richtung Museum losrannte. Mit der übernatürlichen Geschwindigkeit ihrer Stammesgene brauchten Nathan und sein Team zum Museum am anderen Ende der Stadt nur drei Minuten. Eric eilte ihn voraus und stieß gerade den erschrockenen menschlichen Türsteher beiseite und stürzte ins Gebäude. Nathan, Raffi, Jax und Eli folgten ihm, konnten ihn aber nicht mehr davon abhalten, die exklusive, geschlossene Veranstaltung zu stören. Eric stürmte mitten durch die kleinen Gruppen von Herren im Smoking und Damen in eleganten Abendkleidern und mit glitzernden Juwelen und brüllte den Namen seiner Schwester. »Karis!« Alle Gespräche verstummten abrupt. Überall drehten sich die Köpfe zu ihm, von Stammesvampiren und Menschen. Nur das Streichquintett oben auf der Galerie ignorierte Erics Eindringen in die geschlossene Veranstaltung und spielte ungerührt weiter Mozarts fröhliche kleine Nachtmusik, eine seltsame Hintergrundmusik für den Aufruhr, die sich jetzt im ganzen Erdgeschoss des Museums ausbreitete. Während Nathan und sein Team von Kriegern ihm unmittelbar folgten, stapfte Eric an den Skulpturen und Kunstwerken vorbei, die heute Abend eigens für die reichen Mäzene ausgestellt wurden. »Karis Chase!« brüllte er. »Verdammt, wo steckst du?« Jetzt war Nathan direkt hinter Eric. Er legte ihm schwer die Hand auf die Schulter, um ihn zum Stehenbleiben zu zwingen. »Das ist hier nicht die Zeit noch der Ort,« warnte er seinen Kameraden leise, bereit, den jungen Stammeskrieger notfalls mit Gewalt aus dem Museum zu zerren. Das hätte er getan. Aber im selben Augenblick kamen Nathans Sinne abrupt zum Stillstand, als sie sich aus einer schützenden Menschentrauben löste. Nicht Erics Schwester Caris, Jordana Gates. Groß, schlank und feingliedrig, gehüllt in ein Abendkleid aus einem hauchzarten, hellblauen Stoff, das ihren Körper umschwebte wie eine seidene Wolke, trat sie aus der Menge der privilegiertesten gesellschaftlichen Elite und sah Nathan aus ein paar Metern Entfernung in die Augen. Ihre waren Meerblau, unter dem zu einer komplizierten Hochfrisur aufgetürmten, weißblonden Haar, und richteten sich mit einem Ausdruck auf ihn, den er zuerst für Überraschung und dann Verwirrung hielt. Ihr durchscheinendes Kleid betonte ihre Brüste, ihre schlanke Taille und die sanfte Rundung ihrer Hüften. Sie war atemberaubend. Und nervös. Nicht, weil Eric ihre elegante Society-Party gestört hatte, sondern wegen Nathan. Weil er jetzt hier vor ihr stand. Sogar auf diese Entfernung konnte er sehen, wie bei seinem Anblick ihr Puls in der Grube an ihrem zarten weißen Halsansatz schneller zu schlagen begann. Er konnte spüren, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte, als er ihren Blick ungerührt erwiderte, ihren Anblick von Kopf bis Fuß in sich aufnahm. Er konnte fast wieder ihren Mund auf seinem spüren. Weiche Lippen, die sich überraschend auf seine pressten, wie er es ihr nie erlaubt hätte. Ein süßer, verwegener Kuss, der nie hätte geschehen dürfen. Nicht mit einem wie ihm. Nein. Jordanas Nervosität war absolut gerechtfertigt. Sie hatte keine Ahnung, was sie angerichtet hatte, als sie ihn so geküsst hatte. So obsessiv, wie in diesen letzten Tagen an sie gedacht hatte, hatte sie verdammt guten Grund, in seiner Gegenwart nervös zu sein. »Karis!« rief Eric noch einmal in die Menge. Seine tiefe, dröhnende Stimme ließ Jordana zusammenfahren. Sie hob erschrocken eine zarte Hand an den Hals. Oben auf der Galerie verstummte die Musik. Das Publikum begann unruhig zu murmeln und begaffte Erics Auftritt, doch keiner der Männer im Smoking schien erpicht darauf, den Helden zu spielen und sich ohne Verstärkung einem wutschnaubenden Ordenskrieger entgegenzustellen. Wieder rief Eric nach seiner Schwester und versuchte Nathans Hand abzuschütteln. »Keine Chance«, sagte Nathan und krallte die Finger tiefer in Erics muskulöse Schulter. Raffi, Eli und Jax waren direkt hinter ihm und warteten auf seine Befehle. »Komm«, sagte er zu Eric. »Du musst dich abregen. Lass uns rausgehen. Alles, was du erreichst, ist, dass sie stinksauer wird.« »Eric«, Karis Chase eilte durch die reglose Menge, Panik in ihrer sonst zu ruhigen Stimme. So elegant gekleidet wie Jordana und die anderen Frauen, in ihrem geometrisch geschnittenen blutroten Abendkleid und passenden Riemchensandalen eilte sie auf ihren Bruder zu und starrte ihn mit offenem Mund an. »Was machst du hier? Was ist los?« Während Jordanas Schönheit vom eisigen Glanz eines Diamanten war, war Karis Chase eine Kombination von Erde und Feuer. In ihren Augen blitzte ein scharfer Verstand, und ihre karamellfarbene Mähne schwang ihr wie flüssige Bronze um Gesicht und Schultern. Natürlich waren die Unterschiede zwischen den beiden Frauen nicht nur physischer Natur. Während Jordana Gates eine Stammesgefährtin war, zur Hälfte Mensch, zur anderen Hälfte, von einer schwerer zu bestimmenden Abstammung als ihre normalsterblichen Schwestern, war Karis Chase etwas noch selteneres. Sie war Stammesvampirin und eine Tagwandlerin noch dazu, so wie auch ihr Zwillingsbruder. »Eric, bist du okay?« fragte sie ihn und legte ihm die Hand an den verkrampften Kiefer. Sie musterte ihn rasch und machte die klugen Augen schmal. »Wo bist du heute Nacht gewesen? Warum ist dein Hemd zerrissen?« »Wir müssen reden«, fuhr Eric sie an. Karis blinzelte. »Jetzt? Siehst du nicht, dass ich gerade mitten in einem ...« »Jetzt sofort«, fauchte er, riss sich endlich aus Nathans Griff und packte seine Schwester am Arm. »Das ist verdammt ernst, Kar. Das kann nicht warten.« Er versuchte, sie von den Zuschauern wegzuführen, aber Karis in ihren zwölf Zentimeter Absätzen rührte sich keinen Zentimeter. »Spinnst du? Lass sofort meinen Arm los!« Sie entwand sich ihm, ihre Augen blitzten vor Empörung, und Nathan erhaschte einen Blick auf die Spitzen ihrer hervortretenden Fänge. »Um Himmels Willen, Eric! Du machst mich hier vor allen Leuten lächerlich!« Auf der anderen Seite des Raumes löste sich Jordana aus der Menge und kam auf ihre wütende Freundin zu. Doch dann trat ein Mann hinter sie und hinderte sie am Weitergehen. Es war ein Stammesvampir, groß und attraktiv, mit klaren blauen Augen und goldenem Haar. Einer der Society-Typen, die hier zum Stammpublikum gehörten. Der Mann legte Jordana beschützend die Hand um die Taille und zog sie an sich, hielt sie unauffällig fest, als ob sie zu ihm gehörte. Nathan beobachtete es mit kühlem Kopf, obwohl ihm Verachtung für diesen Mann durch die Adern schoss, der Jordana berührte, als wäre sie sein Eigentum. Er starrte sie an, sah, wie sich ihre Wangen unter seinem musternden Blick etwas tiefer röteten. Dann senkte sie abrupt den Blick. War etwa das der Grund für ihre Nervosität? Nicht nur Nathans Auftauchen hier, sondern dass sie in seiner Anwesenheit mit einem anderen zusammen war. Dieser Mann, dessen Hand von ihrer Wespentaille zu ihrer verlockend geschwungenen Hüfte gewandert war, streichelte sie beiläufig mit den Fingern, während er aus der Brusttasche seines Smokings ein kleines Funkgerät nahm und an den Mund hielt. Jordana hob den Blick nicht. Nicht einmal, als der Wortwechsel zwischen Eric Chase und seiner Schwester immer lauter wurde. »Er benutzt dich, Carys! Siehst du das denn nicht? Abschaum wie er wird dich nur verletzen!« Sie schnaubte verächtlich und stieß einen leisen Fluch aus. »Wovon redest du?« »Rune!« Eric schleuderte ihr den Namen förmlich entgegen. »Du musst mit ihm Schluss machen, sofort, bevor ich den Bastard dafür töten muss, dass er denkt, er darf dich anfassen!« »Du weißt doch gar nichts über Rune und mich!« Sie starrte ihn wütend an. »Und du hast kein Recht, dich einzumischen!« Eric unterbrach sie mit einem scharfen Fauchen. »Ich bin dein Bruder, dein Zwillingsbruder, Carys, und ich liebe dich, das gibt mir jedes Recht dazu. Langsam schüttelte sie den Kopf und warf einen Blick zu den stummen Zuschauern, die die ungeplante zweite Attraktion des Abends gebannt und mit unverhohlenem Interesse verfolgten. Als Carys Eric wieder ansah, hatten sich ihre Pupillen zu dünnen, vertikalen Schlitzen zusammengezogen. Obwohl sie nach außen völlig ruhig wirkte, konnten Nathan und jeder andere Vampir im Raum nur zu deutlich sehen, wie wütend die Stammesvampirin war. Carys sprach jetzt leise, aber in der gedämpften Saalbeleuchtung der Empfangshalle des Museums glänzten ihre langen Fänge rasiermesserscharf und tödlich. »Geh nach Hause, Eric. Diesen Auftritt verzeihe ich dir nochmal, weil du sagst, du tust das aus Liebe zu mir. Aber dieses Gespräch ist zu Ende.« Der Mann an Jordanas Seite räusperte sich. Eine plumpe Unterbrechung, die außerdem viel zu spät kam. »Soll ich Justice verständigen, Carys?« »Das wird nicht nötig sein,« antwortete sie kühl. »Mein Bruder und seine Freunde wollten sowieso gerade gehen.« Raffi trat neben Eric und packte seine andere Schulter. Die beiden Krieger standen sich so nahe wie Brüder, genau wie ihre Väter vor ihnen, Dante Malbranche und Sterling Chase, beides langjährige Mitglieder des Ordens. Als Eric sich nicht rührte, boxte Raffi ihn nicht gerade sanft gegen den Bizeps. »Na, komm schon, Mann. Das hast du verbockt, und du weißt es. Lass uns hier verschwinden.« Eric entspannte sich ein wenig, starrte aber seine Schwester weiter wütend an. »Mach Schluss mit ihm, Carys. Ich will es nicht für dich tun müssen.« Sie starrte zurück, verletzt aber unbeugsam. »Wenn du das auch nur versuchst, dann habe ich keinen Bruder mehr.« Die Geschwister lieferten sich ein Blickduell. Keiner wollte nachgeben. Nathan hatte die Zwillinge in der Großfamilie des Ordens aufwachsen sehen und oft miterlebt, wie sie sich in die Haare geraten waren, aber noch nie so. Ihre Verbindung als Bruder und Schwester war immer eisenstark und unzerstörbar gewesen, egal wie hart sie aneinandergerieten. Heute Nacht hatte Eric bei seiner Schwester erstmals eine Grenze überschritten, und so, wie es aussah, würde er keinen Rückzieher machen. Schließlich war Carys die Erste, die ihre Wut zügelte. Mit hocherhobenem Kopf drehte sie sich langsam um und ging zu ihrer Freundin Jordana und dem Rest der verdutzten Versammlung zurück, als wäre nichts geschehen. Eric starrte ihr für einen Moment nach, dann fuhr er herum und stapfte aus dem Museum. Raffi, Eli und Jax folgten ihm und ließen Nathan alleine mit der einzigen anderen Person, die auch jetzt noch immer reglos und wie fest gebannt am anderen Ende des Raumes stand. Schließlich hob Jordana den Blick und sah ihn noch einmal an. Ein wilder, ungezähmter Teil von ihm stellte sich vor, wie sie sich anfühlen würde, wenn er jetzt einfach zu ihr hinüberginge, sie in seine Arme riss und küsste, ohne zu fragen, dieses Mal er sie, zu seinen Bedingungen. Ganz seiner Gnade ausgeliefert. Eine gefährliche Versuchung, aber deshalb nicht weniger verlockend. Jordana hielt seinen Blick länger, als er ihr zugetraut hätte, länger als jede andere Frau es gewagt hätte, wenn sie spürte, welch düstere Richtung seine Gedanken gerade nahmen. Sie öffnete die vollen Lippen, als sie ihn ansah, aber sagte nichts. Sie stand einfach reglos da und sah ihm in die Augen, während oben auf der Galerie die Musik wieder einsetzte und der Empfang um sie herum weiterging. Wieder summten Gespräche, die Mäzene und Gäste hatten den Vorfall schon hinter sich gelassen. Und immer noch weigerten sich diese mehrblauen Augen, Nathan loszulassen. Erst als der Stammesvampir an Jordanas Seite die Hand um ihren Nacken legte, wandte sie schließlich den Blick ab. Sie lächelte liebenswürdig zu ihrem Begleiter auf und nickte ihm leicht zu. Dann nahm er ihre Hand und führte sie sanft zu ihrer Herde zurück, wo sie hingehörte, zum Rest der Bostoner High Society. Obwohl sie wusste, dass es nicht klug war, musste Jordana sich einfach noch einmal umsehen, als sie vom Schauplatz des unangenehmen Vorfalls weggeführt wurde. Nathan war immer noch da. Er beobachtete sie weiterhin, seine Augen dunkel unter den schroff gerunzelten schwarzen Braun, sehr persönlich und durchdringend, mitten in der Öffentlichkeit der Menschenmenge. Die Hitze in seinen Augen war unverkennbar. Er sah aus, als wolle er sie verschlingen, als wäre die Menge um sie herum völlig ohne Bedeutung für ihn. Jordana fand unter diesem durchdringenden Blick nur mit Mühe ihren Atem wieder. Ihre Sinne sagten es ihr nur allzu deutlich. Denn dieser mächtige Stammesvampir, dieser Krieger, den sie neulich so leichtsinnig geküsst hatte, beschließen sollte, dass er hier und jetzt etwas von ihr wollte, konnten nicht einmal die hundert Männer in ihren Smokings heute Abend im Museum ihn von ihr fernhalten. Noch beunruhigender war, wie ihr Herz auf diesen Gedanken reagierte. »Rette mich«, schien ihr Puls in ihren Adern zu trommeln. »Nimm mich, bring mich weg!« Diese Gedanken überraschten sie, beunruhigten sie, so unerwünscht und lächerlich waren sie. »Sie retten wovor? Sie nehmen wohin? Oder wie?« Ihr Körper beantwortete diese Frage mit einem heißen Pulsieren zwischen ihren Beinen. Die Erinnerung an ihren kurzen Kuss lief vor ihrem inneren Auge ab, nur schmückte ihre Fantasie jetzt die Details aus. Aus dem impulsiven Zusammentreffen ihrer Lippen wurde ein leidenschaftliches Durcheinander von Mündern, Gliedern und schweißüberströmten, nackten Körpern. »Oh Gott! Was war nur los mit ihr? Was waren das für Gedanken?« Und doch blühte ein rasches, intensives Begehren in ihr auf, als die Vorstellung ihre Sinne mit einem schrecklichen, schmerzhaften Verlangen füllte. »Mir gefällt nicht, wie er dich ansieht.« Das Murmeln der Baritonstimme unmittelbar neben ihr riss Jordana aus ihrem unwillkommenen Tagtraum wie eine kalte Dusche. Sie sah fort vom dunklen, verstörenden Nathan, und in das gutaussehende Gesicht des blonden, vertrauten Elliot Bentley Squire, ihres selbsternannten Beschützers und heutigen Begleiters. Er runzelte missbilligend die Stirn. »Was weißt du über diesen Krieger Jordana?« »Gar nichts«, stieß sie hervor, nervös, dass es auch Elliot aufgefallen war, und weil sie spürte, dass Nathan sie immer noch ansah. Sein Blick brannte ihr wie Feuer auf der Haut. Obwohl ihre Antwort nicht direkt eine Lüge war, hinterließ sie einen bitteren Nachgeschmack. Sie schüttelte den Kopf und zuckte vage mit den Schultern. »Ich kenne ihn gar nicht.« »Gut, glaub mir, den willst du gar nicht kennen. Er ist ein Killer. Jordana, das ist kein Geheimnis. Eines dieser im Labor gezüchteten Monster, die der Orden heutzutage offenbar so gerne einstellt.« Während er redete und sie weiter in Richtung der Museumsgäste steuerte, riskierte Jordana einen letzten Blick auf Nathan. Er war fort. Warum sie das so enttäuschte, darüber wollte sie jetzt lieber gar nicht nachdenken. Was Elliotts Warnung anging, wusste sie, dass er nicht übertrieb. Nathan war in der Tat unter schrecklichen Bedingungen geboren worden und aufgewachsen. In den letzten paar Tagen hatte sie Carys ein wenig über seinen Hintergrund entlockt, indem sie sich betont beiläufig nach ihm erkundigt hatte. Nicht einmal Carys wagte sie zu verraten, dass ihr Interesse an Nathan nicht nur vorübergehend war. Nein, es war nur ein vorübergehendes Interesse, versuchte sie sich jetzt einzureden, trotz des Anflugs von Mitgefühl, das sie für den kühlen, distanzierten Krieger empfand, die eine so schreckliche Kindheit gehabt hatte. Als Sohn einer Stammesgefährtin, die als junge Frau von einem Wahnsinnigen namens Dragos entführt und zur Gebärmaschine versklavt worden war wie viele andere, war Nathan nur zu einem einzigen Zweck erschaffen worden, zu töten. Als Baby waren er und die anderen Jungen des Zuchtprogramms ihren Müttern weggenommen und zu Soldaten in Dragos Privatarmee erzogen worden. Noch schlimmer, man hatte sie zu emotionslosen Maschinen abgerichtet, zu Killern, die Dragos nach Lust und Laune zur Ermordung seiner Feinde ausschickte, ohne Gnade oder Reue. Schließlich war Nathan von seiner Mutter und dem Orden gerettet worden und führte nun eine Einheit von Ordenskriegern in Boston an. »Er ist ein Jäger«, murmelte Jordana. Wieder runzelte Elliot die Stirn. »Ein was?« »Jäger«, so wurden sie genannt. Er schnaubte verächtlich. »Jäger ist noch zu höflich ausgedrückt für das, was er ist.« »Was er war«, korrigierte Jordana ihn leise. Aber Elliot hörte nicht zu. Jetzt, wo Nathan fort war, interessierte er ihn nicht länger. »Es tut mir leid, dass Sie dir den Empfang verdorben haben«, sagte er. »Du hast so hart dafür gearbeitet, dass er perfekt wird.« Sie tat seine Besorgnis mit einem Lächeln ab, das sie nicht wirklich fühlte. »Er ist nicht ruiniert.« Sie zeigte auf den Raum voller wohlhabender Mäzene bei dieser geschlossenen Veranstaltung anlässlich ihrer bevorstehenden Ausstellungseröffnung. Um sie herum Gesprächsgewirr vereinzelt sogar unbeschwertes Gelächter im Ausstellungsraum des Museums. »Siehst du? Die Leute amüsieren sich wieder.« »Das solltest du auch, Elliot. Du machst dir manchmal zu viele Sorgen um mich.« »Weil du mir eben wichtig bist.« Er streckte die Hand aus und streichelte ihr die Wange. »Und du solltest dir mehr Gedanken machen, besonders darüber, in welchen Kreisen du verkehrst. Was vorhin passiert ist, wird wochenlang Klatschthema sein, wenn nicht länger.« Jordana entzog sich seiner Berührung und seinem Tadel. »Hm, soll man doch klatschen. Das ist Gratis-Werbung für die Ausstellung. Unsere Einnahmen werden sich wahrscheinlich verdoppeln.« Elliot wirkte skeptisch, aber er lächelte sie an. »Ich denke immer noch, dass es ein Fehler war, den Abend gemeinsam mit Karis Chase zu gestalten. Die Ausstellung ist dein Baby, Jordana. Du hast über sechs Monate daran gearbeitet. Zu lange, um etwas oder jemanden ihren Erfolg gefährden zu lassen. Wie oft hast du mir schließlich abgesagt oder mich versetzt, weil du Überstunden im Museum machen musstest?« Zu oft, um zu zählen, und Jordana wandte sich innerlich wegen der Mahnung. Obwohl Elliotts Stimme weiterhin unbeschwert klang, wusste sie, dass es ihn verletzt hatte, dass sie in den letzten Monaten so beschäftigt und distanziert gewesen war. Sie wollte ihm nicht wehtun oder ihn enttäuschen. Obwohl sie in dem Jahr, das sie nun miteinander ausgingen, nie intim geworden waren, hatte Jordana ihn sehr gern. Sie liebte ihn. Natürlich liebten alle Elliot Bentley Squire. Er war nett und attraktiv, reich und großzügig. Alles, was eine Frau sich an einem Gefährten nur wünschen konnte. Als langjähriger Anwalt und Geschäftspartner ihres Vaters, Martin Gates, war er außerdem ein alter Freund ihrer Familie. Jordanas Vater, der sich in seinem hundertjährigen Leben keine Stammesgefährtin genommen hatte, hatte nie ein Geheimnis aus seiner Hoffnung gemacht, sie würde Elliot lieben lernen. Obwohl er mindestens dreimal so alt war wie sie, war Elliot Bentley Squire als Stammesvampir genau wie ihr Vater körperlich so fit und jugendlich wie ein Dreißigjähriger. Was Jordana anging, stand in weniger als zwei Monaten ihr fünfundzwanzigster Geburtstag an. Ihr Vater hatte dieses Datum seit ihrer Kindheit betont und sie ständig an den beträchtlichen Fonds erinnert, den sie an diesem Tag erhalten würde. Aber nur, wenn sie bis dahin eine Blutsverbindung eingegangen war und in stabilen, respektablen Verhältnissen lebte. Nicht, dass sie sich etwas aus dem Geld machte. Und genauso wenig tat das Elliot, der sich bereits sein eigenes, beachtliches Vermögen erworben hatte. Nein, ihre Beziehung beruhte nicht auf materiellen Interessen oder sozialer Position. Es war einfach das Natürlichste auf der Welt gewesen, anzunehmen, dass sie und Elliot ihre lange Freundschaft eines Tages mit einer Blutsverbindung besiegeln würden. Nur dass, nur dass je näher dieser wichtige Augenblick ihre Beziehung rückte, Jordana immer mehr von ihrer Arbeit in Anspruch genommen wurde. Es war nichts Ungewöhnliches für sie, sieben Tage die Woche im Museum zu sein und auch fast jeden Abend. Und in ihrer Freizeit war sie in mehreren Wohltätigkeitsorganisationen und Komitees zur Verschönerung der Innenstadt aktiv. Sie hatte plötzlich ein starkes Interesse an einer Reihe von Dingen entwickelt, die sie völlig auf Trab hielten und ihr für ein Privatleben keine Zeit mehr ließen. Ihr bevorstehendes Ausstellungsdebüt war nur der größte, anspruchsvollste Posten auf der langen Liste ihrer Verpflichtungen gewesen. Tut mir leid, dass ich so mit der Ausstellung beschäftigt war, Elliot. Aber du musst wissen, dass Carys genauso hart daran gearbeitet hat wie ich. Sie hat es verdient, heute Abend mit mir zusammen Gastgeberin zu sein. Außerdem ist sie meine beste Freundin. Jordana suchte Carys in der Menge und fand sie im hinteren Teil der Ausstellung, wo sie lächelnd mit einem steinreichen Arzt und seiner Gattin plauderte. Obwohl sie jetzt der Inbegriff von sicherem Auftreten und Professionalität war, musste Eriks peinlicher Auftritt vorhin sie ziemlich mitgenommen haben. Ich sollte mal nach ihr sehen, sagte Jordana. Elliot stoppte sie mit einem leichten Kopfschütteln. Du solltest dich deinen Gästen widmen, Jordana, riet er sanft. Sie sind wegen dir gekommen. Schau dich um, alle warten auf dich. Carys wird sich wacker schlagen, bis alle Gäste gegangen sind und die Party vorbei ist. Er hatte recht. Und obwohl es sie etwas ärgerte, dass er sie jetzt am Ellbogen genommen hatte und führte, nickte Jordana und ging neben ihm her zu einer Reihe von Mäzenen, mit denen sie sich heute Abend noch nicht unterhalten hatte. »Carys, Chase, äh, ist nicht wie du, Jordana,« sagte Elliot leise, als sie zusammen den Raum durchquerten. »Das muss dir doch klar sein, Liebling. Sie ist zu wild, zu leichtsinnig. Ob das an ihren ungewöhnlichen Stammesgenen oder einer zu nachsichtigen Erziehung liegt, da kann ich nur raten.« »Zu nachsichtig?« Jordana musste unwillkürlich lachen. »Hast du mal ihren Vater Sterling Chase getroffen? Oder ihre Mutter Tavia, die auch Stammesvampirin ist? Carys Eltern haben an ihre Kinder immer sehr hohe Anforderungen gestellt.« Mit ein Grund, warum Jordana und ihre Freundin einander so nahe waren. Obwohl sie nach außen sehr unterschiedlich wirkten, Carys etwas zu abenteuerlustig war und Jordana unter ihrer chronischen Reserviertheit litt, hatten die beiden jungen Frauen viel gemeinsam. »Carys und ich sind vielleicht unterschiedlich, aber das gefällt mir ebenso an ihr. Ist es denn so schlimm, ein wenig wild und leichtsinnig zu sein?« Sie hatte es spielerisch gesagt. Ein kleiner Flirtversuch in Elliotts Richtung, nur um die Stimmung auszutesten. Er machte den Mund schmal und warf ihr aus seinen blauen Augen einen Seitenblick zu. »Wild und leichtsinnig zu sein bringt meistens Kummer.« »Du bist zu klug dafür, Jordana.« Er streckte die Hand aus und stupste sie leicht gegen die Nasenspitze. »Und das gefällt mir so an dir.« »Counselor«, rief ein jovialer älterer Herr, der eine der größten Banken von Boston leitete. Außer dass er einer von Elliotts menschlichen Klienten war, war er auch einer der großzügigsten Gönner des Museums. Seine Spende für Jordanas Ausstellung hatte ihr geholfen, der Skulpturensammlung des 18. Jahrhunderts zehn weitere Exemplare hinzuzufügen. »Counselor, schön Sie zu sehen«, rief der alte Mann aus, der inmitten einer Gruppe gleichermaßen prominenter Kollegen, die die Elite sowohl der menschlichen als auch der Stammesgesellschaft bildeten, stand. »Kommen Sie zu uns und geben Sie uns einen Vorwand, uns mit Ihrer reizenden Verlobten über italienische Bildhauer zu unterhalten.« »Es wäre mir ein Vergnügen, Mr. Bonville.« Elliot lachte leise und steuerte mit Jordana auf die Männer zu. Sie zwang sich zu einem liebenswürdigen Lächeln und überließ Elliot ihre Hand, der sie praktisch neben sich herzerrte. Pflichtbewusst schüttelte sie dem Banker, seinen Kollegen und den anderen Förderern die Hände, die sich bald zu ihrem kleinen Kreis gesellten. Jordana lächelte, lachte an den passenden Stellen und hoffte, dass niemand ihr ansah, dass ihr Herz gerade so wild und verzweifelt in ihrer Brust herumflatterte, wie ein Vogel im Käfig, der hinaus wollte. Auf das Drängen von Elliot und ihrem wachsenden Publikum setzte sie zu einem Vortrag über ihre Lieblingsstücke der Ausstellung an, geschaffen von den italienischen Meistern Bernini, Canova, Cornacchini und anderen weniger bekannten Künstlern. Die Ablenkung konnte sie weiß Gott gebrauchen. Denn wenn sie nichts hatte, das ihre Füße an den Boden nagelte, würde Jordana, so fürchtete sie, in Versuchung geraten, etwas wirklich Wildes und Leichtsinniges zu tun. Sie würde vielleicht das Museum und damit ihr ganzes perfektes Leben hinter sich lassen, ohne sich noch einmal umzusehen. Am nächsten Morgen saßen Nathan und sein Team um den riesigen Tisch im Konferenzraum der Kommandozentrale des Ordens in Boston, besprachen ihre fehlgeschlagene Mission, Cashin Gray aufzuspüren, und planten die Patrouille der heutigen Nacht. Der Bezirkschef von Boston, Sterling Chase, hatte jedes Recht, Nathan und seine Männer abzukanzeln, weil sie letzte Nacht mit leeren Händen zur Basis zurückgekehrt waren. Aber heute wirkte er irgendwie zerstreut, nicht ganz bei der Sache. Das war ungewöhnlich für den erfahrenen Krieger, der zwanzig Dienstjahre beim Orden und davor mehrere Jahrzehnte bei der Agentur des Stammes auf dem Buckel hatte. Tavia Chase, Sterlings Gefährtin und Selbstordenskriegerin, nahm ebenfalls an der morgendlichen Teambesprechung teil, und auch sie wirkte leicht abwesend. Sie saß mit geradem Rücken und verschränkten Armen da, doch mit den Fingern einer Hand trommelte sie unaufhörlich auf ihrem straffen Bizeps herum, und ihre grünen Augen, von leichter Sorge überschattet, blickten geistesabwesend in die Ferne. War Erics und Carys Auseinandersetzung von gestern Abend zu Hause weitergegangen? Nathan war alles andere als ein Experte darin, die Emotionen oder Familienstreitigkeiten von anderen zu erspüren, aber er fragte sich trotzdem, ob das heute Chase und Tavias Problem war. Eric hatte seine Schwester jedenfalls nicht an seine Eltern verraten, so viel wusste Nathan. Der jüngere Krieger war sofort zum Waffenraum der Kommandozentrale gegangen, um sich abzureagieren, nachdem Nathan und die anderen ihn zum Hauptquartier zurückgebracht hatten. Dort war Eric eine Weile beschäftigt gewesen. Nicht nur deshalb, weil er vor Wut geschäumt hatte, sondern auch, weil er generell nicht an der Morgenbesprechung teilnahm. Er hatte eben erst seine Ausbildung beendet und war noch kein vollwertiges Ordensmitglied. In ein paar Wochen würde er seine eigene Einheit von Kriegern in Seattle haben, unter dem Befehl von Dante Malbranche, Raffys Vater, dem Leiter der Kommandozentrale des Ordens im Westen. Als die gedrückte Stimmung im Raum sich hinzog, räusperte Chase sich schließlich und kam zur Tagesordnung zurück. »Wenn wir hier fertig sind, muss ich Lucan Thorne in DC anrufen und ihm sagen, dass Cashen Grey uns letzte Nacht durch die Lappen gegangen ist.« Chase sah sich in der Runde um, seine klugen blauen Augen verweilten am längsten auf Nathan. »Ich brauche euch nicht zu sagen, dass der Gründer des Ordens keine Fehlschläge mag. Ich auch nicht, verdammt. Aber Entschuldigungen hasse ich noch mehr. Also werde ich nicht fragen, wieso das beste Team, das ich jemals ausgebildet habe, und mein effizientester Anführer eine Patrouille noch vor Sonnenaufgang erfolglos abgebrochen haben.« Weder Nathan noch seine Kameraden sagten etwas. Selbst wenn Chase sie direkt gefragt hätte, keiner von ihnen hätte Eric verpfiffen. Außerdem musste Nathan seinem Commander zustimmen. Vorwürfe brachten gar nichts. Und die Wahrheit war, Nathan fühlte sich genauso schuldig. Er war Eric einfach zu dem Empfang im Museum gefolgt. Und wo er schon bei einer internen Generalbeichte war, gehörte auch dazu, dass seine Neugier auf Jordana Gates sich nicht gelegt hatte, nachdem er mit seinem Team ins Hauptquartier zurückgekehrt war. Während Eric seine Wut im Waffenraum abreagiert hatte, hatte Nathan mehrere Stunden im Netz verbracht und in der internationalen Datenbank des Stammes Nachforschungen über Jordanas Begleiter bei der Veranstaltung angestellt. Oder vielmehr ihren zukünftigen Gefährten, Elliot Bentley Squire. Nathan hatte sich in jede dokumentierte Information vertieft, die er finden konnte, stundenlang. Aber er hatte nichts gefunden, das seine Antipathie gegen den reichen, gesellschaftlich etablierten Mann rechtfertigte. Auch wollte er sich nicht eingestehen, dass er einfach nur deshalb nach einem Grund gesucht hatte, den guten Freund der Familie Gates zu verachten, weil Jordana sich so von ihm hatte berühren lassen, während sie nicht geschafft hatte, ihren Blick von Nathan loszureißen, von dem Moment an, als sie sich auf der Party erblickt hatten. Der Ausdruck in ihren Augen verfolgte ihn selbst jetzt noch. Als hätte sie ihn stumm angefleht, sie zu retten, sie zu sich zu rufen. Bis ihr Zukunftiger es bemerkt hatte und Jordana so getan hatte, als würde sie Nathan nicht kennen. Wenn er einen Grund brauchte, um sich zu sagen, dass die wunderschöne, verlockende Jordana Gates eine schlechte Idee war, dann war das einer. Nathan bevorzugte unkomplizierte und unpersönliche Bettgeschichten. Eine biologische Befriedigung, die sein Körper brauchte, um Top-Leistungen zu bringen. Ficken war für ihn nichts anderes als Nahrungsaufnahme. Und er zog es vor, beides nicht mit Frauen aus seinem persönlichen Umfeld zu tun. Wir haben letzte Nacht etwas über Cash und Gray erfahren, sagte Nathan und zwang seine Gedanken wieder in die Gegenwart zurück. Cashs Büro im Lanotte war aufgeräumt, viel zu ordentlich. Alles, was Rückschlüsse auf ihn oder seine Interessen hätte geben können, wurde entfernt. Raffi, der links von Nathan am Tisch saß, fügte mit einem Grinsen hinzu. Ja, auch sein Privatquartier wurde ausgeräumt. Da ist nichts mehr von Interesse, außer einer interessanten Sammlung von Fesseln und Nietenhalsbändern im Schlafzimmer. Elijah und Jax lachten leise mit Raffi. Aber Nathan blieb ernst, froh, seine Gedanken wieder mit dem Job beschäftigen zu können. Cash weiß schon, dass er verfolgt wird. Seine Angestellten im Club sagten, wir hätten ihn nur knapp verpasst. Aber wahrscheinlich haben sie gelogen. Ich schätze, er ist schon vor Tagen abgehauen. Ich frage mich, ob Cash wohl gemerkt hat, dass er aufgeflogen ist, als Kellen ihn berührte. Das war Tavias erster Kommentar des heutigen Morgens. Vielleicht weiß er, dass der Orden vermutete, er sei kein Mensch und ihn deshalb schon bald suchen würde. Nathan und die anderen um den Tisch versammelten Krieger nickten. Kellen Archer war kürzlich wieder zum Orden gestoßen und seither der Gefährte von Myra, einer der wenigen weiblichen Captains. Das Paar war vor etwa einer Woche auf einer eigenen Mission im Lanotte gewesen, und Kellen und Cash und Gray hatten sich eine spontane Auseinandersetzung geliefert. Als Kellen den Clubeigentümer weggestoßen hatte, war seine übersinnliche Gabe aktiviert worden, die Absichten von Menschen durch Berührung zu lesen. Und bei Cash und Gray hatte seine Gabe nichts angezeigt. Cass war kein Stammesvampir, das war absolut sicher. Aber Kellen hatte erkannt, dass der Mann auch kein Mensch war. Er war nicht sicher gewesen, was Cass sonst sein konnte. Das hatte niemand gewusst. Bis vor ein paar Nächten in Washington D.C. der globale Friedensgipfel mit einem Terroranschlag geendet hatte. Man hatte versucht, die Veranstaltung zu sabotieren und hunderte von Stammesvampiren zu töten. Einschließlich Lucan Thorne und der meisten Ordensältesten. Der Mann, der diesen Anschlagsversuch im Zeichen einer undurchsichtigen Organisation namens Opus Nostrum geplant hatte, war weder Mensch noch Stammesvampir gewesen. Nein. Reginald Crowe war etwas völlig anderes gewesen. Ein Atlantide. Als milliardenschwerer Businessmagnat mit Besitztümern auf dem ganzen Globus bekannt, war Crowe in Wirklichkeit Angehöriger einer mächtigen Spezies von Unsterblichen, die seit Jahrtausenden unerkannt auf der Erde existiert hatten. Ihre Existenz war für die menschliche Bevölkerung so verborgen gewesen wie die des Stammes früher. Und jetzt wusste der Orden, dass die Atlantiden eine noch größere Gefahr darstellten als jeder Feind, mit dem sie es je zu tun gehabt hatten.« »Crowes Tod ist drei Tage her und immer noch bringen es die internationalen Medien rauf und runter«, sagte Jackson, ließ einen seiner japanischen Wurfsterne auf dem Konferenztisch kreisen. »Wenn Cass Atlantide ist, dann hat er schon deshalb Grund genug, in den Untergrund zu gehen, weil der Orden einen seiner Leute getötet hat.« Eli stieß einen gedehnten Fluch aus. Dummerweise war Crowes Tod und die ganze Scheiße davor ein Tick zu öffentlich, um geheim gehalten zu werden. Die UV-Bombe beim Friedensgipfel war nur eines von Crows Verbrechen gewesen. Bevor der Anführer von Opus Nostrum versucht hatte, den Gipfel zu sabotieren und jeden Stammesvertreter im Gebäude einzuäschern, hatte Crows Bruderschaft den Mord an einem brillanten menschlichen Wissenschaftler und dessen Onkel arrangiert, einem ranghohen Mitglied des Rates der globalen Nationen, dem Regierungsgremium, das für die friedlichen Beziehungen zwischen der Vampir- und Menschenbevölkerung der Welt zuständig war.« »Es stimmt. Wir sind gerade im Nachteil«, warf Chase ein. »Aber durch die Vereitelung von Crows Anschlag und seinen Tod ist die Öffentlichkeit, Vampire wie Menschen, jetzt vereint in ihrer Angst vor Opus Nostrum. Nur der Orden weiß von den Atlantiden und der größeren Gefahr, die Crow ausgeplaudert hat, bevor er starb. Die Bedrohung durch einen globalen Krieg, der sich zusammenbraute, geplant von den Atlantiden und ihrer Königin im Exil.« »Eine Schlacht hat der Orden schon gekämpft und gewonnen, gegen ein abtrünniges Mitglied unserer eigenen Spezies«, murmelte Tavia leise. »Zu denken, dass die ganze Zeit über ein noch heimtückischerer Feind im Schatten gelauert hat«, sie schüttelte langsam den Kopf. »Und wir werden wieder gewinnen, Liebste.« Chase streckte die Hand aus und streichelte seiner Gefährtin die Wange. Dann richtete er seinen Stählern einen entschlossenen Blick auf Nathan und die anderen. »Lucan macht gerade eine große Show daraus, mit den Behörden der Menschen und des Stammes zusammenzuarbeiten, um Opus Nostrum auszumerzen. Aber unsere eigentliche geheime Priorität ist etwas viel Wichtigeres. Wenn nämlich stimmt, was Crow sagt, dann war alles, was wir bis jetzt durchgemacht haben, einschließlich unseres hart erkämpften Sieges gegen Dragos. Nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Krieg, der uns noch bevorsteht.« »Wenn Cashen Grey etwas über Crows Pläne weiß«, fügte Tavia hinzu, »oder noch schlimmer, wenn er selbst beteiligt ist, dann muss er unbedingt gefasst werden. Wir dürfen ihn nicht entwischen lassen.« »Der entwischt uns nicht«, beteuerte Chase ihr. »Lucan hat veranlasst, jede von Crows Ex-Frauen, seine Witwe und die fünf Ex-Frauen vor ihr, im Hauptquartier in Washington, D.C. zu befragen, ohne dass die Medien davon Wind bekommen.« Raffi knurrte und verzog den Mund zu einem breiten Grinsen. »Einladungen zum Tee gefolgt von einer kleinen Partie eines netten Frage- und Antwortspiels, und anschließend werden ihnen die Erinnerungen gelöscht.« »So was in der Art.« Chase warf ihm einen spöttischen Seitenblick zu. »Wenn die Frauen, die Crow am besten kannten, von seiner wahren Natur oder seinen Machenschaften bei Opus Nostrum wissen, werden wir das schon sehr bald erfahren.« »Was Cash angeht«, sagte Nathan, »den finden wir auch. Seine Angestellten, seine bekannten Verbündeten und Geschäftspartner, wir gehen allen Spuren nach.« »Sag, Lucan, wir kriegen Cass und erfahren alles, was er zu verbergen hat.« Chase nickte ihm knapp zu. »Hervorragend.« Er schlug mit den Handflächen auf die Tischplatte und signalisierte damit den Abschluss der Besprechung. Dann stand er von seinem Stuhl auf und der Rest der Gruppe erhob sich mit ihm. »Wenn sonst nichts ist, Tavia und ich müssen uns heute Morgen um einige persönliche Angelegenheiten kümmern.« »Es geht um Carys«, sagte Tavia. »Sie zieht aus, heute.« »Ach, was«, murmelte Nathan vorsichtig. Er war überrascht von den Neuigkeiten, aber nicht ganz so sehr wie Carys Eltern. Klingt nach einem ziemlich plötzlichen Entschluss. Als er redete, registrierte er, dass seine Teamkameraden unbehagliche Blicke austauschten. Dann verließen alle drei hastig den Konferenzraum. Mistkerle. Die würde er sich später zur Brust nehmen, dafür, dass sie ihn hier mitten in diesem ungewollten Drama hatten sitzen lassen. »Carys sagt, sie hat schon eine Weile darüber nachgedacht«, antwortete Chase. »Aber ich kenne doch meine Tochter. Sie verschweigt uns etwas. Ich habe Eric schon gefragt, ob ihm ein Grund einfällt, ob sie Probleme hat oder auf uns sauer ist. Aber er ist auch nicht auskunftsfreudiger.« »Wisst ihr, wohin sie ziehen will?« Tavia antwortete ihm. »Zu Jordana in ihrer Wohnung am anderen Ende der Stadt. Nathan, weißt du etwas darüber?« Er schüttelte leicht den Kopf. »Das höre ich zum ersten Mal«, sagte er, »so nah an der Wahrheit, wie er es gerade noch verantworten konnte, ohne die Auseinandersetzung des gestrigen Abends zu verraten.« »Mir ist klar, dass Carys erwachsen ist und ihr eigenes Leben haben möchte«, überlegte Tavia laut. »Sie war schon immer impulsiv. Aber das sieht ihr jetzt so gar nicht ähnlich.« »Und außerdem weiß ich nicht, ob ich bereit bin, sie ziehen zu lassen«, fügte sie hinzu und warf Chase einen unglücklichen Blick zu. »Ich weiß schon, ich wäre wahrscheinlich nie für diesen Tag bereit, aber besonders jetzt nicht, wo ich weiß, dass so gefährliche Gestalten wie Cashen Grey herumlaufen. Wer weiß, was er oder seine brutalen Käfigkämpfer tun, wenn sie erfahren, dass eines der Kinder des Ordens und noch dazu eine Frau irgendwo in der Stadt wohnt, wo wir sie nicht beschützen können.« Aus Chase Brustkorb stieg ein dunkles Knurren auf. »Ich verbiete ihr einfach, auszuziehen.« »Das kannst du nicht und das weißt du auch«, sagte Tavia. »Wenn du das versuchst, wird sie sich nur umso entschiedener widersetzen. Carys ist eine eigensinnige junge Frau. Darin schlägt sie ganz ihren Eltern nach.« »Stimmt«, antwortete Chase. »Aber wenn sie geht, weil sie wegen etwas sauer ist oder wenn sie in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt.« »Wenn sie in Schwierigkeiten ist, dann weißt du, dass sie versuchen wird, uns davon abzuschirmen, damit wir uns keine Sorgen um sie machen«, sagte Tavia. »Nathan, was denkst du? Sind wir zu besorgt, wenn wir versuchen, sie zum Bleiben zu überreden?« Scheiße. Wie war ausgerechnet er in der Rolle des Familientherapeuten gelandet? Nathan hatte keine Ahnung. Aber es war schwer, von Chase und Tavias offenkundiger Liebe und Sorge um ihr Kind nicht bewegt zu sein, auch wenn Carys eine erwachsene Frau von zwanzig Jahren war. Als Gen-1-Stammesvampirin war sie stärker als die meisten Männer der späteren Generationen und absolut in der Lage, auf sich aufzupassen. »Ihr habt sie zur Unabhängigkeit erzogen und auch Eric. Wenn Carys alleine leben will, wird sie es machen, egal was andere sagen oder denken. Aber wenn ihr heute besser schlafen könnt, wenn ihr wisst, dass mein Team und ich ein Auge auf sie haben, dann machen wir das.« »Ach, danke, Nathan!« Tavia stieß einen erleichterten Seufzer aus, während Chase seine Gefährtin fest an sich zog und Nathan zum Dank kurz zunickte. Sie gingen zusammen aus dem Konferenzraum hinaus auf den Korridor. Dort blieben sie stehen, und Tavia hob den Kopf von Chase' Brust. »Ich glaube trotzdem, es kann nicht schaden, wenn ich ihr noch mal ins Gewissen rede.« Chase grinste. »Deine Überzeugungskünste funktionieren zwar wunderbar bei mir, Liebste. Aber viel Glück mit deiner Tochter. Und du solltest dich beeilen. Sie ist oben und packt mit Jordana ihre Sachen.« Nathan sah dem Paar nach, das Hand in Hand davonschlenderte. »Jordana Gates war hier, oben im Anwesen.« Sie half Carys, ihre Sachen zu packen, was bedeutete, dass er und sie mindestens ein paar Stunden unter demselben Dach waren. »Himmel!« Er drehte sich abrupt um und stapfte den Korridor hinunter, in die entgegengesetzte Richtung wie Chase und Tavia, auf den Durchgang zum Waffenraum zu. Damit war er in maximaler Entfernung zu den Wohnquartieren des Anwesens. Ein paar Stunden schweißtreibendes Training war genau das, was er jetzt brauchte. Hölle noch mal! So wie sein Blut gerade durch seine Adern raste, würde erst heute Abend zur Patrouille wieder rauskommen. Mit etwas Glück würden Carys und ihre neue Mitbewohnerin bis dahin lange fort sein. Jordana stieß einen Seufzer aus, als sie in einem langen, leeren Korridor stehen blieb, einem von so vielen Fluren im labyrinthartigen Anwesen der Chases. Hatte Carys »Links, links, rechts, links« gesagt, sobald sie im Flügel des Anwesens angekommen war, wo sich die Kommandozentrale des Ordens befand, oder »Links, rechts, links, links«? Ach, Scheiße! Die einfache Aufgabe ihrer Freundin, noch mehr Packband zu besorgen, hatte Jordana tief in die Domäne der Krieger geführt. Durchaus kein Ort, wo sie gerne sein wollte. Nicht, wenn die Chancen, Nathan zu treffen in diesem Teil des Anwesens, doch ein wenig zu gut für ihren Seelenfrieden standen. Aber Carys hatte darauf bestanden. So wie sie es gesagt hatte, klang es ganz einfach. »Gehst du schnell zum zentralen Vorratsraum runter und holst mir noch eine Rolle Klebeband? Dauert maximal zehn Minuten hin und zurück, und bis du wieder da bist, habe ich diese Kiste mit Schuhen fertiggepackt.« Fünfzehn Minuten später wanderte Jordana immer noch durch endlose Korridore und wurde bei jedem Schritt nervöser. Sie war sich sicher, dass sie Carys Wegbeschreibung korrekt befolgt hatte. Aber Wegbeschreibung hin oder her, inzwischen hatte sie sich definitiv verirrt. Vor ihr endete der Durchgang mit einer doppelten Stahltür, die nur mit einem elektronischen Tastenfeld zu öffnen war. Darüber starrte das dunkle Auge einer Überwachungskamera auf sie herunter. »Verdammt, Carys«, flüsterte sie, »nächstes Mal holst du dir dein Kram gefälligst selbst.« Jordana wich einige Schritte zurück und hoffte, dass sie auf dem Überwachungsmonitor nicht so unbehaglich oder idiotisch aussah, wie sie sich gerade fühlte. Aber wahrscheinlich war es schon zu spät, sich darüber Sorgen zu machen. Sie musste einfach nur hier raus. Sie drehte auf dem Absatz um und eilte den Weg zurück, den sie gekommen war. Bis sie das Ende des Korridors erreicht hatte, war sie in einen raschen Laufschritt verfallen. Sie bog um die Ecke und prallte in vollem Lauf gegen eine Wand aus warmen Muskeln und Knochen. Nathan. Oh Gott. Er packte sie an den Oberarmen und stieß seinen Fluch aus. Auch er wirkte nicht froh, sie zu sehen. »Hätte ich mir denken können«, knurrte er, »mehr an sich selbst als an sie gerichtet.« »Glück war noch nie mein Ding.« Jordana kämpfte eine Sekunde lang um ihre Stimme. »Wie bitte?« In seinem Griff gefangen, nur mit wenigen Zentimetern zwischen ihnen, stand sie reglos da, die Hände flach auf seiner breiten Brust. Obwohl er ein T-Shirt trug, brannten ihre Handflächen von der Hitze, die sein muskulöser Körper unter dem weichen, schwarzen Baumwollstoff ausstrahlte. Sein Blick durchbohrte sie, und sie erkannte, dass sie bis jetzt gar nicht gewusst hatte, welche Farbe seine Augen hatten. Sie waren von einem tiefen, grünlichen Blau, wie der Himmel unmittelbar vor einem heftigen Sturm. Derselbe düstere, fesselnde Blick, mit dem er sie gestern Abend vom anderen Ende des Raumes im Museum angesehen hatte. Fordernd, besitzergreifend. Selbst jetzt fiel es ihr schwer, sich von diesem verstörenden Blick loszureißen. »Ich, ähm, ich habe Packband für Carys gesucht«, stieß sie hervor. »Sie hat mir gesagt, wo ich den Vorratsraum finde, aber ich hab mich wohl verlaufen.« Er knurrte und hob unmerklich eine schwarze Braue. Jordana redete hastig weiter. Sie hasste es, wie er sie aus dem Konzept brachte. »Wenn ich hier im Anwesen bin, bleibe ich normalerweise im Wohnbereich.« »Solltest du auch«, sagte er, »hier unten hast du nichts verloren.« Seine Worte waren heiser, ein tiefes Knurren, das durch ihre ausgebreiteten Finger vibrierte, die sie immer noch an seine Brust presste. Es wanderte in ihren Körper und fuhr ihr heiß zwischen die Beine. Jordana riss die Hände weg, ballte die Fäuste und barg sie an ihrer Brust. »Ich bin nur ... Dann geh ich mal.« Oh Gott. Er starrte sie weiter an, registrierte genau, wie nervös sie in seiner Gegenwart war. Sein schroffes, gut aussehendes Gesicht war so undurchdringlich, dass sie sich fragte, ob er sie wirklich ansah oder durch sie hindurch. So wie er sie musterte, fühlte Jordana sich bloßgestellt. Sie fühlte sich nackt und verletzlich unter seinem durchdringenden Blick, völlig seiner Gnade ausgeliefert. Seine dunklen Augen wanderten zu ihrem Mund, und sofort erinnerte sie sich daran, wie sie sich geküsst hatten. Nun ja, nicht direkt. Vielmehr hatte sie ihn geküsst. Nathan war genauso dagestanden wie jetzt, felsenfest und unerschütterlich. Zum Verrücktwerden kühl und beherrscht. Jordana fragte sich, wie er das machte. Wie konnte er so unbeteiligt wirken und sie gleichzeitig mit einem Blick ansehen, der all ihre Instinkte weckte und mit einer Erwartung füllte, die schon an Lüsternheit grenzte? Jede Faser ihres Körpers war auf ihn eingestimmt, auch wenn ihr Kopf ihr befahl, wegzulaufen, diesen gefährlichen Mann zu meiden und die dunklen Versuchungen, die in seinen stürmischen Augen lauerten. Was wussten ihre Sinne über Nathan, das ihr Verstand noch nicht erfasst hatte? Wenn sie noch einmal küsste, konnte sie vielleicht herausfinden, was an diesem Stammesvampir sie so verwirrte. Ein tiefes Knurren stieg aus seiner Kehle auf. Komm mit. Es war keine Bitte. Und obwohl sie sich verzweifelt weigern wollte, bewegten sich ihre Füße schon wie von selbst und folgten seinem wachschen Befehl. Jordana nahm an, dass er sie wieder in den Wohnflügel des Anwesens bringen würde. Stattdessen folgte sie ihm einen weiteren gewundenen Korridor hinunter, der an einer geschlossenen Tür endete. Nathan öffnete sie und drehte sich zu ihr um. Da rein. Sie sahen ihn vorbei in den dunklen Raum. Und anscheinend vertraute ihr Körper ihm immer noch mehr als ihr Kopf. Denn sie ging ohne ein Wort des Zweifels in die tintenschwarze Finsternis hinein. Er folgte ihr, so nahe, dass die Hitze seines Körpers ihr den Rücken versenkte. Es war unmöglich, sich der Gefahr nicht bewusst zu sein, einen dunklen Raum in einem abgelegenen Korridor mit dem tödlichsten Mann zu betreten, den sie wahrscheinlich jemals kennenlernen würde. Und doch beschleunigte sich ihr Puls, und ihre Haut fühlte sich zu eng und zu warm an. Nicht vor Angst, obwohl sie allen Grund dazu hatte. Gespannte Erwartung meldete sich in ihrem Magen. Und noch weiter unten. Wann würde er sie berühren? Es war keine Frage, ob er es tun würde. Das wusste sie auf dieselbe Weise, wie sie wusste, dass sie ihn lassen würde, wenn er es endlich tat. Jordana wartete darauf, seine Finger auf ihrer Haut, seinen Atem in ihrem Haar zu spüren. Sie gierte danach, wollte es in diesem Augenblick so sehr, dass es ihr den Atem nahm. Nathan bewegte sich hinter ihr. Jetzt kam er noch näher. Und Jordana schloss die Augen, ihre Lungen wie erstarrt. Ein Licht an der Decke ging an. Nach der Dunkelheit in dem kleinen fensterlosen Raum war es plötzlich blendend hell. Ach, der Vorratsraum, flüsterte Jordana und versuchte sich einzureden, dass sie erleichtert war. Nathan ging an ihr vorbei zu einem hohen, robusten Metallregal, in dem diverse Büromaterialien und technisches Zubehör gestapelt waren, und nahm sich eine dicke Rolle durchsichtiges Klebeband. Er kam zurück, die Rolle in der Hand. Aber als Jordana es ihm abnehmen wollte, zog er sie zurück. Carys zieht heute aus. Als Jordana nickte, machte er die Augen schmal. Wegen der Sache mit Eric gestern Abend. Jordana schüttelte den Kopf. Nein, weil es Zeit ist. Sie will ihr eigenes Leben. Nathan räusperte sich ungläubig. Was denkst du, was für ein Leben das sein wird, mit einem Typen wie Rune? Es ist nicht an mir, das zu beurteilen, antwortete Jordana. Außerdem zieht sie zu mir, nicht zu ihm. Was zwischen Carys und Rune passiert, geht nur die beiden etwas an. Ja, bis er ihr wehtut oder schlimmer, warnte Nathan. Rune würde Carys nie wehtun, er liebt sie. Nathan knurrte. Was sagt er ihr? Jordana runzelte die Stirn. Das hat er ihr gesagt, ja. Aber ich sehe es ihm auch an, wenn sie zusammen sind. Carys und Rune sind verliebt bis über beide Ohren. Und du bist Expertin auf dem Gebiet. In seinem unverwandten Blick blitzte etwas Düsteres auf. Du weißt, wie es im Herzen eines Mannes aussieht, einfach indem du ihn ansiehst? Jordana musste sich anstrengen, sich in seiner Gegenwart nicht zu winden. Jetzt redete er nicht mehr von Rune und Carys, sondern von sich selbst. Darauf wollte sie nicht eingehen. Nicht hier. Nicht, wenn sie ihm nicht entkommen konnte, selbst wenn sie es wollte. Carys ist eine erwachsene Frau, kam Jordana auf seine erste Frage zurück. Wenn sie mit Rune zusammen sein will, wenn sie ihn zu ihrem blutsverbundenen Gefährten erwählt, dann ist das allein ihre Entscheidung. Egal, was du oder ihre Familie für das Beste für sie halten.« »Wenn du das wirklich glauben würdest, wärst du nicht mit jemandem wie Elliot Bentley Squire zusammen.« Jordana konnte ihre Überraschung nicht verbergen. »Du kennst Elliot?« Er zuckte nachlässig mit den Schultern. »Ich weiß über ihn, was ich wissen muss, und ich finde ihn nicht besonders spannend, weshalb ich mich frage, warum du das tust.« Es war eine unhöfliche Frage, aber das war Nathan offenbar egal. »Du und Elliot Bentley Squire seid seit etwa einem Jahr zusammen.« »Ja«, antwortete sie. »Lange Zeit«, sagte Nathan, »und trotzdem noch keine Blutsverbindung.« Jordana runzelte die Stirn und spürte den Drang, sich zu verteidigen. Und auch Elliot. »Wir kennen uns schon ewig. Er war ein Freund der Familie, schon bevor ich geboren wurde.« Als Nathans Gesicht ungerührt blieb, sagte sie, »Wir machen die Sache offiziell, wenn wir bereit dafür sind. Wir haben keine Eile.« Sieh zu Oz, stimmte er zu, aber sein Ton war alles andere als unbeschwert. »Seinem professionellen Lebenslauf nach ist er keiner, der es nicht schafft, ein Geschäft zum Abschluss zu bringen. Da muss das Problem wohl bei dir liegen.« »Es gibt kein Problem«, beharrte sie, überrascht, wie verzweifelt sie ihn davon überzeugen wollte. Jetzt, wo sie keine dreißig Zentimeter von Nathan entfernt in diesem abgelegenen Vorratsraum stand, musste sie sich selbst davon überzeugen, dass sie zu Elliot Bentley Squire gehörte. Jordana hob das Kinn. »Du scheinst zu denken, dass du eine Menge über mich und Elliot weißt. Machst du es dir zur Gewohnheit, die Privatsphäre von Zivilisten zu verletzen? Nein, nur bei Frauen, die es sich zur Gewohnheit machen, mich zu küssen und dann ihrem zukünftigen Gegenüber behaupten, dass sie keine Ahnung haben, wer ich bin.« Oh Gott. Bevor er das Museum verlassen hatte, musste Nathan noch gehört haben, was sie zu Elliot gesagt hatte. Jordana zuckte zusammen, jetzt reuevoll. Sie schüttelte leicht den Kopf. »Tut mir leid.« Er zuckte mit den Achseln. »Wenn du Bentley Squire anlügen musst, um ihn zufriedenzustellen, geht mich das nichts an.« »Nein«, sagte sie und ignorierte die Spitze. »Ich meinte, tut mir leid wegen neulich in meiner Wohnung, als ich dich geküsst habe.« »Tut es dir wirklich leid?« Er glaubte ihr nicht. Seine Stimme war kühl und ruhig, aber mit einem gefährlichen Unterton. »Natürlich tut's mir leid. Ich weiß nicht, was da über mich gekommen ist. Ich habe sowas noch nie gemacht.« »Warum hast du's dann gemacht?« Sie senkte den Blick, suchte nach einer Antwort, die sowohl für sie als auch für ihn Sinn machen würde. »Weil ich Angst hatte.« »Den Eindruck hast du nicht auf mich gemacht, Jordana.« »Ich hatte Angst, was du tun würdest, wenn du herausfindest, dass Karis in jener Nacht bei Rune war. Ich wollte dich nur ablenken.« Sein Gesicht verdüsterte sich herausfordernd. »Das hättest du auf ein Dutzend anderer Arten machen können.« Sie stöhnte und spürte, wie ihre Wangen warm und rot wurden. »Ich weiß. Ich hab mich schon entschuldigt. Es war ein Fehler und es tut mir leid, Nathan.« So wie er sie ansah, wurde jede Nuance ihres Kusses wieder in ihren Sinnen lebendig, seine weichen Lippen, das raue Kratzen seiner dunklen Bartstoppel. Sein mächtiger, regloser Körper, als sie sich an ihn gepresst hatte. Stählerne Muskeln und tödliche Kraft, in einer Hülle von unbeugsamer, totaler Selbstbeherrschung. Ein schamloser Teil von ihr, den sie kaum erkannte, pulsierte vor Verlangen nach einem weiteren Kuss. Wie es sich wohl anfühlen würde, sich an diesen tödlichen Mann zu schmiegen und zu sehen, ob er jemals seine eiserne Disziplin fallen ließ, auch nur ein wenig? Ihr Gesicht wurde noch heißer, angesichts der unwillkommenen Richtung, die ihre Gedanken einschlugen. Und tief in ihr blühte eine weitere beunruhigende Hitze auf. Nathans Blick verweilte auf ihr. Diese Augen musterten sie gnadenlos, sahen in sie hinein, wussten alles. Jordana wurde plötzlich nervös. Auf einmal hatte sie Angst davor, dass Nathan sie berührte, dass er sie küsste, oder dass er es nicht tun würde. Gib mir doch das Klebeband, sagte sie. Ihre Stimme war belegt und heiser. Er gab es ihr nicht, berührte sich nicht vom Fleck. Sag mir, was du in Elliot Bentley Squire siehst. Jordana starrte in Nathans düster blickende Augen und schüttelte den Kopf. Sag's mir, beharrte er. Obwohl Elliot das Letzte war, worüber sie in diesem Augenblick reden wollte, holte Jordana Atem und versuchte, Worte zu finden. Er ist liebevoll und warmherzig, murmelte sie lahm. Er ist loyal, zuverlässig und aufmerksam. Nathan kräuselte spöttisch die Lippen. So kannst du ein Haustier beschreiben, aber nicht den Mann, der dich fickt. Die unverblümte Antwort schockierte sie, berührte sie peinlich. Aber gegen ihren Willen erregte sie Nathans fehlendes Zartgefühl. Er hatte etwas Raues, Ungeschliffenes an sich, so ganz anders als alles, woran sie gewöhnt war. Sie spielte mit dem Feuer, was diesen gefährlichen Mann anging, und wünschte sich nur umso mehr, noch näher an die Flamme zu tanzen. »Elliot und ich schlafen nicht miteinander«, sagte sie rasch. »Das haben wir noch nie.« »Und du stehst auch nicht auf ihn.« Jordana runzelte die Stirn. Sie hasste es, dass Nathan sie so einfach durchschaute. »Ich habe noch nie jemanden begehrt. Es hat noch keinen gegeben.« »Keinen.« Nathan schien noch regloser zu werden. Die einzige Bewegung, die sie an ihm entdecken konnte, war das Zucken einer Sehne an seinem Kiefer. »Aber er will dich, dieser Elliot Bentley Squire. Er hat ein ganzes Jahr gewartet, eine Blutsverbindung mit dir einzugehen. Was denkst du, wie lange du ihn noch auf Abstand halten kannst, Jordana?« »Elliot ist ein geduldiger Mann. Er wird warten, bis ich beschließe, dass es Zeit ist.« Nathan knurrte schroff. »Dann ist er nicht der richtige für dich, nicht die Art Mann, die eine Frau wie du braucht oder verdient.« Sie sammelte ihren ganzen Mut, um ihn ebenfalls herauszufordern. »Was weißt ausgerechnet du darüber, was ich brauche oder verdiene?« Er trat näher an sie heran, drängte sie mit seinem riesigen Körper zurück. »Hast du Elliot Bentley Squire jemals so geküsst wie mich?« Sie antwortete nicht, konnte nicht sprechen, wenn er ihr körperlich so nahe war. »Hat er dich je durch einen Blick zum Erröten gebracht oder deinen Puls schneller schlagen lassen, nur wegen der Dinge, von denen du dir wünschst, dass er sie mit dir macht?« Jordana schluckte. Ihr zittriger Seufzer kam mit einem demütigenden Wimmern heraus. Irgendwie schaffte sie es im Tumult aus Verwirrung und dunklem, ungewolltem Begehren, die wie ein Sturm in ihr tobten, ihre Stimme zu finden. »Ich schätze, du bist arrogant genug zu glauben, dass ich stattdessen jemanden wie dich brauche.« Er lachte auf, leise und freudlos. »Nein, Jordana, ich bin der Allerletzte, den du in deinem Leben haben solltest oder in deinem Bett.« Und doch ließ er sie nicht gehen, sperrte sie einfach nur scheinbar endlos lange mit seinem Körper ein. In seinen Augen knisterten winzige bernsteinfarbene Funken, und hinter seiner sinnlichen Oberlippe waren die Spitzen seiner Fänge zu sehen. Jordana spürte, wie er nach ihrer Hand griff. Seine Finger waren warm und stark, so riesig und gebieterisch, als er sie in seinem festen Griff hielt. Er öffnete ihre lose Faust und legte ihr etwas in die Handfläche. Es war hart und rund, kalt und glatt. »Ja, natürlich, das Klebeband.« »Geh dorthin zurück, wo du hingehörst, Jordana.« Dann zog er sich doch von ihr zurück, ließ sie in einem verwirrten Zustand von Erregung und Zurückweisung stehen. »Verschwinde,« befahl er knapp und warnend. Jordana drückte das Packband an ihre Brust und konnte kaum schnell genug zur Tür eilen. Als sie den Korridor hinunter eilen wollte, rief er ihr nach. »Der Kuss war ein Fehler, Jordana, für uns beide. Aber dass es dir leid tut, kaufe ich dir nicht ab. Dir tut es genauso wenig leid wie mir.« Der Morgen hatte schon schlecht angefangen und der Nachmittag war nicht besser. Nach seinem Zusammentreffen mit Jordana war Nathan so geladen, dass er nicht riskieren wollte, beim täglichen Sparring im Waffenraum aus Versehen seine Teamkollegen zu töten. Stattdessen hatte er den größten Teil des Tages im Techniklabor der Kommandozentrale verbracht und in diversen öffentlichen und einigen nicht so öffentlichen Datenbanken zu Cashin Gray recherchiert. Dabei hatte er nur herausgefunden, dass der Mann auf dem Papier genauso schwer fassbar war wie in Person. Es war fast, als hätte Cass seine Spuren sorgfältig verwischt, schon seit er vor etwa 22 Jahren in Boston aufgetaucht war. Als hätte er schon die ganze Zeit über gewusst, dass er eines Tages würde untertauchen müssen. Nathan lud sich das Wenige an Informationen, das er zu Cass gefunden hatte, in den dafür angelegten Ordner herunter, dann fuhr er den Rechner herunter und verließ das Labor. Jetzt, einige Stunden vor Sonnenuntergang, blieb ihm noch Zeit für ein Solotraining und die Vorbereitung seiner Waffen für die Patrouille der heutigen Nacht. Sein Körper war immer noch angespannt. Er war immer noch geladen, und er wusste verdammt gut, dass es weniger mit seinem Frust über ihre schwierige Mission zu tun hatte, als mit einer gewissen platinblonden Schönheit aus den dunklen Häfen, die zu begehren er kein Recht hatte. Außerdem war sie auch noch Jungfrau. Verdammt! Und Karis Chase beste Freundin, und von heute an ihre Mitbewohnerin, und das Schätzchen der Bostoner High Society, Stammesvampire wie Menschen. Und sie hatte sich einem anderen Stammesvampir so gut wie versprochen, ob aus Pflichtgefühl oder Naivität machte kein Unterschied. Nein, Jordana Gates war für ihn aus vielen Gründen tabu, aber vor allem aus diesem, weil sie rein war. Sie war unschuldig. Das würde er ihr nicht wegnehmen, nicht er. So wie seine sexuellen Präferenzen lagen, konnte er das niemandem antun. Er hatte Jordana nicht einfach nur Angst machen wollen, als sie ihr gesagt hatte, dass er der letzte Mann auf der Welt war, den sie in ihrem Bett haben sollte. Es war eine Warnung gewesen, und er hoffte inständig, dass sie sich diese zu Herzen nahm. Denn wenn sie ihm vertraute, ein Held zu sein, dann Gnade ihr Gott. Mit einem Fluch stapfte Nathan in die leere Waffenkammer hinaus. Er zog sein schwarzes T-Shirt aus und gab sich eine Stunde gnadenloses Solotraining mit langen Zwillingsdolchen. Die Anstrengung weckte seine Muskeln und Knochen, erinnerte seinen Körper daran, wozu er ausgebildet war. Noch wichtiger, es weckte seinen Jägerverstand, konzentrierte seine Gedanken gnadenlos auf die heutige Patrouille in der Stadt, die er anzuführen hatte. Drüben im Hauptbereich des Waffenraums konnte er Raffi, Eli und Jax hören, die immer noch miteinander trainierten. Eine vierte Stimme. Eric musste sich irgendwann zu ihnen gesellt haben, feuerte sie an, während Klingen aufeinander klirrten, Stahl auf Stahl traf. Nathan beendete seine Trainingsrunde und ging unter die Dusche. Er wollte vor den anderen fertig werden, aber sobald er unter den heißen Wasserstrahl trat, ertönten draußen im Umkleideraum schwere Schritte auf dem Fliesenboden und fröhliches Geflachse. Elias tiefe Stimme mit dem texanischen Akzent übertönte die anderen. Verdammt, sag mir mal einer, wieso ich diese fünfte Runde Nachkampftraining mitgemacht habe. Kurz darauf betrat der braunhaarige Vampir nackt den Duschraum und nickte Nathan einen lässigen Gruß zu. Er stellte sich unter die Dusche Nathan gegenüber, drehte sie an und stöhnte, als das heiße Wasser ihn überströmte. Über seine dermaglyphenbedeckten Arme und Beine zogen sich schmale Blutrinnensale, er hatte sich beim Training Schnittwunden zugezogen, die aber bereits zu heilen begannen. Kleinere Verletzungen waren für ihre Spezies nicht von Bedeutung. Schnitte und Prellungen verschwanden in Minuten, manchmal sogar schneller. »Sei nicht so ein lausiger Verlierer«, neckte Eric Chase. Grinsen stapfte er hinein und stellte sich zwei Plätze neben Eli. Raffi und Jax folgten. Sie nickten Nathan kurz zu und gingen in entgegengesetzte Ecken des Duschraums. »Was ist, Eli?« drängte Eric. »Willst du nicht zugeben, dass dich ein Azubi verhauen hat?« Elijah schnaubte. »Schöner Azubi«, feigste er, während er den jüngeren Krieger ansah und Wasser über sein Gesicht strömte. »Gen eins, Tagwandler, kleiner Klugscheißer, schon eher. Du bist gut mit der Waffe, das muss ich dir lassen. Aber denk nicht, ich habe nicht gemerkt, dass du abgewartet hast, bis ich vier Runden mit zwei Kriegern hinter mir hatte, die wirklich kämpfen können.« Eric lachte leise, als er sich einseifte und warf Raffi am anderen Ende des Raumes einen raschen Blick zu. »Weißt du, für einen Texaner hat er echt ein fragiles Ego, muss wohl am dünnen Stammesblut seiner späteren Generation liegen.« »Ich geb dir dünn«, schnaubte Eli, und sein texanischer Akzent trat noch stärker zutage. »Und an mir ist gar nichts fragil. Wenn du nächstes Mal ankommst und mit mir sparren willst, schmeiße ich dich auf deinen Tagwandler-Arsch und trete ihn von hier bis nach Texas.« Eric lachte und spülte den Seifenschaum ab. »Ich sag dir was. Nächstes Mal geb ich dir ein paar Punkte vor, damit du gleiche Chancen hast.« »Ich geb dir sofort was, Sonnenschein.« Elijah ließ die Fänge blitzen, machte einen schnellen Ausfall und boxte Eric gegen seinen schlaffen Penis. Nur aus Spaß und um Eric herauszufordern. Der versuchte zu kontern, war aber nicht schnell genug. Jetzt lachten beide. Eli packte ihn, nahm ihn in den Schwitzkasten und hielt ihn unter den Wasserstrahl der Dusche, ließ ihn ein paar Sekunden prosten und Wasser schlucken. Dann stürzten sich auch Jax und Raffi ins Gefecht, und die vier riesigen Männer beigten sich wie ein Wolfsrudel. Wie der verschworene Haufen von Brüdern, die sie waren. Nathan sah einen Augenblick leidenschaftslos zu. Bei all seinem Expertentum in Tarnung, Strategie und Kampf war Spielen etwas, das seinen Horizont überstieg. Es ging ihm gegen die Natur, gegen die gnadenlose Disziplin, die ihn schon als Siebenjährigen zu einem vollendeten Killer gemacht hatte. Er jagte, eroberte, zerstörte. Seine Ausbildung als Kind in den Verliesen der Jäger erlaubte ihm nichts anderes. Und obwohl er mit dreizehn Jahren gerettet worden war, war ein Teil von ihm nie aus Dragos Labor herausgekommen und würde es wohl auch nie. Er war der Kampfhund, den man aus dem Elend und der Gewalt der tödlichen Wettkämpfe gerettet und in ein gutes, liebevolles Zuhause in ein besseres Leben gebracht hatte. Er war entkommen, hatte eine neue Chance bekommen. Er hatte Eltern und Freunde, die ihm viel bedeuteten. Er hatte Waffenbrüder, die für ihn sterben würden, und er für sie. Und doch war er immer noch wie der Hund, den man aus dem Ring geholt hatte. Sobald sich eine Hand nach ihm ausstreckte, sogar eine tröstende, war alles, was er tun konnte, sie nicht zu beißen. Zwischen dem Nathan von heute und dem Nathan seiner Kindheit und Jugend lag nur eine hauchdünne Grenze, und es kostete ihn all seine Disziplin, sie nicht zu überschreiten, jeden geschlagenen Tag. Niemand wusste, welche Anstrengung es ihn kostete, normal zu wirken, den Anschein zu erwecken, dass er sich bei guten Leuten integrieren konnte, dass er dazugehörte. Sie sahen von ihm nur das, was er sie sehen lassen wollte, mehr nicht. Niemand kannte ihn wirklich, jenseits dessen, was er sie sehen ließ. Niemand nahm ihm etwas, was er nicht bereitwillig aufgeben wollte. Niemand hatte es jemals getan. Bis Jordana Gates auftauchte. Beim Gedanken an sie, an ihr Gespräch, und bei der viel zu verlockenden Erinnerung an ihren Körper, so nah an seinem, flammte Hunger in seinen Adern auf. Wenn er die wunderschöne Stammesgefährtin bisher als unwillkommene Ablenkung betrachtet hatte, hat ihm das Zusammentreffen mit ihr diesen Morgen nur bestätigt, was er so sehr zu leugnen versucht hatte. Jordana Gates wurde zum Problem für ihn. Sie war es schon. Nur ein kurzer Kuss und ein paar zufällige Treffen, nur ein paar Minuten mit ihr, und schon hatte sie in ihm ein wildes Verlangen entfacht. Sie beeinträchtigte seine Konzentration. Er brannte vom Drang, zu ihr zu gehen und sich zu nehmen, wonach er gierte. Nathan fluchte leise und drehte die Dusche ab. Während sein Team und Eric sich auf der anderen Seite des Duschraumes weiter neckten und balkten, stapfte Nathan in den Umkleideraum hinaus, um sich abzutrocknen und anzuziehen, alleine. Raffi kam heraus, als Nathan sich eben ein frisches schwarzes T-Shirt überzog. Der blonde Vampir schnappte sich ein weißes Handtuch vom Stapel und schlang es sich um die schmalen Hüften. »Ist irgendwas mit dir, wovon ich wissen sollte?« »Nein.« Ohne seinen Freund und Gefährten anzusehen, rubbelte Nathan sich mit dem Handtuch über sein feuchtes, schwarzes Haar. »Ganz sicher?« Raffi ging hinüber zum Spinnen neben Nathan und lehnte eine muskulöse Schulter dagegen. »Dich treibt doch was um. Ich hab's schon heute früh bei der Teambesprechung gemerkt. Du bist den Gedanken meilenweit weg.« »Scheiße. Nathan war es nicht gewohnt, von anderen durchschaut und schon gar nicht darauf angesprochen zu werden.« Er ärgerte sich über seine Schwäche, warf aber Raffi einen kalten, wütenden Blick zu, während er seinen Spinn zuwarf. »Wenn du Probleme mit meinem Führungsstil hast, kannst du es Commander Chase melden.« Raffi stieß einen Fluch aus und musterte ihn mit gerunzelter Stirn. »Hey, mir geht's nicht ums Team, du Arschloch. Ich frage dich als dein Freund. Du bist den ganzen Tag schon total angespannt. Übrigens schon seit gestern Abend, als wir Carys gesucht haben und bei Jordana Gates Empfang gelandet sind.« Nathan erstarrte. Ein Muskel zuckte in seinem Kiefer, als er Raffi in die ruhigen, wissenden, blauen Augen sah. »Du weißt, dass sie bald eine Blutsverbindung eingeht, nicht?« drängte Raffi. »Mit so einem Anwalt aus der Altherrenriege der dunklen Häfen. Der steigt ja schon nach, seit sie volljährig ist,« sagt Carys. Nathan knurrte. »Wie ich sagte. Da ist nichts, was du wissen solltest. Nichts, womit ich nicht selber klarkomme. Du bist mein Freund, also glaub mir das.« Es dauerte lange. Aber schließlich nickte Raffi. Er wandte sich ab und begann sich anzuziehen. »Heute noch irgendwas aus DC gehört?« »Noch nichts,« antwortete Nathan, froh über den Themenwechsel. »Sie arrangieren immer noch die Treffen mit Crows Witwe und seinen Ex-Frauen. Als ich heute mit Gideon im Hauptquartier telefoniert habe, sagte er, sie dürften in ein paar Tagen mit den Vernehmungen fertig sein. Bei ihnen läuft es besser als unsere Suche nach Cash and Grey. Ich war den ganzen Tag im Netz, aber da ist einfach nichts über den Scheißkerl zu finden. Keine persönlichen Daten, keine Vergangenheit, keine Familie. Der Mann ist ein verdammter Geist.« Raffi knurrte. »Er hat immerhin eine Immobilie, das Lanotte gehört ihm doch.« Nathan zuckte skeptisch mit den Schultern. »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es war unmöglich, den Eigentümer auszumachen. Der Grundbucheintrag ist nicht öffentlich zugänglich, und es sind ein halbes Dutzend Anwälte und Holdinggesellschaften vorgeschaltet.« »Hm, eine Menge Anonymität für einen Nachtclub,« bemerkte Raffi. »Käfigkämpfe sind illegal, aber weiß Gott keinen Grund für diese Art von Paranoia.« Nathan nickte. »Hat Gideon auch gesagt?« »Er hackt sich gerade irgendwo ein und meldet sich, sobald er was findet.« Als langjähriger Nachrichtenoffizier und Universalgenie des Ordens war Gideon in D.C. seit Jahren nicht mehr aktiv an Kampfeinsätzen beteiligt, aber dafür der absolute Hammer am Computer. »Anwälte und vorgeschaltete Firmen,« knackt Gideon mit links. »Er wird schon rausfinden, wo Cass ist und hinter wem er sich versteckt,« sagte Raffi. »Die Datenbank, die er nicht hacken kann, wurde noch nicht erfunden.« Nathan stimmte zu, aber Wartezeit war verlorene Zeit. Während das Hauptquartier sich von D.C. aus in Cass' Leben einhackte, mussten Nathan und sein Team vor Ort den Druck erhöhen. »Sage Eli und Jackson, fünfzehn Minuten ist Einsatzbesprechung für die heutige Patrouille.« »Wir wissen vielleicht noch nicht alles über Cashin Gray, aber eine klare Konstante in seinem Leben gibt es, das Lanotte. Wir müssen anfangen, sein Business zu stören, mal ordentlich auf den Busch klopfen und schauen, was passiert, und wir fangen heute Nacht damit an.« Jordana ging durch die Ausstellung des Museums, nahm langsam die ganze Sammlung in Augenschein und machte sich Notizen auf ihrem Tablet-PC. Die Vernissage gestern Abend war der Dank des Museums an die diversen Spender und Unterstützer aus der Bostoner Society gewesen, aber auch die Generalprobe für die Ausstellungseröffnung in einigen Tagen. Sie prüfte die Exponate und ihre Anordnung, nahm letzte Korrekturen an den Temperatur- und Feuchtigkeitsreglern vor, überprüfte noch einmal Beschilderung und Beleuchtung jedes einzelnen Exponates. Alles, um bloß nicht an ihr beunruhigendes Zusammentreffen mit Nathan heute Morgen denken zu müssen. Er war grob und streitlustig gewesen, unhöflich und viel zu dreist. Er hatte ihr Angst gemacht, nicht wegen seines Berufs oder seiner Vergangenheit, sondern weil ihr offenbar mitten in die Seele blicken und sie bloßlegen konnte. Er war gefährlich aus so vielen Gründen. Und doch konnte sie nicht aufhören, daran zu denken, was er zu gesagt, wie sie sich in seiner Gegenwart gefühlt hatte. Ihr Puls beschleunigte sich bei der Erinnerung daran, auf engem Raum mit Nathan alleine zu sein. Er hatte sie nicht einmal berührt, und doch hatte ihr Körper vor Verlangen pulsiert, seine Hände zu spüren. Hast du Elliot Bentley Squire jemals so küsst wie mich?« Die Erinnerung an Nathans Worte brachte prompt das Verlangen zurück. Sie versuchte es wegzudrücken, aber tief in ihr schlug es bereits seine Wurzeln. Tatsächlich hat es nie völlig aufgehört, in all den Stunden, seit sie Nathan im Anwesen des Ordens gesehen hatte. »Hatte dich je durch einen Blick zum Erröten gebracht oder deinen Puls schneller schlagen lassen, nur wegen der Dinge, von denen du dir wünschst, dass er sie mit dir macht.« Müßig hob Jordana ihre freie Hand an die Lippen. Es fiel ihr nur allzu leicht, sich vorzustellen, dass es Nathans Mund war, der ihre Lippen streifte, nicht ihre eigenen Fingerspitzen, die plötzlich zu zittern begannen. Auch da hatte er recht gehabt. Sie bereute nicht, ihn geküsst zu haben, nicht einmal nach allem, was er heute zu ihr gesagt hatte, nicht einmal, nachdem sie sich so vor ihm gedemütigt hatte, ihm von ihrer Beziehung zu Elliot und ihrem generellen Mangel an Erfahrung zu erzählen. Gott, warum hatte sie das nur getan? Was war da nur über sie gekommen? Nathan wusste jetzt mehr über sie als ihre beste Freundin. Was würde sie ihm noch alles sagen oder mit ihm tun wollen, wenn sie ihn jemals wieder sah? »Ich bin der Allerletzte, den du in deinem Leben haben solltest. Oder in deinem Bett.« Daran zweifelte sie keine Minute lang. Und trotzdem hämmerte immer noch ihr Puls, entfachte die Hitze, die zwischen ihren Beinen pochte. Ihr Nacken prickelte unter ihrem lose aufgesteckten Haar, der Puls an ihrem Hals hallte mit jedem heftigen Herzschlag in ihren Ohren wieder. Wärme breitete sich über ihren Hals und zu ihren Brustwarzen aus, bis ihre leichte Seidenbluse sich so heiß und einengend anfühlte wie ein Winterpullover. »Hallo? Erde an Jordana?« Carys Stimme brach in Jordanas Gedanken ein wie eine kalte Dusche. »Hast du ein Wort von dem gehört, was ich eben gesagt habe?« »Tut mir leid,« platzte Jordana heraus. »Ich habe nur eben eine Notiz zu dieser Vitrine fertig gemacht.« Carys musterte sie mit schiefgelegtem Kopf. Sie kaufte ihr die Entschuldigung nicht ganz ab. »Ich habe die Messwerte zu Temperaturen und Feuchtigkeit von den französischen Wandteppichen, die du haben wolltest.« Sie tippte auf ihren Tablet-PC und schickte die Daten an Jordanas Gerät. Jordana überflog den Bericht und nickte beifällig. »Sieht gut aus, Carys, danke dir. Ich würde gerne das Licht auf der Hirten-Szene von Beauvais noch etwas dämpfen. Gestern Abend habe ich gemerkt, dass wir ein paar der subtileren Farbwirkungen des Gewebes verloren haben.« »Okay«, antwortete Carys. »Willst du die römischen Mosaiken immer noch umstellen?« Jordana sah hinüber auf die antiken Fliesen in einem mehrstufigen Turm aus Plexiglas, der das Zentrum der Ausstellung bildete. Sie überlegte einen Augenblick, dann nickte sie. »Ja, vertauschen wir das mit etwas anderem.« »Der schlafende Endymion wäre besser für diesen Teil der Ausstellung. Meinst du nicht auch?« Carys lächelte. »Dein Lieblingsstück, klar. Gute Idee.« Sie ging hinüber zu der Vitrine, in der sich die über dreihundert Jahre alte italienische Terracotta-Statuette befand. Der sterbliche Schafhirte Endymion, der in ewigem Schlummer auf seine Geliebte, die Mondgöttin Selene, wartete, hatte Jordana schon verzaubert, seit sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Die anonyme Spende war seit mindestens zwanzig Jahren Teil der Dauerausstellung. Es war nicht das wertvollste Stück und auch historisch nicht einmal sonderlich bedeutend, aber seine schlichte Schönheit und der Mythos, den es repräsentierte, bewegte sie immer tief. Jordana starrte in die Plexiglas-Vitrine auf den schönen Sterblichen, der für immer unter der schmalen Mondsichel schlief. Immer wenn sie dieses Werk ansah, stieg in ihrer Brust eine tiefe Traurigkeit auf. Sie sah auf die Innenseite ihres linken Handgelenks hinunter, wo sie ein kleines scharlachrotes Muttermal in der Form einer Träne hatte, die in die Wiege einer Mondsichel fiel, ihr Stammesgefährtinnenmal. Anders als Endymion war sie keine Normalsterbliche. Sie, wie die anderen halbmenschlichen Frauen, die dieses Mal von Geburt an irgendwo auf ihrem Körper trugen, konnte leben ohne zu altern, sobald sie eine Blutsverbindung mit einem Stammesvampir eingegangen war. Es war eine solch unglaubliche Gabe, die zwei Leben für immer miteinander verbannt. Und doch konnte sie auch eine unentrinnbare Fessel sein. »Kannst du dir vorstellen, dein ganzes Leben zu verschlafen?« murmelte Jordana, als Carys sich neben sie stellte, um Kornakinis Statuette zu betrachten. »Hattest du je das Gefühl, dein Leben findet um dich herum statt, außerhalb deiner selbst? Dass sich alles schneller bewegt als du und du nicht hinterherkommst, als ob du schläfst und an dem Boden gekettet bist wie Endymion?« »Nein«, antwortete Carys prompt, ohne zu zögern. »Wenn ich was haben möchte, hole ich es mir. Ich lasse mich von nichts aufhalten.« Mit ihrem bedächtigen Tonfall zog sie Jordanas Blick auf sich. »Nie?« »Nie«, Jordana nickte milde. »Ach, bei dir ist das auch was anderes, Carys. Du bist Stammesvampirin. Du bist nicht in den dunklen Häfen aufgewachsen oder mit einem Vater, der dir seit deiner Kindheit einbläut, dass du eine Blutsverbindung mit einem passenden Gefährten einzugehen hast, bevor du fünfundzwanzig bist.« »Stimmt«, sagte Carys und lachte. »Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, hätte er mich im Anwesen ans Treppengeländer gekettet, bis ich doppelt so alt bin. Das Leben ist da, um gelebt zu werden, Jordana. Und wir haben alle nur einen Versuch. Stammesgefährtinnen, Stammesvampire und Normalsterbliche.« Jordana lächelte ihre Freundin an. Es gefiel ihr so an Carys, dass diese sich immer sicher zu sein schien, was sie wollte und welches ihr Ziel war. »Wenn ich doch nur so mutig wäre wie du. Du hattest nie Angst zu springen, egal wie tief oder dunkel der Abgrund unter dir war.« Carys grinste und zuckte mit den Schultern. »Und er ist nur tief und dunkel, wenn du stehen bleibst und runterschaust. Außerdem hast du deine eigene Art von Mut, Jordana. Ich meine, hey, schau doch, was du hier mit der Ausstellung machst. Das alles ist deine Vision, dein Werk. Niemand hat dir dieses Projekt angetragen. Du wolltest es. Also hast du dich reingestürzt und es wahrgemacht.« »Das ist was anderes«, wandte Jordana ein. Ihr Blick wanderte wieder zu der Skulptur hinter der Scheibe zurück. »Was, wenn du nicht weißt, was du willst? Was, wenn du eines Tages aufwachst und erkennst, dass du nie eine Ahnung hattest, was du eigentlich wolltest? Dass dir immer jemand gesagt hat, was du brauchst oder was von dir erwartet wird? Und jetzt willst du einfach nur deine Augen wieder zumachen und so tun, als schläfst du immer noch?« Jetzt blickten Carys hellblaue Augen weich. »Willst du wirklich wissen, was ich denke, ganz ehrlich?« Jordana nickte. »Bitte, sag's mir.« »Ich glaube, du weißt, was du nicht willst. Und ich glaube, das ist es, wovor du Angst hast, es anderen gegenüber zuzugeben, sogar dir selbst gegenüber.« Jordana stieß einen langsamen Seufzer aus und wandte den Blick ab. »Genau das hat Nathan mir auch gesagt.« »Da gut, nicht in diesen Worten. Und er hat sich auch nicht so höflich ausgedrückt.« »Nathan«, sagte Carys. »Dann hast du ihn heute Morgen also doch im Anwesen gesehen?« Ihre Freundin klang überhaupt nicht überrascht. Jordana runzelte die Stirn und warf ihr einen Blick zu. »Du hast es gewusst?« Carys lächelte verschmitzt. »Ich hab's mir gedacht. Du bist mit dem Klebeband zurückgekommen und hast etwas rot und atemlos gewirkt, wohl nicht, weil du unten in der Kommandozentrale ein paar Runden im Kreis gejoggt bist, obwohl meine Wegbeschreibung zum Vorratsraum dir wohl ein paar extra Runden eingebracht hat.« Jordanas Augen wurden groß. »Du, du hast mir doch eine falsche Wegbeschreibung gegeben. Wusste ich's doch. Ich hab mich so dermaßen verirrt, ich hätte vielleicht nie wieder zurückgefunden.« Carys grinste. »Keine Sorge. Zivilisten bleiben im Revier der Krieger nie lange unbemerkt. Ich wusste, dass sich jemand um dich kümmern würde.« »Ich glaub's einfach nicht, dass du mich absichtlich darunter geschickt hast,« sagte Jordana, aufgebracht, aber nicht wütend. »Du hast nicht etwa gehofft, ich könnte ihn treffen.« »Ich hab gesehen, wie du ihn gestern Abend beim Empfang angesehen hast, und er dich. Ich fand es interessant. Also hab ich ein bisschen nachgeholfen.« Sie hob eine Braue. »Ich habe einen Sprung gewagt, weil ich dachte, vielleicht brauchst du Hilfe, selbst einen zu tun.« »Mit ihm?« schnaubte Jordana. »Also bitte, das ist der unhöflichste Kerl, den ich je getroffen hab. Er hat absolut keine Umgangsform. Er ist ungehobelt, kalt und bedrohlich.« »Und trotzdem hast du ihn vor ein paar Nächten geküsst.« Daran brauchte sie, weiß Gott, nicht erinnert zu werden. Jordana spürte, wie ihr Stirnrunzeln sich vertiefte. »Er macht mir Angst, Carys. Wenn Nathan mich ansieht, habe ich das Gefühl, er sieht all meine Unzulänglichkeiten, jeden Riss in meiner Fassade, mitten in mich hinein. Wenn ich in seiner Nähe bin, fühle ich mich, als stehe ich nackt im Sturmwind, als stehe ich auf einer hohen Klippe und verliere gleich das Gleichgewicht, als werde ich nie wieder festen Boden unter die Füße bekommen, wenn ich ihm zu nahe komme.« Carys starrte sie an. »Und das ist was Schlechtes für dich?« »Ja, sehr. Das Schlimmste, was mir passieren kann,« sagte Jordana unsicher, wen sie mehr überzeugen musste, ihre Freundin oder sich selbst. »Ach, es ist wohl das Beste, wenn ich mich von Nathan fernhalte.« »Vielleicht hast du recht,« antwortete Carys nach einem Augenblick. »Es wäre sicherer für dich.« »Ja,« sagte Jordana und stieß den Atem aus, den sie angehalten hatte. Die Zustimmung ihrer besten Freundin war genau die Bestätigung, die sie brauchte. »Ich bin so froh, dass du mich verstehst.« »Oh, das tue ich, das kannst du mir glauben.« Carys kräuselte spöttisch die Lippen. »Denn was du da gerade beschrieben hast, ist genau, wie es mir mit Rune geht, seit ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Ich bin mit ihm zusammen von dieser Klippe gesprungen, und seither habe ich den festen Boden keine Sekunde lang vermisst.« In der Commonwealth Avenue im Bostoner Viertel Back Bay stieg Cash and Gray aus einem Taxi. Lässig schlenderte er die Straße hinauf in den sonnigen Spätnachmittag, obwohl es in knapp zwei Stunden dunkel wurde und er jeden Grund hatte, sich zu beeilen. So kurz vor Sonnenuntergang war es ein Risiko für ihn, draußen zu sein. Obwohl er in den letzten paar Tagen mit niemandem im Landorte Kontakt gehabt hatte, zweifelte er nicht daran, dass der Orden ihm schon hart auf den Fersen war. Dass seine Tarnung aufgeflogen war, hatte er von dem Moment an vermutet, als einer der Krieger, ein Abtrünniger namens Callan Archer, der zum Rebellenanführer geworden war, sich ihm bei einer kleinen Auseinandersetzung im Club in den Weg gestellt hatte. Cashen wusste nicht, was die individuelle übersinnliche Gabe dieses Stammesvampirs genau war, aber etwas hatte ihm gesagt, dass die Berührung durch den Krieger ihn geoutet hatte als das, was er nicht war, ein Mensch. Allein schon wegen dieses dummen Zufalls hätte Cash beinahe einen Schnitt gemacht und das Leben, das er sich in Boston aufgebaut hatte, hinter sich gelassen. Aber es waren die schlechten Nachrichten vom Tod Reginald Crows gewesen, die ihn dazu veranlasst hatten, seither durch die Stadt zu schleichen und sich dabei die ganze Zeit umzuschauen, ebenso wie ein Flüchtling, der er ja auch war. Crows versuchte Anschlag auf den Gipfel des Rates der globalen Nationen, hatte auf der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht. Genau wie sein Tod durch die Hand des Ordens. So sehr Cash auch davor graute, von Lucan und seinen Kriegern verhaftet und verhört zu werden, gab es noch eine weitere, genauso tödliche Armee von Soldaten, der er entkommen wollte. Seine eigenen Leute, die Atlantiden. Vor ihnen war Cash schon viel länger auf der Flucht als vor dem Orden. Sich in aller Öffentlichkeit zu verstecken, hatte all die Jahre gut funktioniert, und dieselbe Methode wandte er auch jetzt an, auf seinem Weg zu einem wichtigen Treffen in der Stadt. Als er lässig an dem Fenster eines Coffeeshops auf der Avenue vorbeischlenderte, sah er in der Scheibe sein Spiegelbild und musste lächeln, wie anders er jetzt aussah. Sein kurzer Haarschopf hatte nun einen unauffälligen Braunton und war adrett gescheitelt. Eine dunkle Sonnenbrille verbarg seine Augen. Statt seiner geliebten Leder- und Nietenmontur trug er Jeans und ein ausgeblichenes T-Shirt mit dem Logo der Red Sox aus dem Second-Hand-Laden, das eine beste Zeit vor etwa zehn Jahren gehabt hatte. An den Füßen trug er ausgelatschte Slipper, deren Sohlen so dünn waren, dass er jede Vertiefung und Erhebung im Asphalt des Gehwegs spüren konnte, als er sich dem vereinbarten Treffpunkt näherte. Er sah absolut normal aus, kaum zu unterscheiden von jedem anderen Zivilisten über dreißig. Auf jeden, der ihn heute auf der Straße sah, wirkte Cass unscheinbar, völlig unauffällig, genau wie er es beabsichtigt hatte. Niemand würde auf den Gedanken kommen, dass er und der platinblonde Albtraum in schwarzem Leder, dem das Lanotte gehörte, ein und dieselbe Person waren. Genauso wenig würde irgendjemand in der Menschenmenge um ihn herum auf dem Gehweg jemals darauf kommen, dass er ein Unsterblicher war und über tausend Jahre auf dem Buckel hatte. Nur andere Atlantiden registrierten vielleicht, dass er einer von ihnen war, und er hatte sehr darauf geachtet, nicht aufzufallen, seit er ihr Reich verlassen hatte und nach Boston gekommen war. Er hatte vorsichtig sein müssen, denn er war ein Gesuchter, ein verhasster Mann, ein Abtrünniger, ein Deserteur, ein Verräter seiner Königin. Bei seiner Flucht hatte er etwas mitgehen lassen, das von großem Wert für sie war, und ihr Zorn kannte keine Grenzen. Sie hatte seinen Tod befohlen. Allerdings hatte er ihr auch wenig Wahl gelassen. Sein Tod war ihre einzige Hoffnung, jemals wieder den kostbaren Schatz in die Hände zu bekommen, den er ihr gestohlen hatte. Wenn es nach Cassian ging, würde nicht einmal sein Tod ihn ihr wiederbringen. Er wusste, es war nur noch eine Frage der Zeit, bevor jemand ihn aufspürte, seine unsterblichen Kameraden oder die Ordenskrieger. Jetzt gab es für ihn keinen wirklichen sicheren Ort mehr, und solange er in Boston blieb, bedeutete allein schon seine Anwesenheit ein zusätzliches Risiko für die Sache, für deren Schutz er so hart gearbeitet hatte. Was auch der Grund für seine heutige geheime Verabredung war. Er brauchte weitere Zusicherungen, dass seine Interessen auch weiterhin gewahrt würden, auch wenn er von der Bildfläche verschwunden war. Cassian bog in die Newbury Street ein. Dort betrat er eine schicke Sim-Lounge und ging an der Hostess vorbei, bevor sie ihm sagen konnte, was gerade in den diversen Erlebnisräumen des Clubs geboten wurde. Er war nicht gekommen, um Zeit und Geld in virtuellen Realitäten zu verschwenden, wo Touristen für ein paar hundert Dollar pro Stunde Raumschiff-Kapitäne oder Fantasy-Figuren spielen konnten. Er ging in den hinteren Teil des Clubs, wie vereinbart. Der Mann, den er treffen wollte, erwartete ihn bereits in einem der privaten VIP-Räume. Der Stammesvampir, von Kopf bis Fuß in einem dunklen UV-dichten Schutzanzug, wartete mit seinem Fahrer, einem Menschen, seinem nervösen Blick nach offenbar gemietet. Zweifellos würde er als Trinkgeld seine Erinnerungen gelöscht bekommen, sobald das Treffen beendet war und er seinen Fahrgast wieder sicher in seinem Zuhause in einem anderen Teil der Stadt abgesetzt hatte. Cashen schlenderte in den Raum. »Mein alter Freund«, sagte er und streckte dem vermummten Vampir die Hand hin, dem einzigen, der alle seine Geheimnisse kannte und sie treu gewahrt hatte. »Ich danke dir für dieses kurzfristige Treffen.« »Wie findest du's?« Karis breitete vor den französischen Bildteppichen die Arme aus, als Jordana einige Stunden später zu ihr kam, nachdem das Museum für den heutigen Tag geschlossen hatte. »Ich hab den Jungs gesagt, sie sollen die Halogenstrahler mit ein paar schwachen LEDs mischen. Wenn du es jetzt zu dunkel findest...« »Nein«, Jordana schüttelte den Kopf. »Nein, es ist perfekt so. Gute Arbeit.« Karis strahlte. »Danke. Ich hab auch die Innenbeschilderung vom Drucker abgeholt. Ist alles in deinem Büro. Sie sagten, die digitalen Plakate und Außenbanner liefern sie morgen früh.« »Hervorragend. Ich bin fast soweit mit dem Beschilderungsplan für die Innenräume. Ich weiß, es ist schon spät, aber ich mache ihn noch eben fertig. Wartest du auf mich? Wir können uns auf dem Heimweg was vom Thai-Imbiss und eine Flasche Wein holen. Wir sollten doch deinen heutigen Einzug feiern, nicht?« »Oh«, sagte Karis langsam und schaute zerknirscht. »Jordana, tut mir leid, ich hab schon Anfang der Woche mit Rune ausgemacht, dass ich zu ihm in den Club gehe. Er hat heute einen großen Kampf, und ich will ihn sehen, bevor er in den Käfig steigt. Ich hasse es, ihm beim Kämpfen zuzusehen, aber ich kann einfach nicht ertragen, nicht dort zu sein, weißt du?« Jordana zog dir leicht mit den Schultern. »Klar, das verstehe ich. Du musst natürlich hingehen.« »Komm doch einfach mit. Wir können auch dort was essen und feiern.« »Nein, lass nur.« Jordana war enttäuscht, aber sie wusste, dass Karis sich jedes Mal fast zu Tode ängstigte, wenn Rune im Käfig war, obwohl der brutale Kämpfer noch nie einen Zweikampf verloren hatte. Auch Jordana drehten diese Kämpfe den Magen um, und sie hasste es, einen Laden zu unterstützen, dessen Besitzer vom vergossenen Blut und den gebrochenen Knochen anderer lebte. Außerdem war es ja nicht so, als hätte sie nichts zu tun. Es gab noch jede Menge Arbeit. »Geh du nur zu Rune«, sagte sie. »Wir feiern einfach ein anderes Mal.« Karis runzelte die Stirn. »Bist du sicher?« »Absolut. Ich will dir sowieso noch ein paar Sachen fertig machen, bevor ich nach Hause gehe. Ich bestelle mir einfach hier was zu essen und bring dir den Rest mit, falls du hungrig bist, wenn du nach Hause kommst.« »Danke dir«, Karis zog sie in eine kurze, innige Umarmung. »Dann bis später, und wenn wir dann feiern gehen, lade ich dich ein, okay?« Jordana nickte, abgemacht. Sie nahm ihre Arbeit wieder auf, als Karis ihre Sachen einsammelte und das Museum verließ. Zwei Stunden später hatte Jordana den Beschilderungsplan für die Ausstellung fertig, eine halbe Box vegetarisches Partei verdrückt und den Rest im Personalkühlschrank im Korridor verstaut. Im Museum war es still. Schon lange waren nur noch sie und der Sicherheitsbeamte in der Lobby im Gebäude. Jordana speicherte den Beschilderungsplan auf ihrem Rechner ab und schickte die Datei an Karis Tablet-PC für morgen früh. Sie stand auf, um die Beine zu strecken und auf Toilette zu gehen, bevor sie sich auf die Heimfahrt machte. Als sie zu ihrem Schreibtisch zurückkehrte, hatte sie eine Nachricht von Elliot auf ihrer Mailbox. Er klang nicht gerade begeistert, dass sie wieder so lange arbeitete. »Ich habe den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen, Liebling. Hast du meine Nachricht nicht bekommen, die ich dir vor ein paar Stunden auf dem Handy hinterlassen habe?« Mist. Sie war so beschäftigt gewesen, dass sie sich nicht die Mühe gemacht hatte, auf das verdammte Ding zu sehen. »Bitte, ruf mich an, sobald du zu Hause bist, Jordana. Ich will wissen, dass du gut heimgekommen bist.« Er räusperte sich, und sie hörte leichte Verärgerung in seiner Stimme. »Als ich heute nichts von dir hörte, da habe ich Seamus angerufen und mit ihm gesprochen. Vielleicht kannst du mir erklären, wie es sein kann, dass ich von deinem Portier erfahre, dass Karis Chase bei dir eingezogen.« Mit einem wütenden Fluch drückte Jordana die Nachricht weg. Was zum Teufel dachte Elliot sich dabei, ihr hinter ihrem Rücken nachzuspionieren? Fast war sie versucht, seinen Anruf sofort zu erwidern und ihn genau das zu fragen. Aber sie wusste, wenn sie das tat, würde sie wohl auch etwas sagen, was ich nicht mehr zurücknehmen ließ. Wütend löschte sie die Nachricht und schloss ihr Büro für die Nacht ab. Sie nahm den Lift zur Lobby, verabschiedete sich von Lou hinter dem Empfangstresen und ging auf den Parkplatz hinaus. Dort stand um diese Zeit nur noch ein Auto. Ihr silberner Kleinwagen schimmerte unter den Lampen am anderen Ende des Platzes. Jordana war schon auf halbem Weg dorthin, als sie das Thai-Essen oben im Kühlschrank einfiel. Ach, Mist! Sie drehte sich um und erstarrte. Ein Augenpaar war auf sie gerichtet, sie spürte es. Aus der Dunkelheit sah sie jemand an. Dort. Ein Schatten beim Gebäude. Er verschwand, als sie in seine Richtung spähte, aber nicht schnell genug. Dort war jemand und beobachtete sie. Wartete auf sie? Die feinen Härchen in ihrem Nacken stellten sich auf. Angst schoss sie den Rücken hinunter wie ein kalter elektrischer Stromschlag. Ihr Herz raste, ihre Handflächen wurden feucht. Dort war jemand. Verborgen, aber nicht fort. Beobachtete sie immer noch. Wer war das? Was wollte er? Oder waren es mehrere? Sie würde nicht ins Museum zurückgehen, um das herauszufinden. Carys' Essen würde heute Nacht bleiben, wo es war. Und Jordana war nicht wohl beim Gedanken, jetzt allein in eine leere Wohnung zu fahren. Immer noch raste ihr Puls vor Angst. Natürlich konnte sie jederzeit Elliot anrufen. Er wäre im Handumdrehen hier, wenn sie ihn darum bat. Aber sie wollte Elliot nicht. Die traurige Tatsache war, sie hatte ihn nie gewollt. Und er verdiente es, das zu erfahren. Aber das war ein Problem, das sie bald in Angriff nehmen musste. Jetzt im Moment wollte Jordana es einfach nur unversehrt zu ihrem Wagen schaffen. Jetzt musste sie unter Leute irgendwo hin, wo sie unter Freunden und in Sicherheit war. Sie eilte über den dunklen Parkplatz und sprang in ihren Wagen. Dann raste sie mit quietschenden Reifen von dem Parkplatz hinunter. Ihre Penthouse-Wohnung war nur ein paar Blocks entfernt. Aber Jordana fuhr an ihrem Haus vorbei und in die Stadt hinein, zum La Notte. Nathan und sein Team betraten Cash & Grace Club, als dort Hochbetrieb herrschte, zur lukrativsten Stunde des Abends. Die Tanzfläche und Bar im Erdgeschoss waren trotz der saftigen Eintrittspreise brechend voll. Aber das eigentliche Business, Cass' Brotverdienst, fand unten in den Käfigen statt. Ängstliche Blicke folgten ihnen, nervöses Gemurmel erhob sich, als sie vorbeigingen. Die schwer bewaffnete Einheit bahnte sich eine Schneise durch die Menge und ging hinunter zur Kampfarena. Die Schaukämpfe und die beachtlichen Wettsummen, die sie begleiteten, waren bereits voll im Gange. Rune war immer ein Publikumsmagnet. Und heute Abend war das nicht anders. Der riesige, dunkelhaarige Stammesvampir kämpfte gegen einen Gegner, der ihm in Größe und Kraft fast ebenbürtig war. Der brutale Zweikampf der beiden Vampire von fast zwei Metern und über 150 Kilo, die nur wenig mehr trugen als lederne Schurze, war ein Anblick, den nur wenige Menschen zu ihren Lebzeiten erleben konnten. Nur gut, dass die blutigen Zweikämpfe zwischen Stammesvampiren in der trügerischen Sicherheit des Stahlkäfigs ausgetragen wurden. Die Menge keuchte auf, als Rune seinem Gegner einen rechten Haken direkt auf dem Kiefer verpasste. Knochenbrachen, Blut spritzte aus dem erschlafften Mund des Vampirs. Der Schlag war gnadenlos und verheerend, da beide Kämpfer im Ring fingerlose Lederhandschuhe mit Titanspikes trugen. Das Metall sollte die Brutalität des Kampfes steigern. Aber es diente auch dazu, die Kämpfer daran zu hindern, sich vor dem Kampf durch exzessive Nahrungsaufnahme zu dopen. Wenn ein Stammesvampir der Blutgier verfallen war, der Sucht, die nur sehr wenige jemals besiegt hatten, würde das Titan auf den Spikes des Gegners in seinen verseuchten Blutkreislauf eindringen und ihn schneller töten als jeder Schlag, den er im Käfig einsteckte. Unter wilden Anfeuerungsrufen des Publikums sang Runes Gegner mit leisem Schmerzgeheul auf die Knie. Nathan begutachtete den Schaden mit dem kühlen Auge des ausgebildeten Killers. Noch so ein Schlag, und Rune hätte einen Punkt mehr auf seiner Todesstatistik und damit bessere Wettquoten. Doch er schien kein Interesse daran zu haben, seine Statistik oder seinen Marktwert in die Höhe zu treiben. Der riesige Mann trat zurück, und er belies dem anderen Vampir die Entscheidung, entweder den Notknopf im Käfig zu drücken und Rune über das hufeisenförmige Stahlhalsband, das jeder Kämpfer trug, einen elektrischen Schlag verpassen zu lassen, oder den Kampf ohne diese Hilfe fortzusetzen. Protestgebrüller tönte aus der Menge bei den Käfigen, als ihr Champion sich weigerte, den Kampf mit einem leichten, aber unnötigen Totschlag zu beenden. Als der Kampf wieder aufgenommen wurde, winkte Nathan seinem Team, mit der Räumung des Clubs zu beginnen. Es dauerte nur Minuten. Die Gruppe kampfbereiter Ordenskrieger ließ nur ihre Fänge blitzen, und schon strömte der Großteil des Publikums hastig den nächstgelegenen Ausgängen zu. Aber ihr Eingreifen brachte ihnen auch die rasche Aufmerksamkeit der Sicherheitsleute des Lanotte ein. Nathan und seine Männer waren heute Abend nicht zimperlich mit ihnen. Sie waren schließlich gekommen, um den Laden aufzumischen und ihre Anwesenheit deutlich zu machen. Elijah, Jax und Raffi knallten ein paar Stammesvampire von der Security gegen die Ziegelmauern des Clubs, während Nathan gleich mitten im Nahkampf mit zwei von Cash & Grays Schaukämpfern steckte. Innerhalb von Sekunden hatte er sie außer Gefecht gesetzt und stoppte erst, als er sie fast getötet hatte. Er fuhr herum, um sich den nächsten von Cash-Kämpfern vorzunehmen. Aber Syn machte keine Anstalten, sich ihm entgegenzustellen. Fast so groß wie Nathan und Rune und so gut aussehend, dass er fast mädchenhaft hübsch wirkte, hatte der blonde Stammesvampir seine eigene beeindruckende Kampfstatistik im Ring. Aber offenbar war er zu klug, um sich auf einen Kampf mit Nathan einzulassen. Um sie herum hatte der Club sich fast gelehrt. »Sag deinem Boss, wir kommen ab jetzt jeden Abend vorbei, bis wir von ihm hören«, knurrte Nathan. »Je länger er sich Zeit lässt, desto härter wird der Orden ihn in die Mangel nehmen.« Syn starte ihn nur ungerührt an, sah zu, wie die Arena sich immer weiter lehrte. Jetzt waren nur noch die Betrunkenen und die Hardcore-Fans der Käfigkämpfe übrig. Eine Gruppe von etwa vierzig Personen verfolgte gebannt, wie der Kampf im Käfig allmählich zum Ende kam. Nathan starrte zu ihnen hinüber und versteifte sich, als sein Blick auf zwei junge Frauen in der ersten Reihe der verbliebenen Zuschauer fiel. Scheiße. Karis war leicht genug zu entdecken. Ihre karamellbraune Mähne schwang um ihre Schultern, die in einem hautengen schwarzen Pulli steckten, als sie ihren Liebsten anfeuerte. Sie sprang auf schwarzen Stiefeln mit hohen Absätzen auf und ab, klatschte in die Hände und pfiff, als die Uhr ablief und Runes Sieg sich abzeichnete. Die andere junge Frau war eine Überraschung, auf die Nathan heute Nacht Liebe verzichtet hätte. Neben Karis stand mit dem Rücken zu ihm Jordana Gates, in einem weichen, grauen Bleistiftrock und einer blassrosa Seidenbluse, ihr langes, weißblondes Haar im Nacken zu einer Art Knoten aufgesteckt. Himmel! Sie sah aus wie einer Vorstandssitzung in der City entsprungen. Und doch sah sie sich gerade einen blutigen Käfigkampf im übelsten Laden von Boston an. Jordana schien vom Zweikampf des heutigen Abends genauso gebannt wie Karis. Keine der beiden Frauen achtete darauf, als Nathan Sin stehen ließ und auf sie zustapfte. Auf halber Strecke durch den Raum roch er den Alkohol an ihnen. Und jetzt fiel ihm auf, dass die beiden Frauen alles andere als sicher auf den Beinen waren, selbst Jordana in ihren biederen, flachen Schuhen. Als die Glocke ertönte, die den Zweikampf beendete, jubelten Karis und Jordana Runes zu, zusammen mit der Handvoll Zuschauer um sie herum. Nathan stapfte auf sie zu und registrierte am Rande, dass Runes seine Handschuhe und sein Halsband abnahm, um Karis aufzufangen, die gerade die Käfigtür aufriss und sich in seine Arme warf. Er spürte Runes dunkle Augen auf sich gerichtet. Ihm war es gar nicht recht, dass der Orden das Business der heutigen Nacht gestört hatte, aber Nathans Konzentration war jetzt auf etwas anderes gerichtet. Jordana wurde plötzlich reglos. Dann drehte sie sich langsam um. Als sich ihre Blicke trafen, fuhr ihm ein heißer Blitz direkt zwischen die Beine. Wenn er von hinten gedacht hatte, dass Jordana aussah wie für eine Vorstandssitzung gekleidet, vergaß er den Vergleich schlagartig beim Anblick ihrer Vorderseite. Ihre Bluse war ihr aus dem Rocksaum gerutscht, die ersten drei Knöpfe waren geöffnet und zeigten ein verlockendes Dreieck nackter Haut, das zwischen ihren perfekten Brüsten endete. Ihre Haut war erhitzt, und nun stieg ihr die hübsche Röte den Hals hinauf und in die Wangen. Unwillkürlich stellte er sich vor, wie ihr Blut durch zarte Kapillaren schoss. Hölle noch mal, er konnte es fast schmecken. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen, und seine Fänge schossen aus dem Zahnfleisch. Verlangen entzündete sich blitzartig, heiß und verzehrend. Sein Schwanz reagierte sofort und spannte gegen seine schwarze Drillichose. Nathan wusste, dass seine Pupillen sich zu schmalen Schlitzen verengt hatten, als er den Anblick von Jordanas zerzauster Schönheit in sich aufnahm. Seine transformierten Augen tauchten ihr Gesicht in einen gedämpften, gelben Lichtschein. Diese rasche Reaktion seines Körpers erschreckte ihn. Und es verstörte ihn, dass er seine Triebe offenbar nicht im Griff hatte, wenn es um diese spezielle Frau ging. Aber da Nathan keiner war, der einen Rückzieher machte, ging er weiter auf sie zu. Er rief seinem Team den Befehl zu, auch die hinteren Räume und die VIP-Lounge zu räumen und alle, die sich dort noch aufhielten, aus dem Club zu schicken. Die Party ist vorbei, fauchte er, seine Augen immer noch auf Jordana gerichtet. Sie blickte finster zu ihm auf und stützte die Hände in die verlockend geschwungenen Hüften. Mit welchem Recht machst du das? fragte sie. Ihre Stimme klang belegter als sonst, wohl vom Alkohol. Nathan hielt ihrem ärgerlichen Blick stand. Sag mir nicht, du hast nicht gemerkt, dass dieser Club seinen Profit mit illegalen Schaukämpfen und Wetten macht. Ganz zu schweigen vom perversen Business in den hinteren Räumen, von dem du besser nichts weißt, fügte er hinzu. Es ist Zeit, dass jemand diesen Drecksschuppen dicht macht. Nein, sagte sie und schüttelte wild den Kopf. Ihre locker aufgesteckte platinblonde Mähne löste sich endgültig und floss ihr über Schultern und Rücken hinunter. Nein, ich rede von dir, Nathan. Mit welchem Recht bist du in mein Leben gestürmt und machst alles kaputt? Er runzelte die Stirn, nicht nur von der Frage verblüfft, sondern vom Klang seines Namens aus ihrem Mund. Ich bin in dein Leben gestürmt? Ja, bist du. Sie kam bis auf Armlänge heran, dann noch näher. Du bist ein dunkler, gefährlicher Sturm, Nathan. Sie legte den Kopf schief, und ihre eisblauen Augen fesselten ihn, selbst in der Dunkelheit des Clubs. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich mit dir von einer Klippe springen. Er stieß einen Fluch aus und sah sie genauer an. Himmel, wie viel hatte sie heute Abend getrunken? Wahrscheinlich sprachen nur die Cocktails aus ihr, aber ihr ruhiger, suchender Blick und ihre geöffneten Lippen sprachen deutlich genug zu seinen Sinnen. Du bist das Schlimmste, was mir je passieren konnte, Nathan. Wenigstens da sind wir uns einig. Sie beugte sich näher zu ihm, und er knurrte, ob vor Verlangen oder Ironie, wusste er selbst nicht genau. Hol deine Sachen, Jordana. Einer meiner Männer bringt dich nach Hause. Nein, murmelte sie und schüttelte den Kopf. Nein, ich will nicht alleine nach Hause. Ich will auf Karis warten. Er sah hinüber und erkannte, dass Karis in nicht viel besserer Verfassung war. Außerdem saß sie eng umschlungen mit Rune in einer der Nischen vor dem Käfig. Es sah nicht so aus, als würde sie bald gehen, und Nathan hatte nicht vor, Jordana in diesem Zustand im Club zu lassen. Und obwohl Karis Rune offensichtlich liebte und ihm vertraute, würde Nathan ihm Jordana nicht anvertrauen. Scheiße! Ihre Wohnung war nicht weit weg. Er konnte sie sicher nach Hause bringen und gleich wieder zurück sein, um die Patrouille fortzusetzen. Komm, sagte er, gehen wir. Nathan schloss seine Hand um ihr Handgelenk und führte sie nach draußen. Fünf Minuten später saß Jordana auf dem Beifahrersitz ihres Wagens und sah Nathan dabei zu, wie er durch das Labyrinth von Einbahnstraßen in Back Bay zu ihrer Wohnung fuhr. War wirklich nicht nötig, dass du mich nach Hause bringst. Hätte ich auch alleine geschafft. Kommt gar nicht in Frage, sagte er, sein strenges Profil vom milchigen Schein des Armaturenbretts beleuchtet. Seine tiefe Stimme duldete keinen Widerspruch und erinnerte sie schlagartig daran, dass Nathan kein Gentleman aus den dunklen Häfen war. Er war Anführer eines Teams des Ordens, ein Gen 1 und ehemaliger Killer. Ein Mann, der auf unzählige Weise töten konnte. Und doch saß er jetzt neben ihr und spielte den Chauffeur, nachdem sie dämlicherweise zu viel getrunken hatte. Schon wurde sie wieder nüchtern. Ihr leichter Rausch verflüchtigte sich und wich dem nervösen Flattern ihres Pulses, als sie neben Nathan im dämmerig erleuchteten Wagen saß. Also jedenfalls vielen Dank, murmelte sie, unfähig, ihren Blick von ihm loszureißen. Er sah auf eine schroffe Art gut aus, seine Wangenknochen zu scharf, sein Kinn zu eckig und unnachgiebig. Seine Augen waren stürmischer denn je, als er durch die Straßen raste, eine blaugrüne Donnerwolke unter seinen strengen, schwarzen Brauen. Das Weichste an ihm war sein Mund, seine Lippen viel zu voll und sinnlich für seine immer so kühle, grimmige Miene. Jordana wußte nur allzu gut, wie warm diese breiten, schön geschwungenen Lippen sein konnten. Als sie ihn vom Beifahrersitz aus ansah, packte sie plötzlich die wilde Versuchung, ihn wieder zu küssen. Er sah zu ihr hinüber. Zweifellos spürte er ihren Blick. Hätte nicht gedacht, dass das Lanotte dein Ding ist, bei dem, was da so läuft. Jordana zuckte mit den Schultern. Normalerweise bin ich da auch so gut wie nie. Heute Abend bin ich nur hingegangen, weil ich wusste, dass Karis bei Rune ist. Aber du hast dich ja bestens amüsiert in der ersten Reihe vor dem Käfig. Sie runzelte die Stirn. Es war ihr peinlich, dass sie sich in das grausame Spektakel des Clubs hatte hineinziehen lassen. Elliot würde sich aufregen, aber ihren Vater würde schlicht der Schlag treffen, wenn er erfuhr, dass sie auch nur von der Existenz dieses Clubs wusste. Natürlich befürworte ich die Brutalität dieser Kämpfe nicht, murmelte sie. Und auch nicht, dass mit vergossenem Blut Profit gemacht wird. Es ist ein widerliches Geschäft. Er knurrte. Diese Kämpfe sind nicht das Einzige, womit der Besitzer den großen Reibach macht. Jordana wusste, dass er nicht von der Bar und der Tanzfläche im Erdgeschoss redete, genauso wenig wie von der Sim-Lounge, wo man zu gepfefferten Stundensätzen in diverse virtuelle Welten abtauchen konnte. Du meinst die Sadomaso-Verliese im Keller? Nathan warf ihr einen finsteren Blick zu. Du weißt von den Sexräumen? Gesehen habe ich sie nicht, sagte sie ausweichend. Karis hat mir davon erzählt. Er fluchte leise. Sag mir nicht, Rune hat sie dorthin mitgenommen. Verdammt nochmal, sag mir, dass er sowas nicht mit ihr macht. Jordana schüttelte den Kopf. Natürlich nicht, nein. Rune verdient seinen Lebensunterhalt im Käfig, aber mit Karis geht er immer nur liebevoll um. Er beschützt sie. Er würde nicht einmal wollen, dass sie auch nur in die Nähe des Kellers kommt. Wieder knurrte Nathan, dieses Mal mit einer Mischung aus Erleichterung und etwas anderem, das Jordana nicht einordnen konnte. Jetzt wirkte er angespannter, starrte nach vorne auf die Straße und in seinem Kiefer zuckte ein Muskel. Wenn Rune Karis wirklich lieben würde, hätte er dafür gesorgt, dass sie nie einen Fuß ins Lanotte setzt. Das ist im Übrigen auch kein Ort für dich. Jordana hob eine Braue. Jetzt klingst du schon wie Elliot. Er hat mir praktisch verboten, hinzugehen. Nathan warf ihr einen Seitenblick zu. Und heute Abend bist du trotzdem hingegangen. Elliot Bentley Squire ist nicht mein Eigentümer. Ich bin absolut fähig, alleine klarzukommen. Sie schnaubte leise, als sie erkannte, wie absolut unfähig sie gerade auf Nathan wirken musste. Nun, normalerweise jedenfalls. Heute Abend war eine Ausnahme. Es ist mir peinlich, dass du das Gefühl hast, du musst mich nach Hause bringen. Kein Problem, antwortete er. Aber für Jordana war es eines. Es war eine ritterliche Geste von einem Mann, den sie nicht gerade als den noblen Typ verbucht hatte. Sie hätte nicht gedacht, dass er auch so sein konnte, wo seine Welt doch Kampf, Brutalität und Tod waren. Wahrscheinlich gab es eine Menge, was sie über Nathan nicht wusste. Und als sie sein ernstes Profil musterte, hoffte sie plötzlich, dass sie eine Chance bekommen würde, alles an diesem distanzierten, undurchschaubaren Mann zu verstehen. Bevor wir den Club verlassen haben, sagte Nathan, hast du mir gesagt, du willst nicht alleine nach Hause, was war der Grund? Jordana versuchte, die Frage abzutun. Ach, eigentlich gar nichts. Heute Abend ist was passiert, als ich von der Arbeit kam, und ich habe Angst bekommen. Dabei war es sicher halb so wild. Was ist passiert? Jetzt war Nathan ganz Krieger, fragte nicht mehr leicht hin, sondern forderte eine Antwort. Ich dachte, ich hätte draußen vor dem Museum jemanden stehen sehen, als ich zu meinem Wagen ging. Ich dachte, er beobachtet mich. Es klang jetzt idiotisch, obwohl sie sich in dem Moment mehr als erschreckt hatte. Er, sagte Nathan, und in seiner tiefen Stimme lag so großer Argwohn, ein solcher Beschützerinstinkt, dass sie ganz überrascht war und sich wie gewärmt fühlte. Hast du ihn gesehen? Hat er dich irgendwie bedroht? Nein, antwortete sie, nein, nichts dergleichen. Ich habe jemanden draußen vor dem Museum stehen sehen, als ich ging. Das ist alles. Wie ich schon sagte, wahrscheinlich war es gar nichts. Wahrscheinlich ist nur meine Fantasie mit mir durchgegangen. Nathan grunzte und klang alles andere als überzeugt, aber er fragte nicht weiter. Da sind wir, verkündete er und drosselte das Tempo, als sie sich ihrem Haus näherten. Er fuhr um das Gebäude herum zur Tiefgarage und fand zielsicher Jordanas Parkplatz, ohne dass sie ihm sagte, welcher er es war. Sie starrte ihn vom Beifahrersitz an, als er den Motor abstellte und ihr den Zündschlüssel reichte. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder sauer sein soll, dass der Orden nicht nur weiß, wo ich wohne, sondern sogar welches mein Parkplatz ist. Nicht der Orden, sagte er und warf ihr einen schrägen Blick von der Seite zu, der ihre Nervenenden prickeln ließ. Nur ich. Nathan gab ihr nicht viel Gelegenheit, diese Information zu verarbeiten. Bevor sie eine Antwort stammeln konnte, war er schon aus dem Wagen gestiegen und kam zur Beifahrertür. Er öffnete sie und nahm Jordana am Handgelenk, um ihr auf die Beine zu helfen. Seine starken Finger schlossen sich um sie mit einem Griff, der gleichermaßen gebieterisch und tröstlich war. Hitze knisterte, wo ihre Hände sich berührten, und Jordana kämpfte darum, möglichst unbeteiligt zu wirken, als sie aus dem Wagen stieg und vor ihm stand, keine zwei Zentimeter von ihm entfernt. Nun, sagte sie und zwang sich zu einem lahmen, höflichen Lächeln. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast, Nathan. Wir sind noch nicht dort. Als sie schon widersprechen wollte, ließ er sie los und zeigte auf den Aufzug, der zur Lobby ihres Hauses führte. Er stapfte neben ihr her zum wartenden Lift und fuhr mit ihr nach oben. Wie immer hatte Seamus Dienst. Der Portier erhob sich von seinem Stuhl hinter dem breiten Empfangstresen und nickte ihr zur Begrüßung zu, als sie in die stille Lobby trat. »Abend, Miss Gates.« »Hallo, Seamus«, grüßte sie ihn und versuchte lässig, über den polierten Marmorboden zu schreiten. »Mr. Bentley Squire sucht sie, Miss Gates«, informierte sie Seamus. »Er hat heute Abend mehrfach angerufen und gefragt, ob ich sie gesehen hätte, und vor einer Weile kam er sogar persönlich vorbei.« Der Portier verstummte abrupt, als er bemerkte, dass Jordana in Begleitung war. »Danke, Seamus«, sagte Jordana sich Nathans Anwesenheit nur allzu deutlich bewusst, als er ihr aus dem Lift und durch die Lobby folgte, ohne sie um Erlaubnis zu fragen. Sie sah, dass der ältere menschliche Portier den dunkel und gefährlich aussehenden Stammeskrieger argwöhnisch musterte. Es kam nicht jeden Abend vor, dass Jordana in Herrenbegleitung durch ihren Wohnblock schlenderte, und schon gar nicht mit einem bis an die Zähne bewaffneten Stammesvampir in Patrouillenmontur. Und es machte die Sache auch nicht besser, dass sie vermutlich den widerlichen Kneipengestank des Clubs mit hereinbrachte, als sie an Seamus' Tresen vorbeisegelte. Der Portier räusperte sich. »Alles in Ordnung, Miss Gates?« »Ja, natürlich, alles bestens. Gute Nacht, Seamus.« Sie warf ihm ein geübtes Lächeln zu, um weitere Kommentare im Keim zu ersticken, während Nathan ihr in brütendem Schweigen zum Lift folgte, der hinauf ins Penthouse führte. Sobald sich die polierten Stahltüren hinter ihnen geschlossen hatten, schloss Jordana die Augen und stieß einen Seufzer aus. »Morgen weiß das ganze Haus Bescheid. Seamus ist nett und meint es gut, aber Diskretion ist nicht gerade seine Stärke.« Sie schüttelte langsam den Kopf, dann drückte sie den Knopf zum Penthouse. »Ich kann mir vorstellen, was er jetzt über mich denkt.« »Warum machst du dir was draus, was ein normalsterblicher Mietkop denkt?« Nathans tiefe Stimme war nur wenig mehr als ein Knurren, als er sich in der Kabine zu ihr umdrehte. »Warum machst du dir was draus, was irgendwer von dir denkt?« »Weil ich eine Gates bin.« Eine automatische Antwort, ein Standard, an den sie sich von Kindheit an gehalten hatte. »Von meiner Familie werden bestimmte Dinge erwartet, und von mir. Ich muss mir was draus machen, was die Leute denken. Blödsinn.« Überrascht sah sie auf in Nathans stürmische Augen und registrierte erst jetzt, wie nahe er vor ihr stand. Die Hitze, die sein riesiger, muskulöser Körper ausstrahlte, schickte eine Hitzewelle in ihre Wangen und zwischen ihre Brüste, und dann noch tiefer. Nathan brauchte nichts zu sagen oder zu tun. Allein schon seine Präsenz war so dominierend, dass sie alle Luft aus dem kleinen Raum zu saugen schien. Obwohl sie sich von all dieser Hitze und Kraft magisch angezogen fühlte, wich Jordana langsam zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die hintere Wand der Kabine prallte. Und er folgte ihr, bedrängte sie mit seiner Körperlichkeit, zwang sie, seinem bohrenden Blick standzuhalten. »Das ist Blödsinn, und du weißt es. Du versteckst dich hinter dem guten Namen deiner Familie und allen möglichen Verpflichtungen, die du ihm gegenüber hast. Aber das ist nicht das, was ich dich gefragt habe. Ich will wissen, warum du dich versteckst.« Er kam näher, ließ ihr keinen Raum zu entkommen. Keinen Raum, um seine durchdringenden Augen oder dem Chaos ihrer eigenen Sinne zu entkommen, als jedes ihrer Nervenenden vor gefährlichem Verlange nach diesem Mann aufflammte. »Ich will wissen, warum du dermaßen verstecken musst, wer du wirklich bist, Jordana. Die Frau, die mich letzte Woche in diesem Gebäude geküsst hat, die Frau, die mich gestern Abend bei dem Museumsempfang angesehen hat, als wäre sie unter dem Gewicht der an sie gestellten Erwartungen am Ertrinken.« Nathan kam noch näher, bis seine Brust ihre berührte, sein Körper sie auf ganzer Länge mit seiner Hitze versenkte. »Ich will wissen, warum du unbedingt die Frau verleugnen willst, die du wirklich bist, Jordana.« »Ich weiß nicht, was du meinst.« Ihre Stimme klang sehr leise, nicht einmal für ihre eigenen Ohren überzeugend. »Ich verstecke mich hinter gar nichts. Und du weißt gar nichts über mich.« »Ach ja?« In seinen düster blickenden Augen blitzten bernsteinfarbene Funken auf. Als er wieder redete, waren hinter seiner sinnlichen Oberlippe die rasiermesserscharfen Spitzen seiner Fänge zu sehen. »Gestern Abend wolltest du, dass ich dich von diesem Empfang wegbringe. Du hättest dich gewehrt und es geleugnet. Aber letztendlich wissen wir beide, dass du mitgekommen wärst.« »Oh Gott, er hat recht.« Trotzdem schüttelte sie heftig den Kopf. »Nein, das hätte ich nicht.« »Doch, Jordana, hättest du.« Jetzt lächelte er. Ein selbstbewusstes, wissendes Lächeln, das ihr keine Gnade gab. »Und heute im Vorratsraum der Kommandozentrale wolltest du, dass ich dich berühre, dich küsse, mit dir anstelle, was ich will.« Sie schluckte hart. Ihr Mund war plötzlich staubtrocken unter seinem sengenden Blick. »Du hast darauf gewartet,« sagte er, »du willst es genauso wie ich.« Ein Geräusch stieg aus ihrer Kehle auf. Sie hatte ihm widersprechen wollen, aber es kam nur ein leises, jämmerliches Stöhnen heraus. »Sag sowas nicht. Du hast kein Recht.« »Warum nicht, Jordana?« drängte er. »Warum es nicht sagen, wenn es doch die Wahrheit ist? Warum sollten wir so tun, als könnten wir aufhalten, was zwischen uns passiert?« »Weil«, sie holte Atem, suchte nach der Kraft, sich ihm zu verweigern. »Warum?« fragte er wieder, sanfter, doch nicht weniger gebieterisch. »Sag mir, warum du dich lieber hinter den Namen deiner Familie und die Verpflichtungen flüchten willst, aus denen du dir dein Gefängnis gebaut hast?« Jordana hob die Finger an die Lippen, versuchte, die Worte zurückzuhalten, die sie verraten würden, aber jetzt strömten sie unaufhaltsam aus ihr heraus. »Weil ich Angst habe,« flüsterte sie. Etwas flackerte über Nathans strenge Züge. Ob Erschrecken oder Verständnis, Mitgefühl oder Mitleid, konnte sie nicht erkennen. Er griff hinter sich und drückte den Halteknopf des Aufzugs. Mit einem weichen, gefederten Ruck blieb die Kabine im Schacht stehen. Jordanas Augen wurden groß. »Was machst du?« Nathan gab ihr keine Antwort auf diese Frage. »Sag mir, wovor du Angst hast.« Jetzt wurde sie nervös. »Sheamus wird merken, dass wir stehen geblieben sind. Er wird sich fragen, was wir machen.« »Ist mir scheißegal,« knurrte Nathan. »Und dir sollte es auch scheißegal sein.« »Er kann uns sehen,« bemerkte Jordana und sah an Nathan vorbei zu der kleinen Überwachungskamera, die von der Decke der Kabine auf sie herunterstarrte. Obwohl er keine Miene verzog, erlosch das winzige rote Lämpchen an der Kamera, ausgeschaltet von Nathans mentalen Gen-1-Kräften. »Jetzt sind wir ganz unter uns, Jordana. Ich bin der Einzige, der dich sehen kann.« »Niemand hört uns. Hast du jetzt auch Angst?« Als sie schweigend den Blick senkte, legte Nathan ihr seine warmen, starken Finger unters Kinn und hob es an, bis sie ihn ansehen musste. »Hast du Angst vor mir, Jordana?« Sie schüttelte schwach den Kopf, verblüfft, dass es wirklich keine Angst war, was sie gerade spürte. Es war ein viel stärkeres, viel mächtigeres Gefühl, noch mächtiger als das Verlangen, das dieser Mann in ihr geweckt hatte. Sie vertraute ihm. Nathan brauchte nicht von ihr zu verlangen, ihm ihre Seele zu entblößen. Seine stürmischen, blaugrünen Augen und seine unerwartet sanfte Berührung brachten sie dazu. »Mein Vater hat einen sehr strengen Lebensplan für mich aufgestellt, seit ich klein war. Er will ein bestimmtes Leben für mich, erwartet, dass ich mich auf eine bestimmte Weise verhalte, bestimmte Ziele erreiche, die er für mich gesetzt hat. Das tut er, weil er mich liebt, das weiß ich. Er will nur mein Bestes. Bestimmt tut er das.« Nathan kam noch näher, überragte sie wie eine riesige Wand aus Muskeln und dunklen, schwelenden Absichten. »Und was willst du?« »Ich weiß es nicht«, gab sie leise zu. »Aber manchmal habe ich Angst, dass ich nie die Tochter sein werde, die er sich wünscht. Ich habe furchtbare Angst, dass ich eines Tages aufwache und erkenne, dass ich die Dinge nicht mehr will, die er für mich für das Beste hält.« Sie stieß einen leisen Seufzer aus, hielt immer noch Nathans stürmischen Blick stand. »Ich fürchte, es ist schon so weit.« Er knurrte einen leisen, dunklen Fluch. Seine Züge wurden schärfer, ließen sein Gesicht wilder wirken, gleichermaßen sinnlich wie gut aussehend. Jordana hob die Hand, wollte wagen, seinen eckigen Wangenknochen und angespannten Kiefer zu berühren. Nathan stoppte sie in der halben Bewegung, schloss seine Finger um ihr Handgelenk. Sein Griff war warm, aber fest. Wortlos hob er ihre Hand und drückte sie über ihrem Kopf gegen die Wand der Kabine. Jordana wusste nicht, was sie sagen oder denken sollte, als er auch ihre andere Hand nahm und sie ebenso festhielt. Sie versuchte probeweise die Arme zu bewegen, aber sein Griff war unnachgiebig, so fest wie Eisen. Sie starrte zu ihm auf und schluckte, sich nur allzu bewusst, dass sie Nathan völlig ausgeliefert war. Mit über dem Kopf gefesselten Händen, den Rücken an die solide Wand der Kabine gepresst, konnte sie sich nur noch in eine Richtung bewegen, hin zu seinem heißen Körper, der sie bedrängte. Ihre Brüste spannten gegen die Knöpfe ihrer konservativen Seidenbluse. Sie spreizte leicht die Beine, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und kühle Luft kitzelte ihren nackten Waden und Schenkel, sodass sie die feuchte Hitze zwischen ihren Beinen spürte. Jede Faser ihres weiblichen Körpers reagierte summend auf Nathans Präsenz, Erwartung pulsierte in ihrem Blut. Er nahm ihre Handgelenke in eine Hand, damit er die andere frei hatte. Mit den Fingern strich er ihr über die Wange und dann ihre Brüste hinunter. Er berührte sie kaum, und doch entflammten ihre Sinne. Hast du jetzt Angst vor mir, Jordana? Nein. Ihre Antwort war nur wenig mehr als ein Keuchen. Sie war außer Atem, nicht aus Angst, sondern wegen des bestürzenden Gefühls ihrer eigenen Verletzlichkeit. Sie war völlige Nathans Gewalt, hätte seinen Griff um ihr Leben nicht abschütteln und sich befreien können, und wollte es auch gar nicht. In diesem Augenblick gehörte sie ihm, und verdammt, er wusste es. Er genoss es. Sie konnte die dunkle Lust in seinen Augen sehen, als er sie in der engen Kabine von Kopf bis Fuß mit Blicken verschlang. In den blaugrünen Donnerwolken seiner Augen zuckten bernsteinfarbene Blitze. Sein breiter Mund war grimmig und doch sinnlich und konnte kaum verbergen, dass seine Fänge sich immer weiter ausfuhren. Er beugte sich zu ihr und küsste sie sengend und gebieterisch. Jordana hatte mit so wilder Leidenschaft, so hungrigen Forderungen keine Erfahrung. Sie konnte sich nur an sie ausliefern und stöhnte, als er sie besitzergreifend küsste. Er schob die Zunge zwischen ihre Lippen, und als sie sich ihm öffnete und sich ihm überließ, durchfuhr sie ein Schauer wilder Lust, die sich wie heiße Lava zwischen ihre Schenkel ergoss. Noch nie war sie so geküsst worden. Sie war darin verloren, ihre Glieder schwach und willenlos. Ihre Adern flammten elektrisch auf. Während Elliotts Küsse innig waren und manchmal sogar von entflammter Leidenschaft kündeten, war Nathans Mund wild und ungezügelt, besitzergreifend und fiebrig. Sein Kuss war wie ein Brandzeichen, das alle früheren Erlebnisse überschrieb und in Asche verwandelte. Als er sich abrupt von ihr löste, entfuhr Jordana ein bestürzter Schrei. Nathan starrte sie an. In seinen düster blickenden Augen glitzerten bernsteinfarbene Funken, die Pupillen waren zu dünnen Schlitzen geworden. Sie wollte mehr. Jordana wollte die Hand nach ihm ausstrecken und bemerkte, dass er immer noch ihre Hände in seinem eisernen Griff gefangen hielt. Sie runzelte die Stirn, kämpfte etwas entschlossener gegen ihn an. Sein Mundwinkel zuckte amüsiert, aber seine Augen blickten ernst und unverwandt. Er schüttelte Aman den Kopf. »Heute Nacht spielen wir zu meinen Bedingungen.« Jordana stand da, keuchend und verwirrt, so lebendig vor Verlangen, dass sie dachte, sie würde explodieren, wenn er ihr nicht mehr gab. »Alles in Ordnung, Miss Gates?« Seamus Stimme kam über den Notfalllautsprecher in der Kabine. Eine unwillkommene, aber nicht überraschende Störung. »Anscheinend ist der Lift stecken geblieben.« Sie wusste, dass sie ihm antworten sollte. Die einzige Möglichkeit, ihre Ehre zu retten, den Argwohn des Portiers darüber, was ihr gerade vor sich ging, zu zerstreuen, war, Seamus zu sagen, dass sie den Lift aus Versehen selbst angehalten hatten. Aber dazu musste sie den Knopf der Gegensprechanlage an der gegenüberliegenden Kabinenwand drücken. Und das bedeutete, sie musste darauf bestehen, dass Nathan sie losließ. Er starrte sie in abwartendem Schweigen an, schien ihren inneren Konflikt zu verstehen, auch wenn sein glühender Blick sagte, dass sie von ihm keine Gnade zu erwarten hatte. »Miss Gates?« Jordana konnte nichts sagen, sich nicht von Nathans heißem Blick losreißen, als er sich mit seinem ganzen Körpergewicht an sie drückte, all ihre Nervenenden entflammte und ihr wieder nur allzu bewusst wurde, wie maskulin und mächtig dieser Stammesvampir wirklich war. Er legte ihr die freie Hand um den Nacken und streichelte mit dem Daumen über ihre pulsierende Halsschlagader, so sanft, selbst als er sie fesselte, in Versuchung führte, in einem einzigen leichtsinnigen Augenblick ihren Ruf und ihre Unschuld wegzuwerfen. Und doch lehnte Jordana sich in seine Berührung, so hilflos, ihm zu widerstehen wie ein Bäumchen, das sich im Wind beugt. Er fuhr mit den Fingern in ihr offenes Haar. Dann nahm er die platinblonden Strähnen und wickelte sie sich um die Faust. Langsam zog er ihren Kopf zurück und entblößte ihren Hals. Jordana keuchte, zitterte unter der berauschenden Kombination von Angst und Erregung. In Nathans transformierten außerirdischen Augen glomm Gefahr. Seine Fänge waren riesig, so scharf wie Dolche. Mit Quellen der Langsamkeit beugte er sich vor und küßte einen sengenden Pfad von der Unterseite ihres Kinds zur empfindlichen Grube an ihrem Schlüsselbein. »Miss Gates, hören Sie mich?« »Oh Gott«, flüsterte sie und blendete die besorgte Stimme des Portiers aus, als Nathan tiefer tauchte und sich mit kleinen Bissen und Küssen zu ihren Brüsten vorarbeitete.« Nathan hatte immer seine Disziplin für seine größte Stärke gehalten, sogar noch mehr als seine übernatürlichen Fähigkeiten als Stammesvampir oder seine Erfahrung darin, auf unzählige Arten zu töten, die ihn zu einem der gefährlichsten Angehörigen seiner Spezies machte. Aber als er mit dem Mund Jordanas seidigen Hals entlang fuhr und dann tiefer in das Tal zwischen ihren perfekten Brüsten, kämpfte er hart um seine Selbstbeherrschung. Sie war süß auf seiner Zunge, reagierte auf jede Berührung, offen und gefügig. Ihr Vertrauen war ein Geschenk, das er nicht erwartet hatte und das er mit Sicherheit nicht verdiente. Sie war so verdammt scharf und sexy, dass es ihn seine ganze Beherrschung kostete, ihr nicht die braven Büroklamotten herunterzureißen und sich in ihrem wundervollen Körper zu verlieren. Nathan ließ ihr haarlos, aber nur, weil er nicht erwarten konnte, ihre aufgerichteten Brustwarzen an seiner Handfläche zu spüren. Seine andere Hand blieb um ihre Handgelenke geschlossen, die er immer noch über ihrem Kopf an die Wand gedrückt hielt. Sie stöhnte, als er ihre Brüste durch den Stoff der Bluse streichelte. Ein Moment später keuchte sie auf, als er mit der Hand hineinfuhr und sie um eine perfekt gerundete Brust legte. »Nason, bitte«, flüsterte sie und versuchte, die Hände loszureißen. »Ich will dich auch berühren.« Er sah sie düster an und schüttelte ernst den Kopf. »Meine Bedingungen heute Nacht, weißt du noch?« Ihre eisblauen Augen wurden etwas größer, aber sie widersprach ihm nicht. Ihre Anspannung wich. Nathan widmete sich wieder ihren Brüsten und zischte vor Lust über ihre Wärme, die seine Handfläche füllte. Er drückte und streichelte sie. Dann drückte er die harte Brustwarze unsanft mit den Fingern zusammen. Er war schon in den besten Umständen nicht zur Sanftheit fähig, und jetzt stand er am Abgrund eines Verlangens, das ihn verschlingen konnte, wenn er es zuließ. Trotz allem, was er ihr gesagt hatte. Wenn Jordana zusammengezuckt wäre, hätte er sie losgelassen. Ein Zittern der Angst oder Unsicherheit, und er hätte genug gewusst, um aufzuhören. Er hätte akzeptiert, dass dieses Ding, das zwischen ihnen brannte, nicht über diesen Punkt hinausgehen durfte. Aber sie kämpfte nicht gegen ihn an. Nein, jetzt unterwarf sie sich ihm, zutraulich, voller Vertrauen. Sie senkte das Kinn und sah ihm zu, wie er ihre zarte Brustwarze in seinen Fingern knetete, die Augen verhangen, ihr kühles Blau verschattet zum Dunkel der Dämmerung. Er senkte den Kopf und saugte zwischen Zähnen und Fängen an ihrer malträtierten Brustwarze. Jordana schrie auf, atemlos und keuchend. »Miss Gates, brauchen Sie Hilfe?« Die Stimme des Portiers klang jetzt nervöser. Zweifellos sorgte sich der alternde Mann, dass die attraktivste Society-Mieterin seines Gebäudes von dem blutsaufenden Monster ausgesaugt wurde, das sie heute mit nach Hause gebracht hatte. Nathan grinste und sog Jordanas Brust noch tiefer in seinen Mund. Sie zu fressen war definitiv ein verlockender Gedanke. »Miss Gates, bitte«, drängte der Wachmann. »Ich muss wissen, ob Sie da drinnen in Ordnung sind.« »Und?« »Bist du okay, Jordana?« Nathans Stimme war ein raues, kehliges Knurren. Es klang wilder als sonst, weil seine Adern pulsierten, seine Fänge seinen Mund ausfüllten. Herausfordernd sah er zu ihr auf. Seine transformierten Augen tauchten ihre blasse Haut in einen bernsteinfarbenen Lichtschein. Sein Schwanz schmerzte, wurde mit jedem dröhnenden Pulsschlag härter und fordernder. »Geht's dir gut, oder soll Seamus dich vor mir retten?« Sie wimmerte und wand sich an ihm, als er langsam vor ihr aufstand und sie mit seinem Körper in die Ecke drängte. Als sie sprach, strömten die Worte atemlos heraus. »O Gott, ich sollte das nicht tun. Ich sollte das nicht wollen. Sollte dich nicht wollen. Dann sag mir, dass ich aufhören soll.« Er drückte sich gegen sie, sodass sie von der Brust bis zu den Oberschenkeln miteinander verschmolzen, leckte die flatternde Arterie an ihrem Hals und nahm dann ihr Ohrläppchen zwischen die Zähne. »Sag mir, dass ich dich loslassen soll, Jordana.« Mit der freien Hand strich er vorn an ihrem Körper hinunter, dann um ihren Po und drückte eine feste Po-Bagger durch den feinen Wollstoff ihres Rockes. Als sie die Lippen öffnete und heftig Atem holte, küsste er sie wild und heiß und schob gleichzeitig die Finger zwischen ihre Po-Backen. Sie keuchte an seinem Mund, spannte sich einen Augenblick an, bevor sie diese sehr intime Liebkosung akzeptierte. Er tauchte tiefer und genoss, wie sie unter seiner Hand erzitterte. Er hörte nicht auf, bis er mit den Fingerspitzen zwischen ihren Schenkeln angekommen war. Ihr Geschlecht war heiß wie ein Ofen an seiner Handfläche, verlockend weich. Er wollte sie nackt, konnte keine störenden Kleider mehr zwischen ihnen ertragen. Aber ein letzter Rest seiner Vernunft warnte ihn. Wenn er sie jetzt in seinem Zustand der Erregung nackt sah, würde dieser Versuchung nicht einmal sein eiserner Wille widerstehen können. Stattdessen hob Nathan ihren Bleistiftrock und schob die Hand darunter. Die Hand, die Jordanas Handgelenke hielt, begann zu zittern, als er mit der anderen ihr winziges Höschen beiseite schob und die feuchte Zuflucht zwischen ihren Beinen entblößte. Seufzte sie und stieß einen schwachen Schrei aus, als er ihren Venushügel und ihre feuchten Schamlippen streichelte. Oh mein Gott, Nathan, sag mir, dass ich zu weit gehe, Jordana. Er holte langsam Atem, atmete den süßen Duft ihrer Erregung ein. Ach verdammt, sag es, und ich höre sofort auf. Sag, dass du es nicht willst, und du hast mich zum letzten Mal gesehen. War dieses seltene Gnadenangebot für sie oder doch für sich selbst gedacht? Er wusste es nicht. Er hatte nicht geplant, dass der Abend so enden würde. Diese Sache mit Jordana hat er nie ganz unter Kontrolle gehabt. Sie auf diese Weise zu verführen, würde es für sie beide nicht besser machen. Allein schon diese Erkenntnis hätte sein Verlangen abkühlen sollen. Aber er konnte sich das Vergnügen nicht versagen, Jordana Lust zu bereiten. Sie erschauerte unter seiner Berührung. Ihr Fleisch war nass und geschwollen. Sie öffnete sich ihm ganz, hieß alles willkommen, was er ihr geben würde. Er fragte, wie weit er sie bekommen konnte, wie viele seiner dunklen Triebe konnte sie ertragen. Wann würde sie zerbrechen? Wenn sie nicht stoppte, dann beim Orgasmus? Ihre Feuchtigkeit bedeckte seine Fingerspitze, als er mit einem Finger in sie hineinglitt. Er spürte leichten Widerstand, was ihn schlagartig daran erinnerte, dass Jordana nicht die erfahrene Partnerin war, die er für gewöhnlich bevorzugte. Verdammt, Jordana, stöhnte er. Du bist so eng. Du bist so nass. Dass sie noch Jungfrau war, weckte in ihm den Wunsch, sie zu beschützen und gleichzeitig für sich zu beanspruchen. Er schob seine Fingerspitze nur ein wenig weiter hinein, ganz vorsichtig, obwohl alles männlich in ihm tobte, angesichts des Drangs zu besitzen, zu plündern. Aber nicht hier, nicht so. Vorerst verschonte er ihren unerfahrenen Körper, strich mit dem Daumen über die angeschwollene Perle ihrer Klitoris. Sie drückte sich gegen ihn und wimmerte, als er einen langsamen Rhythmus begann und dann steigerte. Sie zitterte und bäumte sich auf. Ihr leises Stöhnen wurde intensiver, als er sie auf den Orgasmus zutrieb, den er mit jedem fiebrigen Pulsschlag in ihr aufsteigen fühlte. Miss Gates, bitte antworten Sie, drängte der Portier in der Lobby jetzt. Oh Gott, stöhnte sie. Oh Gott, ich hab noch nie, noch nie so. Nathan, ich kann nicht mehr. Ihr Körper erbebte, als Nathan sie tiefer und härter streichelte. Sie stieß einen kehligen, wortlosen Laut aus, und dann kam sie, warf ihr hellblondes Haar um die Schultern, als sie in einem mächtigen Orgasmus erbebte. Nathan beobachtete sie, wie sie Welle auf Welle der Lust erfasste und konnte sich ein befriedigtes Lächeln nicht verkneifen, weil er wusste, dass sie für ihn gekommen war, zum ersten Mal, wie sie ihm gesagt hatte. Er hatte den plötzlichen wilden Drang, ihr viele andere erste Male zu bereiten. Miss Gates, da ich mich nicht davon überzeugen kann, dass es Ihnen gut geht, werde ich das System zurücksetzen und den Lift wieder nach unten in die Lobby holen. Scheiße, keuchte sie, und die Lust in ihrem hübschen Gesicht wich schlagartig Panik. Lass mich los, Nathan. Als er sie nicht sofort losließ, hob sie die Stimme. Verdammt, lass mich los! Sobald er es getan hatte, rannte sie zum anderen Ende der Kabine und drückte den Notfallknopf der Gegensprechanlage. Alles in Ordnung, Seamus. Mir geht es bestens. Sind Sie sicher, Miss? Ja, natürlich. Sie klang ziemlich atemlos, dachte Nathan, aber der Portier unten schien nichts zu bemerken. Jordana deaktivierte den Notstopp und der Lift fuhr weiter aufwärts. Wir fahren wieder, Seamus. Ich weiß nicht, was das Problem war, aber jetzt ist wieder alles normal. Alles normal.« Nathan musterte die Frau, die sich noch vor einer Minute stöhnend unter der verbotenen Berührung seiner Hand gewunden hatte. Jetzt strich Jordana sich mit kühler Effizienz den Rock glatt, kämmte sich mit den Fingern die platinblonden Locken durch und zog die zerzauste Bluse zurecht. Dann verschränkte sie die Arme vor der Brust wie einen Schild und stieß einen langen Seufzer aus. Sie versuchte wieder, Jordana Gates zu werden, zog sich in ihren sorgfältig konstruierten, perfekten, anständigen Kokon zurück. Jetzt sah sie ihn nicht mehr voll Leidenschaft an, sondern mit einem Blick, in dem gleichermaßen Bestürzung und Scham lagen. Nathan sagte nichts, um ihr Unbehagen zu lindern. Sein Körper tobte immer noch vor Hunger nach ihr. Und es gab eine dunklere Seite in ihm, die sehen wollte, wie schnell er Jordana wieder dazu bringen konnte, sich ihm auszuliefern, vor Lust zu keuchen und zu schreien, sobald er sie erst allein in ihrem Penthouse hatte. Er stellte sich nahe hinter sie, damit sie seine Erektion an ihrem Po spüren konnte. Um seine Absichten absolut klar zu machen, wiegte er sein Becken an ihr. Er senkte den Kopf und legte den Mund an ihr zartes, rosa Ohr. Bis ich was anderes sage, spielen wir immer noch zu meinen Bedingungen, Miss Gates, warnte er sie. Seine Stimme klang rau und verheißungsvoll. Denk nicht, dass ich schon mit dir fertig bin. Sie erschauerte, und er konnte spüren, dass sich auf ihrem Gesicht ein Lächeln ausbreitete, als die Kabine auf ihrem Stockwerk zum Stehen kam. Die Türen glitten auf und enthüllten das schwarze, schmiedeeiserne Gitter, das das weiße Marmorvestibül von Jordanas schicker Wohnung sicherte. Das Gitter stand auf. Drinnen wartete jemand. Ein Stammesvampir saß auf einem zierlichen, samt gepolsterten antiken Stuhl, den Kopf gesenkt, die Unterarme auf die Knie gestützt. Ein dunkler Wollmantel lag auf seinem Schoß, als säße er schon länger so da. »Er lehrt!« Jordana quiekte seinen Namen förmlich. Sofort hob er den Kopf, tiefe Sorgenfalten im Gesicht, als er aufstand, um sie zu begrüßen. »Jordana! Äh, Gott sei Dank! Ich!« Er machte die Augen schmal, als er Nathan hinter ihr entdeckte. Sein besorgter Blick wich Missbilligung und Argwohn. »Jordana« trat aus dem Lift und ging ins Vestibül. »Eliot, was machst du hier?« Zuerst sah er sie nicht an, sondern starrte kalt auf Nathan, der hinter ihr lauerte. Nathan verzog unter dem wütenden, musternden Blick von Jordanas zukünftigem keine Miene. Ein Teil von ihm flammte auf vor lauter Drang, Jordana an sich zu reißen und sie zu küssen, wie eben im Lift, um Elliot Bentley Squire zu zeigen, dass sie niemals ihm gehören würde. Aber eine besitzergreifende Geste war gar nicht nötig. Jordana haftete noch der Geruch des Begehrens an, und das konnte keinem anderen Angehörigen von Nathans Spezies verborgen bleiben, und sein riesiger Ständer, nicht zu reden von seinen glühenden Augen und den ausgefahrenen Fängen, war ebenfalls nur schwer zu übersehen. Nathan hätte jeden Mann zerrissen, der den Fehler machte, eine Frau, die ihm etwas bedeutete, zu begehren oder sie gar zu berühren. Und doch schien der Anwalt aus den dunklen Häfen den Affront lediglich mit einem bitteren Stirnrunzeln abzutun. Nathan hätte den unwürdigen Mann am liebsten erwürgt, einfach nur dafür, dass er so gar nicht reagierte. Jetzt sah Bentley Squire wieder Jordana an. »Ich habe heute Abend mehrfach versucht, dich zu erreichen, und als du nicht zurückgerufen hast, da habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, dass dir etwas passiert ist. Hast du meine Nachrichten nicht abgehört?« »Ich habe lange gearbeitet«, murmelte sie. »Hat Shamus dich reingelassen?« Er schnaubte. »Ich brauche keinen Menschen, der mir die Erlaubnis gibt, mich von deinem Wohlergehen zu überzeugen, Jordana. Wo warst du?« »Instinktive Panik«, überflutete sie, so intensiv, dass Nathan praktisch hören konnte, wie ihr Herz zu rasen begann. Sie sah sich hektisch zu ihm um, und ihre winterblauen Augen blickten elend. »Ich war mit Carys weg. Wir waren im Lanotte.« Ihre Stimme wurde leiser. In ihrem Blick lag die Bitte um Entschuldigung. »Ich habe einen Drink zu viel erwischt, also war Nathan so nett und hat mich nach Hause gefahren.« Bentley Squire knurrte, die Lippen missbilligend zusammengepresst. »Ich wusste nicht, dass der Orden einen Chauffeurservice betreibt.« Höhnisch sah er noch einmal zu Nathan hinüber. »Was bin ich Ihnen schuldig dafür, dass Sie sich heute Nacht um meine Verlobte gekümmert haben?« Nathan schwieg. Im Kopf war er schon zehn unterschiedliche Methoden durchgegangen, den Mann zu töten. Er hoffte fast, Bentley Squire wäre so dumm, ihn anzugreifen. Jordana musste erraten haben, welche gefährliche Richtung seine Gedanken gerade nahmen. Abrupt drehte sie sich wieder zu ihm um und sah ihn an. »Bitte«, sagte sie tonlos und schüttelte fast unmerklich den Kopf. »Wenn sie nicht so verzweifelt, so verängstigt ausgesehen hätte bei dem Gedanken daran, was er womöglich gleich tun würde, dann hätte er vielleicht der Wut, die unter seiner täuschend kühlen Fassade brodelte, nachgegeben.« »Danke, dass du mich sicher nach Hause gebracht hast«, sagte sie zu ihm, und ihre Höflichkeit verletzte ihn, nach dem, was erst vor ein paar Minuten zwischen ihnen geschehen war. »Jordana«, sagte Bentley Squire hinter ihr in der schimmernden Pracht des Vestibüls, »ich bin sicher, dieser Krieger hat heute Nacht noch Wichtigeres zu tun. Du hast ihn lange genug von seiner Arbeit abgehalten, denkst du nicht auch, Liebling?« Nathan ignorierte den anderen Vampir und richtete seine glühenden Augen auf Jordana. Wenn sie ihm auch nur das kleinste Zeichen gab, dass sie nicht hier sein wollte, wenn sie ihn auch nur annähernd so ansah wie gestern Abend im Museum, als sie ihn mit ihrem Blick praktisch angefleht hatte, sie wegzubringen, irgendwo hin nur schnell, dann hätte Nathan sie im selben Augenblick wieder zu sich in den Lift gezerrt. »Ich muss gehen«, murmelte sie leise. »Bitte, versuch mich zu verstehen.« Sie trat von ihm weg, zurück zu dem Stammesvampir, der Teil dieser anderen Welt war, die sie bewohnte. Der Welt, die sie wieder zurück in ihren Bandkreis zog, während Nathan sie noch in seinen Ohren stöhnen hören, immer noch ihre süßen Säfte auf seinen Fingerspitzen riechen konnte. Er mochte die Wut nicht, die in ihm brodelte, als er zusah, wie sie aus seiner Reichweite glitt. Es war nicht seine Art, sich von Emotionen überwältigen zu lassen. Er hatte seine Kindheit überlebt, indem er gelernt hatte, seine Gefühle und jede Facette seines Lebens mit gnadenloser Kontrolle und Disziplin zu beherrschen. Diese hart erkämpfte Kontrolle würde er jetzt nicht aufgeben. Ohne ein Wort, ohne sich von Jordana zu verabschieden oder den Schmerz über ihren Rückzug zuzugeben, stapfte Nathan in den Lift und drückte den Knopf zum Erdgeschoss. Elliot Bentley Squire hatte schließlich recht. Nathan hatte heute Nacht wirklich Wichtigeres zu tun, in seiner eigenen Welt. Es war verdammt noch mal Zeit, dass er sich wieder an die Arbeit machte. Jordana zwang sich dazu, stehen zu bleiben, als sie zusah, wie die Türen des Lifts sich hinter Nathan schlossen. Sofort bereute sie, dass sie nicht den Mut gehabt hatte, ihm zu folgen. Nicht wie eine von der Leidenschaft geblendete Idiotin, sondern um etwas von der Freiheit zu kosten, die er genoss. Als jemand, der seinen eigenen Weg ging, seinem eigenen Schicksal folgte. Und ja, musste sie zugeben, ein wilder, waghalsiger Teil von ihr wollte Nathans Freiheit aus erster Hand spüren, als die Frau an seiner Seite, als seine Geliebte, die sich in seinem Bett all seinen verruchten Launen und Einfällen hingab. Aber er hatte ihr heute Nacht nichts versprochen, und selbst wenn er es getan hätte, konnte sie nicht einfach auf einen leidenschaftlichen Impuls hin ihr Leben wegwerfen. »Warum eigentlich nicht?« flüsterte eine gefährliche Stimme in ihrem Hinterkopf. »Wie lange konnte sie noch so tun, als würde sie nicht langsam unter der Last der Erwartungen ersticken, die jeder in ihrem Leben man sie stellte.« Sie erinnerte sich an alles, was Nathan zu ihr gesagt hatte, all die intimen Wahrheiten, die er über sie zu wissen schien, und das, wo sie bis vor ein paar Tagen noch Fremde gewesen waren. Seine Worte hatten sie wütend gemacht. Selbst jetzt, in seiner Abwesenheit, fühlte sie sich in die Ecke gedrängt und bloßgestellt, auf eine Weise nackt, wie es niemand zuvor je mit ihr gemacht hatte. Seine Berührung hatte sie entflammt. Heute Nacht hatte Nathan ihr zum allerersten Mal in ihren vierundzwanzig Jahren das Gefühl gegeben, wirklich lebendig zu sein. Und sie hatte ihn einfach gehen lassen. Nicht, dass es ihm sonderlich schwer gefallen war zu gehen. Seine stumme Wut auf ihren Versuch, so zu tun, als wäre nichts zwischen ihnen vorgefallen, als hätte er ihr nicht gerade das explosivste Erlebnis ihres Lebens beschert, war Jordana nicht entgangen. Sie hat es aus Angst getan und aus Respekt für Elliot. Sie liebte ihn nicht. Aber das bedeutete nicht, dass sie ihn verletzen oder demütigen wollte. Trotzdem war Elliot ein intelligenter Mann, und Jordana wusste, nur ein Trottel würde die intensive erotische Energie, die zwischen ihr und Nathan knisterte, für etwas anderes halten, als es war. »Jordana«, unterbrach Elliotts ruhige Stimme jetzt ihre inneren Qualen. »Liebling, du kannst doch nicht den ganzen Abend da draußen herumstehen. Komm mal rein zu mir.« Sie seien erstaunt über die Schulter an. »Bist du denn gar nicht böse mit mir?« Er blinzelte sie langsam an. Dann schüttelte er leicht den Kopf. »Du bist sicher wieder zu Hause. Das ist alles, was mir wichtig ist.« War das sein Ernst? Hysterie stieg ihr in der Kehle auf. »Dir ist egal, dass ich mit einem anderen Mann zusammen war?« Als Elliot statt einer Antwort schwieg, stieß sie ein scharfes Lachen aus. »Mein Gott, es macht dir wirklich nichts aus. Du liebst mich nicht.« Es war die Entdeckung machte sie nicht wütend. Sie befreite sie. »Du wolltest mich gar nie wirklich, nicht?« Er seufzte schwer, seine Miene geduldig und nachsichtig. »Versuchst du mich zu provozieren, Jordana? Natürlich bedeutest du mir etwas. Das hast du immer.« »Ja«, sagte sie und verstand jetzt alles. »Du kümmerst dich um mich genauso, wie es mein Vater tut. Wie es ein lieber Onkel tun würde. Wie um ein Kind, eine Schutzbefohlene, die Führung und Schutz braucht. Nicht so, wie du es tun würdest, wenn ich dir wirklich etwas bedeuten würde.« Jetzt stieß er einen Fluch aus. Aber selbst der klang leidenschaftslos. »Komm herein, Jordana. Ich verzeihe dir, was da auch immer zwischen dir und diesem Schurken vom Orden vorgegangen ist. Schwamm drüber, vergessen wir die Sache.« »Nein, das kann ich nicht.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust, ihre Füße wie angewurzelt, sogar als Elliot zu ihr herüberkam und versuchte, sie vom Lift wegzuführen. Er legte ihr den Arm um die Schultern, und sie schlüpfte darunter hervor. »Ich kann das nicht mehr.« »Was, Liebling?« »Das, uns, das alles.« »Gott!« Sie hätte sich nie vorgestellt, die Farce ihrer Beziehung mit ihm auf diese Weise zu beenden. Aber es fühlte sich gut an. Es fühlte sich richtig an, für sie beide. »Ich möchte, dass du jetzt gehst, Elliot.« »Gehen?« Er musterte sie einen Augenblick wachsam, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, das werde ich nicht, Jordana. Ich verstehe das. Es ist spät, und du bist durcheinander. Ich denke, dir ist gerade nicht bewusst, was du sagst oder tust.« Sie stieß ein scharfes Lachen aus. »Hör auf, mir zu sagen, wie ich mich fühle, Elliot. Verdammt, ich wünschte, alle würden aufhören, mir zu sagen, was ich ihrer Meinung nach tun, denken und fühlen soll.« Er starrte sie an, wie er wohl eine wütende, zischende Schlange anstarren würde, die ihm plötzlich in den Schoß gefallen war. »Diese Art von Ausbruch sieht dir gar nicht ähnlich, Jordana. Das bestätigt mir nur, dass du jetzt jemanden brauchst, der sich um dich kümmert. Ich denke wirklich, es ist das Beste, wenn ich eine Weile bleibe.« »Gut«, antwortete sie, dann gehe eben ich. Sie drückte den Rufknopf des Lifts und hoffte fast, Nathan wäre noch darin, wenn er wieder hochkam. Aber als einen Augenblick später die Türen aufglitten, war die Kabine leer. »Jordana, mach dich nicht lächerlich«, sagte Elliot, als sie in den Lift trat. »Diese Art von Benehmen sieht dir gar nicht ähnlich.« »Stimmt«, sagte sie. »Aber vielleicht sollte es das.« »Jordana!« »Wiedersehen, Elliot«. Sie drückte den Knopf zum Erdgeschoss und spürte ein plötzliches Hochgefühl über ihren ersten Schritt in ihre neue Freiheit, während sich die Türen vor Elliotts ungläubigem Gesicht schlossen. Nathan ging zu Fuß zum Lanotte zurück. Nicht einmal sein schneller Lauf durch die kühlen nächtlichen Straßen konnte sein wildes Verlangen nach der Frau zügeln, von der er von Anfang an die Finger hätte lassen sollen. Er war ein Mann, der daran gewöhnt war, jede Situation unter Kontrolle zu haben, besonders wenn es um Sex ging. Er fickte, wen er wollte, wann er wollte. Er stellte die Bedingungen, kontrollierte die Regeln, das Tempo, die Grenzen. Er entschied, wie die Dinge begannen und endeten, bei allem, jedes Mal. Und dann war sie gekommen. Jordana, die mit ihrem impulsiven Kuss ein Feuer in ihm entfacht hatte, dessen Flammen er nicht mehr löschen konnte. Und seit heute Nacht flammte es nur noch heißer. Wenn er gedacht hatte, dass er sich nur eine kleine Kostprobe holen wollte, damit er sie sich endlich aus dem Kopf schlagen konnte, das Verlangen nach ihr aus seinem Blut bekam, dann hatte er sich jetzt nur bewiesen, was für ein gottverdammter Idiot er doch war. Er sah immer noch ihr Gesicht vor sich, als sie ihn anflehte, zu schweigen und vor Elliot Bentley Squire mitzuspielen. Es hätte ihm egal sein sollen, aber das war es nicht. Was sie mit dem anderen Stammesvampir hatte, war eine verdammte Farce, die Nathan fast genauso wütend machte wie die Tatsache, dass es sie immer noch mit einer Wildheit begehrte, die er kaum begreifen konnte. Sie hatte ihm ziemlich deutlich klargemacht, dass sie zu ihren eigenen Kreisen gehörte, auch wenn sie dabei unglücklich war. Also war Jordana jetzt wieder in ihre Rolle zurückgekehrt, zu einem Mann, der sie nicht verdiente, und Nathan rannte mit einem riesigen Ständer und tödlicher Laune zu Cash & Grace miesem Schuppen zurück. Er fand Raffi unten in der leeren Kampfarena der alten neogotischen Kirche, wie er eben drei Menschen befragte, die dort als Blutwirte für die Vampirklientel des Clubs angestellt waren. Als er in den Raum stapfte, hob der blonde Krieger grüßend das Kinn und schickte die Gruppe mit einem leisen Befehl weg. »Wir haben den Laden geräumt, bis auf die Kämpfer und ein paar Leute vom Personal«, informierte ihn Raffi. »Aber keiner rückt was zu Cass raus. Wir haben alle befragt. Sie erzählen alle die gleiche Geschichte. Keiner hat den Bastard in den letzten Tagen gesehen.« Nathan stieß ein kehliges Knurren aus, denn immer noch dröhnte sein Blut durch die Adern. Dürfte ihm schon auffallen, dass seine Einnahmequelle heute Nacht versiegt ist. Raffi hob eine blonde Braue. »Momentan ist das alles, was wir haben. Wo zum Teufel warst du? Ich hab dich vor einer Stunde gesucht, aber du warst verschwunden. Vor ein paar Minuten habe ich Charis mit Rune getroffen. Sie sagte, sie hätte dich mit Jordana Gates weggehen sehen.« Nathan verkniff sich einen deftigen Fluch. »Sie war nicht mehr in der Verfassung selbst zu fahren, also habe ich sie nach Hause gebracht. Hat länger gedauert als geplant. Sein Freund und Teamgefährte musterte ihn. Dann stieß er den Fluch aus, den Nathan sich eben verkniffen hatte. »Du und Jordana? Lieber Himmel Nathan, denkst du wirklich, das ist eine gute Idee?« »Nein, tue ich nicht«, antwortete er. Weder hatte er Lust, sich zu erklären, noch sich daran zu erinnern, was heute Nacht zwischen Jordana und ihm vorgefallen war. »Ich denke, es ist eine absolute Scheißidee. Und nach heute Nacht ist es vorbei, also lass mir das Thema. Sag mir lieber, was du und der Rest des Teams hier gemacht habe, solange ich weg war.« Als Raffi ihm ein schnelles Update gab, kam eine der anderen Angestellten aus dem Korridor, der zu den Sadomaso-Verliesen führte. Die Kleidung der Brünetten bestand nur aus einigen schwarzen Lederriemen, die mit silbernen Metallringen zusammengehalten wurden. Auf glänzenden Stiefeln mit endlos hohen Absätzen stolzierte sie in die Arena. Er hatte ihre Dienste schon ein- oder zweimal im Club in Anspruch genommen, eine der vielen namenlosen Gespielinnen, wie er sie seit langer Zeit bevorzugte. Jetzt entdeckte ihn die Prostituierte und wiegte beim Gehen noch geschmeidiger und einladender die Hüften, als sie einige Meter neben ihm an die Bar trat. »Wir haben oben die Sim-Lounge und die Tanzfläche geräumt«, sagte Raffi. »Eli und Jax durchsuchen noch mal Caspero und Privatwohnung, und ich wollte mich weiter hier unten umsehen, ob mir das Personal noch irgendwas Nützliches erzählen kann, denn Sin und Rune und die anderen Kämpfer sind absolut nicht kooperativ.« Obwohl Nathan ihm zuhörte, registrierte er, wie die Frau sich über die Bar lehnte und nach einer Schnapsflasche griff. Dabei gab sie ihm beste Sicht auf ihren Po und den Lederstring zwischen ihren Po-Backen. Sein Körper, der immer noch vor Verlange nach Jordana fieberte, reagierte auf die offensichtliche Einladung der anderen Frau auf dieselbe Weise, wie seine Finger nach einer juckenden Stelle tasten würden. Und die Prostituierte gab sich wirklich alle Mühe, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie griff sich eine Flasche Whisky von der Bar, goss sich einen ein und überzeugte sich, dass er zusah. Als sie den Kopf zurückwarf und sich die bernsteinfarbene Flüssigkeit auf X in die Kehle kippte, sah Nathan vor seinem inneren Auge einen anderen zarten Hals. Vor seinem inneren Auge sah er, wie sich Jordanas blasser, hübscher Hals vor ihm entblößte, als er ihr den Kopf nach hinten riss, ihr seidiges, platinblondes Haar wie ein Strick um die Faust gewunden. Vor Hunger fuhren sich seine Fänge aus, und er überlegte, wann er zum letzten Mal Nahrung zu sich genommen hatte. Es war etwa so lange her, wie das letzte Mal, als er den anderen Trieb befriedigt hatte, der ihm jetzt zu schaffen machte, und sein Zusammentreffen mit Jordana hatte beides verschlimmert. Das scharfe Hungergefühl, das an ihm zerrte, beunruhigte ihn. Aber noch mehr sein männlicher Urtrieb, der von ihm forderte, jetzt sofort zu ihrer Wohnung zurückzugehen und sich zu holen, was er brauchte, selbst um den Preis Elliot Bentley Squire ausschalten zu müssen. Gefährliche Gedanken. Und ein Verlangen, dem er nicht nachgeben durfte, so groß die Versuchung auch war. Die Frau in Leder stellte geräuschvoll ihr Whiskyglas auf dem Tresen ab. Sie warf ihm einen einladenden Blick zu und schlenderte zurück zum Korridor, der zu den Sadomaso-Verliesen führte. Auch Raffi starrte ihr nach und stieß einen leisen Pfiff aus. Vielleicht sollte ich mir das Personal in den Hinterzimmern doch noch mal vornehmen. Man will ja nichts unversucht lassen. Nathan warf ihm einen düsteren Seitenblick zu. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Sagt Jax und Eli, dass sie zum Ende kommen sollen. Ich komme gleich nach. Raffi zuckte mit den Schultern, dann ging er los, um den Befehl seines Anführers auszuführen. Sobald er ins Erdgeschoss hinaufgegangen war, ging Nathan durch die Arena nach hinten zu den VIP-Räumen. Die Brünette erwartete ihn schon. Sie hatte sich für ihn auf einer roten Ledercouch drapiert, die Beine weit gespreizt, ihr Haar zur Seite gestrichen, um ihm Zugang zu ihrer Halsschlagader zu geben. Was darf ich heute für Sie tun, Sir? Nathan trat in den Raum. An einem Haken an der Wand neben der Tür hing ein paar nietenbesetzte Lederfesseln. Er nahm sie herunter und trat mit dem Absatz seines Kampfstiefels die Tür hinter sich zu. Was soll das heißen, du hast Elliot verlassen? Carys Stimme klang ungläubig durch das Telefon. Was ist passiert? Hat das was mit dir und Nathan zu tun? Ich hab dich mit ihm aus dem Club gehen sehen. Ist was zwischen euch passiert? Ist Nathan gerade bei dir? Nein, er ist fort. So, wie sie sich verhalten hatte, wahrscheinlich für immer. Sie fand es schrecklich, wie die Dinge heute Nacht gelaufen waren. Sie war ein Feigling und eine Idiotin gewesen und schuldete ihm zumindest eine Entschuldigung. Sie hoffte, er würde sie auch annehmen, wenn sie ihn jemals wieder sah. Wenn sie ehrlich mit sich selbst war, hoffte sie auf viel mehr als das. Obwohl sie nicht mit Elliot Schluss gemacht hatte, weil sie irgendetwas von Nathan erwartete, wäre sie doch eine Lügnerin, wenn sie zu leugnen versuchte, dass sie sich von ihm angezogen fühlte. Sich angezogen fühlte? Guter Gott, so wie ihr Herz allein schon beim Gedanken an ihn losraste und ihr Körper immer noch elektrisch summte von dem, was er alles mit ihr angestellt hatte, und er hatte noch weitermachen wollen, bevor sie Elliot in ihrer Wohnung angetroffen hatten, musste Jordana zugeben, dass Nathan sie so gewaltig anzog wie der Mond die Gezeiten. Er war Finsternis, so kühl und unberührbar wie die Nacht selbst, und sie gierte danach, ihn zu kennen, ihm nahe zu sein, so wie sie noch nie zuvor in ihrem Leben nach etwas gegiert hatte. Heute Nacht hatte er sie an den Rand dieses Abgrunds geführt, vor dem sie solche Angst hatte, aber sie war zu verängstigt gewesen, um den Sprung zu wagen. Jordana seufzte in ihr Handy. Lange Geschichte, Kair, ich will lieber gar nicht daran denken. Bist du okay? Jordana hörte, wie ihre Freundin Rune ein Kurzupdate zuflüsterte. Also wenn du Elliot in der Wohnung gelassen hast, wo bist du dann? Unten auf der Commonwealth, direkt vor meinem Haus, sagte Jordana. Ihre flachen Absätze klickten auf dem Gehweg. Und mir geht's gut, ich musste nur raus hier. Ein Teil des Problems bei einem dramatischen Abgang, das war ihr ziemlich schnell aufgegangen war, dass man eine Alternative brauchte. Nach Hause in den dunklen Hafen ihrer Familie wollte sie lieber nicht. Es war spät, und obwohl man sie mit offenen Armen empfangen hätte, wollte Jordana nicht bei ihrem Vater hereinplatzen, um ihn mit der Neuigkeit zu enttäuschen, dass sie die Beziehung vergeigt hatte, die er sich so sehr für sie gewünscht hatte. Normalerweise hätte sie sich ins Museum geflüchtet. In letzter Zeit war es oft ihre heimliche Zuflucht gewesen, aber sie hatte ihr unbehagliches Gefühl nicht abgeschüttelt, dass jemand sie vorhin auf dem Parkplatz beobachtet hatte. Und obwohl ihr Schwipps von den Cocktails längst vorüber war, würde Jordana sich so spät in der Nacht nicht mehr ans Steuer setzen und ziellos durch die Stadt fahren. »Komm wieder in den Club«, sagte Charis zu ihr. »So wie es sich anhört, hat der Orden ihn praktisch dichtgemacht, aber ich bin immer noch bei Rune. Wir können beide bei ihm übernachten, und morgen früh sehen wir weiter.« »Oh, Charis, ich weiß nicht.« »Du bist nicht weit weg von der U-Bahn. Damit bist du in zehn Minuten hier. Ich warte auf dich. Komm nach hinten zum Personaleingang, ich lass dich rein. Charis, lass mich ausnahmsweise mal dir helfen, okay? Sei in zehn Minuten hier, oder ich schicke Rune los, damit er dich herschleppt.« Und so stieg Jordana sieben Minuten später im alten Viertel North End aus der Bahn und ging den kurzen Weg zur Hintertür des Lanotte. Charis öffnete ihr, noch bevor sie geklopft hatte, und zog sie in eine feste Umarmung. »Du zitterst ja«, bemerkte sie. »Komm rein und erzähl mir, was los ist.« Jordana ging mit ihrer Freundin in den hinteren Korridor, nun doch erleichtert, dass sie gekommen war. Aber das Gefühl war nur von kurzer Dauer. Kaum war sie eingetreten, öffnete sich weiter hinten im düsteren Gang eine Tür. Ein Mann kam heraus und stapfte in die Gegenrichtung davon. Nein, nicht einfach ein Mann, ein Stammesvampir. Fast zwei Meter groß, finster und drohend. Diesen muskulösen Körper und raubtierhaften Gang hätte Jordana überall wiedererkannt. Sie konnte immer noch seine Hände auf sich spüren, das sinnliche Knurren seiner tiefen Stimme an ihrem Ohr hören. Nathan. Oh Gott, fast hätte sie seinen Namen gerufen. Aber dann, im nächsten schrecklichen Augenblick, folgte ihm eine Frau aus dem Raum. Praktisch nackt stolzierte die Brünette auf hochhackigen Stiefeln davon, ihre Brüste in ein kompliziertes Netz aus schwarzem Leder und Metallringen geschnallt, die nackten runden Pobacken von weiteren Lederriemen betont. Es bestand kein Zweifel an ihrer Profession, genauso wenig wie an der Tatsache, dass sie und Nathan eben zusammen in diesem Raum gewesen waren. Sie sah über die Schulter und entdeckte Jordana und Karis im Korridor, die sie mit offenen Mündern anstarrten. Die Prostituierte hatte ein Bündel Geldscheine in der Hand, das sie feierlich unter einen der eng sitzenden schwarzen Lederriemen an ihrem Busen schob, bevor sie davonstöckelte. Jordana fühlte sich sterbenselend. Da hätte sie sich keine Sorgen zu machen brauchen, wie die Dinge mit Nathan heute Nacht gelaufen waren. Er hatte keine Zeit verschwendet, einen Ersatz für sie zu finden. Eine Welle der Enttäuschung und Verletzung überflutete sie. Und sie war auch wütend, auf ihn, aber noch mehr auf sich selbst, weil er ihr genug bedeutete, um wütend auf ihn zu sein. »Bring mich hier weg«, flüsterte sie Karis zu. Ihre Freundin sah genauso elend aus wie sie. »O Gott, Liebes, ich hatte keine Ahnung, ich hätte dich nie gebeten, herzukommen. Er darf nicht wissen, dass ich hier war«, zischte Jordana. »Er darf mich nicht sehen. Bitte, er darf nicht wissen, dass ich ihn eben hier gesehen habe.« »Natürlich nicht«, Karis nahm ihre Hand. »Komm, zu Rune geht es da lang.« Jordana folgte ihrer Freundin über einen weiteren dunklen Korridor und fühlte sich, als wäre die Klippe, vor der sie solche Angst gehabt hatte, plötzlich unter ihr weggebrochen, und sie stürzte in den Abgrund.« »Willst du diese Waffe reinigen oder die Seriennummer abreiben?« Nathan zuckte zusammen und blickte von seinem Tisch im Waffenraum auf. Im Türrahmen lehnte Sterling Chase. Scheiße. Er war so in seiner Arbeit vertieft gewesen, sein Kopf so voller beunruhigender Gedanken und wilder Emotionen, dass er den Commander nicht hatte kommen hören. Es war früher Morgen im Bostoner Hauptquartier des Ordens. Fast alle hier und oben im Wohntrakt schliefen um diese Zeit. Aber Nathan war wach und rastlos, schon seit er und sein Team letzte Nacht zur Basis zurückgekehrt waren. Vor ein paar Stunden hat er dann jeden Gedanken an Schlaf endgültig aufgegeben und beschlossen, seine Rastlosigkeit produktiv zu nutzen. Er hielt Chase' Blick stand. Seine jahrelange Ausbildung half ihm, sein Gesicht in eine ausdruckslose, undurchdringliche Maske zu verwandeln. Dann wandte er sich wieder seiner Arbeit zu, die darin bestand, die diversen Einzelteile seiner schwarzen 9mm Beretta zu reinigen und zu ölen. »Hätte dich um diese Zeit hier unten nicht erwartet.« »Wie lange stehst du schon da?« »Par Minuten«, sagte Chase. »Lange genug.« »Willst du darüber reden?« Mit geschickten Fingern baute Nathan die Pistole wieder zusammen und legte sie beiseite. »Nein.« Jetzt kam Chase in den Raum und baute sich neben Nathans Arbeitstisch auf, die mächtigen Arme über der Brust verschränkt. Er trug ein weißes, kurzärmeliges T-Shirt und eine weite, graue Trainingshose. Sein kurzes, blondes Haar war zerzaust. Momentan sah Sterling Chase weniger wie der makellose Anführer aus, der immer alles im Griff hatte, sondern mehr wie ein Mann mit eigenen Problemen, die ihn um diese frühe Stunde aus dem gemütlichen warmen Bett holten, das er mit seiner Gefährtin teilte. »Anscheinend bist du auch schon eine Weile auf.« Nathan warf ihm einen Seitenblick zu. »Vielleicht willst du drüber reden.« »Nicht wirklich.« Chase grinste und stieß einen kurzen Seufzer aus. »Ich schätze, ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, dass Karis ausgezogen ist. Tavia ist auch nicht dafür. Aber sie sagt, wir müssen ihr Zeit geben, ihr Raum geben.« Ein Knurrendrang aus seinem Brustkasten. »Wenn ihr ... was passiert, wenn ihr jemand etwas tut, jetzt, wo sie außerhalb meiner Reichweite lebt, wo ich sie nicht mehr beschützen kann?« »Sie kommt schon klar,« sagte Nathan. »Sie hat Leute, die auf sie aufpassen.« Chase stieß ein Schnauben aus. »Jordana Gates hat vielleicht gute Beziehungen in die dunklen Häfen, aber niemand, der sie kennt, wird auf mein kleines Mädchen so aufpassen können wie ich und ihre Mutter.« »Dein kleines Mädchen ist eine erwachsene Frau,« bemerkte Nathan. »Sie trifft ihre eigenen Entscheidungen. Ihr müsst ihr vertrauen. Sie an der kurzen Leine zu halten, bewirkt eher das Gegenteil.« »Philosophie so früh am Morgen und auch noch von dir?« Chase lachte leise, dann nickte er. »Das ist ein guter Rat, Nathan, aber verdammt schwer zu befolgen. Und wenn Carys irgendwas passieren sollte, dann hat sie euch und den ganzen Orden, der dafür sorgt, dass derjenige dafür bezahlt,« sagte Nathan. »Und ob sie den hat,« stimmte Chase ihm zu. Seine blauen Augen glitzerten drohend. Einen Augenblick schwieg er. Dann räusperte er sich. »Meine Tochter ist nicht der einzige Grund, warum ich heute früh schon durch diese Hallen wandle.« Nathan sah auf. »Was ist los?« »Vor ein paar Minuten hat Gideon aus D.C. angerufen. Eine von Crow's Ex-Frauen ist heute in Trance mit ein paar interessanten Neuigkeiten herausgerückt,« sagte Chase. »Offenbar hatte Reginald Crow eine Geliebte.« »Wer? Wo finden wir sie?« »Irland, Dublin,« laut der ehemaligen Mrs. Crow, sagte Chase. »Was das Wer angeht, sind wir immer noch dabei, es herauszufinden. Wir haben nicht mal einen Namen. Alles, was wir wissen, ist, dass Crow's Ex behauptet, er hat sich während ihrer Ehe oft mit dieser Frau getroffen, und dass es schon ziemlich lange dauerte.« In Nathans Adern flammte der instinktive, raubtierhafte Funke seine Vergangenheit als Killer auf. »Wir müssen sie finden, und zwar sofort. Ich kann mich jederzeit fertig machen und aufbrechen, wenn du mich auf eine Solomission schicken willst. Ich erledige das.« »Du bist unserem nützlichsten hier in Boston, bei unserer Suche nach Cash and Gray. Außerdem haben wir schon jemanden vor Ort.« »Mathias Rowans Team in London bricht heute Abend zu Sonnenuntergang auf.« »Lucan hat die Sache vorerst an sie abgegeben.« Chase machte die Augen schmal und sah ihn an. »Du hast noch nie eine Mission abgebrochen. Du hast nicht vor, jetzt damit anzufangen, oder?« »Absolut nicht,« antwortete Nathan rasch, obwohl sein Gewissen ihm prompt einen Stich versetzte. »Hatte er auf einen neuen Auftrag gehofft? Einen, der ihm erlauben würde, einen ganzen Kontinent zwischen sich und Jordana Gates zu bringen? Scheiße, er wusste nicht, was er davon halten sollte.« Jetzt musterte ihn Chase. »Du wirkst unkonzentriert, mein Alter, irgendwie durcheinander. Was ist mit dir los? Wann hast du das letzte Mal Nahrung zu dir genommen?« »Ich hatte letzte Nacht eine Blutwirtin,« antwortete er, und bei der ungewollten Erinnerung an die Brünette aus dem Sadomaso Verlies des Lanotte entfuhr ihm ein finsteres Knurren. Chase schien eine Weile zu überlegen. Seine klugen blauen Augen verweilten länger auf Nathan, als ihm recht war. Aber auch wenn sein Commander seine Lüge durchschaut hatte, ließ er sie auf sich beruhen. »Dann lass ich dich mal arbeiten,« sagte er und ging auf die Tür zu. »Gute Arbeit, letzte Nacht. Wenn es zu Cashin Grey heute nichts Neues gibt, hauen wir dort heute Abend noch mal härter auf den Putz.« Nathan nickte vage. Erst als Chase wieder den Korridor hinaufgegangen war, stieß er den Fluch aus, der ihm wie Säure auf der Zunge gebrannt hatte. Obwohl Chase so getan hatte, als wäre er mit seiner Antwort zufrieden, wusste Nathan, dass er ihn durchschaut hatte. Der war wütend auf sich selbst über sein unehrenhaftes Verhalten gegenüber dem anderen Stammesvampir. Nathan hatte sich nie veranlasst gefühlt, seine Kameraden anzulügen und schon gar nicht seinen Commander. In seiner Ausbildung zum Jäger wäre so etwas glatter Selbstmord gewesen. Und obwohl Nathan viele Jahre von der Brutalität und den Strafen seiner damaligen Wärter trennten, hatte er ihre grausamen Lektionen nie abgeschüttelt. Wahrscheinlich würde er das auch nie. Niemand wusste, was er durchgemacht hatte, als man ihn zu Dragos Killer geformt hatte. Nicht einmal seine Mutter Corinne, die ihn aus diesem Leben gerettet hatte, oder ihr Gefährte Hunter, ein Stammesvampir, der Jahrzehnte vor Nathan im selben Zuchtprogramm aufgewachsen war. Nicht einmal Nathans engste Freunde und Teamgefährten im Orden wussten, was er durchgemacht hatte, die schon gar nicht. Sie würden ihn nie wieder so sehen wie zuvor, wenn sie wüssten, wie man ihn entwürdigt und beschämt hatte. Diesen kaputten, schmutzigen Teil seiner Persönlichkeit hatte er sein ganzes Leben lang geheim gehalten, ihn tief in sich vergraben, denn nur so konnte er weiterleben, das alles hinter sich lassen. Und dort würde es auch für immer bleiben. Was Jordana anging, würde er seine tödlichen Fähigkeiten lieber gegen sich selbst richten, bevor er zuließ, dass sie die Wahrheit erfuhr. Schon ein Witz, dass er sie so hart gedrängt hatte, sich ihm zu öffnen, wo er selbst nicht die Absicht hatte, sie jemals wirklich an sich heranzulassen. Zum Glück war er gestern Nacht nicht dazu gekommen, sie ganz zu verführen. Er hätte vielleicht Dinge getan, die sich nicht mehr rückgängig machen ließen. Da war es besser, seine fleischlichen Begierden anderswo zu stillen. Zumindest hatte er das gedacht, als er mit der Frau im Lanotte gegangen war. Aber seine Bemühungen, seinen Hunger nach Jordana mit einer anderen Frau zu vertreiben, hatte das Gegenteil bewirkt. Er begehrte sie nur umso mehr. Auch seinen Blutdurst hatte er nicht an der Prostituierten gestillt, wie er Chase gegenüber behauptet hatte. Tatsächlich hat er sich gar nichts von der Frau genommen, sie aber trotzdem bezahlt. Und nachdem er und sein Team kurz darauf den Club verlassen hatten, um die Stadt nach Spuren von Cass abzusuchen, war Nathan noch mal an Jordanas Wohnblock vorbeigefahren. Nur um sich zu überzeugen, dass sie in Sicherheit war, hatte er sich gesagt. Aber es hat ihn all seine zunehmend nachlassende Selbstbeherrschung gekostet, nicht wieder ins Gebäude zu rennen und den Lift zu ihrem Penthouse zu nehmen. Aber die Fenster der Wohnung waren dunkel. Er war weiter gefahren, hat aber den Rest der nächtlichen Patrouille mit dem vergeblichen Versuch verbracht, sie sich aus dem Kopf zu schlagen. Sich ihren Orgasmus mit ihm vorzustellen, quälte ihn nur etwas weniger, als sie sich in ihrer dunklen Wohnung zusammen mit Elliot Bentley Squire vorzustellen. Nathan gefiel es nicht, welches Bedürfnis nach Gewalt in ihm zum Leben erwachte, beim Gedanken daran, dass ein anderer Mann bei Jordana war. Besonders einer, der weniger von ihr besessen war als er selbst. Nicht, dass Nathan ihrer würdig war. Seine Vergangenheit machte ihn für alle Frauen ungeeignet. Aber besonders für eine, die so rein und unschuldig war wie Jordana. Er hatte sie schon zu nahe an seine Welt gebracht. Und er wusste, er wäre letzte Nacht noch viel weiter gegangen, wenn sie nicht ihren unwürdigen Zukunftigen angetroffen hätten. Er musste sich Jordana Gates endgültig aus dem Kopf schlagen. Schon begann sie ihm mehr zu bedeuten, als er zugeben wollte. Und das allein war für ihn Grund genug, auf Distanz zu ihr zu gehen. Sogar, wenn er ihr dabei zusehen musste, wie sie eine Blutsverbindung mit einem Mann einging, den sie niemals lieben würde. Um fünf Uhr am Nachmittag hatte Jordana schon einen Elfstundentag im Museum hinter sich. Sie war alleine gekommen, Stunden bevor sonst jemand zur Arbeit gekommen war. Nach allem, was letzte Nacht passiert war, war ihr die Einsamkeit ihres Arbeitsplatzes willkommen gewesen. Sie hatte sie sogar noch mehr gebraucht als Schlaf. Jordana hatte das Lanotte irgendwann gegen zwei Uhr früh verlassen. Karis und Rune hatten sie zu ihrer Wohnung begleitet. Elliot war schon lange weg. Er hatte höflich das Licht ausgemacht und die Wohnung abgeschlossen. Offenbar verließ er ihr Leben so beiläufig, wie er es betreten hatte. Jordana war sich nicht sicher, wie sie ihrem Vater die Neuigkeit ihrer Trennung beibringen sollte. Aber wahrscheinlich hatte der pflichtbewusste Elliot auch das schon für sie übernommen. Stattdessen hatte sie beschlossen, alle persönlichen Dramen und den emotionalen Stress eine Weile auf Eis zu legen, indem sie sich ganz ihrer Arbeit im Museum widmete. Ihre Leidenschaft für historische Kunstwerke war das einzige, was immer nur ihr allein gehört hatte. Ihre ganz persönliche Zuflucht. Zum Glück gab ihre Arbeit ihr jede Menge zum Nachdenken, was ihr plötzlich entgleistes Privatleben in den Hintergrund stellte. Die große Eröffnung der Ausstellung war in weniger als 24 Stunden und fast ausverkauft. Sie und Karis hatten die letzte To-Do-Liste heute zweimal durchgesehen und dafür gesorgt, dass dem Erfolg des Events nichts mehr im Wege stand. Trotzdem war Jordana wie besessen mit letzten Details beschäftigt. Eben hatte sie in ihrem Büro den hiesigen Floristen an der Strippe, als sich plötzlich mit einem Prickeln die feinen Härchen in ihrem Nacken aufrichteten. War da jemand draußen im geschlossenen Ausstellungsraum? Karis konnte es nicht sein. Sie war erst vor wenigen Minuten gegangen, um eine letzte Bestellung bei der Druckerei am anderen Ende der Stadt abzuholen. Was die übrigen Museumsmitarbeiter anging, waren die meisten wohl gerade dabei, ihre Sachen zu packen und in den Feierabend zu gehen. Aber da war definitiv jemand draußen in der Ausstellung. Jordana spürte die Präsenz wie eine kühle Hand im Nacken. Sie fühlte sich irgendwie beobachtet. Genau so wie gestern Nacht auf dem Parkplatz. Nervosität erfasste sie, als sie das Telefongespräch beendete und aus ihrem Büro trat. In dem geschlossenen Ausstellungsraum war jemand. Der Mann in einem zerknitterten, regennassen grauen Mantel drehte sich rasch zu ihr um, als sie sich näherte. Er war groß und durchtrainiert unter dem nassen Mantel, den ausgeblichenen Jeans und dem verwaschenen T-Shirt. Sein kurzes, mausbraunes Haar war säuberlich gescheitelt. Alles an ihm war durchschnittlich und unscheinbar, bis auf die Augen. Sie hatten den faszinierenden Grünton eines Peridots und musterten sie nachdenklich und ohne Eile. Obwohl nichts an ihm bedrohlich wirkte, blieben Jordanas Sinne wachsam, und sie spürte ein seltsames Gefühl der Erwartung, das sie nicht erklären konnte. »Tut mir leid, aber die Ausstellung ist noch nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Sie können hier nicht bleiben.« »Ich bleibe nicht lange«, sagte er. »Ich wollte mich nur schnell mal umsehen.« Sie runzelte die Stirn. »Ich fürchte, ich muss Sie bitten, zu gehen. Eintrittskarten gibt es auf unserer Webseite. Oder Sie kommen morgen Abend zur großen Eröffnung wieder. Tickets gibt es am Eingang.« Er reagierte nicht auf ihre Aufforderung zu gehen. Stattdessen schlenderte er mit langsamen, geschmeidigen Bewegungen von einer Ausstellungsvitrine zur nächsten. »Ah, ein Canova«, sagte er und ging hinüber zu der Vitrine mit der Marmorbüste der Beatrice, aus Dante Alighieris berühmtem Epos. »Beeindruckendes Stück!« Jordanas folgte dem Mann zu der Skulptur und nahm sein bescheidenes Äußeres jetzt genauer in Augenschein. Seine Kleider sahen aus, als wären sie mindestens zehn Jahre alt, und sie passten ihm, als hätte jemand anders sie eingetragen und Jahre später aussortiert. Seine braunen Lederslipper waren alt, abgewetzt und verblichen, wie der Rest seiner Kleidung. »Canova gilt als einer der größten neoklassischen Bildhauer«, sagte Jordana, die nicht widerstehen konnte, ihr Wissen zur Sammlung zu teilen. »Er war wahrscheinlich der berühmteste Künstler seiner Zeit. Aber ich kenne nicht viele Leute, die seine Werke auf den ersten Blick erkennen, schon gar nicht unbekanntere Stücke wie dieses hier.« »Da sind wir ja in bester Gesellschaft.« Ihr uneingeladener Besucher verzog den Mund zu einem schwachen Lächeln. »Canovas Werk ist exquisit, keine Frage. Seine Skulpturen haben eine solche Ruhe an sich, durch die Glätte der Haut und die flüssige, makellose Linienführung.« Als sie ihn so beretsam und kompetent reden hörte, war es Jordana plötzlich peinlich, ihn zum Kauf einer Eintrittskarte aufgefordert zu haben, um Kunstwerke zu sehen, die doch eigentlich der ganzen Welt gehörten. Trotz ihrer Vorbehalte ihm gegenüber war sie plötzlich fasziniert. Er redete weiter, mustete immer noch die Skulptur. Die Perfektion von Canovas Werk, sein reiner Idealismus, lädt das Auge zum Verweilen ein, zum Studieren und Bewundern. Der Mann warf Jordana einen Blick zu. »Würden Sie mir nicht zustimmen?« Jordana zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gesagt, finde ich ihn zu perfekt. Seine Kunst ist zu ... zu kontrolliert, schätze ich.« Sie zeigte auf die Skulptur daneben, eine der wichtigsten Neuanschaffungen der Sammlung. »Nehmen Sie dagegen diese Büste von Bernini. Schauen Sie sich seine Energie an. Dieses Stück beunruhigt mit seiner Schroffheit und Aggressivität.« Die Skulptur, die sie ansahen, hieß »Anima Danata« und stellte eine verdammte Seele dar, die in den Höllenschlund starrte. Jordana trat näher zu ihr. »Bernini zeigt uns jede Falte im Gesicht seiner Figur, jede Ader, jedes angstgesträubte Haar. Man kann die Qualen im Gesicht des Mannes sehen. Man kann sie spüren. Fast hört man aus dem aufgerissenen Mund seinen Schreckensschrei. Bernini zeigt uns alles. Er fordert uns heraus, es zu erleben.« Der Fremde nickte. »Sie nehmen Ihre Kunst sehr ernst.« »Ich liebe Sie«, gab Jordana zu. »Sie bedeutet mir alles.« Etwas flackerte in seinen ungewöhnlichen, grünen Augen auf. »Dann haben wir das gemeinsam. Auch ich bin Kunstliebhaber und ab jetzt frisch gebackener Bewunderer von Bernini. Ihr Lieblingsstück nehme ich an.« »Oh«, sagte Jordana und schüttelte den Kopf. »Nein, es gibt eine andere Skulptur, die ich noch lieber mag. Aber sie ist nicht so wichtig wie diese beiden.« »Zeigen Sie sie mir?« Einen Augenblick lang vergaß Jordana völlig, dass die Ausstellung gerade für jeden außer den Museumsmitarbeitern geschlossen war. Sie führte ihn zu einem weiteren Ausstellungsstück in einer Plexiglas-Vitrine. »Cornachinis schlafender Endymion«, sagte er mit einem Lächeln auf den Lippen. Jordana bemerkte, dass er nicht auf dem Schildchen nachgesehen hatte. »Sie kennen ihn auch?« »Er ist, soweit ich weiß, seit vielen Jahren Teil der Sammlung des Museums.« »Ja, ist er.« Er musste wirklich ein langjähriger Besucher des Museums sein, nicht nur, weil er generell so kunstverständlich war, sondern weil er dieses spezielle Stück kannte. Endymion ist vor einigen Jahrzehnten als anonyme Spende zu uns gekommen. Die meiste Zeit war er Teil einer anderen Ausstellung. Aber als ich mit der Planung für diese begann, musste ich ihn einfach haben. Sie betrachtete den ruhenden menschlichen Hirten, der unter Selenes Mondsichel schlief. »Es gibt im ganzen Museum kein Stück, das ich so liebe wie dieses.« Ein kryptisches Lächeln spielte in den Mundwinkeln des Fremden. »Ich kann es mir nicht in besseren Händen vorstellen.« Jordana dachte über das seltsame Kompliment nach. Ihre Neugier über den Mann wurde immer größer, je länger sie sich mit ihm unterhielt. Sie schätzte ihn auf höchstens dreißig. Aber er hatte etwas Weises an sich, eine undefinierbare Aura, die ihn viel älter wirken ließ. Er war kein Stammesvampir. Sie sah keine Dermaglyphen an ihm. Und er würde auch nicht am helllichten Tag ohne UV-sichere Schutzkleidung herumlaufen, wenn er einer von Nathans Spezies war. Und doch weigerten sich ihre Sinne, ihn als Menschen wahrzunehmen. Verwirrt hielt sie ihm die Hand hin. »Ich bin übrigens Jordana Gates, die Kuratorin in der Ausstellung.« Er zögerte kurz, bevor er ihre Hand nahm. Sein Händedruck war warm und fest. »Ja, ich weiß, wer Sie sind.« Auf ihren unbehaglichen Blick hin zeigte er auf ihren Mitarbeiterausweis, der ihr an einer Kordel um den Hals hing. »Oh«, Jordana lachte nervös. »Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie?« Zuerst dachte sie, er würde nicht antworten. Dann sagte er vorsichtig. »Kershien, sonst nichts.« »Kannte sie den Namen von irgendwo?« Sie war sich nicht sicher, aber zumindest wusste sie, dass sie diesen Mann noch nie zuvor gesehen hatte. Jordana entzog ihm ihre Hand. »Nun, Mr. Kershien, war nett, mit Ihnen zu reden, aber es wird spät und niemand sollte hier in der Ausstellung sein, bevor sie morgen offiziell ihre Türen öffnet.« »Natürlich«, antwortete er, senkte den Kopf und deutete eine fast höfische Verbeugung an. »Und ich versichere Ihnen, Jordana, das Vergnügen war ganz auf meiner Seite.« Wieder betrachtete sie seine armselige Kleidung und spürte einen Anflug von Reue, weil sie ihn auf den ersten Blick so herablassend behandelt hatte. Und sie konnte ihn nicht einfach aus dem Museum werfen, jetzt, da sie wusste, wie sehr ihm ihre Ausstellung gefiel. »Warten Sie mal eben, bin gleich wieder da.« Sie wartete seine Antwort nicht ab. Impulsiv drehte sie sich um und eilte in ihr Büro zurück. Schnell suchte sie in den Sachen auf ihrem Schreibtisch und schnappte sich zwei Freikarten für die große Ausstellungseröffnung, kombiniert mit ganztägigem freien Eintritt. »Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ein paar restliche Tickets in meinem Büro hatte,« sagte sie, als sie in den Ausstellungsraum zurückkam. »Die würde ich Ihnen gerne …« Er war fort. »Mr. Cashian?« Jordana sah sich in der Ausstellungshalle um und dann bei den nächstgelegenen Ausstellungsvitrinen. Er war nicht dort. Sie eilte zur Galerie, von der aus man das Foyer beim Haupteingang des Museums überblickte. Nichts. Er war gegangen. Nein, verschwunden wie ein Geist. Der mysteriöse Mr. Cashian hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Er hatte zu viel riskiert. Cash eilte durch die Straßen der Stadt, ohne den Regen zu bemerken, der seine Secondhand-Klamotten und die billigen Schuhe durchweichte. Nur weg vom Museum. Er hatte keinen Plan, wohin er ging, nur musste es weit weg sein. So weit wie möglich, und zwar sofort. Er hatte nicht gedacht, dass er so lange bleiben würde. Er hatte nur auf ein paar kurze Minuten ins Museum gehen wollen. Nur lange genug, um den Schatz zu besuchen, der ihn zu einem gesuchten Gebrandmarkt hatte, zum Verräter seiner Königin und seiner Spezies. Einen Schatz, den er heute aufgab. Für immer. Natürlich wusste er, wer vor 25 Jahren der anonyme Spender des schlafenden Endymion gewesen war. Er konnte seine Zufriedenheit, seine Erleichterung darüber nicht leugnen, dass dieser spezielle Schatz diese ganze Zeit über an einem sicheren Ort gewesen war und es auch heute noch war. Aber die Coronakini-Figur war nicht das einzige Geheimnis, das er in der Nacht seiner Flucht vom Hof der Atlantidenkönigin gestohlen hatte. Jedes einzelne seiner beiden Geheimnisse hätte ihm den Tod gebracht. Das Entdeckungsrisiko war jetzt zu groß. Wenn er in Boston blieb, brachte er alles in Gefahr, was ihm lieb und teuer war. Er hatte den Besuch im Museum schon vor ein paar Nächten fast riskiert, aber dann doch die Nerven verloren. Stattdessen hatte er sich vor dem Gebäude herumgedrückt wie ein Geist und wäre um ein Haar bemerkt worden. Aber er hatte sein größtes, kostbarstes Geheimnis ein allerletztes Mal sehen wollen. Ein Luxus, den er sich fast ein Vierteljahrhundert lang versagt hatte. Jetzt war er zufrieden. Das musste er sein, denn heute würde er für immer gehen. Er konnte nur hoffen, dass seine Geheimnisse und der Schatz, der ihm von allen am kostbarsten war, durch seine Abwesenheit sicherer war. Cass hatte sein Vertrauen in einen Verbündeten gesetzt, der ihm seine Loyalität durch Jahre des Schweigens und der Opfer, die er gebracht hatte, bewiesen hatte. Ein Vertrauen, das bei ihrem Treffen vor einigen Tagen aufs Neue bekräftigt worden war. Ein weiterer Verbündeter, dieser auf der anderen Seite des Globus, einer, der alleine durch seine Unterstützung von Cass ebenso viel riskierte wie dieser, hatte sich bereit erklärt, sich um Cass' Interessen zu kümmern, sobald er in sein dauerhaftes Exil geflohen war. Ein Exil, das jetzt beginnen würde. Entschlossen schlug Cass den Kragen hoch, um sich vor dem prasselnden Regen abzuschirmen, und bog verstohlen in eine Seitenstraße ein. Da bemerkte er sie, die beiden dunklen Gestalten, die ihm folgten. Er sah über die Schulter und sein Magen wurde kalt. Atlantiden. Soldaten. Die beiden Unsterblichen waren in Straßenkleidung getarnt, so wie er auch. Aber ihr zielstrebiger Gang und ihre drohende Präsenz waren unverkennbar. Und unter dem langen Saum eines der regennassen Trenchcoats sah Cassian ein Atlantidenschwert schimmern. Es hatte eine Zeit gegeben, in der er sich umgedreht und der Gefahr gestellt hätte, sogar unbewaffnet wie jetzt. Aber heute spürte er echte Angst. Nicht um sich selbst, sondern um die Geheimnisse, die er mit seinem Leben beschützen musste. Mit all der übernatürlichen Wendigkeit und Schnelligkeit, die ihm zu Gebote stand, rannte Cass los, führte die Wächter der Legion so weit fort vom Museum, wie er konnte. Die Männer der Königin waren dicht hinter ihm, zu dicht. Sie rannten im Zickzack hinter ihm her, ließen ihn keine Sekunde aus den Augen. Innerhalb von Minuten waren Cass und seine Verfolger im alten Stadtviertel North End. Er hatte es nicht vorgehabt. Aber seine Füße trugen ihn zu dem einzigen Zuhause, das er seit seiner Ankunft in Boston gehabt hatte. Er rannte auf das Lanotte zu. Durch den Regen tauchte in etwa hundert Metern Entfernung der Hintereingang des Clubs vor ihm auf. Die Atlantidenwächter hatten sich inzwischen getrennt. Den einen verlor Cassian aus den Augen. Seinen Mörder sah er erst, als es zu spät war. Der Soldat von Selenes königlichem Hof erschien aus dem Nichts, stand vor ihm, die lange schimmernde Klinge zum Schlag erhoben. Ich bin tot, erkannte Cassian. Es ist vorbei. Er wusste es, noch bevor er seitlich an seinem Hals den eiskalten Biss des atlantidischen Stahls spürte. Ein Toast, sagte Carys und hob ein Glas Rotwein. Sie und Jordana saßen einander bei ihrem Lieblingsitaliener im alten Viertel North End gegenüber. Auf die große Ausstellungseröffnung. Ich weiß, sie wird ein Riesenerfolg. Ich hoffe es. Jordana seufzte und stieß mit ihrer Freundin an. Hast du noch mal nachgeschaut, ob die Beschriftung neben den französischen Wandteppichen korrigiert wurde? Und jetzt frage ich mich, ob ich die römische Keramik nicht doch noch mal hätte umstellen sollen. Denkst du, sie sollte wieder auf ihren ursprünglichen Platz zurück? Carys grinste und verdrehte die Augen. Es ist alles perfekt, Jordana. Du hast an alles gedacht. Die Ausstellung könnte wirklich nicht in besseren Händen sein. Danke. Jordana lächelte über das Kompliment, aber dann musste sie wieder an ihren seltsamen Besucher denken. Mr. Cashian hatte etwas sehr Ähnliches zu ihr gesagt. Carys musterte sie fragend. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, es ist nur … Jordana schüttelte den Kopf. Heute Nachmittag kam ein Mann, um sich die Ausstellung anzusehen. Carys runzelte die Stirn. Jemand, den du kennst? Nein, ich hatte ihn noch nie gesehen. Er ist anscheinend einfach von der Straße hereingekommen. Aber die Ausstellung wird erst morgen Abend für den Publikumsverkehr geöffnet, bemerkte Carys. Das habe ich ihm auch gesagt. Jordana nahm einen Schluck von ihrem Wein. Er machte sich aber gar nichts draus, das wir noch nicht offiziell geöffnet hatten. Komisch, sagte Carys und drehte etwas Pasta auf ihre Gabel. Was wollte er? Jordana zuckte mit den Schultern. Sich die Kunstwerke anschauen, schätze ich. Das hat er jedenfalls gesagt. Wir haben uns über italienische Bildhauer unterhalten und einige Stücke der Sammlung miteinander verglichen. Und dann ist er wieder gegangen. Carys beäugte sie über den Rand ihres Weinglases. Wie ich schon sagte? Komisch. Er war nett, sagte Jordana und nahm ein Bissen von ihren Scampi, während sie noch einmal an das kurze Zusammentreffen im Museum zurückdachte. Er war ein Fremder und dazu ein Seltsamer, und doch hatte sie sich fast augenblicklich mit ihm wohlgefühlt, auf eine undefinierbare Art angenehm und sicher. Und sie hätte sich gerne noch länger mit ihm unterhalten, wenn er nicht ohne Erklärung das Museum verlassen hätte, sobald sie ihm den Rücken zugewandt hatte. Oder vielmehr, sich in Luft aufgelöst hatte. Vielleicht hatte Carys recht. Der Mann hatte etwas Komisches an sich. Jordana wurde aus ihren Gedanken gerissen, als das Kommunikationsgerät ihrer Freundin auf der Tischkante zu vibrieren begann. Das ist Eric. In Carys Stimme lag Bitterkeit, als sie den Namen ihres Bruders aussprach. Ihre Finger schwebten kurz über dem Gerät, dann ließ sie die Hand mit einem leichten Seufzer wieder in den Schoß fallen. Wieder summte das Gerät, aber Carys reagierte nicht, presste nur die Lippen zusammen. Jordana musterte sie bei den kleinen Tisch hinweg. Du kannst sie nicht ewig ignorieren, Car. Seit ihrem hitzigen Streit wegen Rune hatten die Geschwister nicht mehr miteinander geredet, und Jordana wusste, dass es Carys fast umbrachte, mit ihrem Zwillingsbruder verkracht zu sein. Wieder vibrierte das Gerät, und auch wenn ihr der Widerwillen ins Gesicht geschrieben stand, ging Carys schließlich ran. Bevor sie auch nur ein Wort der Begrüßung sagen konnte, ertönte Erics tiefe Stimme aus dem Hörer. Carys, wo zum Teufel steckst du? Auch hallo, Bruderherz. Seine Antwort war knapp und wütend. Bist du im Lanotte? Seit wann bin ich die Rechenschaft schuldig, Eric? In den blauen Augen der Stammesvampirin blitzten bernsteinfarbene Funken auf. Wo ich bin, geht dich einen feuchten Scheißdreck an. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Verdammt, Carys, ich mache keine Witze, fauchte er, und plötzlich war offensichtlich, dass in Erics Stimme keine Wut lag, sondern etwas viel Tieferes, Dringenderes. Er rief aus Angst um seine Schwester an. Carys, sag mir, dass du nicht gerade irgendwo in der Nähe von diesem Scheißladen bist. Carys senkte die Stimme zu einem Flüstern. Was ist los? Jordana konnte Eric am anderen Ende nicht länger hören, aber der erschrockenen Miene seiner Schwester nach waren die Neuigkeiten nicht gut. Carys holte abrupt Atem und hob die Finger an den Mund. Aber dann strömte Erleichterung in ihre Züge. Einen Augenblick hörte sie mit grimmiger Miene zu und beendete dann wortlos den Anruf. Sie blickte Jordana über den Tisch an. Beim Lanotte hat es einen Mord gegeben. Oh nein, murmelte Jordana, aber es war nicht … Nein, Carys schüttelte den Kopf. Nicht Rune, Gott sei Dank. Eric sagte, es war keiner der Kämpfer, aber er wusste auch nicht mehr als das. Ein paar Ordenskrieger gehen gerade hin, um zu ermitteln. Eric hat mir gesagt, ich soll mich heute Nacht vom Club fernhalten. Und trotzdem zog Carys jetzt aus ihrer Handtasche genug Bargeld für die Rechnung und ein großzügiges Trinkgeld. Ich muss Rune sehen, erklärte sie und stand auf. Ich muss einfach mit eigenen Augen sehen, dass er okay ist. Wie groß ihre Liebe zu diesem Kämpfer war, war ihren Augen nur allzu deutlich anzusehen, und auch ihre Angst. Die starke Stammesvampirin zitterte, sichtlich erschüttert von einem Mord an dem Ort, wo ihr Liebster jede Nacht sein Leben im Käfig riskierte. Und obwohl Jordana absolut keine Lust hatte, sich in die Nähe des Ordens zu begeben, wenn sie dort womöglich Nathan begegnete, würde sie ihre Freundin nicht allein dort hingehen lassen. »Gehen wir,« sagte Jordana, ich fahre. Carys brachte ein schwaches Nicken zustande und folgte Jordana nach draußen zu ihrem Auto. Zum Lanotte war es nicht weit. Sie waren in wenigen Minuten dort. Der Club war geschlossen, das hölzerne Tor des ehemaligen Kirchengebäudes von zwei riesigen Türstehern blockiert, die Schulter an Schulter unter der trüben Lampe oben auf der Treppe standen. Der übliche Strom von Gästen, die im Erdgeschoss feiern oder im Untergeschoss andere, weniger salonfähige Dinge treiben wollten, wurde von den Türstehern sofort weggeschickt. »Fahr vorbei und dann in die nächste Seitenstraße,« instruierte Carys Jordana, als sie vor dem Club den Fuß vom Gas nahm. Sie fuhren um die Ecke und fanden die Gasse von einem der riesigen, schwarzen Patrouillenfahrzeuge des Ordens blockiert. Carys sprang aus dem Wagen, sobald Jordana angehalten hatte. Jordana folgte, nur um mit ihr von einem von Nathans Teammitgliedern gestoppt zu werden. »Aus dem Weg, Jax«, sagte Carys, als der pantherartige asiatische Vampir aus den Schatten kam und ihn den Weg versperrte. »Der Käpt'n hat gesagt, keine Zivilisten, Carys. Wir haben da hinten einen Tatort.« »Ich weiß, Eric hat mich angerufen. Ich will nur Rune sehen.« Jax schüttelte den dunklen Kopf. »Er ist hinten mit einem der anderen Clubangestellten, aber ihr Ladies müsst vorerst draußen bleiben. Glaubt mir, das wollt ihr nicht sehen.« »Ich gehe rein.« Carys drängte sich an dem Krieger vorbei und sprintete los, bevor er reagieren konnte. Jordana folgte ihr, bemüht mit ihrer Freundin Schritt zu halten, die jetzt zur Hinterseite des Gebäudes rannte. Es war keine Frage, auch wenn Rune hier heute Abend nicht verletzt worden war, würde niemand, weder Carys Bruder noch ein anderes Ordensmitglied, die junge Frau von dem Kämpfer fernhalten, den sie liebte. »Rune«, rief Carys dem dunkelhaarigen Stammesvampir zu, als sie und Jordana um die Ecke kamen. Einige Kämpfer und Lanotte-Mitarbeiter hatten sich in der Dunkelheit hinter dem alten, ehemaligen Kirchengebäude versammelt. Auf Carys Ruf hin sah Rune auf. Sein hartes Gesicht war ernst, seine Augen düster und grimmig, als er sich aus der Gruppe seiner Kollegen löste und Carys und Jordana entgegenkam. Carys warf sich in seine Arme. »Rune, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Eric hat mich angerufen und mir gesagt, dass jemand im Club gestorben ist. Er hat gesagt, es warst nicht du, aber ich musste es mit eigenen Augen sehen. Ich musste sicher sein, dass …« »Shh«, beruhigte sie der brutale Kämpfer und strich mit seiner breiten Handfläche über Carys Hinterkopf, als sie sich an ihn klammerte. »Ist schon gut, Baby. Ich bin hier, bei dir.« Während sich das Paar eng umschlungen leise Trost und Liebesworte zuflüsterte, ging Jordana langsam davon. Obwohl sie noch nie an einem Tatort gewesen und auch jetzt nicht scharf drauf war, fühlte sie sich trotzdem von dem dunklen Asphaltstreifen angezogen, wo das Opfer lag, umstanden vom Team der Ordenskrieger. Ihre Absätze klapperten hohl auf dem Asphalt, und bei jedem zaghaften Schritt verstärkte sich in ihr ein seltsames Gefühl des Grauens. Kalter, süßlicher Blutgeruch hing in der Luft. Sie bekam Gänsehaut auf den Armen und spürte einen eisigen Knoten hinter dem Brustbein. Obwohl sie nicht hinsehen wollte, nicht wissen wollte, was für ein grausiges Ende jemand dort vor kurzem gefunden hatte, konnte Jordana nicht anders. Sie musste zwischen den Kriegern hindurchspähen. Sie erhaschte einen Blick auf ausgebeulte, verblichene Jeans an den verdrehten Beinen des Opfers. Die braunen Slipper an seinen Füßen waren abgewetzt und alt, und sie kamen ihr bekannt vor. Oh nein, das konnte nicht sein. Jordana hielt den Atem an. Sie wusste es, noch bevor der Schmerz in ihren erstarrten Lungen sie zum Luftholen zwang, noch bevor sie all das Blut auf dem Asphalt sah und das Objekt, das neben der Leiche lag. Ein Objekt, das unverkennbar aussah wie sein … Ach du Scheiße. Bevor ihr entsetzter Verstand ihr bestätigen konnte, was ihre Augen sahen, hörte sie die tiefe Stimme an ihrem Ohr. Zwei starke Arme rissen sie von der grausigen Szene weg, und eine starke Hand drückte sie gegen eine harte, muskulöse Brust in schwarzer Kampfmontur. »Himmel, Jordana, was machst du hier, verdammt?« Nathans Stimme war rau und finster, aber seine Hände warm und sanft, als er sie an sich drückte und ihr Gesicht von dem Gemetzel abwandte. Sie wollte nicht zugeben, wie willkommen ihr seine Berührung in diesem Moment war, und da sie Jordana im Nichts bedeutete, kam zu ihrem Schock noch zusätzlich tiefer Schmerz dazu. Sie entzog sich ihm mit einem abgehackten Schluchzen. »Das ist er,« murmelte sie, »ich kenne ihn.« Nathan runzelte die schwarzen Brauen über den finster und stürmisch blickenden Augen. »Wen?« Jordana zeigte in die Richtung des Opfers, zugeschockt, um erneut hinzusehen. »Den Mann. Ich habe erst vor ein paar Stunden mit ihm geredet.« Nathans Stirnrunzeln vertiefte sich. »Du hast mit ihm geredet?« sagte er, und die Besorgnis in seiner tiefen Stimme wich schlagartig militärischem Befehlston, fast schon arg wohnen. »Du hast heute mit ihm geredet. Wo, Jordana? Wann?« »Jordana«, sagte Charis, die jetzt mit Rune zu ihr herüberkam. »Was ist los, Liebes? Bist du okay?« »Das ist er. Der Mann, den ich heute Nachmittag in der Ausstellung getroffen habe. Da war er lebendig, und jetzt ist er...« Jordana musste würgen. Die Worte blieben ihr in der Kehle stecken. In ihrer Brust brannte ein Verlustgefühl, das ihr völlig unverständlich war, wegen eines Fremden, mit dem sie nur ein paar Minuten lang gesprochen hatte. »Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Warum sollte jemand Mr. Cashian ermorden wollen?« Charis und die beiden Stammesvampire tauschten rasche, unsichere Blicke aus. Selbst in ihrer Not registrierte Jordana die veränderte Atmosphäre. »Mr. Cashian«, fragte Charis sanft. »Jordana, der Mann da drüben ist Cashian Grey.« Als Jordana nicht reagierte, fügte Nathan hinzu. »Der Eigentümer des Lanotte. Bis heute Nacht wollte keiner zugeben, den Bastard gesehen zu haben oder zu wissen, wo er steckt.« Er warf Rune einen finsteren Blick von der Seite zu. »Ich schätze, nicht nur der Orden hat versucht, ihn aufzuspüren.« Der Kämpfer hielt dem Blick des Kriegers stand. »Wie euch alle hier gesagt haben, ist Cash vor einigen Tagen ohne Ankündigung verschwunden, wie es typisch für ihn war.« Nathan knurrte und wandte seine Aufmerksamkeit Jordana zu. »Warum war Cash heute im Museum, hat er dir das gesagt? Was genau hat er zu dir gesagt? Was wollte er?« Jordana schüttelte verwirrt den Kopf. Sie hatte den Club-Eigentümer nicht namentlich gekannt, ihn nur ein- oder zweimal aus der Ferne kurz gesehen, bei den seltenen Gelegenheiten, an denen sie mit Charis hergekommen war, um Rune kämpfen zu sehen. Woran sie sich vage erinnerte, war ein Mann mit steifem, weißblondem Haarschopf und schwarzer Ledermontur voller Nieten und schnallen. Nicht der unauffällige Durchschnittstyp, den sie heute getroffen hatte. »Das muss ein Fehler sein. Den Club-Eigentümer kenne ich nicht. Das war jedenfalls nicht er, den ich in der Ausstellung gesehen habe. Er sieht ihm nicht mal ähnlich.« »Es ist Cash«, beharrte Nathan. »Er hat sich ein neues Äußeres zugelegt und sich nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen, weil er wusste, dass der Orden ihm auf den Fersen war, oder vielleicht auch jemand anderes. Derjenige, der ihn heute Nacht aufgespürt und sich seinen Kopf geholt hat.« Bei der Erinnerung an den Anblick zuckte Jordana zusammen. »Der Mann heute im Museum war keiner, der solche Feinde hat. Er hat sich mit mir über Bildhauer unterhalten, die er bewunderte, über Kunst und einige Stücke unserer Sammlung. Er war ein netter, anständiger Mann. Er war ein Krimineller«, fiel ihr Nathan ins Wort. »Wahrscheinlich viel Schlimmeres als nur ein Krimineller. Wenn ich ihn irgendwo in deiner Nähe gesehen hätte, hätte ich mir seinen Kopf geholt.« Sie starrte in sein strenges, gutaussehendes Gesicht mit den stürmischen blaugrünen Augen, in denen winzige bernsteingelbe Funken blitzten. Sie wusste nicht, in was für einer verzerrten Realität sie sich befand, um eine solch besitzergreifende brutale Bemerkung als Ausdruck der Zuneigung zu verstehen. Mit Sicherheit nicht in ihrer eigenen Wirklichkeit, in die zurückzukehren sie beschlossen hatte, nachdem sie sich von Nathan im Lift zu ihrer Wohnung fast hatte verführen lassen. Sie bedeutete ihm in etwa so viel wie jede seiner Gespielenden in den Sex Verliesen des Lanotte, womöglich weniger. Jordana zwang sich, den Blickkontakt abzubrechen. »Wenn ich mich geschmeichelt fühlen soll, dass du mich als Entschuldigung benutzen würdest, um einen unschuldigen Zivilisten abzuschlachten, dann liegst du leider falsch.« Er machte seine Donnerwolken augenschmal. »Der war nicht unschuldig, Jordana. Das könntest du mir glauben.« »Dir irgendetwas glauben?« schnaubte sie. »Ich kenne dich doch nicht mal.« Sie drehte sich um und begann wegzugehen, brauchte Raum zum Atmen, um alles zu verarbeiten, was heute geschehen war. Sie fühlte sich sterbenselend durch den Tod des Mannes, der ihr so sympathisch gewesen war, wer auch immer er wirklich gewesen war. Und sie konnte nicht leugnen, dass das Wiedersehen mit Nathan sogar unter diesen schrecklichen Umständen sie tiefer getroffen hatte, als sie zugeben wollte. So sehr es sie verletzt hatte, ihn im Lanotte mit einer anderen Frau zu sehen, so kurz nachdem er bei ihr gewesen war, schlug Jordanas Puls in seiner Gegenwart doch höher, ob sie wollte oder nicht. Sie konnte ihrem dummen Herzen einfach nicht den Wunsch verbieten, dass die Dinge gestern Nacht anders gelaufen wären, sie noch mal von vorne beginnen konnten, angefangen mit diesem leichtsinnigen ersten Kuss. Sie ging schneller, hoffte, dass sie es noch um die Ecke und zu ihrem Wagen schaffte, bevor sie von ihren Gefühlen überwältigt wurde. Während Karis und Rune zurückblieben, hörte sie Nathans lange Schritte hinter sich. Er hatte sie schnell eingeholt. »Was zum Teufel soll das heißen, du kennst mich gar nicht?« Er senkte seine tiefe Stimme zu einem vertraulichen Flüstern. »Mir will doch scheinen, letzte Nacht haben wir uns ziemlich gut kennengelernt.« Abrupt blieb sie stehen und fuhr zu ihm herum, bemühte sich, ihre Stimme so weit zu kontrollieren, dass nur er sie hören konnte. »Bitte, erinnere mich nicht an letzte Nacht.« Er blieb stehen und hob sein kantiges Kinn ein wenig. »Du bist wütend auf mich. Wegen dem, was im Lift passiert ist oder weil Bentley Squire uns unterbrochen hat und wir nicht weitermachen konnten.« Jordana stieß ein scharfes, empörtes Lachen aus. »Ich wünschte, letzte Nacht wäre nie passiert.« »Da sind wir schon zwei«, sagte er ruhig. Sein Gesicht wurde hart und ausdruckslos. Also bedauerte er es auch? Oh Gott, sie wollte sich von diesem Eingeständnis nicht so verletzt fühlen. Sie wollte nur Wut darüber spüren, dass er etwas so Unglaubliches mit ihr gemacht hatte, etwas, das sie noch nie mit einem Mann erlebt hatte, nur um sich dann umzudrehen und sein Verlangen mit einer der Profinutten im Club zu stillen. Jordana entdeckte die Brünette Prostituierte in Leder bei der Hintertür des Gebäudes, eine von mehreren Clubangestellten, die herausgekommen waren, um den Tatort zu begaffen. Unwillkürlich stellte sie sich Nathans Hände auf der Frau vor. Genauso schmerzhaft war die Vorstellung, was die Brünette wohl für ihn getan hatte, um das Geldbündel zu verdienen, das Jordana sie hatte wegstecken sehen, nachdem sie hinter Nathan aus einem der Verliese gekommen war. »Ich hätte dich nie küssen sollen«, murmelte Jordana. »Wie viel simpler wäre ihr Leben, wenn sie einfach auf dem kleinen, sicheren Pfad geblieben wäre, der ihr vorgezeichnet war? Wie viel glücklicher wäre sie, wenn sie sich nie erlaubt hätte, die Hand so leichtsinnig nach etwas so gefährlich Verführerischem auszustrecken wie dem Stammesvampir, der jetzt vor ihr stand? »Ich hätte dir nie erlauben dürfen, mich anzufassen, Nathan. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen.« Ein tiefes Knurren drang aus seiner Kehle, als er nach ihr griff. Sie wich vor seiner Berührung zurück. »Nein, nicht. Bleib weg von mir.« Er musterte sie einen Augenblick, intensiv mit seinen Sturmwolkenaugen. »Sag mir, dass es dir wirklich ernst ist, und ich gehe.« »Es ist mir ernst.« Sie zwang sich, entschlossen zu bleiben, obwohl sich in ihrer Brust eine schmerzende Kluft auftat. Sie musste es tun. Um ihrer seelischen Gesundheit willen musste sie ihn sich endlich aus dem Kopf schlagen, ihn aus ihrem Leben verbannen. »Ich will dich nicht wiedersehen, Nathan. Ich wünschte, ich hätte dich nie getroffen.« Er sagte nichts. Stand einfach in qualvollem Schweigen vor ihr. Sein unergründlicher, schneidender Blick so kalt und gefühllos wie ein Dolch. Sein Gesicht war reglos. Es war unmöglich zu entziffern, ob er über ihre Zurückweisung erleichtert oder beleidigt war. Die Wände um ihn, die sie so naiv hatte niederreißen wollen, waren wieder da, solider denn je, als sie ihn jetzt ansah, und vielleicht wuchsen sie gerade noch höher. Nathan war keiner, der andere so einfach an sich heranließ. Das hatte sie von Anfang an bei ihm gespürt. Jetzt, wo sie ihn wegstieß, würde er sie völlig ausschließen. Und sie wusste, wenn er das einmal tat, gab es für sie keinen Weg zurück zu ihm. Einer seiner Teamgefährten, Eric J.'s bester Freund Raffi, rief Nathan vom Tatort aus. »Achtung, Captain! Eine Einheit der Joint Urban Security ist aus der Innenstadt im Anmarsch. In zehn Minuten wimmelt ihr alles von Justice-Leuten!« Nathan bestätigte den Bericht, in dem er vage die Hand hob. In ausdruckslosem, entnervendem Schweigen starrte er Jordana eine gefühlte Ewigkeit lang an. Dann wandte er sich einfach von ihr ab und ging zu seinem wartenden Krieger-Team, die grausige Realität seiner finsteren Welt zurück. Nathan lehnte sich neben Raffi gegen das Patrouillenfahrzeug des Ordens und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass er immer noch über seine Konfrontation mit Jordana nachgrübelte, während er müßig zusah, wie ein Team von sechs Beamten der Joint Urban Security Task Force Initiative mit der Spurensicherung am Tatort neben dem Lanotte begann. Scheiße, er grübelte nicht, es war schlimmer. Er war stinksauer und fassungslos. Sie wünschte sich, sie hätte ihn nie getroffen? Sie hatte ja keine Ahnung. Das Beste, was sie für ihn tun konnte, war, ihn mit ihrer überheblichen Entrüstung und ihrem viel zu verlockenden Körper zu verschonen und ihm verdammt noch mal aus dem Weg zu gehen, ihm aus dem Kopf zu gehen, aus seinem Leben zu verschwinden. Und dass er eine geschlagene Stunde, nachdem sie gegangen war, immer noch an sie denken musste, frustrierte ihn nur noch mehr. Er war es nicht gewohnt, dass ihm etwas oder jemand nahe ging. Seine Ausbildung zum Jäger hatte ihn konditioniert, Ablenkungen zu ignorieren, alles abzublocken, was ihn von seinem Kurs abbringen konnte. Jedes Hindernis auf seinem Weg wurde entweder zur Seite geräumt oder zertrampelt, zurückgelassen und sofort vergessen. So überlebte er. So hatte er seine schreckliche Kindheit überlebt, seinen Verstand und seinen Körper gleichermaßen gestellt, sein Herz so gnadenlos geschmiedet wie eine Klinge. Er war ein Meister der Selbstkontrolle. Und doch hatte Jordana Gates es irgendwie geschafft, in seine innere Festung einzudringen. Wie ein kleines Wasserrinn sah, als sich einen Weg durch einen steinernen Berg bahnte, war es ihr gelungen, einen Riss zu finden und hineinzuschlüpfen. Auch wenn er es noch so sehr versuchte, sie aus seinen Gedanken zu verbannen, das wahnsinnige Verlangen nach ihr, jetzt, wo er eine erste Kostprobe bekommen hatte, er bekam sie einfach nicht aus dem Kopf. Das Beste, was sie für ihn hatte tun können, war, in berechtigter Wut davonzustürmen, entschlossen, ihn nie wiederzusehen. Und doch stand er immer noch da und grübelte. Sollte sie sich doch zu ihrem sicheren Leben mit Elliot Bentley Squire flüchten und sich sagen, dass sie noch mal haarscharf davongekommen war. Er versuchte zu ignorieren, dass jeder Muskel seines Körpers vor Begierde zuckte, jetzt sofort zu Jordana zu gehen und sie sich zu nehmen, ihr Lust zu bereiten, wie kein anderer Mann es jemals tun würde. Mit größerer Anstrengung, als er zugeben wollte, riss Nathan sich von diesen Gedanken los und konzentrierte sich aufs Hier und Jetzt. Während die meisten Mitglieder der Justice-Einheit aus Stammesvampiren und Normalsterblichen herumstanden und sich wichtig machten, indem sie Anrufe tätigten und bemannte Absperrungen um den Club errichten ließen, war einer der unteren Dienstgrade mit der unangenehmen Aufgabe betraut worden, den Tatort zu fotografieren. Der Normalsterbliche Anfang zwanzig, offensichtlich ein Anfänger, hatte seit der Ankunft seines Teams vor einer Stunde schon zweimal gekotzt. Raffi kicherte leise neben Nathan, als der junge Officer unbeholfen mit seiner Kamera hantierte und sie fast in die Blutlache fallen ließ, die Cass' kopflose Leiche umgab. »Zwanzig Mäuse, dass der Neue aus den Latschen kippt, bevor er es zurück zu seiner Einheit schafft!« Während er redete, schlenderten Elijah und Jax zu ihnen herüber. »Ist doch fies, sich über den armen Menschen lustig zu machen!« Eli grinste. »Ich wette vierzig Mäuse auf den Detective bei der Tür zum Club, den Stammesvampir, der eben die Aussagen von Clubmitarbeitern und Kämpfern aufnimmt. Er reißt sich mächtig zusammen, wird uns aber schneller umkippen als der Kleine hier. Bei all dem Hämoglobin gebe ich ihm keine zwei Minuten, bis ihm die Fänge rausknallen.« Jax knurrte. »Scheiße! Wenn wir hier nicht bald wegkommen, geht's mir selber so.« Obwohl das Blut tot war und ihrer Spezies nicht mehr als Nahrung dienen konnte, gab es kaum ein Stammesvampir, der das sensorische Input der Blutlache um Cassian Gray's Leiche lange ignorieren konnte. Sogar Nathan spürte, dass seine Fänge sich ausfuhren und seine Pupillen sich zu Schlitzen verengten, als er die kopflose Leiche auf dem dunklen, nassen Asphalt anstarrte. Aber Blutdurst war heute Nacht nur ein Teil seines Problems. Der Hauptgrund für seine gefährliche Stimmung lag jetzt vermutlich wohlbehalten in den Armen eines anderen Mannes. Bei diesem Gedanken stieß Nathan ein Knurren aus. Die ungezügelte Aggression, die in diesem Knurren lag, lenkte die Aufmerksamkeit seines Teams auf Nathan. »Bist du okay, Captain?« fragte Raffi. »Nein«, murmelte Nathan. Ohne den Grund für seine miese Laune zu nennen, zeigte er mit dem Informationsquelle zu den Atlantiden überhaupt gewesen sein. Raffi nickte grimmig. »Stimmt. Aber dieser Mord hat uns trotzdem eine Frage beantwortet. Leute, mit wie vielen Enthauptungen haben wir sonst im Schnitt zu tun?« Eli hob eine Braue. »Außer Crows kleinem Unfall mit dem Helikopterrotor auf dem Dach in DC letzte Woche mit Null.« »Hier wollte jemand ein Statement abgeben«, schlug Jax vor. Nathan musste ihm zustimmen. Wie wir schon vermutet haben, war Cass kein Mensch, und wer immer ihn ermordet hat, wusste das offensichtlich auch. Raffi suchte seinen Blick in der Dunkelheit. »Aber wer würde Cass ermorden wollen? Opus Nostrum? Oder jemand, den Cass mit seinen geschäftlichen Machenschaften im Lanotte verärgert hat? Der Mann hat heute eine Menge Geheimnisse mit ins Grab genommen.« »Wer ihn ermordet hat, hatte vielleicht selbst ein Geheimnis zu wahren«, fügte Eli hinzu. Nathan starrte auf das Gemäzel auf dem Boden und ließ sich alle beunruhigenden Möglichkeiten durch den Kopf gehen. Jemand wusste, was er war und wie er getötet werden konnte. Das war eine Exekution, aber das sagt uns trotzdem noch nicht, warum. Und da war noch eine andere Frage, die an Nathan nagte. »Was zur Hölle hatte Cassian Gray heute im Kunstmuseum gewollt?« »Dass der Bastard nur wenige Stunden vor seiner Ermordung dort gewesen war, war verdächtig genug. Aber dass er hingegangen war, nur um mit Jordana über Kunst zu plaudern, wo er doch solche Angst hatte, entdeckt zu werden, dass er sein Äußeres verändert und sich vor fast einer Woche von seinem Club und Personal abgesetzt hatte. Was hatte er im Museum gewollt? Es ergab einfach keinen Sinn, dass er kostbare Zeit verschwenden und seine Entdeckung riskieren würde, nur um ausgerechnet dort hinzugehen. Genauso wenig gefiel Nathan, dass Jordana offenbar die letzte Person war, die Cass lebendig gesehen hatte. Was hatte er von ihr gewollt? Denn Nathan war sich verdammt sicher, dass nicht der Zufall den untergetauchten Club-Eigentümer in Jordanas Ausstellung geführt hatte. Er hatte einen Grund gehabt, dort hinzugehen. Sie wusste es vielleicht nicht, aber Cassian Gray musste heute etwas bei ihr gelassen haben. Er musste irgendetwas getan, irgendetwas gesagt haben, und Nathan war fest entschlossen, herauszufinden, was es war. Und wenn er das wollte, wer sagte ihm, dass Cass' Mörder nicht gerade genau dasselbe tat? Er konnte Jordana bereits im Visier haben, verdammt! Wenn Cass Jordana in Gefahr gebracht hatte, ob unabsichtlich oder sonst wie! Bei dem Gedanken durchzuckte Nathan mörderische Wut, ein tiefer Instinkt, diese Frau aus den dunklen Häfen zu beschützen. Die Wildheit dieses Gefühls, auf das er absolut kein Recht hatte, verblüffte ihn. Aber seine Wut richtete sich auch gegen sich selbst. Er hatte Jordana heute Nacht einfach gehen lassen. Scheiße, er hatte sie praktisch weggeschickt. Schlimm genug, dass er seinen Kriegerverstand von Eifersucht und verletztem Stolz hatte trüben lassen und deshalb versäumt hatte, eine potenzielle Informationsquelle zu befragen. Aber dadurch, dass er Jordana erlaubt hatte, den Tatort zu verlassen, hatte er sie völlig ohne Schutz gelassen, falls Cass' Killer die Schritte des Atlantiden zum Museum zurückverfolgte. Dieser logisch denkende Teil von ihm, der ihm vorhin gefehlt hatte, erinnerte ihn jetzt daran, dass Jordana vermutlich einen Stammesvampir an ihrer Seite hatte, der sie vor drohenden Gefahren beschützte. Sie hatte ihren quasi-Gefährten, eine Entscheidung, die sie letzte Nacht selbst getroffen hatte. Als ob Elliot Bentley Squire fähig wäre, eine Frau wie Jordana zu beschützen. Sie brauchte einen besseren, einen stärkeren Mann. Die Art Mann, der notfalls sein Leben für sie aufs Spiel setzte. Die Art Mann, die sich letzte Nacht auf Nathan gestürzt und ihn zu Brei geschlagen hätte für die Freiheiten, die er sich im Lift bei ihr herausgenommen hatte. Nathan knurrte leise, sagte sich, dass das Gefühl von Dringlichkeit, das ihm jetzt durch die Adern schoss, sich mehr darauf bezog, eine potenzielle Zeugin des Ordens zu beschützen, als sich selbst zum persönlichen Bodyguard der Frau zu ernennen, die er gegen seinen Willen so wild begehrte. Die Frau, die erst vor kurzem erklärt hatte, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, und das mit Recht. Als die Justice-Beamten den Tatort räumten und die Leiche wegbrachten, befahl Nathan, seinem Team sich wieder im Hauptquartier zurückzumelden. Dann drehte er sich um und stapfte über den dunklen Asphalt davon. Raffi spurtete hinter ihm her. »Was ist los?« »Jordana«, erklärte Nathan knapp. »Sie war die Letzte, die Cass lebendig gesehen hat.« »Himmel«, murmelte Raffi, »bist du sicher? Woher weißt du das?« »Sie hat's mir gesagt.« »Cass ist heute Nachmittag im Museum aufgetaucht. Sie hat mit dem Scheißkerl geredet.« Raffi runzelte die Stirn. »Worüber? Was zur Hölle hat er da verloren?« Nathan ging weiter. »Das will ich herausfinden.« »Du meinst wir«, sagte Raffi. »Wir. Der Orden. Wir melden das dem Hauptquartier und lassen sie über das weitere Vorgehen entscheiden.« Als Nathan nicht antwortete, packte Raffi ihn an der Schulter. »Jordana Gates ist eine Zivilistin und jetzt eine potenzielle Informationsquelle, Nathan. Du kennst das Protokoll für solche Fälle.« »Ja, scheiße, das kannte er.« Er kannte das Protokoll und die Dienstvorschriften des Ordens in- und auswendig. Hölle noch mal, er war fast sein ganzes Leben lang eine wandelnde Dienstvorschrift gewesen. Aber jetzt tat er trotzdem das genaue Gegenteil von dem, was ein Krieger in seiner Situation zu tun hatte. »Ich werde verrückt«, murmelte Raffi. »Sie bedeutet dir wirklich was?« Nathan hatte nicht die Geduld, es zu leugnen, und sein Freund hätte ihm sowieso nicht geglaubt. Alles, worauf es jetzt ankam, war, zu Jordana zu gehen und sich davon zu überzeugen, dass sie in Sicherheit war. »Verdammt, Nathan, du weißt, dass ich die Pflicht habe, das zu melden.« Nathan ging schneller. Er hörte Raffi hinter sich noch leise und ungläubig fluchen. Dann verschwand er in der Dunkelheit. In der Küche begann der Teekessel zu pfeifen. Jordana saß auf ihrem Sofa und wischte sich die Tränen von den Wangen. Das Happy End der romantischen Komödie, die sie eben gesehen hatte, hätte ihr eigentlich nur ein Lächeln oder einen befriedigten Seufzer entlocken sollen. Aber als der Abspann lief, war sie kurz davor, in bitteres Schluchzen auszubrechen. Nicht wegen des Films. Sie war heute Abend völlig verstört nach Hause gekommen. Ein langes Bad hatte ihre Nerven etwas beruhigt, aber wahrscheinlich würde sie die Erinnerung an das, was sie heute vor dem Lanotte gesehen hatte, für den Rest ihres Lebens verfolgen. So unerklärlich es auch war, sie hatte um Mr. Cashin geweint, um Cashin Grey oder wie auch immer sein wirklicher Name lautete. Noch nie in ihrem Leben war sie dem Tod so nahe gewesen, und sie fand es schrecklich, dass der nette Mann, mit dem sie sich unterhalten hatte, ein so sinnloses, brutales Ende gefunden hatte. Egal, womit er offenbar seinen Lebensunterhalt verdient hatte. Der seltsame Fremde, den Jordana in der Ausstellung getroffen hatte, hatte auf sie den Eindruck eines anständigen, interessanten Menschen gemacht. Was er getan haben konnte, um einen solch grausigen Tod zu verdienen, konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen. Schniefend stand Jordana vom Sofa auf und ging barfuß in die Küche hinüber, um den Teekessel vom Herd zu nehmen. Nach ihrem langen Bad hatte sie einen lavendelfarbenen Seidenpyjama angezogen. Unter dem lose gebundenen Bademantel fühlten sich Tanktop und Shorts kühl auf ihrer nackten Haut an, als sie durch die leere Wohnung ging. Carys und Rune hatten vor kurzem nach ihr gesehen, praktisch darauf bestanden, dass sie mit ihnen kam und nicht alleine im Penthouse herumsaß. Aber Jordana hatte es so haben wollen, hatte Zeit für sich gebraucht. Trotzdem spürte sie jetzt einen plötzlichen Anflug von Sehnsucht nach ihrer Familie, nach ihrem Vater, der sie beruhigend und beschützend in die Arme nahm. Martin Gates würde sie jederzeit in seinem dunklen Hafen willkommen heißen, das wusste sie. Aber sie wusste auch, dass wenn sie jetzt nach Hause ging, ihr Vater sie nur dazu überreden wollen würde, wieder ganz bei ihm einzuziehen. Und das war ein Gespräch, das sie nicht noch einmal mit ihm führen wollte, schon gar nicht heute Nacht. Wenn er erfuhr, wo sie gewesen und was passiert war, würde er sich nur schreckliche Sorgen machen. Obwohl der wohlhabende Stammesvampir sie als Baby zu sich genommen, selbstlos als seine Tochter aufgezogen und ihr alles gegeben hatte, was sie sich im Leben nur wünschen konnte, konnte Martin Gates sich einfach nicht an den Gedanken gewöhnen, dass Jordana mittlerweile eine erwachsene Frau war. Sie war fast 25 Jahre alt, und trotzdem wollte er immer noch ihr Leben kontrollieren, als wäre sie ein Kind. Oh Gott, ihr Geburtstag! Jordana schenkte sich eine Tasse Tee ein und stöhnte beim Gedanken an den Fonds, den sie in wenigen Monaten bekommen würde. Eine Belohnung, die ihr Vater ihr dafür in Aussicht stellte, sich einen Gefährten zu erwählen und eine Familie zu gründen, solange dieser Gefährte der Stammesvampir seiner Wahl war. So gerne sie sonst zu ihrem Vater ging, wenn sie es heute Nacht tat, würde er ihr nur Vorhaltungen machen, wie enttäuscht er von ihr war, weil sie einen guten Mann wie Elliot zurückgewiesen hatte. Jordana musste beginnen, ihren eigenen Weg zu gehen. Eine Beziehung zu beenden, die sie nicht wollte und die sie nicht von ganzem Herzen eingehen konnte, war ein guter Anfang gewesen. Ihre gefährlichen Gefühle für Nathan zu stoppen, war ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ein guter, vernünftiger Schritt. Nur, dass sie Nathan heute gesagt hatte, dass sie ihn niemals wiedersehen wollte, hatte absolut nichts an ihren Gefühlen für ihn geändert. Sie konnte nicht leugnen, dass sie sich von ihm angezogen fühlte. Nach der Lust, die er ihrem Lift bereitet hatte, gierte ihr verräterischer Körper nach mehr. Aber noch schlimmer als ihr körperliches Bedürfnis war ihr emotionales Interesse an ihm. Er faszinierte sie. Er frustrierte sie und machte sie wütend. Er verwirrte und entflammte sie, weckte in ihr eine Gier nach Dingen, die sie kaum zu denken und schon gar nicht zu tun wagte, außer mit ihm. Und er hatte sie auch mehr verletzt als jemals jemand zuvor. Ein Schmerz, der sie nicht so hätte überraschen, sie nicht so tief hätte verwunden sollen. In nur wenigen Tagen hatte sie mehr für Nathan empfunden als für Elliot in all den Jahren, die sie ihn kannte. Alles an Nathan war intensiv, von seinem gutaussehenden Gesicht und seinen düsteren Sturmwolkenaugen zu der verführerischen Macht, die er ausstrahlte, so gefährlich wie seine dunkle Vergangenheit als Jäger. Und sie musste wirklich eine absolute Idiotin sein, sich vorzustellen, dass sie ihm nahe kommen konnte, ohne sich zu verbrennen. Zum Glück war sie zur Vernunft gekommen, bevor sie etwas wirklich Dummes gemacht hatte, wie ihn in ihr Bett zu lassen. Oder noch schlimmer, in ihr Herz. Zu spät. Nein, ist es nicht, protestierte sie murmelnd gegen ihre allzu klare, allzu wissende innere Stimme. Aber verdammt, sie hatte recht. Es war zu spät, so zu tun, als wäre zwischen Nathan und ihr nichts vorgefallen. Nur dumm, dass es nur ihr so ging. Jordana nahm einen Schluck von ihrem Tee und zog angesichts des bitteren Geschmacks eine Grimasse. Sie rührte einen großen Löffel Zucker hinein und blickte grimmig in den wirbelnden Dampf, der von der Tasse aufstieg. Wie auch immer, jetzt ist er weg, also was soll's. Mit der Teetasse in beiden Händen ging Jordana aus der Küche zurück in ihr Wohnzimmer und kollidierte fast mit einem 1,90 großen Mann in schwarzem Leder. Vor Schreck glitt ihr die Tasse aus den Händen. Nathan fing sie auf und verzog keine Miene, als ihm der heiße Tee über die starken Finger schwappte. Jordana blickte in stürmische Augen unter rabenschwarzen Brauen. Bei seinem Anblick überrollte sie eine Flutwelle von Emotionen. Aber das Erste, was ihr auf die Zunge kam, war Empörung. Was glaubst du eigentlich, was du hier machst? Der verdammte Kerl blinzelte nicht einmal. Beweisen, dass ich recht habe, antwortete er, und sein tiefes Knurren tat schlimme Dinge mit ihrer Pulsfrequenz. So schnell kann's gehen, eben fühlst du dich noch völlig sicher und schon tust du deinen letzten Atemzug. Jordana hob das Kinn. Ich habe dir gesagt, dass ich dich nie wiedersehen will. Ja, hast du. Er hätte genauso gut mit seinen massigen Schultern zucken können. So wenig schien ihm das zu kümmern. Wie konnte er es wagen, ihre Wünsche einfach zu ignorieren? In meine Wohnung einzubrechen ist wohl kaum das, was ich mit von mir fernhalten bezeichnen würde. Wieder keine Reaktion. Aber als er ihre dampfende Teetasse auf dem Couchtisch neben ihnen abstellte, flackerte sein finsterer Blick kurz an ihr vorbei zur Küche. Ist jemand bei dir? Komme ich mal wieder ungelegen? Was? Sie runzelte die Stirn, unsicher, was sie von der Bemerkung halten sollte. Dachte er etwa, dass Elliot bei ihr war? Es ist niemand bei mir. Warum? Du hast eben mit jemandem geredet, als ich hereingekommen bin. Oh Gott! Sie hatte selbst Gespräche geführt, versucht sich einzureden, dass sie Nathan nie wiedersehen wollte. Und jetzt war er hier, stand vor ihr, mitten in ihrer Wohnung, befragte sie wie ein eifersüchtiger Liebhaber und sorgte dafür, dass ihr Blut wie ein Lauffeuer durch ihre Adern raste. Ich bin allein hier. Als ob dich das was angeht, fügte sie hinzu und versuchte erfolglos, wütend auf ihn zu sein, während ihr Atem unter seinem düsteren Blick und seiner körperlichen Präsenz schnell und flach wurde und ihr Herz zu rasen begann. Sie verschränkte die Arme, wie um die begierige Reaktion ihres Körpers auf ihn zu bremsen. Was willst du, Nathan? Sein Mundwinkel zuckte leicht, mehr finstere Miene als Lächeln. Ich bezweifle, dass Sie das wirklich wissen wollen, Miss Gates. Spielte er mit ihr? Gab ihr Unbehagen ihm etwa einen Kick, so wie er sich andere Kicks von den Frauen im Lanotte holte? Jordana schluckte. Halb versucht, ihn danach zu fragen. Aber in diese Falle durfte sie nicht gehen. Sie bedeutete ihm nichts, das hatte er letzte Nacht klar genug demonstriert. Du musst jetzt gehen, Nathan. Ich habe kein Interesse an deinen Spielen, und ich weiß es absolut nicht zu schätzen, dass du in meine Wohnung eingebrochen bist. Ich spiele keine Spiele, antwortete er kühl. Und ich bin auch nicht eingebrochen. Ich bin von der Straße auf den Balkon gesprungen. Die Schiebetür war nicht verriegelt, was mir nur zeigt, dass ich recht habe. Du bist hier nicht sicher. Ich hätte genauso gut derjenige sein können, der heute Nacht Cashin Grey getötet hat. Oh Gott! Sie war doch nicht wirklich in Gefahr, oder? Ein Angstknoten bildete sich in ihrem Magen, als sie zur Balkontür auf der anderen Raumseite hinübersah. Die große Glastür war jetzt sicher verriegelt. Sie sah wieder zu Nathan hinüber, hasste es, ihm jetzt auch noch dankbar sein zu müssen. Ein Punkt mehr auf der Liste ungewollter Gefühle, die sein unangekündigter Besuch in ihr auslöste. Hast du mich denn noch nicht genug gequält? Sie ging weg von ihm, brauchte plötzlich räumliche Distanz, um nicht dem Drang nachzugeben, sich an seinen warmen Körper zu schmiegen. Du hättest nicht einfach hier hereinplatzen und mich fast zu Tode erschrecken dürfen. Es war nicht meine Absicht, dich zu erschrecken, Jordana. Einen Augenblick schwieg er, und dann fragte er leise, aber fordernd, »Was meinst du damit? Ich habe dich genug gequält.« Vergiss es. Diesen dummen Versprecher würde sie ihm nicht erklären. Wenn er nicht wusste, welche Wirkung er auf sie hatte, seit sich ihre Wege zum ersten Mal gekreuzt hatten, dann würde sie ihre Gefühle für ihn eben mit ins Grab nehmen. »Ich will, dass du gehst.« Ohne sich nach ihm umzusehen, marschierte sie barfuß durchs Wohnzimmer zum Vestibül, wo der private Lift der Penthouse-Wohnung war. Der Lift, in dem Nathan ihr vor weniger als vierundzwanzig Stunden den intensivsten Orgasmus ihres Lebens beschert hatte. Gott, daran durfte sie jetzt gar nicht denken. »Ich habe dir heute Abend gesagt, dass ich dich nicht wiedersehen will, Nathan.« »Ja, hörst du.« Jetzt stand er direkt hinter ihr, so nahe, dass sie seinen riesigen Körper spüren konnte, der Hitze und angespannte maskuline Kraft ausstrahlte. Die dünne Seide ihres Morgenmantels und Pyjamas bot ihr keinen Schutz. Ihre Haut fühlte sich vom Kopf bis zu den Füßen nackt und versenkt an, jedes Nervenende prickelte vor Verlangen. Alles weiblich in ihr war hellwach und reagierte auf ihn. »Ich weiß, dass du das gesagt hast, Jordana. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, hier zu sein.« Er fluchte leise. Dann legte er ihr seine starken Hände auf die Schultern und drehte sie langsam zu sich herum, bis sie ihn ansah. »Aber als Cashen Grey beschlossen hat, einige der letzten Stunden seines Lebens mit dir zu verbringen, hat er dich in den Fokus meiner Ermittlungen für den Orden gestellt. Jordana erstarrte unter seinen Händen, konnte aber nicht die Kraft aufbringen, sich von ihm loszureißen.« »Also, bist du rein dienstlich hier, ja?« »Ich denke, das wissen wir beide besser,« antwortete er ruhig, so unerträglich arrogant. Aber er trat näher an sie heran, und angesichts der Hitze seines Körpers und des würzigen Dufts nach Leder und Mann hätte sie beinahe lustvoll aufgesäufzt. Er hielt seine glühenden Augen unverwandt auf sie gerichtet, als er bis auf einen Zentimeter an sie herankam. In den unergründlichen, blaugrünen Tiefen seiner Augen blitzten bernsteinfarbene Lichtfunken. Sein sonst so undurchdringliches Gesicht war grimmig und entschlossen, seine Wangenknochen wirkten kantiger unter dem Schein seiner hypnotisierenden Augen. Als sie zu ihm aufsah, begannen seine Pupillen sich zusammenzuziehen, und hinter seinen vollen Lippen wurden die Spitzen seiner Fänge sichtbar. Das Verschlungene, der Maglyphenmuster an seinem Hals, das sich im Nacken in seinem schwarzen Haarschopf verlor, begann sich mit changierenden Farben zu füllen, Indigo und Gold. Nathan war zwar als Jäger geboren und ausgebildet, aber er war auch ein Stammesvampir, und weder seine Vergangenheit noch seine eiserne Disziplin konnten das Verlangen unterdrücken, das Jordana jetzt in seiner Transformierung sah. Die Hände immer noch auf ihren Schultern kamen noch näher, bedrängte sie mit seinem köstlich warmen Körper und seinem Duft. Ich bin alles andere als offiziell oder dienstlich hier. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du derzeit meine beste potenzielle Informationsquelle zu Cass' letzten Stunden bist. Ich muss alles wissen, was er zu dir gesagt hat, alles, was er getan hat, als er im Museum war. Du hast mich heute schon verhört, erinnerte sie ihn. Seine Nasenlöcher weiteten sich, seine Augen blitzten heller. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verhören, Jordana. Warum dann? Um mich davon zu überzeugen, dass du okay bist. Seine Miene spannte sich an, als er sie von Kopf bis Fuß in Augenschein nahm, wild und sanft zugleich. Er stieß einen leisen Fluch aus. Ich musste einfach wissen, dass du in Sicherheit bist und traue keinem anderen zu, das für mich zu übernehmen. Scheiße, Jordana, ich will nicht, dass dir jemand wehtut. Er wollte nicht, dass ihr jemand wehtat? Jordana starrte zu ihm auf. So sanft seine Worte waren, so sehr sie seiner besorgten Stimme Glauben schenken wollte, konnte sie doch ein leises, spöttisches Schnauben nicht unterdrücken. Ich bin nicht deine Verantwortung, Nathan. Es ist nicht dein Job, dich um mich zu kümmern. Nein, ist es nicht. Aber bei Gott, ich werde dich beschützen, egal wessen Job es ist, ob es dir gefällt oder nicht. Es gefiel ihr nicht. Zumindest versuchte sie, sich das einzureden, als er sie in seinen starken Händen hielt und sie mit seinen blitzenden Augen so besitzergreifend ansah. Sie wollte sich nicht freuen über den wilden Hunger, den sie in seiner Miene aufflammen sah, wollte nicht so brennen vor Verlangen, seine Lippen auf ihren zu spüren, während er sie in seinem Griff gefangen hielt. Ihre flachen Atemzüge vermischten sich mit seinen heißen. Ihr Herz dröhnte wild, während seines so hart und regelmäßig schlug wie eine Trommel. Er sagte all die richtigen Dinge und verhielt sich, als ob sie ihm wirklich etwas bedeutete. Verschlang sie mit den Augen, als gehöre sie ihm. Aber sie gehörte ihm nicht. Sie konnte ihm nicht gehören, nicht, wenn sie sich nicht das Herz brechen lassen wollte. Ihre Welten waren zu unterschiedlich, das hatte sie erst letzte Nacht gesehen. Und egal, wie sehr sie ihm gerade glauben wollte, dem Vertrauen wollte, was er mit Worten, Händen und Augen sagte, klammerte Jordana sich an den winzigen Rest ihrer Vernunft, der sie warnte, dass gerade er sie mehr verletzen konnte als jede andere potenzielle Gefahr. Sie senkte den Kopf, und der Seufzer, der ihr entfuhr, kam als gequältes Stöhnen heraus. »Du hast kein Recht, das mit mir zu machen, Nächsten. Du kannst nicht einfach in meine Wohnung eindringen und solche Dinge zu mir sagen. Du hast kein Recht, dich zu meinem Beschützer zu ernennen. Du bist gar niemand für mich.« »Das ist wahr«, antwortete er. Aber statt sich von ihr zurückzuziehen, kam er noch ein Stück näher. Dann nahm er eine Hand von ihrer Schulter und streichelte ihr mit den Fingern so zart über das Gesicht, dass es ihr schier den Atem und Verstand raubte. Seine Hand wanderte langsam tiefer, ihren Hals entlang und an den Ärmel ihres seidenen Bademantels hinunter. »Das stimmt alles, Jordana. Ich habe gar keine Rechte an dir.« Und doch hämmerte ihr Puls in ihren Adern, als sie zu ihm aufsah. Hitze stieg über ihren Hals in ihre Wangen und entzündete sich zwischen ihren Beinen. Das schwere Pulsieren in ihren Adern war nichts im Vergleich zu dem zwischen ihren Schenkeln. Ihr Geschlecht schmerzte vor Verlangen, das sich wie eine Flutwelle durch ihre Glieder ausbreitete, sodass ihre Knie nachzugeben drohten. Er lehnte sich noch näher an sie, sein Mund ganz nah an ihrem Ohr. »Sag mir, womit ich dich gequält habe.« Sie schüttelte den Kopf, mehr schaffte sie nicht als Antwort, als er mit der freien Hand nach der seidenen Kordel ihres Bademantels griff. »Sag's mir, Jordana.« »Ein Befehl, keine Bitte, obwohl seine tiefe Stimme weich und samtig war.« »Ich habe dich gequält. Das hast du gesagt. Jetzt sag mir, was du damit gemeint hast.« »Nein«, keuchte sie verzweifelt. Sie wollte nicht erklären, wie sehr sie letzte Nacht verletzt hatte, nachdem er ihr so viel Lust bereitet hatte. Es war zu demütigend, zuzugeben, wie leicht sie zu verletzen war. Oder dass sie zu unerfahren für die extremen Sexpraktiken war, die er offenbar bevorzugte. Sie wollte dieses behütete, unschuldige Mädchen nicht sein, nicht mit ihm. Und das machte sie wohl zu einer noch größeren Idiotin. Geschickt löste er den Knoten der Kordel. Dann wandte er sich die beiden Enden um die Faust und zog sie zu sich heran, bis ihre Körper sich berührten. Ihre Brüste schmiegten sich an seine harten Brustmuskeln, und weiter unten drückte sein muskulöser Oberschenkel ihre Beine auseinander und presste sich hart gegen ihr heiß pulsierendes Geschlecht. »Wie habe ich dich gequält, schöne Jordana!« Als sie versuchte, den Blick abzuwenden, nahm er ihr Kinn mit seiner anderen Hand und zwang sie, ihn anzusehen. »Du willst es mir nicht sagen.« Als sie schwach und wortlos den Kopf schüttelte, blitzte in seinen Augen bernsteinfarbenes Feuer auf, und ein gefährliches Lächeln umspielte seinen grimmigen Mund. »Dann muss ich raten. War es, als ich dich geküsst habe? So.« Er beugte sich vor und küsste sie, brachte ihr atemloses Keuchen mit einem so tiefen und fiebrigen Kuss zum Verstummen, dass sie vor Lust fast zu einer Pfütze auf dem Boden zerfloss. Er schob seine Zunge an ihren Zähnen vorbei in einem Rhythmus, von dem sich ihre Hüften wie von selbst zu bewegen begann, willenlos dem Ruf eines Urtriebs folgend. Das waren keine Qualen, erst als er sich abrupt von ihr zurückzog. »Oder war es, als ich dich berührt habe?« fragte er und zog sie an der Kordel näher zu sich heran. Gleichzeitig schob er die andere Hand in ihren Bademantel und unter ihr loses Pyjama-Oberteil. Er nahm ihre nackte Brust in seine heiße Handfläche, streichelte sie und kniff in ihre harte Brustwarze. Unter dem lustvollen Schmerz schlug Jordana die Zähne in die Unterlippe, ihr Körper erschauerte vor Aufregung. Oh Gott, sie konnte es kaum ertragen, das düstere Verlangen, das er in ihr entfachte. Sie war schon halb wahnsinnig vor Lust, als er ihre Brust losließ und über Rippen und Bauch nach unten strich. Der Gummizug ihrer Seidenschorts leistete ihm keinen Widerstand. Seine Finger tauchten zwischen ihre Schenkel und in ihr glitschiges, nasses Geschlecht. War es das gestern Nacht? Meine Hände auf und in dir, meine süße, nasse Jordana? Er massierte ihre geschwollene Klitoris, und sie stöhnte hemmungslos auf. Sag mir, dass es dir gestern mit mir keinen Spaß gemacht hat. Sag mir, es waren Qualen, solche Qualen, dass du dich sofort in die Arme eines anderen Mannes gestürzt hast. Ist es nicht so? Nein, keuchte sie, zu sehr an die Lust verloren, um es jetzt noch zu leugnen. Nein, das stimmt nicht. Du hast das gemacht, die jemand anders gesucht, nicht ich. Er fuhr so abrupt zurück, als hätte sie ihn geschlagen, und machte argwöhnisch und fragend die bernsteingelben Augen schmal. Ich habe was? Du bist zurück ins Lanotte, antwortete sie, immer noch keuchend. Ihr Körper pulsierte weiter vor Verlangen. Sie wollte nicht, dass er aufhörte, aber es war zu spät. Nathan starrte sie mit zusammengebissenen Zähnen in finsterem, gefährlichem Schweigen an. Er ließ die Enden der seidenen Kordel los. In der plötzlichen Stille spürte Jordana auf einmal eine Kältewelle anstelle der Hitze, die sie vor einem Augenblick noch so genossen hatte. Ich weiß, dass du in die Sadomaso-Verliese im Club gehst, sagte sie lahm. Ich weiß, was du dort machst. Er versuchte nicht, es zu leugnen, was immerhin eine kleine Erleichterung war. Hat Ron dir das gesagt? Jordana schüttelte den Kopf. Ist doch egal, woher ich es weiß. Ich wünschte nur, ich hätte es gewusst, wie austauschbar ich für dich bin, bevor ich dir gestern erlaubt habe, mich anzufassen. Sie stieß ein sarkastisches Lachen aus. Aber das wusste ich heute und habe dich trotzdem herangelassen. Wovon redest du? fragte Nathan, seine tiefe Stimme klang wie ein wütendes Donnergrollen. Wie zur Hölle kannst du sagen, dass du für mich austauschbar bist? Du warst bei einer der Profinoten des Clubs, nachdem du mich gestern Nacht mit Elje zurückgelassen hast. Ich habe dich gesehen, Nathan. Das meine ich mit Quallen. Sie versuchte, sich von ihm wegzudrehen, aber er packte sie, gab ihr keine Chance. Willst du damit sagen, dass du dort warst? Wann? Was genau hast du gesehen, Jordana? Dich. Zusammen mit ihr, der Brünetten, stieß sie hervor, froh, dass sie den Namen der Frau nicht kannte, weil sie sonst womöglich noch eifersüchtiger und verletzter klingen würde. Du warst mit ihr in einem der privaten Verliese. Du hast ihr eine Menge Geld gegeben, und dann seid ihr zusammen herausgekommen. Er hörte zu, jetzt ruhiger, als sie erwartet hätte. Er sagte nichts, aber als sie redete, begann sich seine Züge merklich zu entspannen. Sein eckiger Kiefer war immer noch starr, aber er biss nicht mehr mit aller Kraft die Zähne zusammen. Du hast recht, Jordana. Ich habe letzte Nacht eine der Prostituierten im Lanotte mit in ein Verlies genommen und sie für ihre Dienstleistung bezahlt, wie du es gesehen hast. Jordana starrte zu ihm auf. Hatte sie wirklich gedacht, es würde ihre Gefühle schonen, wenn er sie nicht anlog? Dass er das alles so lässig zugab, ihr jedes Detail bestätigte, wollte ihr fast das Herz brechen. Ich denke, du gehst jetzt besser, Nathan. Ich hoffe, du respektierst meine Wünsche und kommst nicht mehr wieder. Er schüttelte unmerklich den dunklen Kopf. Nein. Jordana runzelte die Stirn. Ich will dich aus meiner Wohnung haben. Nein, willst du nicht. Er hatte seine Hand immer noch um ihr Handgelenk geschlossen. Jetzt zog er sie mit seinem muskulösen Arm an sich. Ihre Körper berührten sich wieder, seiner hart und unnachgiebig, ihrer weich und willenlos. Jordana schmolz dahin, angesichts der heißen Männlichkeit, die sich an sie presste. Du willst gar nichts in der Art, Jordana. Du willst, dass ich dir sage, dass ich mit der Normalsterblichen im Club nichts getan habe, was du gerne mit mir tun würdest. Du willst hören, dass ich sie nicht gefickt habe, dass ich dich letzte Nacht nicht so benutzt habe wie die Frauen im Lanotte, als bedeutungslose, austauschbare Lustobjekte. Lass mich los, Nathan. Das würde ich gerne. Er stieß ein scharfes, freudloses Lachen aus, und in seinen Augen blitzen neue, bernsteinfarbene Funken. Glaub mir, nichts lieber als das, Jordana. Ich würde dir gerne sagen, dass ich genau das Arschloch bin, für das du mich hältst. Ich bin nicht perfekt, das kannst du mir glauben. Ich bin von ihr weggegangen, um das, was sie angefangen hatten, mit einer anderen im Club zu Ende zu bringen. Dich zu berühren, deine enge, nasse, heiße Möse zu spüren, hat meinen Schwanz so hart gemacht, dass ich nur noch daran denken konnte, dich zu vögeln. Verdammt, ich kann auch jetzt an nichts anderes denken. Sein erigierter Schwanz drückte hart gegen ihren Bauch, pulsierte heiß durch ihre dünne Kleidung, und jeder schwere Pulsschlag ließ ihr eigenes Herz schneller rasen. Vor Verlangen zog sich ihr Unterleib zusammen, das schmerzende Verlangen zwischen ihren Beinen wurde zu heißer, flüssiger Lava. Ich bin ein Jäger, Jordana. Ich brauche keine Einladung. Ich bitte nicht um Erlaubnis. Ich jage meine Beute. Ich erobere. Dann ziehe ich weiter, ohne zurückzuschauen. So ist es für mich immer gewesen. Das ist mein Leben. Es war die kalte, gnadenlose Wahrheit, die noch grausamer klang, als er jetzt ihre Wange und ihren Hals streichelte, mit dem Daumen kleine Kreise über ihrer pulsierenden Halsschlagader zog. Ich bin kein sanfter Mann, auch im Bett nicht. Du würdest nicht mögen, was ich brauche. Als ich dich letzte Nacht verlassen habe, wollte ich mir mein Verlangen nach dir aus dem Kopf ficken, es aus mir herausbekommen. Das musste ich tun, verstehst du? Hör auf, flüsterte sie gebrochen. Trotz seiner Rauheit, trotz der Angst, die sie spüren sollte wegen allem, was er gesagt hatte und was er war, war dieses letzte Eingeständnis für sie am schwersten zu akzeptieren. Es war nur allzu leicht, sich ihn vorzustellen, wie er genau das tat, was er eben beschrieben hatte. Seinen Mund auf einer anderen Frau, seine Hände, die einer anderen Lust bereiteten, einer anderen, deren Herz wahrscheinlich nicht so töricht war wie ihres. »Ich will nichts mehr hören, Nathan. Ich kann das nicht mehr mit dir tun. Ich bin nicht wie diese anderen Frauen, die du vorziehst, die du fixt.« Das Wort fühlte sich auf ihrer Zunge fremd an. Sie hat es vor einem Mann noch nie ausgesprochen, und schon gar nicht vor einem, der ihr in den letzten vierundzwanzig Stunden mehrfach die Zunge in den Hals und die Finger zwischen die Beine gerammt hatte. Ein Mann, den sie in sich spüren wollte, mit einem Verlangen, das an hellen, reinen Wahnsinn grenzte. Nathan stieß ein tiefes, tödliches Knurren aus. »Nein, du bist nicht wie sie, Jordana.« Als sie versuchte, den Blick abzuwenden, um ihr Verlangen vor ihm zu verbergen, hob er ihr Kinn und zwang sie, ihn anzusehen. »Das wollte ich mir letzte Nacht beweisen. Ich wollte mir vormachen, dass du mir nichts bedeutest und dass mein Verlangen nach dir von einer anderen gestillt werden kann. Von jeder anderen. Das wollte ich. Aber ich hab's nicht getan. Jordana starrte ihn mit offenem Mund an, voller Angst, ihm zu glauben, voller Angst, zu hoffen. »Aber ... aber ich habe dich mit dieser Frau gesehen. Du hast selber gesagt, dass du sie für ihre Dienste bezahlt hast.« »Hab ich auch,« gab er ruhig zu. »Sie bot mir ihren Körper und ihr Blut für Geld. Aber sobald ich mit ihr ins Verlies gegangen bin, wurde mir klar, dass sie nichts zu bieten hatte, was ich wollte. Ich bezahlte sie, weil es nicht ihre Schuld war, dass ich sie zurückwies. War das sein Ernst? Die Normalsterbliche war nur seine Blutwirtin gewesen? Ein Vorgang, der in der Welt des Stammes so üblich war wie Essen gehen für diejenigen, die ohne die Gene geboren wurden, die Nathan und seiner Spezies ihre Darmaglyphen und Fangzähne gaben. Jordana überflutete bodenlose Erleichterung. Nathans verführerischer Mund kräuselte sich zufrieden und herausfordernd. »Jetzt sag mir noch mal, dass ich gehen soll.« Er legte sein Gesicht an Iris. Das raue Kratzen seiner Bartstoppeln führte dazu, dass ihr ein heißer Schauer über den Rücken fuhr. »Letzte Nacht hattest du erlebt, Bentley Squire, als Entschuldigung, dir nicht zu nehmen, was du wirklich wolltest. Er hat dich gestern vor mir gerettet, aber jetzt kann ich ihn nirgends sehen.« Mit seiner freien Hand streichelte Nathan ihre Brust. Dann fuhr er mit gespreizten Fingern zu ihrem Halsansatz, drückte ihren Kopf in den Nacken und presste ihr einen heißen, schwindelerregend sinnlichen Kuss auf die Stelle, wo ihr Puls schlug, der sich unter seiner warmen, nassen Zunge rasend beschleunigte. Er knurrte, und ganz kurz spürte Jordana die scharfen Spitzen seiner Fänge auf ihrer Haut. »Himmel!« zischte er. »Ich werde nicht aufhören, auch wenn der Mistkerl jetzt zur Tür reinkommt, Jordana. Ich will, dass er weiß, dass er dich niemals haben wird.« »Wird er auch nicht,« keuchte sie, »und er wird hier auch nicht wieder auftauchen, weil ich nämlich mit ihm Schluss gemacht habe.« Nathan erstarrte. Dann hob er den Kopf, in seinen stürmischen Augen loderte ein heller Feuerschein. »Du hast mit ihm Schluss gemacht?« Sie nickte leicht. »Letzte Nacht, direkt bevor ich dir gefolgt bin und dich im Lanotte gesehen habe.« Lange Zeit bewegte er sich nicht, sagte kein einziges Wort. Als er die Lippen öffnete, glänzten seine Fänge, die Spitzen so scharf wie Dolche. Er murmelte etwas Dunkles und Hungriges. Dann, ohne Vorwarnung oder Entschuldigung, riss er sie in seine Arme und trug sie zum Schlafzimmer. Jordana war leicht in seinen Armen, als Nathan sie zum Schlafzimmer am Ende des Flurs trug. Ein eleganter, filigraner Kristalllüster hing von der gewölbten Zimmerdecke und tauchte den Raum in weiches Licht. Darunter war Jordanas luxuriöses, breites Doppelbett, mit kuscheligen Kissen überhäuft, und darunter eine weiße Bettdecke aus duftigen Spitzen und feine, gestärkte Laken. Die Wände waren in einem ähnlichen Schneeton gestrichen, der Teppich so flauschig, dass er ihn mit seinen schwarzen Kampfstiefeln zerdrücken würde, wenn er den Raum betrat. Alles an Jordanas Privatem Allerheiligsten war weich und rein wie sie. Und er, der Eindringling, die verkörperte Finsternis, würde bald beides beflecken und schänden. Als Nathan über die Schwelle in ihr Schlafzimmer trat, erkannte er, dass es jetzt ums Ganze ging. Jordana konnte aus seinen Armen springen und sich im Raum verbarrikadieren. Oder er konnte sie zu Boden lassen und einen Abgang machen. Weglaufen? Hölle, ja! Das war genau das, woran er eben dachte. Zugegebenermaßen nicht zum ersten Mal, seit er diese Frau kannte. Der Gedanke starb sofort, fiel der Vergessenheit anheim, als Jordana statt zu kämpfen, um sich aus seinen Armen zu befreien, den Kopf drehte und ihr Gesicht an seinem Hals und seiner Schulter vergrub. Himmel! Das Gefühl, ihr so nahe zu sein, war faszinierend. Es traf ihn wie ein Blitzschlag, war unmöglich zu ignorieren. Und auch verwirrend. Er wusste nicht, was er mit ihrem feuchten Atem an seinem Hals anfangen sollte. Die Berührung war zu intim, zu zärtlich, zu ehrlich und vertrauensvoll. Es war noch nicht zu spät, die Sache zu stoppen, warnte ihn sein Verstand. Doch sein Körper hatte andere Ideen. Sein Blut hämmerte ihm durch die Adern, und sein Schwanz drängte sich noch fordernder gegen die zunehmend enge Drillichhose. Seine Lust wetteiferte nun darum, die Kontrolle über die Situation zu übernehmen und hatte nicht vor, einen Rückzieher zu machen. Jordana schmiegte ihr Gesicht enger an ihn, in ihrer Unschuld völlig ahnungslos, welche Wirkung sie auf ihn ausübte. Ihr Duft erfüllte seine Nase, narkotisierte ihn mit dem Duftgemisch von Vanilleseife, die sie im Bad benutzt haben musste, und dem noch berauschenderen Parfüm, das einfach Jordana war. Sie roch warm, weich und unschuldig, und doch berauschend vom Duft ihrer Erregung. Wie würde ihr Körper auf seiner Zunge schmecken? Und wenn er die zarte Ader durchbiss, die so verlockend an der Seite ihres Halses pulsierte, würde das Blut der Stammesgefährte in seine Kehle hinunterlaufen wie süßer Nektar, oder würde sein Geschmack würzig und exotisch sein? Allein schon bei dem Gedanken bekam er Speichelfluss. Seine Fänge waren bereits ausgefahren, aber jetzt schossen sie sogar noch weiter aus seinem Zahnfleisch. Die langen Eckzähne pulsierten von einer noch dunkleren Begierde als die, die ihn heute Nacht so beherrschte. Nathan stellte Jordana neben ihrem Bett auf den Boden. Sein ganzer Körper vibrierte vor kaum gezügeltem Hunger. Wenn sie irgendeine andere Frau wäre, hätte er sie längst nackt und mit weitgespreizten Beinen vor sich drapiert, damit sie ihn in sich aufnehmen konnte, auf dem Bauch oder gefesselt, seine langjährige Bedingung an jede, die er fickte. Keine Küsse, keine Berührungen. Niemand, der ihn dabei beobachtete, wie er die Schwäche seines Körpers aus Fleisch und Knochen exorzierte. Er nährte sich und fickte, weil er es tun musste, aber zu seinen Bedingungen, immer unter seiner strikten Kontrolle, damit er die scharf geschliffene, gefühllose Waffe blieb, zu der man ihn gezüchtet, aufgezogen und gnadenlos abgerichtet hatte. Jordana Gates hatte alle seine Regeln gebrochen. Wenn sie irgendeine andere wäre, würde er jetzt nicht mit einem riesigen Ständer und einem Verlangen hier stehen, das an hellen Wahnsinn grenzte. Und ohne eine Ahnung, wie er beginnen sollte, was er hier heute Nacht angestoßen hatte, geschweige denn, wie er es zu Ende bringen sollte. Als er sich zu ihr neben das Bett stellte, musste sie schließlich die Gefahr gespürt haben, die von ihm ausging, denn sie wich ein paar Schritte vor ihm zurück, bis sie mit den Oberschenkeln gegen die Bettkante stieß. Sie ließ sich aufs Bett fallen und schluckte schwer, als sie zu ihm aufsah, ihr alabasterweißes Gesicht und die großen blauen Augen in den goldenen Schein seiner transformierten Augen getaucht. Du hast Angst, sagte Nathan. Seine Stimme war nur noch ein Knurren. Sie schüttelte leicht den Kopf, und ihr langes, offenes, platinblondes Haar umschwebte sie wie ein Brautschleier. Keine Angst, murmelte sie, und ihre Stimme klang irgendwie sicherer als seine. Du machst mir keine Angst, Nathan. Er knurrte, unfähig etwas zu sagen. Hitze schoss in seinen Blutstrom. Jordanas lavendelfarbener Bademantel hatte sich geöffnet und enthüllte die spärliche Kleidung, die sie darunter trug. Ihr Oberteil mit den Spaghetti-Trägern tat nichts, um die Form ihrer Brüste zu verbergen, und unter der blassen Seide zeichneten sich viel zu verlockend ihre voll aufgerichteten Brustwarzen ab. Ihre weiten Shorts auf ihren Hüften und Oberschenkeln waren nur hauchdünn. Jordanas Beine waren nackt und scheinbar endlos lang. Nathan folgte ihnen mit den Augen, nahm jeden Zentimeter der makellosen Haut in sich auf. Er konnte hören, wie ihr Atem sich beschleunigte, sah, wie ihr Brustkorb sich heftig hob und senkte, sah das hektische Klopfen ihres Pulses in der Grube über ihrem Brustbein. Sein eigener Atem ging keuchend, die Luft zischte durch seine Zähne und ausgefahrenen Fänge. »Ich kann das nur auf eine Art machen. Wenn ich die Kontrolle habe,« sagte er, ob dürftige Entschuldigung oder Warnung, wusste er selbst nicht genau. »Vertraust du mir, Jordana?« »Ja.« Kein Zögern, kein Schwanken in ihrer Stimme oder in ihren wunderschönen, mutigen Augen. Nathan fluchte leise. Er kam näher ans Bett, versuchte dem Drang zu widerstehen, einfach über sie herzufallen. Er nahm seinen Waffengürtel ab und ließ die Dolche und sein anderes tödliches Handwerkszeug neben sich auf den Boden fallen. Das war alles, was er vorerst auszuziehen wagte. Jordana vertraute ihm vielleicht, aber das war mehr, als er für sich selbst sagen konnte. Er musste die Zügel fest in der Hand behalten. Das war er ihr für ihr Vertrauen in ihn schuldig. Er würde sich völlig auf sie konzentrieren. Nathan stellte sich zwischen ihre Beine, drängte sie, sie weiter zu spreizen und dann noch weiter. Er beugte sich vor, bis die harte Beule seiner Erektion ihr feuchtes Geschlecht streifte. Sie sah zu ihm auf, so furchtlos wie eine Göttin, so rein wie ein Engel, und im Vergleich mit ihr fühlte er sich schmutzig und unwürdig, so ruchlos und blasphemisch wie ein Dämon, der zum Beten in eine Kathedrale gekommen war. Zum ersten Mal in seinem Leben erkannte Nathan, dass er Angst hatte, Angst, ihr wehzutun, sie zu enttäuschen, dass sie plötzlich erkennen würde, wie ungeeignet er für das Geschenk ihres Vertrauens. Er streckte die Hand aus und strich ihr eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie glitt ihm seidig durch die Finger wie blasses, flüssiges Gold. »Alles an dir ist so weich«, murmelte er und wand sich die dicke, schimmernde Locke um die Hand. »Weich, aber stark.« Er ließ sie los und klemmte sie Jordana hinters Ohr, mit einer Fürsorglichkeit, die zu besitzen er nie gedacht hätte. »Heute Nacht muss ich dafür sorgen, dass du jederzeit sicher bist. Ich will nicht, dass du deine Reaktionen von mir verbirgst, egal wie minimal sie sind. Ich muss wissen, ob ich dir zu viel zumute, verstehst du?« Sie nickte. »Nein«, sagte Nathan, »sag es laut. Du musst dich deutlich ausdrücken, Jordana. Ich will nicht raten müssen, nicht dieses Mal.« Sie nickte wieder. Dann überraschte sie ihn mit einem Lächeln. »Ich habe verstanden, Nathan.« »Gut«, murmelte er, bückte sich und berührte ihre Brüste, rieb mit dem Daumen zuerst über eine Brustwarze, dann über die andere. »Ich sollte nicht dein Erster sein. Aber andererseits würde ich es nicht schaffen, beiseite zu treten und zuzulassen, dass du dich einem anderen hingibst, nicht jetzt.« »Ich will es«, flüsterte sie entschlossen. »Bitte, Nathan. Ich will dich.« Sie streckte die Hand nach ihm aus, und fast hätte sie sein Gesicht berührt. Kalte Panik ergriff ihn, und er zuckte zurück und packte ihre Hand. Die Sehnen an ihrem Handgelenk spannten sich an. Sie zog ein wenig, testete seinen Griff. Er gab nicht nach, keinen Millimeter. Unsicherheit blitzte in ihren Augen auf. »Letzte Nacht im Aufzug«, sagte er und versuchte, nicht hart zu klingen. »Da habe ich dir gesagt, dass wir das nach meinen Regeln machen.« Jetzt konnte er die Frage in ihren Augen sehen, die plötzliche Besorgnis, die in ihrem lieblichen Gesicht aufflackerte. Sie machte die Lippen schmal, und ihr Herz raste umso heftiger, als er sie eisern festhielt. »Meine Regeln, Jordana.« »Ja.« Sofort entspannte sie sich. Ihre Hände lagen locker in seinen, ihre zarten Muskeln lösten sich wieder, unterwarfen sich ihm. Er holte tief Luft und stieß sie mit einem beifälligen Knurren wieder aus. Er drückte sie rückwärts aufs Bett und ihre Arme nach oben. »Nicht bewegen. Ich will dich anschauen.« Langsam zog er sich zurück und sah sie einfach nur an. Und Jordana rührte sich nicht. Sie lag da, vorhin hingebreitet wie eine Opfergabe. Ihre nackten Schenkel waren gespreizt, warm an den Außenseiten seiner Beine. Ihre Hitze drang durch seine Drillichhosen und versenkte die angespannten Muskeln seiner Oberschenkel. Sein Verlangen flammte noch heißer auf. Er war gefährlich nahe daran, die Kontrolle zu verlieren. Oh Gott, er war es nicht gewohnt, die Dinge langsam anzugehen. Er war nicht sicher, ob er es jetzt konnte. Sie war so wunderschön, so erregend. Alles Männliche in ihm tobte von dem Drang zu nehmen, zu besitzen, zu überwältigen. Er beugte sich über sie und zog ihr den Bademantel von den Schultern, fuhr mit seiner rauen Handfläche über ihr kleines seidenes Oberteil. Ihre harten Brustwarzen reizten seine Handfläche, als er ihre Brüste streichelte. Er hätte zu gerne noch dort verweilt, doch schon ließ er seine Hand tiefer gleiten, strich über ihren flachen Bauch. Er konnte ihre Kraft in jeder Bewegung ihrer Bauchmuskeln spüren, als sie unter seinen Fingern atmete, seufzte und keuchte. Er hob den Saum ihres Oberteils, um endlich ihren nackten Körper zu berühren. Er wusste, dass ihre Haut so makellos sein würde wie der Rest von ihr, und das war sie auch, so hell und glatt wie Milch. Ihre Brüste, die sich unter der Seide so unglaublich anfühlten, waren nackt einfach perfekt, rund und fest, mit rosigen kleinen Warzenhöfen vom selben Farbton wie ihre vom Küssen geröteten Lippen. Nathans Zahnfleisch pulsierte synchron mit seinem Schwanz. Alle seine Sinne fieberten vom Drang, sich von ihr zu nähren. Er senkte das Gesicht zu ihrem Bauch und leckte langsam über ihre Haut, zog eine Spur bis hinauf zu ihrem Brustbein. Dann wagte er sich seitlich vor und fing eine ihrer Brustwarzen mit seinem Mund. Er saugte und stöhnte angesichts ihrer Süße, ihrer Reinheit, etwas, das er nie gekannt hatte. Gierig nahm er sich ihre andere Brust, seine Hand folgte dem Pfad, die seine heißen Lippen eben gezogen hatten. Jordana erschauerte unter seiner Berührung an seiner Zunge. Ihr flatternder Puls hallte in seinen Ohren wieder und schickte heißes Verlangen in seinen sowieso schon granitharten Schwanz. Als er spielerisch ihre harte Brustwarze zwischen die Zähne nahm, stockte ihr Atem, und sie hob die Hüften von der Matratze, ein wortloses Flehen nach Berührung. Nathan ließ seine Hand ihren Körper hinunter und unter den losen Bund ihrer Seidenshorts gleiten. Sie stöhnte auf, als er die Hand zwischen ihre Beine legte. Sie war nass und sengend heiß an seinen Fingern. Ihre Säfte wie flüssiger Samt. Ihre Schamlippen blühten noch weiter auf, als er sie streichelte, wurden glitschiger bei jedem Auf und Ab seiner Fingerspitzen. Das Gefühl ihrer Weichheit ließ ihn fast kommen. Seine Haut fühlte sich eng und überhitzt an. Seine Erektion drängte sich so schwer und hart gegen seine Hose, dass er kaum noch klar denken konnte. Aber so fordernd sein Verlangen nach ihr auch war, irgendein letzter Rest von Vernunft erinnerte ihn plötzlich daran, dass sie noch Jungfrau war. So verlockend sie auch war, auf die Tiefe seines Hungers war sie überhaupt nicht vorbereitet. Sie wandte sich stöhnen vor Verlangen, würde aber nicht wirklich bereit für ihn sein, bevor er ihr nicht auf die andere Seite hinübergeholfen hatte. Mit geradezu herkulischer Selbstbeherrschung wich Nathan von ihrem sinnlichen Körper zurück und zog ihr dabei langsam die Shorts herunter. Dann folgten der Morgenmantel und das Oberteil, bis sie vor seinen fiebrigen Augen völlig nackt war. Ein kehliger, heiserer Fluch entfuhr ihm. »O Himmel, du bist so schön, Jordana!« Das lahme Kompliment wurde ihr kaum gerecht, aber es war aufrichtig. Ein Blick auf ihn, seine glühenden Augen, scharfen Fänge und seinen nicht zu übersehenden Ständer, würde genügen, um ihr zu sagen, wie ihr Anblick auf ihn wirkte. Er nahm sie von Kopf bis Fuß in sich auf, taxierte sie lange und gemächlich. Ihr Gesicht war gerötet und frisch, ihre Lider gesenkt über den dunkler gewordenen blauen Augen. Er konnte praktisch sehen, wie ihr Blut durch ihre Adern schoss, konnte jeden schweren Pulsschlag hören, die Flut roter Zellen, die wie tausend Flüsse unter ihrer perfekten milchweißen Haut dahin strömten. Seine Sinne schärften sich noch mehr, und er wusste, dass seine Pupillen inzwischen fast verschwunden sein mussten, verengt zu dünnen, katzenartigen Schlitzen in Augen, die wie Hochöfen glühten. Die Glyphen auf seinem Körper pulsierten heftig, unter der Intensität von allem, was er fühlte und sah, was er alles mit dieser Frau tun wollte. »Mit seiner Frau«, versprach ihm eine gierige Stimme aus den tiefsten Tiefen seines Bewusstseins. Er ließ seine glühenden Augen zu den hellblonden Locken auf ihrem Venushügel wandern und dann die langen Beine hinunter. Er konnte gar nicht erwarten, dass sie sich um ihn schlangen, während er sie ritt, bis zum Anschlag in ihrer nassen Hitze vergraben. Der Duft ihrer Erregung hüllte ihn ein, als er näher kam, unfähig der Versuchung, länger zu widerstehen. Er legte die Handflächen auf die zarten Innenseiten ihrer Schenkel und spreizte sie noch weiter. »Deine Möse ist so hübsch, Jordana, so saftig, rot und einladend.« Er streichelte sie und stöhnte beifällig, als sie sich etwas tiefer rötete und ihre Nässe seine Finger benetzte wie Honig. Sie wand sich, als er sie liebkoste, und ihr entfuhr ein leiser, kehliger Schrei. »Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen«, sagte er zu ihr, und seine Stimme wurde tiefer, klang belegt durch seine Fänge und viel weniger menschlich, als er zugeben wollte. »Seine Schamlippen sind wie rote, saftige Blütenblätter, und deine Klitoris. Nie wollte ich etwas so sehr, Jordana. Sie glänzt wie eine Kirsche und Bettel darum, gepflückt zu werden.« Er ging zwischen ihren Beinen in die Knie. Im Augenblick, als sein Mund sie berührte, bäumte sie sich heftig vom Bett auf. »O Gott«, keuchte sie, »Nathan«. Er atmete ihren Duft ein, als er sie leckte, murmelte an ihrem Fleisch, wie köstlich sie war. Er glitt mit der Zunge durch ihre Spalte und knurrte, als ihr berauschender Nektar in seine ausgedörte Kehle floss. Er konnte nicht aufhören, tauchte tiefer, leckte ihre enge Öffnung und dann hinauf zu ihrer geschwollenen Klitoris, die sich wie eine Kirsche in die Falten ihres Geschlechts schmiegte. Jetzt bäumte Jordana sich auf, wand sich unter seinem Mund. Er leckte sie härter und schneller, verwöhnte sie mit seinem ganzen Mund, während er sie gleichzeitig mit den Fingern reizte. Während er gnadenlos an ihrer Klitoris saugte, fuhr er vorsichtig mit einem Finger in sie hinein. »Wahnsinn«, murmelte er rau, verloren an das enge, seidige Gefühl ihrer Scheide, als er sie mit dem Finger in einem Tempo fickte, das sein Schwanz kaum erwarten konnte, zu übernehmen. Jordana keuchte wild. Ihre Scheide schloss sich gierig um ihn, als er ihre Klitoris tiefer in seinen Mund sog und mit der Zunge im selben drängenden Rhythmus stimulierte, wie mit seinen Fingern. Sie stöhnte und presste ihre Hüften an ihn, als sie von Kopf bis Fuß erschauerte. Ein Schrei der Lust wollte ihr entfahren, als sie wild den Kopf hin und her warf, aber sie hielt ihn zurück. Sie versuchte, sich zu erheben, wieder nach ihm zu greifen. Nathan knurrte, legte ihr die Hand auf den Bauch und drückte sie wieder nach unten. »Lass es kommen«, befahl er ihr. Und er blieb mit seinem Mund fest auf ihrem zitternden Fleisch, beherrschte gnadenlos ihren Körper. »Ich will dich hören, Lordana, verbirgt nichts vor mir. Das war unsere Abmachung.« Sie wimmerte und wand sich, als er das Tempo beschleunigte. Und als sie kam, war es mit einem gewaltigen Schrei, ungezügelt und wild, der schärfste Laut, den er jemals gehört hatte. Sofort kam sie ein zweites Mal, rieb sich hemmungslos an seinem Gesicht und schrie kehlig seinen Namen wie einen Fluch und ein Gebet.« Dieser Titel ist noch nicht beendet. Zum Weiterhören laden Sie bitte den nächsten Teil aus Ihrer Online-Bibliothek. Auf Wiederhören bei Audible. Nächsten Teil aus Ihrer Online-Bibliothek. Auf Wiederhören bei Audible. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Jedes ihrer Nervenenden war elektrisiert und summte vor Spannung, wie sie es noch nie erlebt hatte. Ihre Haut fühlte sich versenkt an, ihre Glieder zitterten kraftlos. Tief in ihr war ihr innerster Lebenskern zu weißglühender Lava geschmolzen. Alle ihre Gedanken und ihr Verstand, jede letzte Hemmung oder Angst, ausgelöscht von der welterschütternden Intensität ihres Orgasmus. Und Nathans sengender Blick versprach noch mehr. Keuchend ließ Jordana sich auf das Bett zurücksinken und beobachtete fasziniert, wie er sich mit wenigen Bewegungen seiner Kampfstiefel und Kleidung entledigte. Allein schon beim Anblick seines Muskelspieles, als er sich das schwarze T-Shirt auszog und seine Arme und Brust vor ihr entblößte, schoss ihr heiße Feuchtigkeit zwischen die Beine. Seine Haut war von einem hellen Olivton. Dermaglyphen zogen sich über seinen Brustkorb und die Schultern und dann tiefer über seinen Sixpack in den Bund seiner schwarzen Drillichhose. Er war unverkennbar Gen 1. Jordana hatte nur wenige Glyphen auf anderen Männern gesehen. Aber nichts ließ sich mit den kunstvoll verschlungenen Wirbeln und eleganten Schnörkeln von Nathans außerirdischem Hautmuster vergleichen. Nichts war erotischer als der Anblick, wie seine Glyphen den Konturen seines Körpers folgten, so wie sie es gerne mit ihren Fingern getan hätte. Und mit ihrer Zunge. Bei diesem Gedanken wurde ihr Mund ganz trocken, und sie bekämpfte den Drang, als sich ihre ganze Aufmerksamkeit nun auf seine Hände richtete, die gerade seine dunklen Drillichhosen aufknöpften. Der schwarze Stoff saß locker auf seinen schmalen Hüften und nicht so locker auf der massiven Beule an der Vorderseite. Sie leckte ihre ausgedörrten Lippen, ihr stockte der Atem, als er die Hose zu Boden fallen ließ und aus ihr heraustrat. Die Glyphen, die sie auf seinem Brustkorb und seinen Armen so fasziniert hatten, zogen sich weiter nach unten. Ihr Muster setzte sich in seinem dunklen Schamhaar und auf seinem riesigen, erigierten Penis fort. Auch seine muskulösen Oberschenkel waren von Glyphen bedeckt, und das ganze Muster aus wirmelnden Bögen changierte in leuchtenden Schattierungen von Indigo, Weinrot und Gold, den Farben wilden Verlangens. Jordana starrte die Skulptur seines Körpers und das Meisterwerk seiner Damaglyphen an, und ihr entfuhr ein hungriges Stöhnen. In Waffen und Kriegermontur war Nathan abweisend und tödlich, ehrfurchtgebietend und düster. Nackt und vollerregt war er all diese Dinge und noch mehr. Er war gewaltig, furchteinflößend, so gefährlich und wunderschön, dass ihr fast das Herz stehen blieb. Und er sah sie an, als ob in diesem Augenblick nichts außer ihnen beiden existierte, als ob der Anblick ihres nackten Körpers genauso intensiv auf ihn wirkte. Jetzt trat er näher ans Bett und strich mit seinen warmen Handflächen über die Innenseiten ihrer Oberschenkel, als er sich zwischen ihnen in Stellung brachte. Sie stieß einen zitternden Seufzer aus, als ein heißer, harter Körper sie so intim berührte. »Bitte«, flüsterte sie nur dieses Wort, »mehr Atem als Geräusch.« Nathan knurrte leise und nachdenklich. Seine glühenden Augen waren unverwandt auf sie gerichtet. »Bitte was, Giordana, sag's mir.« Seine tiefe Stimme klang schmeichelnd, aber fordernd, fast wie ein Befehl. Dabei streichelte er sie mit den Händen, arbeitete sich hoch, bis er ihr feuchtes Schamhaar und ihr hochempfindliches Fleisch erreichte. Er reizte sie mit langsamen Bewegungen und geschickten Fingern, bis sie sich wieder vor Verlangen wand. Giordana schloss die Augen, als eine weitere schwindelerregende Welle der Lust sie überrollte. Sie ließ sich von ihr ergreifen, überließ sich ganz der Wonne seiner Hände auf ihr, seiner Finger in ihr. Und als sie schon dachte, sie könnte es keine Sekunde lang aushalten, nahm Nathan einfach seine Finger weg. Sie keuchte seinen Namen, ihr Körper bebend und fiebernd von einem Verlangen, das sie kaum ertragen konnte. »Oh Gott«, murmelte sie und hob die schweren Lieder. Nathan hatte sich über ihr aufgerichtet und stützte sich mit durchgestreckten Armen zu beiden Seiten ihres Körpers auf. Seine Erektion pulsierte an ihrem Geschlecht wie in samtgehüllter warmer Stahl. Als ob er wusste, wie sehr ihr Körper nach ihm gierte, stieß er die Hüften nach vorne und ließ seinen harten Schwanz durch ihre Nässe gleiten, teilte ihre Schamlippen mit seiner dicken Eichel. Giordana stöhnte auf vor Qualen, wurde von dem Verlangen fast verrückt, das jetzt in ihr aufloderte, stärker als jemals zuvor, und gleichzeitig schien auch etwas anderes in ihr zu erwachen, schwerer fassbar, aber nicht weniger mächtig. Etwas, das mehr war als nur körperliches Verlangen, tiefer als nur schlichte Gier. Jede Faser ihres Wesens wurde von Nathan angezogen, so unaufhaltsam wie eine Wünschelrute von einem Brunnen voll kalten, klaren Wassers. Sie spürte es in ihrem Blut und ihren Knochen, in ihren Sinnen, tief in ihrer Seele. »Nasen, bitte!« Sie hob die Schultern vom Bett, ihre Handflächen heiß und kribbelnd vom Verlangen, ihn zu berühren, seine Haut zu berühren und die verlockenden Linien seiner außergewöhnlichen Glyphen nachzuzeichnen. Aber zuerst wollte sie ihn in sich spüren, und zwar mit mehr als nur seinen geschickten Fingern. »Bitte, ich kann nicht mehr«, keuchte sie. Ihre Stimme war heiser und rau vor Verlangen. Sie streckte die Hand nach ihm aus, versuchte ihn zu packen und zu sich herunterzuziehen, wenn er sie nicht endlich erlöste. Aber Nathan bewegte sich schneller, als sie wahrnehmen konnte. Zum zweiten Mal heute Nacht wich er ihrer Berührung aus und fiegen ihre Hände mit seinen starken Fingern. Aber dieses Mal reichte es ihm nicht, sie einfach von sich wegzuhalten. Er richtete sich über ihr auf, die Finger um ihre Handgelenke geschlossen wie eiserne Klammern. In seinen Augen blitzten bernsteinfarbene Funken, etwas Heißeres als Verlangen oder sogar Wut, etwas Düsteres bedrohlich in seiner Intensität. Sein Gesicht war so ernst, seine Pupillen in den glühenden Augen fast verschwunden. Sein sinnlicher Mund lächelte nicht, war gnadenlos, seine Fänge hinter seinen geöffneten Lippen glänzend und tödlich scharf. Und doch, trotz seiner Wildheit und seines gnadenlosen Griffes, zog er vorsichtig ihre Hände zu sich heran und drückte ihr einen sanften Kuss, zuerst in die eine prickelnde Handfläche, dann in die andere. Sein Daumen streichelte die Unterseite ihres linken Handgelenks, wo ihr Stammesgefährtin einmal war, und aus seiner Kehle stieg ein tiefes Knurren auf. Jordana bemerkte nicht, dass er die lavendelfarbene Seidenkordel ihres Bademantels in der Hand hatte, bis er begann, sie um ihre Handgelenke zu winden und so ihre Hände aneinanderfesselte. Er sagte nichts. Keine Entschuldigung oder Erklärung. Keine Bitte um Erlaubnis. Mittlerweile kannte und akzeptierte sie seine dominante Natur in fast allem, was er tat. Aber jetzt nahm diese eine neue Bedeutung an. Nathan wollte beim Sex die totale Kontrolle. Er brauchte sie, setzte sie voraus, verlangte sie. Jordana hätte sich von ihrer Fessel befreien können, wenn sie es ernsthaft versucht hätte. Aber sie wollte es gar nicht. Das einschnürende Gefühl der Seide an ihrer Haut hatte etwas unglaublich Sinnliches. Sogar noch erregender war der Gedanke, sich Nathan so völlig auszuliefern. Ein Zittern überlief sie. Teils Beklommenheit, teils atemlose Erwartung. Sie war eine starke Frau mit einem starken Willen, hatte immer aufbegehrt, wenn ihr jemand Zügel anlegen wollte. Aber mit Nathan war es anders. Sie war anders. Nach heute Nacht wusste sie, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, war sie nicht mehr dieselbe gewesen seit dem Augenblick, als sie ihn zum ersten Mal so impulsiv geküsst hatte. Und sie wollte nicht zurück in das Leben, das sie vorher geführt hatte. In diesem Augenblick war sie genau da, wo sie sein wollte. In Sicherheit bei dem gefährlichsten Mann, den sie jemals kennen würde. Jordana ließ sich von ihm auf die Matratze zurücklegen, erlaubte ihm, ihre Arme hochzuschieben, sodass ihre gefesselten Hände über ihrem Kopf waren, als er von ihr herunterstieg. Sie überließ sich ihm willig und ohne jede Scham, als sie ihre bebenden Schenkel spreizte und sie scheinbar endlos lange ansah, nackt, ihm ausgeliefert. Seine Augen wanderten ohne Eile über jeden Zentimeter ihrer nackten Haut. Ihr glühender Schein zog eine flammende Spur, bis sie zitternd und überhitzt war und nicht erwarten konnte, dass er den Brand löschte. Er fuhr mit der Hand in ihr offenes Haar, hob die hellen Strähnen und sah zu, wie sie durch seine Finger glitten und wieder auf ihre Schultern und nackten Brüste fielen. Mit lodernden Augen und Fängen, die so scharf und weiß wie Diamanten glänzten, senkte er den Kopf zu ihrer Kehle und ihr Puls hämmerte wildlos. Sein Atem strich über ihre zarte Haut. Dann schlossen sich seine Lippen über die Ader, die wie eine Trommel in ihren Schläfen und ihren Ohren dröhnte. Seine Zunge brachte etwas Linderung, aber sie konnte den Hunger spüren, den sein riesiger Körper ausstrahlte. Sein Kuss war sanft, sinnlich, verführte ihren Körper zu willenloser Leidenschaft, zu furchtlosem, lüsternem Vertrauen. »Ja«, keuchte sie und unterwarf sich ganz seinem geschickten Mund und seinen fordernden Händen. An ihrer Halsschlagader spürte sie das schwache Streifen seiner Fänge. Ob er es aus eigener Versuchung tat oder um ihr zu demonstrieren, wie total sie jetzt seiner Gnade ausgeliefert war, konnte Jordana nicht sicher sein. Und es war ihr auch egal. In diesem Augenblick hätte er seine scharfen Fänge in sie schlagen können, sie wäre dagegen völlig machtlos gewesen. Aber ein waghalsiger Teil von ihr hätte Nathans bis willkommen geheißen und die ewige Blutsverbindung, die er erzeugte. Jordana stöhnte seinen Namen, gefangen zwischen Lust und Frustration darüber, dass er ihr verweigerte, ihn auch zu berühren und zu küssen. Sie wollte mit ihren Händen über seinen Körper fahren, wenn er sich bewegte, wollte die Kraft seiner Muskeln spüren, während sein starker Körper sie bedeckte. Sie wollte seinen harten Schwanz in sich spüren, der sie ausfüllte und als sein Eigentum beanspruchte. Sie wollte, dass Nathan mit ihr tat, was immer er wollte. Ein Wunsch, der sie hätte erschrecken sollen, ihr Verlangen aber nur noch mehr anfachte. Und die seltsame neue Energie, die sich jetzt tief in ihr meldete, schien ihr zuzustimmen. Sie brach aus ihrer Mitte hervor wie elektrische Strömung, gezackt, weiß und verzehrend. Jetzt stieß sie hervor, verblüfft über ihren eigenen geknurrten Befehl. Nathan, oh Gott, ich halte das nicht mehr aus. Bitte, ich flehe dich an. Tu es. Jetzt. Abrupt hob er den Kopf von ihrem Hals, sein Gesicht hart und teilnahmslos, von entnervender, eiserner Selbstbeherrschung. Aber seine Augen, sie verrieten ihn. Sie war mit ihrem wilden Verlangen nicht alleine, ganz im Gegenteil. Nathan knurrte einen Fluch. Bernsteingelbes Licht loderte heiß in seinen transformierten Augen auf. Er brachte sich zwischen ihren Beinen in Stellung, seine Erektion dick und aufrecht, erschreckend riesig. Sie spürte einen Anflug von Zweifel, eine plötzliche Angst und wappnete sich gegen den Schmerz, der ihr sicher bevorstand. Sie hielt den Atem an. Ihr Herz raste jetzt, als er seine Hüften bewegte und seine stumpfe Eichel durch ihre nasse Spalte glitt, bis zu ihrer jungfräulichen Öffnung. Nathan wurde reglos über ihr. Mach die Augen auf, Jordana, lass mich dich sehen. Sie gehorchte sofort, hatte nicht einmal gemerkt, dass sie sie geschlossen hatte. Nathan starrte sie unverwandt an, bewegte noch mal leicht die Hüften, und seine Eichel presste sich fester gegen sie. Du bist so nass und heiß, murmelte er. Er drückte leicht und prüfend, musterte sie, erlaubte ihr geduldig, sich auf seine Invasion vorzubereiten. Dein Körper ist bereit für mich, Jordana. Ich muss wissen, dass du es auch bist. Ja, antwortete sie und ließ ihren angehaltenen Atem mit einem zittrigen Seufzer los, als er sich an ihr bewegte, ihr einen Vorgeschmack dessen gab, was ihr noch bevorstand. Sie biss sich auf die Lippe, sah ihn aber weiter unverwandt an, wie er es verlangt hatte. Wieder bewegte er die Hüften, seine Eichel forderte Einlass. Flüssige Hitze strömte in ihre Mitte, eine Flutwelle, die all ihre Ängste schlagartig auslöschte. Nathans Mund kräuselte sich zu einem wissenden, sexy Lächeln. Er zog gleich die Hüften zurück, und dann stieß er zu. Jordanas Körper bäumte sich auf, als er in sie eindrang, sie ausfüllte. Es tat weh, aber der Schmerz war kurz und flüchtig, sofort wieder vorbei, ausgelöscht von dem unglaublichen Gefühl ihrer nackten Körper, die sich eng ineinanderpressten, miteinander vereinigten. Verdammt! Nathans raue, kehlige Stimme ließ Jordanas Erregung nur umso heftiger aufflammen. Er bewegte sich in ihr, seine Hüften wiegten sich glatt und sanft, sogar als sein riesiger Körper heftig erbebte. Er keuchte einen leisen Fluch an ihrem Ohr. »Ich wollte nicht, dass du dich so gut anfühlst. Verdammt! Du sollst dich nicht so richtig anfühlen!« Er stieß tiefer, während er es sagte, pfählte sie wie zur Bestrafung. Und doch konnte Jordana nicht anders, als in der Lust, die seine Präsenz, seine Bewegung in ihr, all ihren Sinnen bereitete, zu schwelgen. Es fühlte sich mehr als gut an, Nathan tief in sich zu haben. Ihre Körper antworteten einander, als wären sie füreinander bestimmt, als hätten sie schon immer zusammengehört. Jordana trieb auf einen Orgasmus zu, höher und höher, als Nathan immer weiter in sie stieß. Sie schrie auf, als die erste Welle sie überflutete, bäumte sich auf gegen jeden Stoß seiner Hüften, zerrte an der seidenen Fessel, die ihre Hände immer noch über dem Kopf fixierte. Nathan zeigte ihr keine Gnade, beschleunigte Tempo und Kraft seiner Stoße, bis sie völlig verloren dahintrieb. Jede Faser ihres Körpers summte elektrisch von reinen, mächtigen Sinnesempfindungen. Sie schrie, als ein explosiver Höhepunkt sie erfasste, sie von innen her zum Zersplittern brachte. Und dann folgte ihr Nathan, stieß tiefer, rieb seine Hüften in einem drängenden, wilden Tempo an ihren. Die Lippen von den riesigen Fängen gefletscht, vögelte er sie hart und wild. Jordana liebte die Wildheit seiner Leidenschaft. Nathan, der kalte, kühle Krieger, der Gen 1, der immer alles so unbarmherzig unter Kontrolle hatte, versenkte sie mit seinen vor Verlangen glühenden Augen und einer Miene irgendwo zwischen Wut und Verzückung. Dass sie, das mit ihm gemacht hatte, ihn vor Lust zum Rasen gebracht hatte, war verblüffend. Es gab ihr Kraft. Das berauschendste Aphrodisiakum, das sie sich vorstellen konnte. Sie war schon wieder kurz davor zu kommen, als ihn ein heftiges Zittern erfasste. Nathan brüllte ihren Namen, seine Stimme klang unirdisch und wild. Mit einer Hand packte er sie hart an der Hüfte, stieß ganz in sie hinein, und wieder entfuhr ihm ein heiserer Schrei, als er sich mit einem heißen Strom in sie ergoss. Jordana lag da, trieb auf einer seltsamen neuen Ebene dahin, ihre Sinne gesättigt und hyperempfindlich zugleich. Sie hörte jeden Atemzug, spürte jeden Herzschlag, ihren eigenen und Nathans. Ihr Körper fühlte sich entspannt an, neu geboren in vielerlei Hinsicht, als er sich vom dumpfen Schmerz ihrer verlorenen Unschuld erholte und der noch größeren Lust, die sie gerade mit Nathan erlebt hatte. Er war reglos in ihr, immer noch hart, und füllte ihre Scheide, als seine Erektion wieder zu wachsen begann. Als sie spürte, wie er größer wurde und schließlich wieder völlig steif, reagierte ihr Körper wie Zunder auf offenes Feuer. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus, bewegte sich unter ihm, um mehr köstliche Reibung zu schaffen. Nathans Muskeln zuckten, und er wurde sofort noch größer in ihr. Mit schmalen Augen hob er den Kopf und stieß ein tiefes Stöhnen aus. »Zubald für dich«, warnte er sie. »Dein Körper braucht Zeit, um sich zu erholen, Jordana.« Brauchte er nicht. Was ihr Körper brauchte, war mehr von ihm. Aber Nathan zog sich aus ihr zurück und rollte sich neben sie. Er griff nach ihren Händen über ihrem Kopf und befreite sie von der weichen Fessel. Dann hielt er einen Augenblick inne, zerdrückte die seidene Kordel in seiner festgeballten Faust. Als ihre Blicke sich wieder trafen, sah sie Reue dort. Eine Entschuldigung, die er nicht aussprach, aber ihr mitteilte, indem er leicht die Unterseiten ihrer nackten Arme streichelte und ihr dann zärtlich mit den Fingern über ihre gerötete Wange und die geöffneten Lippen strich. Seine gequälte Miene ging ihr zu Herzen. Er kämpfte mit seinen persönlichen Dämonen. So viel hatte sie schon erraten, in Anbetracht dessen, wie er aufgewachsen war. Jetzt sah sie seinen inneren Kampf über sein gutaussehendes, gequältes Gesicht flackern. Einen Kampf, den er offenbar gewohnt war, ganz alleine zu führen. Bei diesem Gedanken krampfte sich ihr Herz zusammen. Da war so viel an diesem einsamen, unnahbaren Mann, dass sie nicht wusste und kannte, Dinge, die sie verstehen wollte. Sie wusste nicht, ob er ihr mehr von sich erzählen würde als heute Abend, und trotz der realen Angst vor seiner Zurückweisung musste Jordana ihn einfach fragen. Nathan, sagte sie leise. Willst du mir nicht sagen, warum? Sofort runzelte er die schwarzen Brauen. Doch dann wich seine unwillkürliche Reaktion sofort der kühlen Distanziertheit, die sie inzwischen an ihm kannte und erwartete. Wie geübt er doch darin war, alle Spuren von Emotionen aus seinem Gesicht zu tilgen, sogar aus seinen Augen. Was hatte er nur Schlimmes durchgemacht, dass er gelernt hatte, seine Gefühle so mühelos zu verbergen? Er hielt ihrem fragenden Blick stand, fast als forderte er sie heraus, ihn zu durchschauen. Ich habe dir gesagt, was du zu erwarten hast, bevor wir das hier angefangen haben. Mit grimmig zusammengepresstem Mund ließ er die zerdrückte Seidenkordel aus seiner Forst und auf ihren nackten Körper fallen. So ist das mit mir. Du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Kalte Worte. Zweifellos wollte er sie mit seiner Kälte zum Schweigen bringen, so abrupt, wie er sich jetzt von ihr wegdrehte. Seine Schutzmauern waren hochgefahren und sperrten sie aus. Das heißt, wenn er überhaupt je vorgehabt hatte, sie an sich heranzulassen. Er stellte die nackten Füße auf den Boden und als er aufstehen wollte, warf Jordana die Kordel zur Seite und erhob sich hinter ihm auf die Knie. Das habe ich nicht gemeint, Nathan. Das Fesseln, das macht mir nichts aus. Dass du die Kontrolle haben musst, stört mich nicht. Sie wappnete sich mit einem tiefen Atemzug und kroch näher an ihn heran. Dabei war ihr deutlich bewusst, dass von ihnen beiden nur er derjenige war, der jetzt vor Kälte erstarrt und stumm wirkte. Jordana näherte sich langsam seinem breiten Rücken mit seinem Meisterwerk von Dermaglyphen, die die makellose Leinwand seiner Haut zierten. Sie hob die Hand, zog sie aber wieder zurück, wollte es nicht riskieren. Nicht, wenn sie die eingesperrte Kraft spüren konnte, die er ausstrahlte. Eine so finstere, bedrohliche Energie, dass sie ihr fast die Stimme nahm. Nathan, flüsterte sie vorsichtig, warum kannst du nicht ertragen, berührt zu werden? Sein Schweigen schien endlos. Er saß völlig reglos auf der Bettkante. Jordana war sich nicht einmal sicher, ob er noch atmete. Sie war zu weit gegangen, das erkannte sie jetzt. Sie hatten heute Nacht etwas Unglaubliches miteinander erlebt, etwas, das zumindest für sie intim und real gewesen war, und jetzt hatte sie es verdorben, indem sie ihn gedrängt hatte, einen Teil von sich zu öffnen, der sie nichts anging. Tut mir leid, platzte sie heraus, ich wollte nicht aufdringlich sein. Würdest du denn die blutige Klinge eines Messers berühren wollen, Jordana? Er sprach, ohne sich zu ihr umzudrehen. Seine tiefe Stimme klang ruhig und völlig emotionslos. Oder freiwillig deine Hand einem Kampfhund hinhalten? Jetzt drehte er sich langsam zu ihr um, seine Sturmaugen ausdruckslos und unverwandt. Ich bin nicht die Art Mann, die du dir wünschst. Ich funktioniere nicht so, wie du es von mir erwartest. Eine Waffe braucht keine Berührung, keinen Trost. Und wenn du die Hand nach einer Kreatur ausstreckst, die zum Töten gezüchtet und abgerichtet ist, dürfte das dein letzter Fehler sein. Tördena schluckte. Ein heftiger Schmerz klaffte in ihrer Brust auf, angesichts dessen, was Nathan als junger Mann, als Kind, im Programm zur Aufzucht von Jägern erlitten haben musste. Sie hatte nur vage Gerüchte gehört über die geheimen Zuchtlabore, die der Orden vor etwa zwanzig Jahren ausgehoben hatte. Man munkelte von Verwahrlosung und Brutalität, von schrecklichen Misshandlungen der Gen-1-Jungen, die gezüchtet worden waren, um einem diabolischen, wahnsinnigen Stammesvampir als Privatarmee zu dienen. Jungen wie Nathan, der Carys zufolge seiner Mutter als Säugling weggenommen worden war und die ersten dreizehn Jahre seines Lebens unter diesen unvorstellbaren Bedingungen verbracht hatte. Tördena brach fast das Herz beim Gedanken an dieses Baby, diesen kleinen Jungen mit dem tragischen Schicksal. Und an den abgeklärten, kampferfahrenen Mann, der jetzt vor ihr saß, den wunderschönen, tödlichen Stammesvampir, der heute Nacht zu unerwartet zärtlich zu ihr gewesen war und der eine Leidenschaft in ihr geweckt hatte, die auch jetzt noch hell in ihr loderte. Du bist keine Messerklinge und kein Tier, Nathan. Egal, zu was für schrecklichen Dingen man dich damals gezwungen hat. Sie definieren nicht, wer du heute bist. Vorsichtig rückte sie näher, wagte, ganz leicht sein angespanntes Gesicht zu streicheln. Nathan, du bist nicht, wozu sie dich machen wollten. Jetzt legte sie leicht die Hand auf ihn, und dieses Mal nahm er sie nicht weg. Aber er starrte sie mit einer Ruhe an, die sie frösteln ließ. Doch, Jordana, das bin ich. Versuche nicht, dir vorzustellen, dass ich jemals so sein kann wie die anderen Männer, die du kennst. Das tue ich nicht. Sie schüttelte leicht den Kopf. Das würde ich auch gar nicht wollen. Das hatte sie in den letzten Tagen, wenn schon nicht Nathan, dann doch sich selbst bewiesen. Ihr ganzes Leben lang hatte sie ein warmes Zuhause, eine liebevolle Familie und Freunde gehabt und Scharen von Verehrern. Nie hatte ihr auch nur das kleinste bisschen gefehlt, das sie jemals auch bloß ansatzweise gewollt oder gebraucht hatte. Und doch hätte sie das alles jetzt aufgegeben, ihre Vergangenheit gegen seine eingetauscht, wenn sie so den gequälten Ausdruck aus Nathans stürmischen Augen hätte nehmen können. Oh, sie war in Schwierigkeiten. Sie fiel über die Kante dieser steilen, sturmgepeitschten Klippe, auf die sie sich immer versetzt fühlte, sobald Nathan in ihrer Nähe war. Heute Nacht hatte sie ihm ihre Unschuld gegeben. Wenn sie nicht vorsichtig war, würde ihm auch ihr Herz gehören. Vielleicht gehörte es ihm schon. Die Erkenntnis überflutete sie wie eine Welle und machte sie sprachlos, als sie in seine undurchdringlichen Augen starrte. Nathan duldete das Schweigen nicht länger, genauso wenig wie ihre Berührung. Er entzog sich ihr. »Es ist spät, ich sollte gehen.« Er machte Anstalten aufzustehen, dann runzelte er die Brauen und stieß einen leisen Fluch aus. »Scheiße, du blutest ja.« Jordana sah auf das Laken hinunter. Ein schwacher, rosafarbener Fleck benetzte die makellos weiße Baumwolle, wo sie eben noch mit Nathan gelegen hatte. Eine Woge der Verlegenheit trieb ihr die Röte ins Gesicht. »Och, ach, das ist nichts.« »Von wegen.« Er knurrte, seine Brauen runzelten sich stärker. »Verdammt, ich wollte dir nicht wehtun.« Peinlich berührt schüttelte sie den Kopf. »Hast du nicht. Das war nur ein bisschen Blut, und ich bin nicht verletzt. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie besser gefühlt.« »Himmel, Jordana!« Er knurrte leise. »Du hättest einen verdient, der weniger grob mit dir ist. Das verdienst du immer noch.« Wieder entfuhr ihm ein Fluch, aber jetzt mit weniger Gehässigkeit. Er hielt dir die Hand hin. »Komm mit.« Jordana legte ihre Hand in seine. Nicht, dass er auf ihre Zustimmung gewartet hatte. Seine dominante Seite hatte die volle Kontrolle über die Situation und über sie, bevor sie auch nur eine Silbe äußern konnte. Er zog sie vom Bett hoch. In dem angrenzenden, riesigen Badezimmer drehte sich mit einem scharfen Zischen die Dusche an, folgte seinem mentalen Befehl. Jordana ließ sich von ihm hinführen. Als sie auf nackten Füßen leise auf den Hartholzdielen hinter ihm und seinen langen Schritten hertrottete, versuchte sie, seinen sinnlichen nackten Körper nicht anzustarren. Eins neunzig groß, voller Muskeln und mit wunderschöner, glüffengeschmückter Haut, und alles bewegte sich mit katzenhafter Grazie, als er mit ihr im Schlepptau durch den Raum strich. Ihr Blut in ihren Adern erhitzte sich, und die Lava in ihrer Mitte begann schon wieder zu kochen. Gott, sie hatte es wirklich schwer erwischt mit diesem Mann. Nathan brachte sie in das dampfgefüllte Badezimmer, seine Finger immer noch fest um ihre geschlossen. Als er die hohe Glastür der Dusche öffnete, erwartete sie fast, dass er sie hineinstoßen und ihr Befehlen würde, sich zu waschen. Stattdessen führte er sie hinein und stellte sich zusammen mit ihr unter den heißen Wasserstrahl. Er sagte nichts, erklärte nichts. Jordana brauchte seine Worte auch nicht, nicht, wenn seine Hände so sanft waren, als er sie zu waschen begann, mit größter Sorgfalt und sanfter Aufmerksamkeit mit ihr umging. Das war alles, was sie brauchte. Diesen Augenblick, diesen Mann. Jordana schloss die Augen, als Nathans Berührung sinnlich wurde und sein Mund in der dampfgefüllten Duschkabine ihren fand. Du lieber Gott, sie hatte keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen. Sie sprang heute Nacht von dieser Klippe und fiel zu schnell. Verliebte sich zu schnell und zu heftig in einen tödlichen, unberührbaren Stammesvampir, der ihr nichts versprochen hatte. Das wusste sie auf dieselbe Weise, wie sie verstand, wenn sie nach diesem wahnsinnigen Sprung unten am Grund des Abgrunds die Realität erwartete, würde die sie mit Sicherheit zerbrechen. Als die Nacht sich schon gefährlich der Morgendämmerung näherte, erkannte Nathan, dass er noch nie so völlig aus seinem Element gewesen war wie jetzt. Als er in Jordanas Wohnung aufgetaucht war, hat er nicht vorgehabt, bis zum Letzten mit ihr zu gehen. Genauso wenig hatte er vorgehabt, ihre Zeit in der Dusche als Vorspiel für eine weitere Runde wahnsinnigen, unglaublichen Sex zu benutzen. Er hatte weiß Gott nicht vorgehabt, sich irgendwann später in einem ihrer Schlafzimmersessel wiederzufinden und über sie zu wachen, während sie zusammengerollt wie ein Kätzchen in einem Nest aus kuscheligen Decken schlief. Als er aus ihrem Bett gekrochen war, um sich anzuziehen, weil er zur Kommandozentrale zurückkehren wollte, sagte er sich, dass es nur vernünftig war, noch eine Weile da zu bleiben, nur um sich Gewissheit zu verschaffen, dass sie die Nacht über in Sicherheit war. Sobald sie eingeschlafen war, würde er zurückgehen, an den Ort, wo er hingehörte. Das war Stunden her. Die Nacht endete bald, und wenn sein eigener freier Wille ihn nicht von ihr fortreißen konnte, dann würde es spätestens der Sonnenaufgang tun. Verdammt! Wie hatte er es nur so weit kommen lassen können, sich auf solche Verstrickungen mit dieser Frau einzulassen? Dass sie durch seine Abwehr geschlüpft und mehr für ihn geworden war als ein sexueller Trieb, den er beliebig befriedigte? Wie sollte diese Sache bloß weitergehen? Oder noch schlimmer, wie würde sie schließlich enden, wo er einer Frau wie Jordana so gar nichts zu bieten hatte? Es war keine leere Schmeichelei gewesen, als er ihr gesagt hatte, dass sie etwas Besseres verdiente als ihn. Es war eine Warnung gewesen, eine von vielen, die er ausgesprochen hatte, die sie aber offenbar nicht hatte abschrecken können. Ein finsterer Blick oder geknurrte Drohungen hatten bisher immer ausgereicht, um Menschen wie Vampire einzuschüchtern, aber nicht sie. Jordana Gates war alles andere als so empfindlich oder konservativ, wie sie aussah. Überhaupt nicht die verwöhnte, umschwärmte Frau aus den dunklen Häfen, für die er sie oft gehalten hatte. Gerade jetzt wünschte er sich, weiß Gott, sie wäre so. Stattdessen wusste er nun von ihr, dass sie stark und unerschütterlich war. In ihr steckte eine tobende Kriegerin, tief vergraben, aber sie kämpfte sich allmählich mit Zähnen und Klauen heraus. Jordana war anders als jede andere Frau, die er je getroffen hatte, mit ihrem scharfen, neugierigen Verstand und ihrer sensiblen Künstlerseele. Dass sie außerdem das Gesicht eines Engels und den allzu verlockenden Körper einer Göttin hatte, machte die Sache auch nicht leichter. Er hatte noch nie ein so verzehrendes Verlangen gespürt, wie das, was er für diese Frau empfand. Und wenn es sich auf rein physischen Hunger beschränkt hätte, wäre das schon schlimm genug gewesen. Nein, was Jordana in ihm weckte, war etwas Tieferes. Sie faszinierte ihn, konfrontierte ihn, forderte ihn heraus. Sie verhielt sich ihm, der seine ganze Existenz auf Gewalt und kalter Distanziertheit aufgebaut hatte, gegenüber so sanft. Jordana war mit einem Wort außergewöhnlich. Nathans Adern summten zustimmend, sein Blut kochte immer noch heiß vor Verlangen nach ihr. Er hatte kein Recht, derjenige zu sein, dem sie sich für ihr erstes Mal hingegeben hatte. Aber als er sie ansah, wie sie so vertrauensvoll unter seiner Obhut schlief, als er sich erinnerte, wie fiebrig sie auf ihn reagiert hatte, wie offen und akzeptieren sie sich all seinen Begierden und Forderungen unterworfen hatte, erwachte ein besitzergreifender Urtrieb in ihm. Einen Augenblick lang gestattete er sich die Vorstellung, wie es wäre, einer der privilegierten Männer ihrer Welt zu sein, statt der raue Vollstrecker, der er jetzt war. Nicht der Killer, an dessen Händen Blut klebte, seit er ein fünfjähriges Kind gewesen war. Er hatte nie mit Scham an seine Ursprünge zurückgedacht oder daran, was seine Vergangenheit mit ihm gemacht hatte. Aber als er über Giordana nachdachte und darüber, wie sehr er immer noch nach ihr gierte, tat sich in seiner Brust ein kalter Abgrund auf. Plötzlich spuerte er Bedauern über die Möglichkeiten, die man ihm genommen hatte. Wut und verdammt eine ploetzliche, wilde Sehnsucht nach einer Zukunft, die man ihm genommen hatte, noch bevor er in Dragos Labor gezeugt worden war. Nutzlose Gefuehle. Schwäche, die man ihm durch eiserne Disziplin ausgetrieben hatte. Er hatte Giordana heute Nacht mehr erlaubt als den meisten anderen. Intimität, wie er sie anderen nie zugestanden hatte. Einblick in seine trostlosen Anfänge und darüber, was sie aus ihm gemacht hatten. Er hatte sie heute Nacht über eine Schwelle treten lassen, aber sie hatte nicht alles gesehen. Das würde er niemals zulassen. Es gab Dinge, die niemand wusste, nicht einmal die wenigen engsten Freunde und Teammitglieder des Ordens. Nicht seine weichherzige Mutter, die Stammesgefährtin Corinne, oder ihr treuer Gefährte, ein furchteinflößender Gen-1-Krieger, der einige Jahrzehnte vor Nathan im selben Zuchtprogramm aufgewachsen war. Nathan hatte Dinge erlitten und Dinge getan, die besser in ihm begraben blieben, weggesperrt. Erinnerungen, die am besten ins Dunkel verbannt blieben und die er mit derselben Eisernen Kontrolle beherrschte wie jeden anderen Aspekt seines Lebens. Allein schon beim Gedanken an die Tage und Jahre, über ein Jahrzehnt war er von Dragos versklavt gewesen, und an die Folter durch den Lakaien, der ihm als Werther zugeteilt war, spannte sich Nathans Haut an. Er konnte immer noch das Klatschen der Peitsche hören, das Rasseln von Ketten, den scharfen Geruch seines eigenen Blutes und seiner Eingeweide. Noch schlimmer war die Erinnerung an das Leiden, das anderen zugefügt worden war. Seinetwegen. Und letztendlich durch ihn. Abwesend tasteten seine Finger an seiner Kehle nach dem UV-Halsband, das jeder Jäger getragen hatte, sobald er ins Krabbelalter kam. Es war natürlich nicht mehr da. Es war fort seit der Nacht, in der seine Mutter und ihr Gefährte ihn mit 13 Jahren aufgespürt und gerettet hatten. Himmel! Das war jetzt 20 Jahre her, und doch war er immer noch überrascht, wenn er die Hand hob und seinen Hals nackt fand. Und das war es, was er in Jordanas Bett in ihr Leben gebracht hatte. Wenn er ein besserer Mann wäre, würde er sie mit einer Entschuldigung wecken und hoffen, dass sie ihm vergeben konnte, das Geschenk ihrer Unschuld und ihres Vertrauens angenommen zu haben. Nein, wenn er ein besserer Mann wäre, hätte er ihr nie erlaubt, ihn vor ein paar Nächten zu küssen. Ein besserer Mann hätte sich nie erlaubt, sie so zu begehren, wie er es tat. Zu spät. Seiner Natur und Ausbildung nach war er der Warnung gerecht geworden, die er Jordaner heute Nacht gegeben hatte. Er jagte. Er eroberte. Und wenn er ein besserer Mann wäre, würde er jetzt den Rest seiner Warnung ausführen, einfach weggehen und nie zurückblicken. Nathan stand mit einem leisen Fluch auf, fassungslos, dass seine Disziplin ihn bei Jordaner so übel im Stich gelassen hatte. Ihr Anblick zog ihn zum Bett, während er versuchte, seinen Füßen zu befehlen, den Raum zu verlassen. Ihr Duft entlockte ihm ein keuchendes Stöhnen. Die berauschende Kombination von warmer Haut und weicher, sinnlicher Frau war fast mehr, als er ertragen konnte. Auch Jordaners Blutgeruch lag schwach in der Luft. Nathans Stammessinne griffen das flüchtige Aroma begierig auf, das sowohl den Mann als auch das Tier in ihm ansprach. Jede Stammesgefährtin hatte ihren eigenen individuellen Blutduft. Aber er fand es unmöglich, die Mischung exotischer Gewürze und frischer, zarter Zitrusaromen zu beschreiben, die seine Kehle kitzelte und sein Zahnfleisch zum Kribbeln brachte, als seine Fänge sich ausfuhren. Alles, was er wusste, war, dass er sie wollte. Wieder. Immer noch. Nathan beugte sich im Dunkeln über sie, beobachtete, wie die schwelende Glut seiner transformierten Augen ihr Gesicht erleuchtete. Sie musste ihn in ihrem Schlaf gespürt haben, nur so viel, um ihren geöffneten Lippen einen leisen Seufzer zu entlocken. Nathan wollte diese Lippen wieder küssen. Er konnte nicht widerstehen, eine lose Strähne ihres platinblonden Haares, die sich über ihren zarten Hals ringelte, zur Seite zu streichen. Er wollte seinen Mund auf den tickenden Puls unter ihrem Ohr pressen. Er wollte noch mehr tun, viel mehr. Das hätte er wohl auch getan, wenn ihn nicht ein leises Geräusch draußen vor dem Schlafzimmer schlagartig in helle Alarmbereitschaft versetzt hätte. Jemand betrat die Wohnung. Sein Verlangen wurde von der Sorge um Jordanas Sicherheit gelöscht. Mit übernatürlicher Geschwindigkeit raste Nathan aus dem Schlafzimmer, seine Kampfinstinkte hellwach und tödlich, und baute sich Drohnen vor dem Lift auf, dessen Türen sich jetzt öffneten. Er war bereit, den Eindringling zu töten. Charis Chase stand in der Kabine und sah ihn mit großen, hellblauen Augen an. Scheiße, zischte Nathan. Was zum Teufel machst du hier um diese Zeit? Sie hob die Brauen. Ich wohne hier. Rune hat mich eben abgesetzt. Was zum Teufel machst du hier um diese Zeit, Nathan? Verdammt gute Frage. Mit einem Knurren wich er zurück und fuhr sich mit den Fingern über den Kopf. Ich bin gestern Abend vorbeigekommen, um nach Jordana zu sehen. Er hatte noch Fragen an sie, darüber, was sie und Cashen Gray geredet haben, bevor er ermordet wurde. Fragen, zu denen er dann nicht mehr gekommen war, weil er zu beschäftigt damit gewesen war, mit ihr ins Bett zu gehen. Charis machte die Augen schmal. Ihr Blick sagte, dass sie sich ihren Teil dachte. Sie trat aus dem Lift und rammte ihm einen Finger gegen die Brust. Ihre Stimme ein scharfes Flüstern. Du Arschloch! Ich kann einfach nicht glauben, dass du einfach so zurückgekommen bist. Ich kann nicht glauben, dass sie dich überhaupt reingelassen hat, nachdem, was du ihr neulich angetan hast. Nachdem ich ihr was? Scheiße, natürlich. Charis war sicher mit Jordana im Lanotte gewesen, als er mit der Normalsterblichen aus dem privaten Verlies gekommen war. Jordana hatte ihrer besten Freundin vermutlich anvertraut, was an jenem Abend vorgefallen war, angefangen damit, dass er sie im Lift fast verführt hätte. Und sie definitiv verführt hätte, wenn das unerwartete Zusammentreffen mit Bentley Squire seine Pläne nicht vereitelt hätte. Und Jordana hatte Nathan heute Nacht nicht direkt hereingelassen, weil das brauchte Charis nicht zu wissen. Die Stammesvampirin war schon sauer genug auf ihn. Sie starrte ihn wütend an. In ihren blauen Augen blitzten bernsteinfarbene Funken der Empörung auf. Wir haben das miteinander geklärt, sagte er. Das war alles eine Erklärung, was er ihr geben würde. Was heute Nacht zwischen ihm und Jordana vorgefallen war, ging nur sie beide etwas an. Und Charis konnte es sich sowieso vorstellen. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich will nicht, dass Jordana wehgetan wird, von niemandem. Er hielt inne, versuchte, die Worte zu finden, um all die Dinge auszudrücken, die er für Jordana empfand. Sie ist mir wichtig geworden, sie bedeutet mir viel. Charis starrte ihn lange an. Mein Gott! Ich glaube, du meinst es wirklich ernst! Er trat ohne weiteren Kommentar um die Tagwandlerin herum. Es wird bald morgen, ich muss gehen. Pass heute auf sie auf, fügte er hinzu. Ich bin nicht überzeugt, dass sie wirklich in Sicherheit ist, solange Cass Mörder auf freiem Fuß ist. Du glaubst, sein Tod könnte mit Reginald Crowe und Opus Nostrum in Verbindung stehen? Könnte sein, antwortete Nathan und schaffte es nicht, den Ernst aus seiner Stimme zu verbannen. Sein ungutes Bauchgefühl sagte ihm, dass die Wahrheit womöglich noch viel schlimmer war. Bis sie vom Orden in DC mehr über Crowes mutmaßliche Geliebte bekommen würden und alles an Informationen, die sie liefern konnte, konnte Nathan nichts ausschließen. Ich werde Jordana mit meinem Leben schützen, Charis. Niemand wird ihr etwas antun, solange ich in der Lage bin, sie zu beschützen. Aber tagsüber … Natürlich. Jetzt wurde ihr Blick weich. Mir ist sie doch auch wichtig, Nathan. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nichts passiert. Er quittierte es mit einem Nicken. Sag ihr, ich bin heute Abend bei Sonnenuntergang zurück und schaue nach ihr. Wir werden dann über Cashin Gray reden. Charis schüttelte den Kopf. Sie wird nicht zu Hause sein. Heute Abend ist doch die große Ausstellungseröffnung, erinnerte sie ihn. Wir werden heute Abend beide auf dem Empfang im Museum sein, zusammen mit hunderten von geladenen Gästen und Besuchern. Scheiße. Er wollte Jordana heute Abend nicht aus den Augen lassen und schon gar nicht völlig außer Reichweite in einer riesigen Menschenmenge im Museum. Du könntest doch als ihr Begleiter mitkommen, schlug Charis vor, und ihre Augen blitzten schallhaft. Könnte dir gut tun, dir mal einen Abend freizunehmen. Womöglich amüsierst du dich sogar. Amüsieren? Er schnaubte spöttisch bei dem Gedanken. Selbst wenn er sich dafür entscheiden sollte, an der Veranstaltung teilzunehmen, wäre Amüsement das allerletzte, wonach ihm der Sinn stand. Er würde nur dort sein, um für Jordanas Sicherheit zu sorgen und um allen Anwesenden dort klarzumachen, dass sie es zuerst mit ihm aufnehmen mussten, wenn sie Jordaner etwas antun wollten. Nicht, dass Jordaner begeistert wäre, wenn er auftauchte und die allgemeine gute Stimmung störte. Das hatte er diese Woche schon einmal mit seinem Team und Charis Bruder getan. Niemand aus der Elite der dunklen Häfen und von den Menschen aus Jordanas Kreisen würde die Präsenz des Ordens im Museum zu schätzen wissen, und schon gar nicht die des seelenlosen Killers, als die Nathans Geschichte ihn in den Augen der Öffentlichkeit gebrandmarkt hatte. Nein, das würde er nicht machen. Jordaner konnte es nicht gebrauchen, dass er in jeden Bereich ihres Lebens einbrach, und schon gar nicht in ein Event, in das sie über Wochen und Monate ihr ganzes Herzblut gesteckt hatte. Es war ihr großer Augenblick, und sie sollte ihn genießen, ohne dass er daherkam und von ihrer Leistung ablenkte. Das war er ihr schuldig. Hab ein Auge auf sie, Charis. Lass mich wissen, falls es Probleme gibt. Sobald du irgendwas Merkwürdiges siehst, rufst du mich sofort an. Einverstanden? Ja, natürlich. Aber ich finde immer noch, du solltest heute Abend mit zum Museum kommen und dich selbst um sie kümmern. Nathan tat den Vorschlag mit einem Fluch ab und stapfte zum wartenden Lift. In der Kriegerzentrale des globalen Hauptquartiers des Ordens in Washington, D.C. war es früher Morgen. Lucan Thorne lehnte sich in seinem Bürosessel zurück und hörte in verstimmtem Schweigen zu, wie Sterling Chase ihn über Videokonferenz von den Ereignissen der nächtlichen Patrouille in Boston unterrichtete. Es waren keine guten Neuigkeiten. Aber gute Neuigkeiten waren für den Orden schon lange im Mangelware. Es hatte seit Jahren keine mehr gegeben. Hölle nochmal, seit mehreren Jahrzehnten, wenn er genau darüber nachdachte. Lucan spürte, wie eine dunkle Wut in ihm aufstieg, als er die Details zum Mord an Cash and Grey vom Abend zuvor bekam. Eine zentrale, wichtige Spur, verloren. Wahrscheinlich sogar ihre einzige realistische Spur zu der unsterblichen Spezies, die offenbar einen Krieg gegen den Orden und den Rest des Planeten vorbereitete. Und heute Nacht war diese Spur vom Schwert eines verborgenen Feindes abgeschnitten worden. Eines Feindes mit unbekannten Motiven, der immer noch auf freiem Fuß war. Ach, verdammter Scheiße, alles ging in Bach runter. Bevor er noch einen Wutschrei ausstieß, der seine Gefährtin Gabrielle dazu veranlassen würde, beunruhigt in den Raum gestürmt zu kommen, sprang Lucan von seinem Sessel auf und begann, erregt hinter dem Konferenztisch auf- und abzugehen, an dem sich Gideon und zwei der regionalen Commanders des Ordens mit ihm versammelt hatten, um aktuelle Missionen zu besprechen und weitere Operationen zu organisieren. Tegan, der die Operation des Ordens in New York City leitete, und Hunter, der dasselbe in New Orleans tat, waren mit ihren Gefährtinnen seit dem globalen Friedensgipfel letzte Woche in DC geblieben. Der Friedensgipfel, der fast zu einer Katastrophe geworden war. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass es nicht das ist, was ich gerade hören wollte. Lucan warf Chase grimmigem Gesicht auf dem Bildschirm einen schiefen Blick zu. Wir hatten von Anfang an schlechte Aussichten, nur zwei potenzielle Informationsquellen zu dieser Operation, und jetzt ist eine komplett ausgefallen, noch bevor wir richtig losgelegt haben. Was die andere angeht, so wie die Dinge für Matthias Rowan und sein Team laufen, haben wir womöglich genauso wenig in der Hand, wenn die Sache gelaufen ist. Könnte schlimmer sein, sagte Gideon, ohne von seiner Reihe von 3D Touchscreen-Monitoren aufzusehen, auf denen er mit beiden Händen die Daten unzähliger Server aufrief und durchsuchte, wie ein wahnsinniger Dirigent auf Speed, der eine Symphonie dirigierte. Wenn wir vor ein paar Nächten beim Gipfel nicht Reginald Crow und Opus Nostrums Morningstar-Bombe gestoppt hätten, wären wir jetzt schon mitten in einem Weltkrieg zwischen Menschen und Stamm. Lucan knurrte. Denk nicht, der ist schon vom Tisch. Wenn das stimmt, was Crow gesagt hat, dass Opus Nostrum und ihre Pläne nicht sind im Vergleich zu dem, was die Atlantiden vorhaben, dann droht uns jeden Tag und jede Stunde Krieg, solange wir uns Crows Spezies nicht kaufen. Chase Gesicht auf dem Videomonitor blieb düster. Lucan kannte den ernsten Krieger lange genug, um zu wissen, dass diese Art von Pannen auch ihm nicht gefiel. Demnach noch nichts Neues aus Dublin? Lucan schüttelte den Kopf. Rowan hat eine volle Einheit in der Stadt und Umgebung. Sie suchen nach allem, was sie bei Crows angebliche Geliebte finden können. Aber ohne einen Namen oder eine Personenbeschreibung kommen sie natürlich nicht weit. Lucan stieß einen leisen Fluch aus. Und dass es Rowan neulich in London mit Justice zu tun bekam, macht es auch nicht besser. Wie das? fragte Chase. Sie hatten dort in letzter Zeit mit einer Mordserie zu tun. Die Opfer waren Menschen und Stammesvampire, ein paar von ihnen Prominente. Joint Urban Security war schließlich so verzweifelt, dass sie dem Orden ein Friedensangebot gemacht haben gegen inoffizielle Hilfe bei den Ermittlungen. Taggen knurrte. Wobei inoffizielle Hilfe bedeutet, nimm ihnen die ganze Arbeit ab und rede nicht drüber. Hauptsache, sie müssen sich nicht die Hände schmutzig machen. Wie in den alten Agenturzeiten, sagte Gideon, und seine Hände flogen von einem riesigen Monitor zum nächsten. Nur, dass sie jetzt einen schicken neuen politisch korrekten Namen haben, die gleiche alte Scheiße nur mit anderem Personal. Chase, der früher selbst bei der Agentur Karriere gemacht hatte, hob eine blonde Braue. Und es sind doppelt so viele, jetzt, wo Justice Stammesvampire und Normalsterbliche einstellt. Ihre Ineffizienz ist gerade unser Vorteil, sagte Hunter, seine tiefe Stimme war entnervend ruhig, sein Beitrag logisch wie immer. Wenn die Bostoner Behörden beschließen, sich bei dem Mord an Cass ebenfalls rauszuhalten, kann der Orden unbehindert von bürokratischen Schranken ermitteln. Wollen wir es hoffen, sagte Lucan. Hölle noch mal, hoffen allein reicht nicht. Wir müssen diese Sache mit Volldampf betreiben, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Wenn Nathan und sein Team mit diesem Mord Recht haben, dass seine Exekution durch einen Unsterblichen war, mitten in der Stadt, dann brauchen wir Antworten, und zwar besser gestern als heute. Verstanden. Sehe ich auch so, antwortete Chase. Er zögerte kurz. Dann räusperte er sich betont. Es gab eine Zeugin, nicht am Tatort des Mordes, aber jemand hat Cass gesehen, hat wenige Stunden vor seinem Tod noch mit ihm geredet. Lucan runzelte die Stirn. Du hast nicht erwähnt, dass das Team eine Zeugin identifiziert hat. Eine weitere Pause. Chase machte die Lippen schmal. Weil sie in den Berichten von Nathan und seinem Team nicht erwähnt wurde. Raffi kam vorhin zu mir und hat mich persönlich über diese Frau informiert. Sie ist eine Stammesgefährtin aus einem der dunklen Häfen in Back Bay. Tatsächlich handelt es sich um Carys beste Freundin und Mitbewohnerin. Hunter legte den Kopf schief und machte die Augen schmal. »Willst du damit sagen, Nathan hat ein Schlüsseldetail seiner Ermittlung übersehen? Unmöglich. Er macht keine Fehler.« »Nein«, sagte der Commander von Boston vorsichtig. »Ich sage, dass Nathan in seinem Bericht von heute früh ein Schlüsseldetail absichtlich ausgelassen hat.« Lucan fauchte praktisch los. »Warum zur Hölle würde er so was Dummes machen?« Chase' Blick war Antwort genug. »Ach du Scheiße.« Lucan fuhr sich mit der Hand über den Kiefer und stieß ein freudloses Lachen aus. »Er fickt sie, ja?« »Nathan hat sich erst kurz vor Sonnenaufgang von seiner Patrouille zurückgemeldet,« erklärte Chase. »Ich schätze mal, dass er nicht so lange spazieren war.« Lucan warf Hunter einen harten Blick zu. »Du und Corinne wisst nichts davon?« »Der ehemalige Killer, der vor etwa zwanzig Jahren Nathans Mutter zu seiner Gefährtin genommen hatte, schüttelte den Kopf. Er sah genauso ungehalten aus wie Lucan.« »Nathan ist unser Sohn. Aber er kam als fertiger Mann zu uns, obwohl er erst dreizehn war. Er behält sein Privatleben für sich. So war es immer mit ihm. Aber trotzdem würde Nathan sich niemals durch physische Triebe von seiner Pflicht ablenken lassen. So ist er nicht ausgebildet.« »Vermute, dass es hier um mehr geht als nur um einen physischen Trieb,« warf Chase ein. »Er ist zerstreut. Vielleicht sogar etwas besessen. Er denkt, er hat es unter Kontrolle, aber er macht sich etwas vor.« Tegan lachte leise. »Da wäre er kaum der Erste.« »Nein, wäre er nicht,« stimmte Chase ihm zu. »Aber wenn er so weitermacht, werde ich keine andere Wahl haben, als ihn von dieser Mission zu entbinden.« »Chase hat recht,« sagte Lucan. »Diese Scheiße ist zu heikel. Jedes unserer Teams muss reibungslos zusammenarbeiten. Keine Ausnahmen. Wenn Nathan das nicht hinkriegt, stellen wir sein Team neu zusammen und machen ohne ihn weiter.« Lucan sah wieder zu Chase auf dem Videomonitor. »Was wissen wir sonst über diese Zeugin?« »Ihr Name ist Jordana Gates. Ihr Vater, Martin Gates, ist einer der prominentesten Bürger von Boston. Gates ist ledig. Er hat Jordana als Baby adoptiert.« Lucan knurrte. »Kein typisches Arrangement, dass ein alleinstehender Stammesvampir eine Stammesgefährtin adoptiert.« »Nicht typisch, kommt aber durchaus vor,« sagte Chase. »Meine Familie ist mit Martin Gates befreundet, seit er ein paar Jahre vor der ersten Morgenröte aus Vancouver kam. Sein Ruf in diesen über zwanzig Jahren war absolut makellos. Er hat sein Vermögen an der Börse gemacht und in bildende Kunst investiert. Und ein weisen Kind zu sich zu nehmen und aufzuziehen. Ich habe Gates mehr als einmal sagen hören, dass es sich für ihn ohne leibliche Erben oder Familie wie eine Schande anfühlt, ein solches Vermögen angehäuft zu haben, ohne es mit jemandem teilen zu können. Der Mann ist so wohltätig, wie er reich ist. Und Martin Gates ist sehr, sehr reich.« »Und Jordana?« fragte Lucan. »Nettes Mädchen«, sagte Chase. »Eine intelligente, schöne Frau. Sie könnte sich wahrscheinlich jeden Mann in der Stadt aussuchen, ob Stammesvampir oder Normalsterblichen. Eine Weile gab es Gerüchte, dass sie mit einem Vampir namens Elliot Bentley Squire zusammen war, Martin Gates prominentem langjährigen Anwalt und Freund. Laut Bentley Squire war ihre Blutsverbindung nur eine Frage der Zeit. Die Klatschmagazine in Back Bay spekulieren seit Jahren über die Verbindung.« »Es geht doch nichts darüber, prominente Zivilisten in verdeckte Ordensmissionen hineinzuziehen«, murmelte Lucan. Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich weiß nicht, was Nathan denkt, was er mit dieser Frau macht, oder was seine Absichten mit ihr sind. Solange sie eine potenzielle Informationsquelle ist, ist mir das auch scheißegal. Unsere Mission ist alles, worauf es ankommt. Wenn wir die in den Sand setzen, sterben Leute und Kriege brechen aus.« Lucan sah zu Hunter hinüber, der seine Bemerkung mit einem zustimmenden Nicken quittierte. »Nathan hat dem Orden einen Treueid geschworen. Wenn er das nicht leisten kann, muss er damit rechnen, seinen Status beim Orden zu verlieren.« »Ja, das dürfte gut ankommen«, bemerkte Gideon, der sich wie wild durch tausende Dateien klickte und dann eine nach der anderen vom Bildschirm wischte. Er wurde langsamer und fuhr sich mit den Fingern durch seinen kurzen, blonden Haarschopf. »Wahnsinn«, sagte er und sah über den Rand seiner omnipräsenten, hellblau getönten Sonnenbrille zu Lucan und den anderen Kriegern hinüber. »Mein kleiner Schnüffler hier hat gerade eine Hintertür in der Firewall eines Geschäftskontos des Lanotte gefunden.« Lucan, Chase auf dem Videomonitor und die anderen Krieger im Raum starten Gideon in fragendem Schweigen an. Auf dem Gesicht des Hacker-Genies breitete sich ein Grinsen aus. »Ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch mit der Machete durch das letzte Sicherungsgestrüpp und dann knacke ich uns Cash & Grace Geheimnisse wie eine Walnuss.« Jordana war seit Sonnenaufgang wach. In ihrem Kopf summten tausend Gedanken und letzte Detailfragen zur Ausstellungseröffnung des heutigen Abends. Aber es war das tiefe, wohlige Summen ihres Körpers gewesen, das sie vor Stunden aus dem Schlaf geweckt hatte. Dieses belebte Pulsieren ihrer Glieder und ihres Geschlechts, ihres Blutes, war es, dass ihr dieses heimliche Dauerlächeln ins Gesicht zauberte, das sie einfach nicht abschalten konnte, so sehr sie es auch versuchte. Der Sex mit Nathan letzte Nacht war absolut spektakulär gewesen. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie jetzt noch seine starken Hände, seinen heißen Mund spüren. Seinen harten Körper, wie er sich über ihr, in ihr, bewegte. Jordana stöhnte in ihre Tasse, als sie einen Schluck von ihrem Lieblingsfrühstückstee nahm. Vor einer Weile schon hatte sie geduscht, saß jetzt im Bademantel auf ihrem Bett und beantwortete E-Mails, bevor sie und Carys sich zum Museum aufmachen mussten. »Da ist aber jemand früh auf.« Carys lehnte am Türrahmen der offenen Schlafzimmertür. Ihr karamellbraunes Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ein ausgeleierter, grauer Trainingsanzug hing los auf ihrem athletischen Körper. »Alles okay, Jordana?« »Ja.« Sie nickte und fragte sich, ob sie für ihre Freundin heute irgendwie anders aussah als sonst. Sie fühlte sich, weiß Gott, anders. Alles schien heute anders. »Ich hab mich nur schon ein bisschen an die Arbeit gemacht, weil ich nicht mehr schlafen konnte.« »Kein Wunder«, antwortete Carys. »Nach so einer Nacht?« Ein Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, und Jordana wurde schlagartig klar, dass ihre Freundin nicht von dem schrecklichen Vorfall beim Lanotte sprach. »Du weißt, dass Nathan hier war?« »Ich hab ihn vor Sonnenaufgang noch hier getroffen.« »Er wollte sich eben vom Acker machen, als ich von Rune nach Hause gekommen bin.« Jordana hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass Nathan neben ihr läge, wenn sie aufwachte. Aber sie konnte den Anflug von Enttäuschung nicht leugnen, den sie verspürt hatte, als sie vorhin die Augen geöffnet hatte und er fort gewesen war. Und sie musste sich eingestehen, dass sie gehofft hatte, inzwischen von ihm zu hören. Alles, was sie brauchte, war ein kleines Anzeichen dafür, dass die letzte Nacht auch ihm etwas bedeutete. »Wie ist er dir vorgekommen?« fragte sie, stellte den Tee auf dem Nachttisch ab und schenkte Carys ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie gierte nach jedem winzigen Detail, das ihre Freundin ihr nennen konnte. »Was hat er zu dir gesagt? Hat er von mir gesprochen?« Carys hob eine schmale Braue. »Du meinst, nachdem er gemerkt hat, dass ich kein böser Einbrecher war, den er ausschalten muss, weil er seiner Frau etwas antun wollte?« »Hat er das gesagt wortwörtlich?« Jordanas Herz setzte einen Schlag aus. »Wie hat er es gesagt? Hat er explizit »seine Frau« gesagt?« Mit einem leisen Lachen kam Carys ins Zimmer und setzte sich zu ihr auf die Bettkante. »Ach, ich sehe schon, das ist viel schlimmer, als ich zuerst vermutet hatte.« Sie beugte sich näher zu Jordana und flüsterte. »Wenn du ihm ein Briefchen schreiben willst, sage ich Rune, er soll es ihm nach der Schule geben.« »Sag mir, was er gesagt hat.« Jordana knuffte ihre Freundin gegen die Schulter und kicherte mit ihr zusammen los. »Na los, Car, ich brauche Details, es ist mein Ernst.« »Weiß ich, dass es dir ernst ist,« gab Carys nach. »Und Nathan auch, denke ich. Ihm ist es ernster, als ich es jemals bei ihm erlebt habe.« Ohne noch mehr zu sagen, stand Carys vom Bett auf und ging in Jordanas begehbaren Wandschrank hinüber. »Weißt du schon, was du heute Abend anziehst?« Jordana eilte ihr nach. »Ich habe zwei Kleider in der engeren Auswahl, entweder das schwarze Knöchellange oder das hellrosa Cocktailkleid aus Seide.« Es war schwer, an Outfitfragen zu denken und noch schwerer, darüber zu diskutieren, wenn ihr wie jetzt der Atem stockte. »Was meinst du damit, Nathan ist das Ernste, als du es jemals bei ihm erlebt hast? Ernst, was mich angeht?« Carys hatte die beiden Kleider gefunden, die Jordana erwähnt hatte, und zog sie aus dem Schrank. Sie hielt sie in die Höhe, eines in jeder Hand. »Ich muss die an dir sehen, bevor ich entscheiden kann, welches dir am besten steht. Hier, das schwarze zuerst.« Jordana nahm das Kleid, das ihre Freundin ihr in die Hand drückte. »Hat Nathan gesagt, dass es ihm ernst mit mir ist?« Carys winkte ab. »Erst lass mich das Kleid sehen, dann reden wir.« Murrend drehte Jordana ihr langes blondes Haar zu einem behelfsmäßigen Knoten zusammen, streifte dann Bademantel und BH ab und fuhr in das maßgeschneiderte schwarze Kleid. Es war ihre erste Wahl. Sie hat es schon vor Monaten nur für diese Ausstellungseröffnung gekauft. Klassisch, konservativ, perfekt. Carys legte den Kopf schief und täuschte ein Gähnen vor. »Nächstes.« »Dir gefällt das gar nicht?« Jordana drehte sich zu einem der bodenlangen Spiegel in ihrem begehbaren Wandschrank. Das knöchellange Kleid mit den breiten Aufschlägen war wunderhübsch, eine exzellente Wahl für jeden gehobenen Anlass, besonders dann, wenn Jordana ein Begräbnis leitete statt einer Ausstellungseröffnung. Sie gab dem Spiegelbild ihrer Freundin mit einem Blick recht. Dann verschränkte sie die Arme vor der Brust. »Sag mir, was er gesagt hat.« »Er sagte, er will nicht, dass dir etwas passiert. Er will nicht, dass dir wehgetan wird.« Nicht gerade ein Liebeslied, aber Jordanas Herz begann heftig und hoffnungsvoll zu schlagen. »Das ist alles. Mehr hat er nicht gesagt.« Carys winkte ihr, mit der Modenschau weiterzumachen. Jordana runzelte die Stirn, zog aber das schwarze Kleid schnell aus. Als sie nach dem ebenso braven, rosafarbenen Seidenkleid griff, riss Carys es ihr weg und zog ein anderes aus dem riesigen Fundus eleganter Abendgarderobe. »Probier mal das an.« »Ach«, sagte Jordana und begann schon den Kopf zu schütteln. »Nein, das geht nicht für heute Abend, und ich ...« »Ich dachte, du willst wissen, was er sonst noch gesagt hat,« neckte Carys. »Also los, anziehen.« Jordana blieb nichts anderes übrig, als das rote Cocktailkleid aus Carys' ausgestreckte Hand zu nehmen. Der Seidenstoff war glatt und weich in ihren Händen, wenn auch etwas formlos auf dem Kleiderbügel. Jordana erinnerte sich jetzt mit beunruhigender Klarheit an diesen Spontankauf. Sie hatte dieses Kleid an dem Tag erstanden, nachdem sie Nathan hier in dieser Wohnung so waghalsig und wahnsinnig einen Kuss aufgezwungen hatte. Es war nicht die Art Kleid, die sie sich sonst jemals ausgesucht hätte, und sie hatte keine Ahnung, warum sie es nicht sofort wieder zurückgegeben hatte. Sie zog sich den leichten, feuerfarbenen Stoff über den Kopf und ließ das Kleid über ihren Körper hinunterfallen. Es fühlte sich auf ihrer Haut wie eine Flüssigkeit an, dekadent, luxuriös und wunderbar sündig. »Sag mir, was Nathan sonst noch gesagt hat,« befall sie ihrer Freundin, während sie das rote Kleid glattstrich. »Dass du ihm wichtig bist,« antwortete Karis hinter ihr, »dass du ihm etwas bedeutest.« Jordana fuhr herum. Kühle Luft streichelte ihr den Rücken, das knielange Cocktailkleid war rückenfrei und gefährlich tief ausgeschnitten. »Das hat er wirklich gesagt? Dass ich ihm wichtig bin, dass ich ihm etwas bedeute?« »Hat er.« Karis musterte sie von Kopf bis Fuß, und auf ihrem Gesicht breitete sich ein breites Grinsen aus. »Verdammt, Jordana, du hast gerade dein Kleid gefunden!« Zweifelnd drehte sie sich wieder zu den bodenlangen Spiegeln um. Sie erkannte die Frau kaum, die da auf sie zurückstarrte. Das ärmellose rote Kleid saß hauteng an den richtigen Stellen und zeigte ziemlich viel Bein, schaffte es dabei aber trotzdem, geschmackvoll und elegant zu wirken. Vorne deutete sein drapierter Ausschnitt ein Dekolleté nur an, der eigentliche Hingucker war hinten. »Meinem Vater bleibt das Herz stehen, wenn ich in diesem Kleid zur Ausstellungseröffnung komme.« »San Jordana.« Sie schüttelte den Kopf und konnte sich ein Kicher nicht verkneifen, als sie sich vorstellte, was für fassungslose Reaktionen sie damit ernten würde. »Und Elliot wird völlig empört sein. Womöglich trifft ihn der Schlag.« Carys zuckte mit den Schultern. »Ach, das ist deren Problem. Du siehst einfach umwerfend aus.« Jordana musterte ihr Spiegelbild und fragte sich, ob es nur die kräftige Farbe des Stoffes war, die die Farbe ihrer eisblauen Augen intensiver und ihre Züge irgendwie kühner, unbeugsamer machte. Das war nicht mehr das brave Mädchen, das von Besitzansprüchen und Erwartungen im Zaum gehalten wurde, sondern eine furchtlose Frau, die bereit war, es mit der Welt aufzunehmen. Oder vielleicht kam dieser wilde Blick davon, dass ihr Blut beim Gedanken an Nathan heiß und schnell durch die Adern schoss. Sie fühlte sich anders. Nicht einfach wegen ihrer verlorenen Unschuld und der unglaublichen Leidenschaft der letzten Nacht. Sie war anders. Verändert auf eine Weise, die sie nicht ganz definieren konnte. Aber eines wusste sie. Egal, wie die Sache mit Nathan weitergehen würde, ihr Leben würde nie wieder so sein wie zuvor. »Karis«, murmelte sie. »Weißt du noch, wie ich dir gesagt habe, wie ich mich mit Nathan fühle?« »Natürlich«, ihre Freundin starrte sie wissend an. »Als stehst du an einer Klippe und er ist ein Sturm, der dich fast hinunterbläst.« »Genau.« »Nun, letzte Nacht habe ich's getan. Ich bin von der Klippe gesprungen.« Jordana seufzte. »Ich bin mit offenen Augen gesprungen. Und jetzt falle ich. Was, wenn keiner da ist, der mich auffängt? Was, wenn das, was ich für Nathan empfinde, die reine leichtsinnige Dummheit ist, und ich unten einfach zerschelle und in Flammen aufgehe?« Karis lächelte ihr im Spiegel zu. »Liebes, da mach dir mal keine Sorgen. Wenn Nathan dich in diesem Kleid sieht, dürfte er derjenige sein, der in Flammen aufgeht.« Nathons Kommunikationsgerät vibrierte, als er gerade an die Tür von Commander Chase' Arbeitszimmer im Bostoner Hauptquartier klopfen wollte. Stattdessen sah er mit einem Stirnrunzeln nach der eingegangene Nachricht. Wahrscheinlich Raffi oder ein anderes Mitglied seines Teams, das sich Sorgen machte, warum er nicht mit ihnen unten im Waffenraum war und ihr tägliches Training leitete. Er starrte auf die Nummer auf dem Display. Es war keiner der Krieger. »Jordana! Woher zur Hölle hatte sie seine Privatnummer?« Neugierig geworden und faszinierter, als er zugeben wollte, klickte Nathan die Nachricht auf. »Hi. Karis hat mir deine Nummer gegeben. Hoffe, das macht dir nichts aus.« »Scheiße.« »Doch, es machte ihm etwas aus. Aber deshalb las er auch die nächste eingegangene Kurznachricht. Seine Adern flammten elektrisch auf. »Muss ständig an letzte Nacht denken. An uns.« »Musste er auch.« Und die ständige Zerstreutheit machte ihn verdammt noch mal fast wahnsinnig. »Muss ständig an dich denken. In mir.« »Verdammt!« Jetzt raste diese heiße elektrische Strömung steil nach unten und er wurde schlagartig steif. Er stellte sich anders hin, nicht dass es etwas nützte. Er hatte ein kristallklares Bild von Jordana vor Augen, wie sie nackt und mit gespreizten Beinen unter ihm lag, und er hatte keine Möglichkeit, den Druck seiner riesigen Erektion loszuwerden, die sich heftig gegen seine Drillichhose spannte. Mit wild gerunzelter Stirn lasse die nächste Zeile. »Ich werde auch auf der Eröffnungsparty heute Abend an dich denken. Vielleicht kommst du ja mit.« Ihm entging nicht, dass sie ihn hiermit explizit eingeladen hatte. Auch seinem Schwanz entging es nicht. Jedes Blutgefäß in seinem Körper flammte in gieriger Zustimmung auf. So verlockend es auch war, weiterzumachen, wo er und Jordana aufgehört hatten, Nathan knurrte dennoch und versuchte sich den Gedanken aus dem Kopf zu schlagen. Er hatte seinen gesunden Menschenverstand von seinem Hunger nach ihr übertrumpfen lassen. Womöglich hatte er bereits die ganze Mission seines Teams in Gefahr gebracht, indem er Jordana letzte Nacht die Unschuld geraubt hatte, statt sie ins Hauptquartier zu bringen und ihre Aussage aufzunehmen, wie er es mit jedem anderen Zeugen gemacht hätte. Das war der Grund, weshalb er eben vor Chase Büro stand, absolut bereit, sich seine verdiente Strafe abzuholen. Er hatte letzte Nacht seine egoistischen Wünsche über seine Verantwortung für seine Brüder gestellt. Er bedauerte keine Minute der Stunden, die er in Jordanas Bett verbracht hatte. Aber die Tatsache, dass er es getan hatte, trotz seiner ganz schwer erworbenen Disziplin, auf die er so stolz war, noch schlimmer, dass er Jordana auf Kosten seiner Pflicht gegenüber seinen Teamkameraden verfolgt hatte, war ein schweres Vergehen, das er mit allen Mitteln wiedergutmachen wollte. Wieder las er Jordanas Nachricht und stöhnte über seinen Verlust. Er würde sie nach seinem Treffen mit Chase anrufen und ihr sagen, dass sie nicht mit ihm rechnen sollte. Verdammt! Er würde ihr beibringen müssen, dass er sie bei ihrem nächsten Wiedersehen wahrscheinlich auf Befehl von oben ins Hauptquartier bringen und dort festhalten musste, bis der Orden sie für seine Ermittlungen nicht mehr benötigte. Er konnte nur hoffen, dass sie ihn nicht dafür verachten würde, ihr das alles nicht gesagt zu haben, bevor sie sich ihm letzte Nacht so vertrauensvoll hingegeben hatte. Als er sich so für dieses weitere Versagen schallt, vibrierte sein Kommunikationsgerät wieder. Dieses Mal keine Nachricht, nur ein Bild. Jordana in einem roten Kleid. In einem sexy, rückenfreien, hautengen, höllenscharfen roten Kleid. Und sie musste wissen, wie unglaublich sie darin aussah. Sie stand vor einem bodenlangen Spiegel in ihrem Ankleideraum und sah über die Schulter in die Kamera, mit einer Miene, die selbstbewusst, provokativ, zutiefst sinnlich war. Und nur für ihn bestimmt. Nathans Fänge schossen aus dem Zahnfleisch und sein Ständer wurde endgültig unerträglich. Er starrte in jämmerlicher Lust ihr Foto an, schloss die Finger so fest um sein Kommunikationsgerät, dass es fast zersprang. Mit einem abgehackten Keuchen wich ihm alle Luft aus den Lungen. Wie siehst du denn aus, verdammt? Ohne jede Vorwarnung hatte sich die Tür zu Chase' Arbeitszimmer geöffnet. Scheiße. Nathan riss den Kopf hoch und versuchte gleichzeitig, sein Kommunikationsgerät rasch und möglichst unauffällig in der Hosentasche zu verstauen. Dann rammte er beide Fäuste in die Hosentaschen, in der Hoffnung, seinen unübersehbaren Ständer zu kaschieren. Seine Fänge und bernsteingelb blitzenden Augen waren genauso schwer zu verbergen. Nathan! Sterling Chase' kluge blaue Augen trafen ihn wie doppelte Laserstrahlen. Ihnen entging nichts. Die tiefe Stimme des Kommanders war leise, sein Mund ernst, er lächelte nicht. Ich habe die Berichte deines Teams von letzter Nacht durchgesehen. Ich wollte dich gerade herrufen, um sie zu besprechen. Nathan nickte grimmig. Das hatte ich erwartet, Sir. Komm rein. Chase drehte sich um und stapfte zu seinem Schreibtisch in dem geräumigen Büro zurück. Mach die Tür zu und setz dich. Nathan tat wie geheißen, setzte sich in einen der beiden Ledersessel auf der Besucherseite von Chase' Schreibtisch. Obwohl er aus eigenem Antrieb gekommen war, wusste er nur zu gut, dass ihm ein offizieller Verweis bevorstand. Höchstwahrscheinlich hatte Chase schon mit Lucan und zwei Ordensältesten über sein Vergehen gesprochen und darüber, wie es mit ihm weitergehen sollte. Nathan wartete in respektvollem Schweigen, dass sein Commander das Wort an ihn richtete. Und er war froh um die Gelegenheit, seine Libido niederzukämpfen. Keine leichte Aufgabe, denn das Bild von Jordana in feuerroter Seide hatte sich unauslöschlich in seinen Verstand eingebrannt. Chase stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und musterte Nathan lange. »Wir reden später darüber, was du dir dabei denkst, etwas mit dieser Frau anzufangen, und warum sie dich auf einem gesicherten Kommunikationsgerät anruft. Zuerst besprechen wir, was heute Morgen ansteht.« Damit lehnte Chase sich zurück und rief Nathans Patrouillenbericht auf seinen Touchscreen-Monitor auf dem Schreibtisch auf. »Wie ich schon sagte, ich habe die Berichte des Teams zum gestrigen Mord an Cashin Grey durchgesehen. Enttäuschend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nicht nur, dass es ihm gelungen ist, unseren Razzien und Patrouillen der letzten paar Nächte zu entkommen. Nein, sein Tod liefert der Öffentlichkeit auch noch eine Geschichte, über die man jahrelang reden wird.« »Eine Enthauptung mitten in der gottverdammten Bostoner Innenstadt!« In Chase Augen blitzten wütende Funken. »Zum Glück«, tat Justice wie üblich im Dunkeln. »Sie haben ihn voll offiziell zu einem Zufallsmord erklärt, Täter und Motiv unbekannt. Wir wissen, dass diese Art zu töten und besonders das Opfer alles andere als zufällig waren.« Nathan senkte zustimmend den Kopf. »Wer immer Cash ermordet hat, wusste genau, wie er ihn töten musste. Er oder sie wussten, was er war.« Chase machte die Lippen schmal. »Oder, sie sind dasselbe wie er, Atlantiden.« »Das wäre auch meine Vermutung«, sagte Nathan. »Bleibt die Frage, warum jemand und besonders ein Angehöriger von Cass' eigener Spezies ihn töten wollte.« Chase knurrte. Sein Blick blieb unverwandt auf Nathan gerichtet. »Man hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass es eine Zeugin gibt, die Cashin Grey getroffen hat, wenige Stunden bevor sein Tod entdeckt wurde. Eine Zeugin, die in keinem der Patrouillenberichte erwähnt wird. Ich hätte gar nichts davon erfahren, wenn Raffi nicht heute früh mit dieser Information zu mir gekommen wäre. Offenbar wollte er einen Freund schützen, indem er dieses wichtige Detail ausgelassen hat. Zum Glück für Raffi hat seine Loyalität dem Orden gegenüber gesiegt, bevor dieser Vertrauensmissbrauch ohnehin entdeckt worden wäre. Sonst hätte die Sache ernste Konsequenzen für ihn gehabt.« Nathan bemühte sich um eine neutrale Mine, aber innerlich versetzte er sich einen Tritt. Was hatte der verdammte Raffi auch versucht, ihn zu schützen? Nathan hat ihn nicht darum gebeten. Er hätte es nie erwartet. »Mit Raffi befasse ich mich später,« sagte Chase. Er sah zu dem Patrouillenbericht auf dem Monitor hinüber. »Jetzt will ich wissen, warum diese Zeugin nicht im Bericht meines Käpt'ns erwähnt wird, der zudem erst heute früh bei mir eingegangen ist. Ich will wissen, warum einer meiner besten Männer, ein Krieger, der dieser Einheit über ein Jahrzehnt treu und einwandfrei gedient hat, plötzlich anfängt, gegen die Dienstvorschriften zu verstoßen.« Chase knallte die Faust auf den Tisch. »Verdammt, ich will wissen, warum du mich praktisch dazu zwingst, dich von deinem Posten als Käpt'n des Teams abzuziehen.« Nathan blieb ruhig, wusste, dass er Chase Wut voll und ganz verdient hatte. »Ich habe keine Entschuldigung. Ich habe meinem Team und dir gegenüber versagt. Ich kann dir nur mein Wort geben, dass es nicht wieder vorkommen wird.« Chase musterte ihn lange schweigend. Dann stieß er einen harten Seufzer aus. »Was zum Teufel machst du da, Nathan? Vergessen wir mal einen Augenblick, dass Jordana Gates derzeit eine Zeugin in einer laufenden Ermittlung des Ordens ist. Sie ist auch eine Stammesgefährtin. Herr Gott noch mal, wie weit willst du mit ihr gehen? Du hast schon mit ihr geschlafen. Was kommt als nächstes? Werde ich herausfinden, dass du auch noch eine Blutsverwindung mit dieser Frau eingegangen bist?« Jetzt bekam Nathans Selbstbeherrschung erste Risse. Seine Lippe kräuselte sich in leiser Andeutung eines Fauchens. »Bei allem nötigen Respekt, Sir.« »Das geht dich einen Scheißdreck an.« »Du irrst dich!« Chase stand auf, ging um den Schreibtisch herum und setzte sich auf die Kante, direkt vor Nathan. »Das kannst du nicht machen, das weißt du. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn wir bald wieder in einem Krieg stehen und dieses Mal gegen eine ganz andere Spezies von Unsterblichen, dann können wir uns keine Ablenkungen leisten. Und Jordana Gates ist eine gewaltige Ablenkung für dich. Für dich steht viel zu viel auf dem Spiel, um emotionale Verstrickungen zu erlauben, die deine Effizienz als Krieger beeinträchtigen.« Obwohl Chase es nicht gewusst haben konnte, traf er Nathan mit dieser Anklage bis ins Mark. Wie eine Gezeitenwelle aus schwarzem Wasser strömten Erinnerungen aus seiner Vergangenheit auf ihn ein. Die Schläge der dicken Ketten, die seinen Rücken zerfetzten. Das tödliche Sonnenlicht, das durch die verwitterten Dachziegel der alten Scheune hereinbrach, in die er und die anderen jungen Jäger gebracht wurden, wenn ihre Lektionen in Gehorsamkeit und Pflichterfüllung sie nicht gelehrt hatten, wer und was sie zu sein hatten. »Du bist eine Waffe. Ein klatschender Kettenschlag. Effektive Waffen haben keine Gefühle. Klatsch. Effektive Waffen beugen sich nie, niemals, niemandem. Klatsch.« Nathan sagte nichts, arbeitete sich stumm durch die lebhaften, unerwarteten Erinnerungen an seine Abrichtung und suchte in sich nach dem distanzierten Jäger, der seine gnadenlose Ausbildung ausgehalten und überlebt hatte, um ein besseres Leben jenseits dieser anderen, brutalen, trostlosen Existenz zu finden. Aber es gab einen Teil von ihm, der sich immer an den Gestank von Blut und Urin erinnern würde und die salzigen Tränen eines zu Tode geängstigten, gefolterten kleinen Jungen schmecken würde. »Nichts wird meine Effizienz behindern«, murmelte er ruhig. Chase starrte ihn an. »Liebst du sie?« Ihm lag eine schnelle, heftige Verneinung auf der Zunge, aber er konnte sie nicht aussprechen. Was immer es war, das er für Jordana empfand, es ging über schlichtes Verlangen oder Zuneigung weit hinaus. Es verzehrte ihn, presste ihm das Herz wie eine Faust zusammen und gab ihm gleichzeitig das Gefühl grenzenloser Freiheit. Er blickte zu Boden und schüttelte stumm den Kopf. »Vielleicht tue ich das. Scheiße, ich weiß es nicht.« »Das findest du besser heraus«, antwortete Chase. »Denn alles andere als Liebe ist hier für uns Zeitverschwendung, besonders wenn es sich deinen Rang unter meinem Kommando kosten könnte. Oder sogar deinen Platz im Orden überhaupt.« »Soweit wird es nicht kommen«, versicherte ihm Nathan. »Egal, was ich mit Jordana habe, der Orden ist meine Familie, ich habe das unter Kontrolle.« Chase knurrte. »Dann beweise es mir und dir selbst und bring sie uns, wie du es schon gestern Nacht hättest tun sollen.« Nathan stellte sie sich in ihrem wahnsinnigen roten Kleid vor, wie sie umgeben von halb Boston stolz ihre Ausstellung eröffnete. Dann stellte er sich vor, wie er dort hineinplatzte, genau wie er befürchtet hatte. Nicht als der Mann, den sie sich in diesem wichtigen Augenblick an ihrer Seite wünschte, sondern als Krieger, der ausgeschickt war, um ihr den Abend zu verderben. Sie würde ihn dafür hassen. Nathan fluchte leise. »Das kann ich nicht machen. Nicht heute Abend. Sie hat diese Veranstaltung im Museum seit Monaten geplant.« Mit einem Fauchen fuhr Chase in die Höhe. Er rieb sich mit der Hand über die Stirn. Dann warf er Nathan einen harten Blick zu. »Hör mal. Ich, mit meinen fast zweihundert Jahren, habe mir, weiß Gott, selbst ein paar Pannen und Katastrophen geleistet. Ich bin kaum derjenige, der dir Vorträge über Pflichterfüllung halten kann oder darüber, wie du dein Leben zu leben hast. Aber ich bin ein Commander.« »Du bist von der heutigen Patrouille suspendiert.« »Sag Elijah, dass er dich als Käpt'n vertritt.« Nathan nahm das Urteil mit einem Nicken zur Kenntnis. »Ich verstehe.« »Tust du das wirklich?« Chase winkte Nathan aufzustehen. »Betrachte es als Chance, diese Sache mit Jordana zu klären. Ich muss wissen, ob du danach deine Mission als Käpt'n deiner Einheit weiterführen kannst. Ich erwarte deine Antwort, gleich morgen früh.« Nathan nickte ihm erneut zu. »Jawohl, Sir.« Chase warf ihm einen nachdenklichen, aber frustrierten Blick zu. »Und jetzt mach, dass du rauskommst.« Nathan ging aus dem Büro und dem Korridor hinunter. Weiter unten bog Raffi um eine Ecke und kam sofort im Laufschritt auf ihn zu. Seine Besorgnis stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Hast du Commander Chase heute schon gesehen?« »Hab ich. Der hat mir eben erst ein zweites Arschloch gefresst.« »Scheiße!« Raffi sah ihn zerknirscht an und ging mit ihm zusammen auf den Kriegerflügel des Hauptquartiers zu. »Ich musste Jordanas Zeugin melden, Alter. Ich wollte dir keine Probleme machen, aber...« »Ist schon okay«, antwortete Nathan. Er konnte kaum wütend sein auf seinen Freund, nur weil er seine Pflicht getan hatte. Du musstest es melden, ich hätte dasselbe getan. »Also, was hat er gesagt?« Nathan zuckte mit den Schultern. »Nichts, was ich nicht verdient hatte.« »Dann hat er mich für heute Abend von der Patrouille suspendiert.« »Muss Eli sagen, dass er mich vertreten wird?« »Himmel, Nathan!« Raffi runzelte die Stirn und schüttelte langsam den Kopf. »Scheiße! Das ist ernst!« »Ja, war es.« Aber was er für Jordana empfand, war auch ernst. Und Chase hatte recht. Er musste das für sich klären. Er musste sehen, ob es eine Möglichkeit gab, dass sowohl Jordana als auch der Orn Teile seines Lebens sein konnten. »Was wirst du denn jetzt machen?« fragte Raffi. Nathan lachte leise. »Ich schätze, heute Abend mit Jordana zu ihrer Ausstellungseröffnung ins Museum gehen.« Raffi starrte ihn mit offenem Mund an. »Was? Du meinst, als ihr Date?« »Du machst wohl Witze.« »Tue ich nicht.« Als Raffi vor dem Waffenraum stehen blieb, ging Nathan weiter auf sein Quartier zu. »Ich hoffe, du hast nicht vor, da in voller Patrouillenmontur hinzugehen,« rief Raffi ihm nach, jetzt lachend. Scheiße. So weit hatte er noch nicht gedacht. Er, der perfekte Taktiker, der Experte für Waffen und Krieg, hatte keinen blassen Schimmer, wie er sich als Mann präsentieren sollte, der mit seiner Frau zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung ging. »Auf ein Date, Herrgott, noch mal.« Abrupt drehte Nathan sich um und stapfte zurück, um Raffi zu suchen. Er zog ihn aus dem Waffenraum hinaus auf den Korridor und senkte die Stimme. »Äh, was zum Henker trägt man auf so einer Ausstellungseröffnung?« Jordana stand auf der Galerie des Museums. Sie war erleichtert und gleichzeitig stolz, als sie hinunter in die gut besuchte Eingangshalle des Museums blickte. Sie hatte gehofft, dass die Eröffnung gut besucht sein würde, aber die Menge an Förderern, Honoratioren, Museumsmitarbeitern und normalen Besuchern, die jetzt ins Museum flutete, übertraf alle ihre Erwartungen. Alles, was Rang und Namen hatte, war heute Abend gekommen, sogar ihr Vater. Martin Gates mischte sich entspannt unter seine Freunde aus den dunklen Häfen und die anderen Gäste aus der Oberschicht Bostons. In dem klassisch geschnittenen, dunkelgrauen Anzug, dem blütenweißen Hemd und mit der perfekt geknoteten Seidenkrawatte wirkte der gutaussehende, dunkelhaarige Stammesvampir wie ein seriöser, wohlhabender Investor und Geschäftsmann. Was er ja auch war. Manchmal vergaß Jordana fast, dass ihr Vater kein Sohn der alteingesessenen reichen Oberschicht Bostons war, sondern dass er ein echter Selfmade-Man war. Er hat es schon in Vancouver zu etwas gebracht, bevor er vor vierundzwanzig Jahren mit ihr an die Ostküste umgesiedelt war. Sie war ein Neugeborenes gewesen, eine wenige Tage alte Stammesgefährtin, die Martin Gates adoptiert hatte, nachdem Jordanas Mutter bei der Geburt verstorben war. Ihr Vater hatte Jordana ein Leben ermöglicht, für das sie ihm nie genug danken konnte, und es wärmte ihr das Herz, dass er heute Abend zu ihrer Unterstützung da war. Hunderte von Menschen gingen durch die Ausstellung, unterhielten sich, bewunderten die Bilder und Skulpturen, verzehrten Schnittchen und tranken Champagner, der von Kellnern im Smoking serviert wurde. Die Halle war erfüllt von Gesprächen und Lachen. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Sogar Elliot war gekommen, eine nette Geste, mit der Jordana nicht gerechnet hatte. Aber das war Elliot, pflichtbewusst, immer ganz der Diplomat, egal um was es ging. Sie beobachtete ihn dabei, wie er sich offensichtlich gut gelaunt vor der Sammlung französischer Gobelins bei einer Gruppe von wichtigen Leuten aus Bergbay einschmeichelte. Und sie fragte sich, ob er je wirklich echte Zuneigung für sie empfunden hatte oder im Grunde schon immer nur ihrem Vater hatte gefallen wollen. Sexuell begehrt hatte Elliot sie ganz sicher nicht. Nicht einmal, wenn er in einer seiner leidenschaftlichen Stimmungen gewesen war. Jordana wusste jetzt, wie sich wirkliches Begehren anfühlte, lodernde, unersättliche, verzehrende Leidenschaft. Sie und Elliot hatte wenig mehr verbunden als ein abgeklärter, freundschaftlicher Respekt füreinander. Was sie in den letzten Nächten mit Nathan erlebt hatte, war nicht zu vergleichen mit ihrer Beziehung zu Elliot. Jordana überflog noch einmal die Ausstellungshalle und suchte in der Menschenmenge nach dem Gesicht, das sie am meisten herbeisehnte. Doch sie wusste, dass Nathan nicht kommen würde. Das hier war nicht sein Terrain, nicht seine Art von Veranstaltung. Er hatte weitaus wichtigere Dinge zu tun. Das alles wusste sie, auch wenn sie ihm vorhin in einem unbesonnenen Moment diese Nachrichten geschickt hatte. Gott, was musste er jetzt von ihr denken? Besser, sie dachte erst gar nicht daran. Wenn sie doch diese Nachrichten zurücknehmen, wenn sie nur das Foto löschen könnte, das sie ihm geschickt hatte. Er hatte nicht geantwortet. Es war also möglich, dass er ihre Nachrichten gar nicht gesehen hatte. Vielleicht hatte Carys ihr auch eine falsche Nummer gegeben. Vielleicht hatte sie ja Glück, so unwahrscheinlich es auch war. Der alte Mr. Bonneville lässt dich grüßen. Carys grinste schief, als sie vom Ausstellungsraum hinauf zu Jordana auf die ruhige Galerie trat. Und Mr. Delano, Mr. Putnam und Mr. Forbes haben sich nach dir erkundigt. Hab ich dir doch gesagt, dass das Kleid der Hammer ist. Alle Männer da unten, die noch nicht ganz verknöchert sind, warten nur darauf, dass du dich endlich noch mal sehen lässt. Warum versteckst du dich hier? Ich versteck mich nicht, ich. Du wartest. Carys vollendete Jordanas Satz mit weicher Stimme. Elegant wie eine geschmeidige Katze kam sie auf ihren hochhackigen Riemensandalen zu ihr. Die schicken Schuhe passten perfekt zu dem nachtdunklen Ton ihres hautengen kobaltblauen Kleides. Komm, Rune ist auch nicht da, und wir beide sehen einfach viel zu scharf aus, um bei unserer eigenen Eröffnung alleine herumzustehen. Carys hängte sich bei Jordana ein und lächelte sie aufmunternd an. Ich bin dein Date heute Abend. Zusammen stürzten sie sich in das lärmende Partygewühl und begrüßten Gruppen von erfreuten Mäzenen und Förderern, die auf Jordana zukamen, kaum dass sie die Halle betreten hatte. Es dauerte nicht lange und sie hatte die Enttäuschung darüber, dass Nathan nicht gekommen war, überwunden. Sie war viel zu beschäftigt mit den Gästen, die begrüßt werden mussten, den endlos vielen Händen, die geschüttelt werden wollten. Ein Gespräch folgte auf das andere, als sie langsam in der Halle die Runde machte. Carys trat in den Hintergrund, als die Gäste Jordana bemerkten und auf sie zukamen. »Eine exquisite Sammlung, meine Liebe«, begeisterte sich die Juwelen behängte Stammesgefährtin eines prominenten Führers der dunklen Häfen. Sie war mit ihrem Zirkel von eleganten Damen der Gesellschaft zu der Eröffnung gekommen. Die Damen nickten zustimmend. »Ich habe noch kein Werk entdeckt, das nicht absolut bezaubernd oder faszinierend gewesen wäre.« »Wirklich wundervoll«, fügte eine kleine silberhaarige Frau aus der Gruppe hinzu und schloss dabei Jordanas Hände in ihre kühlen Finger. »Falls das Museum sie nicht ordentlich behandelt, dann richten Sie dem Direktor aus, dass ich sie ihm auf der Stelle wegstehle als Kuratorin für unsere Privatsammlung.« Jordana reagierte mit einem höflichen Lächeln auf das Lob der Matriarchin einer mächtigen, politisch einflussreichen Bostoner Sippe, wie es sie seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr gegeben hatte. »Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Mrs. Armory«, sagte sie. »Es freut mich sehr, dass Ihnen allen die Ausstellung so gefällt.« Die alte Frau zwinkerte ihr zu und beugte sich vor. »Schade, dass keiner meiner ledigen Söhne heute Abend hier ist. Sonst würde ich jetzt versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass Sie eine noch festere Beziehung mit unserer Familie eingehen. Ich bin sicher, keiner von meinen Söhnen hätte etwas dagegen. Kennen Sie meinen jüngsten Peyton? Er ist ein echter Charmeur.« »Ich, äh«, stotterte Jordana, die nun darauf brannte, sich höflich zu verabschieden und davonzumachen. Doch da trat ihr Vater neben sie und rettete sie aus der peinlichen Situation. »Ich fürchte, Mrs. Amory, Sie werden merken, dass meine Tochter immun ist gegen jeden Versuch, sie unter die Haube zu bringen, erwiderte Martin Gates ruhig und legte leicht einen schützenden Arm um Jordanas Schultern. Er schenkte den kichernen Damen ein liebenswürdiges Lächeln und wandte sich dann mit einem warmen, wenn auch weniger zufriedenen Blick an Jordana. »Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.« Jordana wandte sich innerlich. Natürlich hatte er erfahren, dass Sie und Elliot sich getrennt hatten. »Darf ein stolzer Vater Ihnen seine Tochter für einen Moment entführen?« fragte er die Frauenrunde, die eifrig zustimmte. Während er Jordana von den wohlmeinenden Namen wegführte, raunte er leise. »Interessantes Kleid, das du dir für die Eröffnung ausgesucht hast. Du siehst...« Sie wartete darauf, dass er seine Missbilligung zum Ausdruck brachte und ihr vorwarf, das Kleid sei zu provokant und viel zu auffällig. Oder vielleicht sagte er gar nichts mehr und bedachte sie nur mit diesem kurzen, nachdenklichen Blick, der ihr immer das Gefühl vermittelte, dass sie ihn enttäuscht hatte, weil sie sich nicht so verhielt, wie er es sich von seinem einzigen Kind erhoffte. Er schwieg einen Moment und strich ihr liebevoll übers Haar. »Du siehst wunderschön aus, Jordana, und was du hier heute Abend auf die Beine gestellt hast, ist bemerkenswert. Ich bin beeindruckt.« Sein Lob kam aus vollem Herzen. Das verriet ihr der fürsorgliche Ausdruck in seinem Gesicht. Seine Worte bedeuteten ihr mehr als sämtliche Komplimente der anderen Gäste zusammen. »Jordana« nahm seine Hand und drückte sie. »Vielen Dank, Vater.« »Ich möchte, dass du weißt, wie sehr es mich freut, dass du etwas gefunden hast, das dich offensichtlich so glücklich macht.« »Aber«, ermunterte sie ihn zu sagen, was ihm auf der Seele lag. Die leichte Falte zwischen seinen dunklen Brauen war unübersehbar. Er wollte seine Tochter unterstützen, aber ganz offensichtlich konnte er die Seite seines Charakters nicht ausschalten, die bestimmen wollte, wie sie ihr Leben lebte. Die Falte auf seiner Stirn wurde tiefer, und er verlagerte sein Gewicht auf den anderen Fuß. »Das ist jetzt wohl kaum der geeignete Ort und Zeitpunkt, um ...« »Spuck's aus«, sagte sie ruhig und furchtlos. »Es ist in Ordnung. Ich habe mich schon zu lange vor diesem Gespräch gedrückt, und die Begrüßungsrede muss ich erst in ein paar Minuten halten. Wir können also gerne hier und jetzt endlich darüber sprechen.« Er schien anderer Meinung zu sein. Trotzdem senkte Martin Gates seine Stimme und schlug einen vertraulicheren Ton an. Aus seinen Gesichtszügen sprach echte Sorge. »Ich bin sehr stolz auf das, was du erreicht hast, Jordana. Du hast mir nie einen Grund gegeben, nicht stolz darauf zu sein, dass du meine Tochter bist. Aber als ich dich an Kindesstadt annahm, da habe ich etwas geschworen, mir und dir. Und deinen Eltern habe ich es ebenfalls geschworen, die du leider nie kennengelernt hast. Ich habe geschworen, dass ich immer dein Bestes im Auge haben und dir alles geben werde, was du brauchst.« »Das hast du auch getan.« Martin Gates hatte keine Gefährtin und keine Verwandten oder andere Erben. Er war der großzügigste Wohltäter des Vancouver Hospital gewesen. Als Martin erfuhr, dass ein Neugeborenes, eine zukünftige Stammesgefährtin zur Weise geworden war, weil ihre ledige mittellose Mutter bei der Geburt gestorben war, hatte er persönlich die Verantwortung für Jordana übernommen. »Nein.« Er schüttelte langsam den Kopf. »Ich habe geschworen, dass du eine gesicherte Zukunft haben wirst. In dieser Hinsicht erfülle ich mein Versprechen dir gegenüber nicht, Jordana.« Sie streichelte über das angespannte Kinn des Stammesvampirs, der für sie immer ihr Vater gewesen war, ihre einzige Familie. »Elliott Bentley Squire war nie meine Zukunft. Das bedeutet nicht, dass du versagt hast, Vater.« »Doch, das tut es,« erwiderte er ruhig und nahm ihre Hand. Wie beiläufig fuhr er mit dem Daumen über das kleine rote Mal an der Innenseite ihres Handgelenks. »Es ist wichtig, dass du einen passenden Gefährten findest, einen Mann, der dich zu schätzen weiß, einen anständigen Mann.« »Einen Mann, den du für mich aussuchen wirst?« fragte sie leise. Sein intensiver Blick wurde schärfer, entschlossener. »Ein Mann, bei dem ich mich vorbehaltlos darauf verlassen kann, dass er dein Bestes im Sinn hat, ja.« »Und um mein Glück geht es gar nicht? Was ist mit Liebe?« Sie schaute hoch zu ihm. »Was ist mit den Dingen, die ich brauche?« Er war sichtlich überrascht und schwieg einen Moment lang. Ein Ausdruck des Bedauerns legte sich auf seine Züge. »Hast du dich jemals ungeliebt oder unglücklich gefühlt als meine Tochter?« »Nein«, versicherte sie ihm, »mir hat es nie an irgendetwas gefehlt, Vater. Du hast mir mehr gegeben, als ich mir jemals hätte wünschen können.« Sie lächelte traurig. »Außer der Freiheit, eine erwachsene Frau zu werden, mit meinen eigenen Ideen, meinen eigenen Träumen, meinen eigenen Plänen für meine Zukunft.« Er sagte nichts, schwieg nur mehrere endlose Sekunden lang. Dann ließ er ihre Hand los und machte eine wegwerfende Geste, als ob er einfach übergehen könnte, was er eben gehört hatte. »Du hättest über deine Zweifel an Elliot mit mir reden sollen. Er ist ein guter Mann, es ist doch nicht zu spät, um eure Beziehung zu retten. Er wäre ein wunderbarer Gefährte für dich, Jordana.« Sie atmete aus, lachte dabei leise und trocken. »Du kannst ein Gefühl nicht heraufbeschwören, nur weil du es dir so wünschst.« Wieder glitt das traurige Lächeln über ihr Gesicht. »Ich liebe ihn nicht. Ich habe ihn nie geliebt. Und jetzt gibt es einen anderen.« Die Worte blieben ihr in der Kehle stecken. Alle ihre Sinne waren mit einem Mal hellwach. Ein Schauder des Erkennens schoss durch ihre Blutbahnen, ihre Adern knisterten heiß und ihre Handflächen prickelten, als ob tausend Nadeln darauf tanzten. Er war hier. Nathan. Jordana konnte ihn schon spüren, bevor sie sich umgedreht hatte, um sich mit eigenen Augen von seiner Anwesenheit zu überzeugen. Alle anderen im Raum schienen seine machtvolle Präsenz ebenfalls zu fühlen. Die Traube um Jordana und ihren Vater löste sich auf, und vor ihren Augen öffnete sich nach und nach eine Gasse in der Menschenmenge, die von der Mitte des Raums, wo sie sich befand, zu Nathan führte, der noch an der Tür stand. Er war doch gekommen. Und Gott, er war umwerfend. Groß und dunkel und gefährlich gut aussehend in dem schlichten schwarzen Anzug, der an ihm alles andere als schlicht wirkte. Er trug ein elfenbeinfarbenes Seidenhemd, das am Hals offen stand, sodass man am Rand die Gen 1 der Maglyphen unter seiner Kleidung hervorblitzen sah, was unglaublich sexy war. Jordana kannte die Glyphen inzwischen so gut, dass sie es kaum erwarten konnte, sie in ihrer vollen nackten Schönheit wiederzusehen. Genauso wie den hinreißenden Stammesvampir, dessen Körper sie schmückten. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen, wenn sie nur daran dachte, und ihr Herz begann lauter und schneller zu schlagen. Ohne ein Wort der Entschuldigung an ihren Vater oder irgendeinen der anderen Gäste, die alle mit offenem Mund den Neuankömmling anstarrten, schritt Jordana durch die zurückweichende Menge direkt auf Nathan zu. Am liebsten wäre sie auf ihn zugerannt, und als sie endlich vor ihm stand, konnte sie das Lächeln, das in ihrem Gesicht aufleuchtete, nicht länger unterdrücken. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Mit einem stürmischen Blick maß er sie langsam und ausführlich von Kopf bis Fuß. Als er ihr wieder ins Gesicht schaute, glühten bernsteinfarbene Funken in seinen Augen. Wie könnte ich so eine verführerische Einladung ausschlagen? Jordana spürte, dass ihre Wangen warm wurden. Mit Schüchternheit hatte das nichts zu tun, sondern es war eine instinktive Reaktion auf den Hunger, den sie so deutlich in Nathans Zügen erkennen konnte. Auch seine Haut verriet, was er empfand. Die gelbbraunen Glüphen an seinem Hals nahmen einen satteren Farbton an, und Jordana wusste, dass seine Stammesmarkierungen unter dem kultivierten dunklen Anzug ihm wilden, leuchtenden Farben aufglühten. Sie lächelte und musste sich zusammenreißen, um ihn nicht zu berühren. Zu gerne hätte sie ihn geküsst und ihren Körper an ihn geschmiegt, trotz der hunderten von Augenpaaren, die sie beobachteten. Ich bin froh, dass du da bist, flüsterte sie. Du kannst nicht lange bleiben, nehme ich an, deine Patrouille ... Meine Patrouille kann warten. Heute Abend zumindest muss ich nicht zurück. In Jordanas Unterleib flammte Hoffnung auf. Du hast frei heute Nacht? Mehr oder weniger, erwiderte er und verzog dabei leicht seine verführerischen Lippen. Man hat mir befohlen, heute Nacht frei zu nehmen. Meinetwegen, sie runzelte die Stirn. Er brauchte ihr nicht zu erklären, was dieser Befehl eigentlich bedeutete. Weil du gestern Nacht bei mir geblieben bist. Oh Gott, doch nicht wegen meiner Nachrichten heute. Ich hätte sie nie schicken sollen. Ich bin zu weit. Du hast nichts Falsches getan. Er strich sanft mit der Hand ihre Wange entlang, und Jordana genoss die unerwartete Berührung. Sie lehnte den Kopf in seine Handfläche, voller Sehnsucht nach dem kurzen körperlichen Kontakt. Es war meine Entscheidung, dass ich bei dir geblieben bin, sagte er und zog seine Hand zurück. Ich wusste genau, welches Risiko ich letzte Nacht eingegangen bin. Nathans Stimme war tief und dunkel, ein kehliges Knurren, als er sie wieder mit glühenden Augen anstarrte. Was deine Nachrichten betrifft. Ich kann an nichts anderes mehr denken, seit ich das Foto von dir in diesem Kleid gesehen habe. In echt siehst du noch schärfer aus. Er verzog verschmitzt einen Mundwinkel. Aber das wusste ich ja schon. Seine anzüglichen Worte ließen das Blut in ihren Adern pochen. Es brauchte nicht mehr als sein gefährliches Lächeln, und schon erglühte ihr Innerstes und sie schmolz dahin in der überwältigenden Hitze, als sie sich an ihre gemeinsame Nacht erinnerte. Sie wollte ihn jetzt, wieder, immer wieder, da war sie sich sicher. Ich bin froh, dass du da bist, raunte sie, und wünschte sich, er würde sie noch einmal berühren. Aber ich möchte nicht, dass du meinetwegen Probleme mit dem Orden bekommst. Wenn es Probleme gibt, kümmere ich mich schon darum. Sein hinreißendes Lächeln verschwand, als er einen dunklen Blick in die Menge warf. Als seine Augen sich wieder ihr zuwandten, lag in ihnen ein leuchtendes Glitzern, als wären sie aus glühender Asche. Und um nichts in der Welt werde ich zulassen, dass du so ein Kleid für jemand anderen trägst als mich, selbst wenn ich mich hier in diesem Anzug zum Affen mache und nett zu den Eingeborenen sein muss. »Du gibst einen ziemlich hübschen Affen ab in dem Anzug«, sagte Jordana, die unter seinem besitzergreifenden Blick fast verglühte. »Irgendwie seltsam, aber wenn ich dich in dem Anzug sehe, würde ich am liebsten von hier verschwinden und ihn dir vom Leib reißen.« Nathans Reaktion, ein tiefes Knurren, war so laut, dass sie es bis in ihre Knochen spüren konnte. »Führe mich nicht in Versuchung, Vibe.« Oh, aber Jordana wollte ihn in Versuchung führen. Sie wollte die Kontrolle haben. Sie wollte ihn verrückt machen vor Lust und Begierde, und zwar so lange, bis sie sich sicher war, dass er sich ihr mit seinem ganzen Körper hingab, genauso wie sie sich ihm völlig hingegeben hatte. Sie wollte ihn küssen. Sie wollte wieder nackt mit ihm zusammen sein. Sie wollte spüren, wie er in sie eindrang, sie ausfüllte. Wildes, animalisches Verlangen durchflutete ihren Körper. Wieder knurrte Nathan tief und kehlig. »Wenn du mich weiter so anschaust, dann geht meine zivilisierte Fassade in Rauch und Asche auf, und zwar mitten in dieser Halle.« Jordana grinste ihn an. »Ist das ein Versprechen?« Wieder knurrte er, diesmal noch tiefer, und er ließ dabei seine Fangzähne aufblitzen. »Was denkst du denn?« Sie schaute für einen langen Moment hoch zu ihm und war überrascht, als echtes Interesse heiß durch ihre Adern schoss. Sie fühlte sich übermütig mit ihm, furchtlos. Er erregte sie so sehr, dass sie jede Befangenheit abwarf. Was sie gemeinsam erleben konnten, kannte keine Grenzen. »Ich denke, wir sollten das auf jeden Fall ausprobieren,« sagte sie. Aber sie wussten beide, dass sie ihn nur anmachen wollte, denn Jordana musste gleich aufs Podium. Sie deutete vage mit der Hand hinter sich. »Ich muss jetzt eine kleine Rede halten. Es dauert sicher nicht lange.« Sie trat näher zu ihm und brachte ihre Lippen an sein Ohr. »Also warte mit deinen heißen Versprechungen, bis ich wieder zurück bin.« Er reagierte mit einem interessierten Knurren, und sie trat zurück, sodass er sie nicht mehr berühren konnte. Dann drehte sie sich um ihre eigene Achse und ließ sich Zeit dabei, damit er beobachten konnte, wie sie sich von ihm entfernte. Sie wusste genau, dass er seinen Blick nicht von ihr abwandte. Dazu musste sie sich nicht nach ihm umdrehen. Doch sie tat es trotzdem. Oh ja, er hatte nur sie im Blick. Aus seinen glühenden Augen strahlte eine Hitze, die greifbar im Raum stand. Aus ihnen sprach eine intensive Leidenschaft, die fast alles in ihrem Weg niederbrannte. Und all dieses lodernde Begehren galt nur ihr. Jordana warf ihm ein kokettes Lächeln zu. Dann ging sie durch die überfüllte Ausstellungshalle vor zum Rednerpult. Jedes Blutgefäß in seinem Körper schien in sein Unterleib zu wandern, als Nathan Jordana nachblickte, die von ihm weg zum Rednerpult hinüberging. Ihr geflüsteter Vorschlag brannte noch heiß in seinem Ohr, und wenn es nach ihm ging, dann würde er diesen Vorschlag in die Tat umsetzen, sobald Jordana die Ausstellungsgäste begrüßt hatte. Verdammt, er wollte sie jetzt nackt unter sich spüren. Er hatte keine Ahnung, wie er den Rest des Abends überleben sollte, wenn er sich nicht sofort in ihr vergraben konnte. Nathan verlagerte sein Gewicht und strich das Jackett glatt, das er sich von Raffi geliehen hatte. Viel nützte es nicht. Sein Begehren konnte nur gestillt werden, wenn er Jordanas Körper wieder heiß und feucht um sich spürte, und er ihre Hände fühlte, oder ihren hübschen, pinkfarbenen Mund. Hatte er wirklich einmal geglaubt, es würde ihm genügen, wenn er nur einmal mit dieser Frau schlief? Himmel, was war er für ein Idiot gewesen! Er begehrte sie jetzt noch viel mehr als vorher. Sie hatte ihn völlig bezaubert. Sie hatte die Macht, ihn mit ein paar einfachen Worten hart wie Stahl werden zu lassen. Er versuchte, sich einzureden, dass ihm das Gefühl missfiel. So lange hatte er seine Bedürfnisse und sein Begehren völlig im Griff gehabt. Eigentlich sollte er sich mehr darüber ärgern, dass er sich so wenig in der Gewalt hatte, wenn es um sie ging. Jordana zog die Aufmerksamkeit von allen in der Halle auf sich. Ihre blonden Haare und das feuerfarbene Kleid stachen aus dem Meer aus dunkel gekleideten Männern und Frauen heraus wie ein Leuchtfeuer. Als er zusah, wie sie die Menge problemlos in Schach hielt, erfüllte ihn ein besitzergreifender, selbstsüchtiger Stolz. Wie hatte eine so außergewöhnliche Frau ein Teil seines Lebens werden können? Warum hatte sie ihn gewählt, wenn sich allein hier in dieser Halle hundert passendere Männer befanden, von denen sie sich hätte jeden aussuchen können? Doch sie hatte ihre Wahl getroffen. Hätte Nathan noch daran gezweifelt, so belehrte ihn der vertraute Blick, den Jordana im Während der Begrüßungsansprache über die Menge hinweg zuwarf eines Besseren. Kaum trafen sich ihre Blicke, erhitzte sich sein Blut, als habe jemand Öl in ein Feuer gegossen. Seine Adern pochten, und sein Schwanz, der schon steif gewesen war, als sie sich vor einer Minute von ihm getrennt hatte, schwoll noch mehr an, vor fast unerträglicher Begierde. Seine Glüfen flammten heiß auf, und er wusste, dass seine Erregung deutlich zu erkennen war an den leuchtender werdenden Farben, mit denen sich die Glüfen an seinem Kragen entlang und seitlich an seinem Hals hochzogen. Seine Fangzähne stachen ihm in die Zunge, und Speichel schoss ihm in den Mund. Jordana gehörte zu ihm. Und auch wenn er es sich noch nicht eingestehen wollte, so gehörte er zu ihr. Jemand neben ihm räusperte sich demonstrativ. »Sie ist beeindruckend, nicht?« Nathan warf einen missbilligenden Blick auf den Stammesvampir, der sich, ohne dass Nathan es bemerkt hatte, von der Menge gelöst und neben ihn gestellt hatte. »Dieser Dreckskerl.« »Ja, das ist sie«, antwortete er förmlich und streckte die Hand aus, um den Anführer eines der wichtigsten dunklen Häfen in Boston zu begrüßen. »Mr. Gates, ich bin Nathan. Ich weiß, wer Sie sind.« Gates löste seine Arme nicht, die er vor der Brust verschränkt hatte. Sein Blick war starr auf das Rednerpult vorn in der großen Halle gerichtet. »Was ich nicht weiß, ist, welches Interesse Sie an meiner Tochter haben.« »Jetzt erst«, wandte er den Kopf und blickte betont auffällig in Nathans bernsteinfungelnde Augen und auf seine wirbelnden Dermaglyphen. »Vom offensichtlichen abgesehen, natürlich.« Nathan spürte Ärger in sich hochsteigen, doch er konnte es Jordanas Vater kaum übel nehmen, dass er nicht von ihm begeistert war. »Mein Interesse an Jordana ist ganz ähnlich wie ihres, Sir«, sagte er. Gates gab einen herablassenden Laut von sich. »Ich bin mir absolut sicher, dass unsere Interessen verschiedene nicht sein könnten.« Seine Augen wurden noch schmaler, sein Blick schärfer. »Ich nehme an, Sie sind der Grund, warum sie sich von Elliot getrennt hat.« Nathan schaute nach vorn zur Bühne, wo Jordana gerade ihre Rede unter enthusiastischem Applaus beendet hatte und nun von begeisterten Gästen belagert wurde. »Vielleicht sollten Sie das nicht mich, sondern Jordana selbst fragen.« »Das brauche ich nicht«, erwiderte Gates. »Ich habe gesehen, wie sie sie anschaut, wie sie sich verhält, wie sie heute Abend gekleidet ist. Sie sind der Grund dafür, nicht?« Nathan hielt dem vorwurfsvollen Blick des älteren Vampirs stand. In den Augen des Mannes lag mehr als nur Misstrauen und Missbilligung. Da war ein Bedürfnis, Jordana zu beschützen, das so stark war, dass es an Verzweiflung grenzte. »Jordana hat ihren eigenen Kopf«, sagte Nathan. »Sie weiß, was sie will. Und sie entscheidet selbst, was sie tut oder denkt oder wie sie sich verhält.« Gates brummte nur. »Gut. Aber mir gefällt es nicht. Ich möchte, dass das aufhört, und zwar sofort. Habe ich mich klar ausgedrückt?« »Ich bin mir da nicht sicher«, entgegnete Nathan. Er wollte sich Jordanas Vater nicht zum Feind machen. Aber wenn Gates dachte, er könne sich in Nathans Beziehung zu Jordana einmischen, dann irrte er sich gewaltig. »Jordana ist das Wichtigste in meinem Leben«, sagte Gates. »Sie ist eine ganz besondere junge Frau. Ich erwarte nicht, dass einer wie sie das verstehen kann oder sich dafür interessiert, was ... Einer wie ich also.« Nathan knurrte die Worte mehr, als dass er sie sprach. »Halten Sie sich fern von ihr«, befahl Gates in scharfem Ton. »Als Mann, als Stammesvampir, fordere ich sie auf, meine Tochter in Ruhe zu lassen.« Nathan dachte zurück an die Zeit noch vor einer Woche. Er erinnerte sich an den Mann, der er gewesen war, bevor Jordana mit einem unerwarteten, unvergesslichen Kuss in sein Leben eingebrochen war. Dieser Mann, der Straßenkämpfer, dessen Nächte mit Brutalität und Gewalt gefüllt waren, hätte nie gedacht, dass er einmal in einem geborgten Anzug, mitten in einem schillernden gesellschaftlichen Event stehen und darauf warten würde, dass die eleganteste, die außergewöhnlichste Frau im Raum wieder zu ihm kam. Er hätte nie gedacht, dass es einen Ort oder einen Zeitpunkt geben könnte, an dem er zu dieser Welt gehören wollte und sich sogar wünschte, dass er schon immer dazugehört hätte, nur damit er zusammen mit ihr ein Teil dieser Welt sein könnte. Dass er es wert wäre, mit ihr zusammen zu sein. Dass er ihr eine Zukunft bieten könnte, in der es nicht nur Dunkelheit und Krieg und Blutvergießen gab. Als Jäger war er für die Zerstörung gezüchtet und trainiert worden. Noch vor einer Woche hätte er es nicht gewagt, jemanden so in sein Herz zu schließen wie Jordana. Es gab kein Zurück mehr. Er hatte sie in sein Herz hineingelassen, und jetzt konnte niemand ihm mehr befehlen, sie wieder gehen zu lassen. Nein, sagte er schließlich. Er schüttelte feierlich den Kopf. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Martin Gates bedachte ihn mit einem eindringlichen, prüfenden Blick. Sein Gesicht nahm einen resignierten Ausdruck an, und er stieß einen enttäuschten Seufzer aus. »Na gut. Wie viel kostet es mich, dass Sie meinem Wunsch entsprechen?« »Sie wollen mich bestechen?« Nathans Stimme blieb kalt und ruhig, obwohl er innerlich vor Wut kochte. »Das ist nicht Ihr Ernst.« Aber Gates' Miene blieb unbewegt. »Nennen Sie mir Ihren Preis, und das Geld gehört Ihnen. Sie braucht nie davon zu erfahren.« Nathan stieß einen wütenden Fluch aus. Seine Stimme war dunkel vor Zorn. »So viel verdammtes Geld gibt es gar nicht auf der Welt. Wenn Sie Jordana wirklich so lieben, wie ich Sie liebe, dann wüssten Sie das.« Gates taumelte. Sein Kopf fuhr hoch, als hätte ihm jemand einen Schlag verpasst. Erst dann wurde Nathan klar, was er gesagt hatte. »Wie ich Sie liebe.« Er konnte die Worte nicht zurücknehmen. Und nicht, weil sie ihm schon über die Lippen gekommen waren, sondern weil es die Wahrheit war. »Heilige Scheiße. Er liebte Jordana.« Gates sagte kein Wort. Er war bleich geworden, und die Hände an seinen Seiten zitterten. Schließlich senkte er die Stimme zu einem wütenden Flüstern. »Halte dich fern von Jordana. Sonst lässt du mir keine Wahl. Sonst sorge ich schon dafür, dass du dich mit Sicherheit von ihr fernhältst.« Eine Drohung? Nathan sah das gefährliche Glitzern und eine tiefe Verunsicherung in den dunklen Augen des Stammesvampirs. Eher würde Martin Gates Nathan töten, als ihm zu erlauben, weiter mit Jordana in Kontakt zu bleiben. Oder besser gesagt, er würde versuchen, ihn zu töten. Nathan wollte sich einen Kampf zwischen dem älteren Vampir und ihm gar nicht erst vorstellen. Gates musste wissen, dass es einem Selbstmord gleichkam, wenn er sich mit einem Mitglied des Ordens noch dazu einem Gen-1-Jäger wie Nathan anlegte. Doch ganz offensichtlich hatte er genau das vor. Gates würde alles riskieren, auch sein Leben, um seine Tochter von Nathan fernzuhalten. »Lass meine Tochter in Ruhe«, stieß Gates noch einmal hervor. Dann verschwand er, so schnell wie er die Drohung ausgestoßen hatte und verschmolz mit der Menge. Im nächsten Augenblick wurde Nathan klar, warum Gates sich entfernt hatte. Jordana näherte sich ihm von hinten. Wie einen Stromschlag spürte er sie in seinem Blut. Die Luft flirrte angesichts ihrer strahlenden Energie. Ihre lebhafte, volle Stimme drang an sein Ohr. Jordana nahm viele Huldigungen entgegen und bedankte sich bei den Förderern und Museumsgästen, die sich um ihre Aufmerksamkeit bemühten, als sie sich einen Weg durch die Massen bahnte. Er drehte sich um und wollte ihr schon erklären, was zwischen ihm und ihrem Vater vorgefallen war. Doch als er Jordanas strahlendes Gesicht sah, schluckte er den Satz hinunter. Sie wusste nichts von der Konfrontation. Offenbar hatte Jordana nicht gesehen, wie sie beide während ihrer Rede miteinander gesprochen hatten. Und Nathan wollte ihr diesen besonderen Abend nicht verderben. Nicht, wenn sie ihn so ausgelassen und zufrieden anschaute. Obwohl alle Augen auf sie gerichtet waren, blickte sie nur ihn an, als wäre er die einzige andere Person im Raum. Möchtest du dein Versprechen von vorhin immer noch einlösen? Sie hob die Hand und berührte ganz kurz sein Gesicht. Sein Magen zog sich zusammen, als sich die alten, tiefsitzenden Instinkte in ihm regten. Doch die Neuen, die sie in ihm geweckt hatte, reagierten auf ihre flüchtige Zärtlichkeit mit flammender Lust und Hunger nach mehr. In Jordanas eisblauen Augen blitzte der Schalk. Ihr Lächeln änderte sich, wurde verführerisch. »Komm mit mir!« Sie gingen rasch an ihm vorbei. Und der Anblick ihres nackten Rückens in dem roten Kleid, der Anblick ihrer Hüften, die bei jedem Schritt ihrer langen Beine hin und her schwangen, ließ ihm keine Wahl. Er musste ihr folgen. Nathan ging ihr mit großen Schritten nach. Sie verließen die Ausstellungshalle und traten in einen Gang. Jordana hielt nicht an, sondern führte ihn weiter weg von dem Stimmengewirr und dem Gedränge des Fests. Nathan genoss ihren Anblick so sehr, dass er kaum mitbekam, was sie vorhatte, bis sie im Halbdunkel eines nahegelegenen Büros verschwand. Als er die offene Tür erreichte, zog sie ihn am Kragen des Jacketts zu sich herein und schloss die Tür hinter ihn. Ihre Lippen fanden sofort seinen Mund und küßten ihn leidenschaftlich, als sie ihn rückwärts gegen einen Schreibtisch drängte. Keine Warnung. Kein Warten darauf, dass er den ersten Schritt tat. Nicht die geringste Spur von Unsicherheit, als sie ihren Körper an ihn presste und ihre fordernde kleine Zunge zwischen seine Lippen schob. Und verdammt, es machte ihn so scharf, als ob geschmolzene Lava durch seine Adern schoss. Auf der anderen Seite der geschlossenen Bürotür waren Stimmen zu hören und leise Musik, die von der wenige Meter entfernten Ausstellungshalle herüberdrang. Schwaches Licht fiel von dem Gang durch die heruntergelassenen Jalousien am Fenster hinter dem Schreibtisch. Ein tiefes Lachen war direkt vor dem Fenster zu hören, als eine kleine Gruppe von Partygästen den Weg entlang ging, der zur Eingangshalle des Museums führte. In dem Büro waren er und Jordana sicher. Dennoch war einem hier deutlich bewusst, wie riskant es war, dass sie nur vier dünne Wände vor einer Entdeckung schützten. Jordana schien es nichts auszumachen. Im Gegenteil. Sie schien das Risiko geradezu zu genießen. Als sie ihn küßte, spürte er, wie ihre Hände sich am Kragen seines Hemds zu schaffen machten. Seine Aufmerksamkeit ließ nach, als sie ihn immer mächtiger, immer stärker seine Lust überwältigte. Nur vage registrierte er, dass sein Hemd offen stand und seine Brust nackt war, sodass Jordana sie sehen, sie berühren konnte. Als sie ihren Mund seinen Hals entlang und über die Glyphen bewegte, die auf seinen Brustmuskeln leuchteten, drückte er sich mit einem lustvollen Stöhnen hoch vom Tisch und ihr entgegen. Psst! schalt sie ihn mit einem verspielten Lächeln und herausfordernden Glitzern in den Augen. Ihre süße rosa Zunge folgte den Bögen und Kreisen seiner Dermaglyphen, die daraufhin einen dunkleren Farbton annahmen. Das wollte ich schon den ganzen Abend tun. Ach Gott! Nathan war hart wie Granit. Er konnte ihr nur gebannt zusehen, wie sie mit der Zunge seine Haut leckte und an ihr saugte und mit jedem feuchten Kuss ein gefährliches Feuer in seinen Adern entzündete. Sie nahm seine Brustwarze in den Mund und ließ ihre Zähne über die aufgerichtete Spitze gleiten. Ihre Berührung sollte sich nicht so gut anfühlen, er sollte sie nicht so einfach akzeptieren können. Sein Verhalten passte nicht zu der Art, wie er bisher gelebt hatte. Es widersprach allem, was er gelernt hatte, ging vollkommen gegen das jahrelange Training und die harten Lektionen, die ihn immer noch bis in seine Träume verfolgten. Allzu oft wachte er nachts auf, nass vor kaltem Schweiß, und musste sich fast übergeben vor Ekel über das, was er hatte mit ansehen müssen, was er selbst hatte tun müssen. Aber diese Albträume und furchtbaren Erinnerungen konnten ihm nichts anhaben, wenn Jordanas warme Lippen über seine Haut wanderten. Dann existierte für ihn nur die Ekstase, die ihr Mund in ihm auslöste, und sein Verlangen nach allem, was sie ihm geben konnte. Nathan knurrte vor Begierde. Sein Schwanz presste unerträglich hart und fordernd gegen die Innenseite seiner Hose. Er legte die Arme um Jordana, zog sie wieder hoch zu seinem Mund und lehnte sich auf dem Schreibtisch zurück, als er sie mit glühender Leidenschaft küsste. Ihre Haut unter seinen Händen war heiß, ihr nackter Rücken fühlte sich unter seinen Fingerspitzen wie Samt an. Sie glitt auf ihn, als sich ihre Zungen umspielten, und ihre beiden Körper pressten sich so eng aneinander, dass es ihn innerhalb weniger Momente fast an den Rand des Orgasmus brachte. Er stöhnte auf, als sich sein Schwanz in die Wärme ihres Unterleibs drückte. Er wollte mehr und fuhr mit den Händen ihr Kleid hinunter, bis er ihren Po zu fassen bekam. Er hielt sie fest und presste sich noch tiefer in ihre Hitze. Sein Becken reagierte dabei auf jede Bewegung ihres geschmeidigen Körpers. Es war die reinste Folter und machte ihn nur noch geiler, noch härter. Er konnte sich kaum mehr zügeln, und trotz aller Selbstkontrolle würde er es nicht mehr lange aushalten. Wenn sie nicht bald aufhörten, dann musste er sie hier auf diesem Schreibtisch nehmen. Scheiße, er war schon viel zu erregt, um jetzt noch aufzuhören. Falls irgendjemand von der Party auf die blöde Idee kam, nach Jordana zu suchen, falls irgendjemand jetzt oder in den nächsten Minuten hereinplatzte, dann konnte Nathan kaum noch garantieren, dass er den Eindringling nicht umlegen würde. »Gott, du fühlst dich so gut an, Jordana«, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen und mühsam zurückgehaltenen Fängen hervor. »Wenn ich dich nur sehe, werde ich so wild, dass ich dich ficken will. Aber wenn ich dich so auf mir spüre und mich erinnere, wie toll dein Körper sich anfühlt, wenn du endlich nackt bist und ich in dich hinein.« Er holte scharf Luft und bewegte sich drängender, rhythmischer unter ihr. Es war ein Wunder, dass ihre gemeinsame Hitze ihre Kleider noch nicht versenkt hatte. Er starrte in ihre Augen, und das Glühen seiner veränderten Pupillen tauchte sie in ein bernsteingelbes Licht. »Ich hoffe, du denkst nicht, dass du mich so anmachen und ansitzen lassen kannst, sonst blüht dir nämlich was.« Er fauchte unwillkürlich, als sie sich aus seiner Umarmung befreite und sich zwischen seine Beine stellte. »Wie kommst du drauf, dass ich dich nur anmachen will?« Ihr Mund war rot und feucht vom Küssen, ihre Lieder lagen schwer über ihren Augen, deren Blau dunkler geworden war. Ohne ein weiteres Wort nahm sie seine Hand und zog ihn ebenfalls auf die Beine. Kaum stand er aufrecht, löste sie seinen Gürtel. Die Berührung verschlug ihm den Atem. Es klirrte leise, als sie die Schnalle öffnete. Das einzige andere Geräusch in dem stillen Büro waren ihre leisen, flachen Atemzüge, als sie den Knopf an seinem Hosenbund öffnete und dann den Reißverschluss aufzog. Sie griff ihm in die Hose und umschloss seinen harten Ständer. Nathan stöhnte auf und wappnete sich, damit er nicht auf der Stelle ihrer zärtlichen Berührung erlag. Er war so erzogen worden, dass er weder Berührungen noch Annehmlichkeiten, weder Gefühle noch Leidenschaften brauchte und am allerwenigsten Lust. Er war brutal dazu konditioniert worden, dass er alle diese Dinge ablehnte, und das hatte er bisher auch getan. Aber er hatte nicht gewusst, wie es sich anfühlte, von Jordana berührt zu werden, wie es sich anfühlte, wenn sie ihn küsste. Wie seidenweich und heiß, wie absolut perfekt es sich anfühlte, wenn er sich in der einen Frau verlieren konnte, die er mehr als alle anderen wollte. Die einzige Frau, mit der er jemals wieder schlafen wollte. Jordana streichelte ihn ein paar Mal. Als sie über seine Eichel fuhr und einen glitschigen Tropfen Feuchtigkeit über seinen Schwanz verteilte, biss sie sich auf ihre Unterlippe. Er stöhnte auf, als sie von ihm abließ, doch da griff sie schon nach dem losen Bund seine offenen Hose, und mit einem Mal war seine Kehle trocken und seine Stimme rau. Ohne ihn auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen, befreite sie ihn in einem quälend langsamen Tempo von der Hose, bis der Stoff an seinen Beinen hinunterglitt und sich auf dem Boden um seine Füße legte. Sein Schwanz ragte auf, er war breit und schwer, und Lusttropfen sammelten sich an seiner Spitze. Die Glyphen, die sich um seine Peniswurzel wandten und seinen Schwanz hochzogen, pulsierten in leuchtenden Tönen vom dunkelsten Indigo bis zu blutrotem Wein, den Farben, die höchstes sexuelles Verlangen signalisierten. Jordana schlang die Hand um seinen Nacken und zog ihn zu sich in einen leidenschaftlichen Kuss, für den sie sich Zeit nahm. Ihr Zuliebe öffnete er die Lippen und genoss ihre süße Zunge und ihren hungrigen Mund. Sein Herz hämmerte, und seine Fangzähne waren voll ausgefahren, als sie von ihm abließ. Mit den Fingern fuhr sie die Unterseite seines dickgeschwollenen Schwanzes entlang und entrang ihm ein zischendes Stöhnen, als sie die Eichel leicht drückte und ihn mit seinem eigenen Saft einschmierte. Verdammt, flüsterte er atemlos, ihre Berührungen würden noch sein Tod sein, ein Tod, den er mit offenen Armen willkommen hieß. Mit lodernden Augen schaute er zu, wie sie den Kopf senkte und zärtliche Küsse auf seiner Brust verteilte. Sie streichelte ihn wieder. Dann beschrieb sie mit ihrem heißen Mund einen warmen, feuchten Pfad nach unten. Verdammt, knurrte er wieder, weil er nichts anderes mehr sagen konnte. Ihre Lippen und Zunge glitten über seinen flachen Bauch, berührten dabei jede harte Erhebung und jeden Muskel, zogen einen Pfad entlang von einer kreiselnden Dermaglyphe zur nächsten. Die Empfindungen entflammten ihn und versetzten ihn in fiebrige Erwartung. Sein ganzes Sein war nur noch auf sie konzentriert. Er fuhr ihr mit ausgestreckten Fingern durch das platinblonde Haar, weil er etwas brauchte, an dem er sich festhalten konnte, während sie langsam vor ihm auf die Knie sank. Sie legte den Kopf in den Nacken und schaute hoch zu ihm. Ihre dunkelblauen Augen fesselten seinen sengenden Bernsteinblick, als sie sich vorbeugte und ihn in den Mund nahm. »Jordana, Gott im Himmel!« stöhnte er rau und wild, da schlossen sich ihre Lippen und Zunge um seinen Schwanz. So erregt, so lebendig hatte Jordana sich noch nie gefühlt, wie in diesem Moment, als sie Nathan's Schwanz tief in ihren Mund nahm und zusah, wie seine Lust sich immer mehr steigerte. Er ließ den Kopf in den Nacken fallen und keuchte. Seine weitgespreizten, muskelbepackten Schenkel zitterten, während sie mit ihren Lippen und ihrer Zunge seinen wundervollen Schwanz der ganzen Länge nach bearbeitete. Die eine Hand hatte er tief in ihre Haare gewühlt, und er streichelte mit den Fingern sanft ihre Kopfhaut, die andere hatte er um ihren Hinterkopf gelegt. Jedes Mal, wenn sie sich nach vorn beugte, nahm sie ihn ein bisschen tiefer in den Mund. Schnell hatte sie gemerkt, worauf er reagierte. Blies sie ihn schneller oder langsamer oder ließ sie kurz die Zunge um seinen Schwanz gleiten, dann keuchte Nathan auf in lustvoller Qual, oder er erschauerte vor Leidenschaft. Nathan, der tödliche Krieger, der distanzierte, undurchschaubare Jäger, der Stammesvampir, der ohne zu zögern in jeder Situation die Führung übernahm, der bei allem, was er tat, die Befehle gab, der Einzelgänger, der ihre Welt im Sturm erobert und alles verändert hatte, der sie verändert hatte. Doch in diesem Moment, an diesem Ort, hatte Jordana absolute Kontrolle über ihn. Das Wissen erfüllte sie mit Demut, und gleichzeitig war sie trunken vor Macht. Sie hielt ihn in ihren Händen, sie streichelte die samtweiche Haut seines Glieds, dann nahm sie ihn noch tiefer in den Mund. Er rang nach Luft, als sie sich vorbeugte und die gesamte Länge seines Ständers in sich aufnahm. Er atmete stockend aus, als sie den Kopf langsam zurückzog, bis sie nur noch seine glatte, pflaumenförmige Schwanzspitze zwischen den Lippen hielt. Du schmeckst gut, raunte sie und ließ ihre Zunge durch die warmen Tropfen gleiten, die aus seiner prallen Eichel perlten. Seine Hüften schnellten nach vorn, als ihre Lippen wieder seinen Schwanz umschlossen. Leicht ließ sie die Zähne über die heiße Haut gleiten, und er stieß einen rauen, atemlosen Fluch aus. Sie genoss ihre neu entdeckte Macht und lächelte. Du schmeckst so gut, dass ich dich essen könnte. Verdammt, Jordana, keuchte er barsch. Seine schon hinter den geöffneten Lippen sichtbaren Fangzähne verlängerten sich zu beinfarbenen Dolchen, als sie noch gieriger an ihm saugte. Wenn du so weitermachst, verliere ich noch. Seine Stimme war heiser. Kaum mehr als ein raues Grollen kam aus seiner Kehle. Feuchte Hitze kochte in ihrem Innersten hoch. Sie konnte hören, dass Nathan kurz vor dem Höhepunkt war. Er keuchte, und sein Becken zuckte in unkontrollierten Stößen vor und zurück. Oh Gott, dein Mund ist so süß. Sie stöhnte um seinen breiten Schwanz herum, und seine Reaktion sandte erregende Schauer durch ihren Körper. Es fühlte sich so gut an, fast zu gut, dass sie Nathan solche süßen Folterqualen bescheren konnte. Sie ließ seinen ganzen Schwanz in ihren Mund gleiten, und er packte ihre Haare, sein muskulöser Körper zitterte vor Lust. Der Ausdruck in seinem wundervollen Gesicht wurde dunkler. Er sah aus wie von einer anderen Welt. Der Sturm in seinen Augen wurde zum Vulkan. Die bernsteinfarbenen Funken breiteten sich aus und verdrängten die katzenhaften Schlitze seiner Pupillen. Ein animalisches Knurren berang aus seiner Kehle, seine vollen Lippen gaben die Fänge frei. Seine kantigen Wangenknochen wurden noch ausgeprägter. Als er auf sie hinunterstarrte, wirkten sie in seinem Gesicht wie tiefe Schnitte von einem scharfen Messer. Sein Pulsschlag hämmerte gegen ihre Zunge und ihren Gaumen, als er zwischen ihren Lippen vor- und zurückglitt. Ihr eigener Herzschlag wurde schneller und pochte im gleichen Rhythmus. Sie war klatschnass zwischen den Schenkeln und wollte nichts mehr, als ihn endlich in sich spüren. Ihre eigene Lust stachelte sie an, und sie saugte seinen Schwanz tief in ihren Mund. Jordana blies ihn gnadenlos, bis Nathan sie mit einem erstickten Schrei von sich stieß. Er sagte nichts, und seine Berührungen waren alles andere als zärtlich. Hart packte er sie unter den Armen und zog sie hoch, drehte sie um und legte seine starke Hand in ihren Nacken. Dann drückte er sie mit dem Gesicht nach unten auf die Schreibtischplatte. Er handelte rein instinktiv. Seine Finger waren wie ein heißes Eisen, das sich um ihren Hals legte. Mit einem dunklen Knurren schob er seine nackten Schenkel zwischen ihre Beine und spreizte sie. Jordana konnte sich nicht rühren, selbst wenn sie gewollt hätte. Sie hatte ihn bis zum Äußersten getrieben, aber jetzt hatte er wieder die Kontrolle übernommen. Mit der einen Hand drückte Nathan sie nach unten, mit der anderen schob er das Kleid bis zum Rücken hoch. Sie spürte genau den Moment, als er ihren knappen, schwarzen Stringtanga erblickte. Er erstarrte und sog scharf die Luft ein. Oh, so herrlich, stieß er mit erstickter Stimme hervor. Mit den Fingern strich er die Innenseite ihrer Beine hoch zu ihrer vor Lust klatschnassen Möse. Er fuhr über ihre zarte Haut. Dann spürte sie, wie er an dem fadenscheinigen Höschen zerrte. Der Stoff riss und die Überreste des Tangas fielen zu Boden. Oh, machte Nathan, das ist sogar noch besser. Sie zitterte und erwartungsvolles Begehren flammte durch ihren Körper. Schatten glitten an den heruntergelassenen Jalousien des Bürofensters vorbei, als die Partygäste durch das Museum wandelten. Durch die Wände und das Glas war das leisige Murmel ihrer Gespräche zu hören. Nathan schob seine Hand zwischen ihre feuchten Schamlippen. Langsam drang er in sie ein. Seine Finger streichelten das Innere ihrer Möse. Ein erstickter Lustschrei wandte sich tief aus ihrer Kehle. Sie wollte mehr, sie brauchte mehr, sie wollte alles von ihm. Soll ich dich zum Schreien bringen, wenn du für mich kommst, Jordana? Nathans Stimme hinter ihr war leise und zärtlich. Sein Atem glitt heiß über ihren nackten Rücken, als er sich über ihren Körper beugte. Er küsste sie zwischen den Schulterblättern. Ein Schauer durchrieselte sie, als er mit Zunge und offenem Mund ihr Rückgrat entlang wanderte, und sie stöhnte auf. »Ja, vielleicht bringe ich dich dazu, dass du vor Lust laut schreist für mich«, flüsterte er über ihre Haut. »Jeder Mann in diesem Haus soll wissen, dass du mir gehörst, mir allein.« Sie keuchte. Alles würde sie ihm geben, was er von ihr verlangte, wenn er nur endlich das wilde Verlangen stillte, das ihr Innerstes in Aufruhr versetzte. Er streichelte sie, bis sie sich hilflos auf dem Schreibtisch wandte. Sie musste sich hart auf die Lippen beißen, damit sie nicht vor Lust und Begierde brüllte. Bei jedem verruchten Stoß seiner Finger drängte sie sich ihm entgegen und wollte mehr. Ihr Körper war ihm völlig ausgesetzt. Ihre Möse brannte vor Lust und feuchte Nässe tropfte an ihren Schenkeln hinunter. »So gierig«, rügte er sie, doch seine dunkle Stimme klang amüsiert. »Nathan«, stöhnte sie, als er ihr erregtes Geschlecht streichelte. Ihre Beine zitterten. »Bitte«, »bleib liegen«, befahl er, »bleib genau so liegen.« Er bewegte sich weg von ihr, und kalte Luft traf auf ihre heiße Haut. Doch dann spürte sie seine breiten Schultern zwischen ihren gespreizten Schenkeln. Sie spürte seinen Atem, der kurz über ihre feuchte Möse hauchte. Dann vergrub er sein Gesicht in ihr. Hitze flammte in ihr auf, als er langsam eine feurige Spur von ihrer Kitoris bis zu ihrem Po leckte. »O Gott«, Jordanas Stimme war brüchig. Die Begierde, als er mit der Zunge ihre Schamlippen auseinanderschob, nahm ihr allen Atem. Und als er wieder zu ihrer pulsierenden Perle zurückkehrte und gnadenlos daran saugte, brachte sie keinen Ton mehr über die Lippen. Sie konnte nur noch ihre zitternde Möse eng an sein Gesicht pressen, völlig unfähig, sich dem zu entziehen, was er mit ihr anstellte. Nicht, dass sie sich ihm hätte entziehen wollen. Sie wollte an keinem anderen Ort sein als hier. Selbst wenn die Welt außerhalb der Wände ihres Büros ohne sie weiter ging, selbst wenn alles davontrieb, sie wäre trotzdem vollkommen glücklich, wenn nur Nathan sie weiter berührte, sie küsste und verrückt vor Lust machte. Sie konnte ihren Orgasmus kaum mehr aufhalten. Die Lust toste in ihr hoch, in einer mächtigen Welle voller Empfindungen. »Noch nicht«, befall Nathan und kniff sie hart in die Schenkel, sodass sie wieder zu sich kam. Er küsste sie schamlos und hörte erst auf, als ihre Knochen weich vor Lust waren und sie das Gefühl hatte, ihr Blut hätte sich in Lava verwandelt. Er ließ sie los und stellte sich aufrecht hinter sie. Seine runde Schwanzspitze drückte fordernd in ihre feuchte Möse. »Du gehörst mir«, flüsterte Nathan mit einem wilden Knurren in der Stimme. »Ich kann mich nicht von dir fernhalten, verdammt Jordana. Von dir bekomme ich nie genug.« Und damit drang er in sie ein, so tief, wie er nur konnte. Nathan konnte sein Tempo nicht zügeln, und selbst wenn der Teufel es von ihm verlangt hätte, er konnte jetzt nicht mehr aufhören. Er konnte die wilde Lust nicht beherrschen, die ihn erfasst hatte, als er immer wieder hart und tief in Jordanas feuchte, enge Öffnung stieß. Sein Puls dröhnte in einem uralten, unwiderstehlichen Trommelschlag. Sein Blut schoss heiß und feurig durch seine Adern. Sie gehörte ihm. Niemand konnte sie ihm nehmen oder verbieten. Weder Bitten noch Befehle noch tödliche Drohungen konnten etwas an dem ändern, was er für sie empfand. Jordana gehörte zu ihm. Ihr Körper, ihre Lust, ihr Herz. Eines Tages würde sie vielleicht sogar eine Blutsverbindung mit ihm eingehen. Allein schon die Vorstellung, wie er beim Sex in ihre Halsschlagader biß und von ihrem Blut trank, ließ die Fangzähne noch weiter aus seinem Kiefer treten. Er erinnerte sich an den Duft ihres Blutes, diese zarte, kaum beschreibbare Mischung aus Zitrusfrüchten und exotischen Gewürzen, und das Wasser lief ihm im Mund zusammen. Wenn er dem Durst jetzt nachgab und von ihrem Blut trank, dann könnte sie keine Macht dieser Welt mehr auseinander bringen. Doch nicht hier. Nicht so. Er hatte schon mehr von ihr genommen, als er verdiente. Fast hätte sie ihn heute Abend so weit gebracht, dass er ganz und gar die Kontrolle verlor. Aber ein bisschen Verstand war ihm noch geblieben. Zugegeben, es war verdammt schwer, vernünftig zu bleiben, wenn sie so sexy für ihn aussah und so süß schmeckte. Sie fühlte sich so unglaublich perfekt an, als er sie unter sich festhielt und sich mit einer ihm unbekannten Leidenschaft in ihrer Hitze verlor. Noch nie hatte Nathan sich so akzeptiert gefühlt. In diesem Moment spürte er nichts außer Jordana. Sie überwältigte alle seine Sinne. Sie ließ ihn alles vergessen. Es gab nur noch die Leidenschaft ihrer Verbindung und die sinnlichen Laute ihrer beiden Körper, die sich geschmeidig zum selben rasenden Rhythmus bewegten. Er konnte seinen Orgasmus nicht mehr lange zurückhalten. Mit jedem Stoß seiner Hüften drang er tiefer in sie ein und ließ Vernunft, Kontrolle und Disziplin, weiter hinter sich. Heißes Blut brannte zischend in seinen Adern. Tief in ihm war etwas zum Zerreißen angespannt. Der Druck zerrte wild an allen seinen Muskelsträngen und Sehnen. Noch nie war sein Schwanz so steif gewesen, so voll, als würde er gleich explodieren. Er beugte sich über sie und bewegte seine Hüften so, dass er noch tiefer in ihren engen Schoß eindringen konnte. »Komm für mich, Jordana, komm jetzt«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Ich will deinen Orgasmus spüren. Ich will jetzt spüren, wie du kommst.« Sie reagierte sofort, und ihr ganzer Körper erschauerte in einem unvermittelten, heftigen Höhepunkt. Er spürte die Vibration in seinem Schwanz und bis tief in sein Innerstes. Keuchen stieß sie seinen Namen aus und drückte sich ihm entgegen, als er sie weiter vögelte, während sein eigener, tosender Orgasmus ihn schon überwältigte. Er kam direkt nach ihr, hart und schnell und ekstatisch vor purer, weißglühender Lust, als ein Samen in ihre noch immer zuckende Möse schoss. Nathan wusste nicht, wie lange sie so auf dem Tisch lagen. Jordana keuchte atemlos unter ihm. Er lehnte über ihr und stützte sich dabei auf Ellbogen und Fäuste. Sie bewegten sich nicht, so als wollten sie beide die sinnliche Verbindung ihrer Körper noch nicht lösen. Er war schon wieder steif. Genauer gesagt, er war noch immer steif. Jordanas pulsierende Möse lag schwer und verführerisch um seinen Schwanz. Ihre zarten Muskeln schmiegten sich noch immer eng an ihn. Als sie ihre Hüften einladend und unglaublich verlockend bewegte, stöhnte Nathan auf. »Mach weiter damit, dann lasse ich dich nie mehr aus diesem Büro.« Sie drehte den Kopf und warf ihm über die Schulter einen langen Blick zu. Ein zufriedenes Lächeln lag auf ihren Lippen. »Ich glaube, das würde mir gefallen.« Ihm würde es auch gefallen, aber sie konnten nicht viel länger hierbleiben. Sonst würde unweigerlich jemandem auffallen, dass sie beide nicht auf der Party waren. Selbstdisziplin war nicht gerade Nathans Stärke, seit er Jordana getroffen hatte. Doch jetzt schaffte er es, langsam aus ihr herauszugleiten. Sie stöhnte enttäuscht auf, und fast hätte er es sich anders überlegt. »Gib mir deine Hand«, sagte er und beugte sich vor, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Sie drehte sich auf den Rücken. Ihre hellblauen Augen schimmerten dunkel unter ihren dichten Wimpern, ihre Wangen glühten und ihre kirschroten Lippen glitzerten. Er zog sie hoch zu sich und fuhr mit den Fingerspitzen über ihren feuchten, verlockenden Mund. »Wegen dir habe ich einen Riesenständer, wenn ich nur daran denke, wie gut sich deine Lippen heute Abend anfühlen.« Sein Schwanz zuckte zustimmend und wollte offenbar gleich wieder loslegen. »Ich kann's kaum erwarten, bis wir hier raus sind und ich dich bei mir im Bett habe. Ich habe da ein paar sehr kreative Ideen, wie ich mich bei dir revanchieren kann.« Sie schaute hoch zu ihm und grinste. »Hm, ich kann's nicht erwarten. So einfach kommst du mir nicht davon.« Sie beugte sich leicht vor und bekam seine Fingerspitze mit den Zähnen zu fassen. Ihre Zunge umspielte den Finger genauso, wie sie vorher seinen Schwanz gefoltert hatte. Sie saugte erbarmungslos daran und machte ihn verrückt mit ihren kurzen, schnellen Zungenbewegungen. Nathan ächzte. Ein lustvolles Zucken schoss sein Rückgrat hoch und direkt in seinen steifen Schwanz. »Heilige Scheiße. Wenn ich's mir genau überlege, sind Betten doch eigentlich völlig überflüssig.« Sie lachte leise und ließ von ihm ab. Nathan wollte sie packen, doch sie tauchte spielerisch unter seinem Arm weg. Die schärfste Frau, die er je gesehen hatte. Er wollte sie unbedingt, und er wollte sie jetzt. Sie zog den Saum ihres roten Kleides über ihren wunderbaren nackten Po und die langen Beine und bewegte sich ein paar Mal, bis der seidene Stoff wieder in glatten Bahnen um ihren Körper fiel. »Ich sollte mich da draußen blicken lassen, meinst du nicht?« Er schüttelte den Kopf und warf ihr einen flammenden Blick zu. »Ich meine, dass du hier in dieses Büro gehörst, zu mir.« »Na, wer kann jetzt nicht genug bekommen?« hielt sie ihm entgegen und hob dabei eine zierliche Augenbraue. Sie beugte sich hinunter und suchte die Überreste ihres Trinktangas neben seiner zerknüllten Hose zusammen. »Ich mach mich mal frisch und entsorge die Beweise.« Der Fetzen schwarzer Seide baumelte von ihren Fingern. Als Nathan klar wurde, dass Jordana den Rest des Abends nackt unter dem Kleid sein würde, fuhr ihm erneut eine lustvolle Schockwelle durch seine Blutbahnen. Er hatte keine Ahnung, wie er die nächsten Minuten und danach vielleicht sogar noch ein paar Stunden überstehen sollte. Er dachte an all die Dinge, die er mit ihr anstellen wollte, als irgendwo neben seinen Füßen etwas leise brummte. Das Blut pochte so laut in seinen Ohren, dass er trotz seiner übernatürlich scharfen Sinne das Summen kaum hören konnte. »Scheiße! Es war sein Kommunikationsgerät. Das Ding hatte er völlig vergessen.« Jordana deutete auf den Boden, wo es in seiner Husentasche steckte. »Du kannst dich so lange um deinen Job kümmern,« sagte sie leichthin, »und ich kümmere mich um meinen.« Nathan bückte sich und hob seine Hose zusammen mit dem Kommunikationsgerät auf. Er streifte die Hose schnell über, während Jordana zur Bürotür ging. Er konnte seinen Blick nicht von ihr losreißen. »Wir sehen uns in ein paar Minuten in der Halle.« Mit einem strahlenden Lächeln öffnete sie die Tür und schlüpfte hinaus. Nathan schaute hinunter auf das Kommunikationsgerät, das in seiner Hand wieder anfing zu brummen. »Ja,« sagte er. Mit Gewalt verbat er sich alle lüsternen Gedanken an Jordana, als sie den Anruf aus dem Bostoner Hauptquartier entgegennahm. »Nathan!« Jays tiefe Stimme hatte einen grimmigen Unterton. »Wir haben gerade eine Nachricht von Gideon aus DC bekommen.« Nathans Kampfinstinkte schalteten sofort auf volle Alarmbereitschaft. »Um was geht es?« »Ist Jordana bei dir?« »Scheiße, das klang gar nicht gut.« »Sie war bis vor einer Minute bei mir.« Nathan schloss die Faust noch fester um das Kommunikationsgerät und schritt langsam auf die Bürotür zu. »Sag mir, was los ist.« »Es geht um Gates«, sagte Chase. »Er war die ganze Zeit ein Verbündeter von Cash & Gray. Hat sich mit dem Dreckskerl in Cash Club zusammengetan. Sie sind Partner. Gates spielt ein doppeltes Spiel. Der Schweinehund hat Dreck am Stecken.« »Himmel!« »Nein!« »Glaubst du, er gehört zu Opus Nostrum?« »Das wissen wir noch nicht«, erwiderte Chase. »Lucan und Gideon sind gerade im Moment auf dem Weg nach Boston, zusammen mit Tagan und Hunter. Aber wenn es sich herausstellt, dass Gates etwas mit Opus ...« Der Commander ließ den Satz unvollendet. Doch Nathan wusste genau, was er sagen wollte. Wenn Gates' Partnerschaft mit Cash & Gray irgendetwas mit Opus Nostrum zu tun hatte, blieb dem Orden keine Wahl. Dann war Gates ein Feind, und sie würden ihn töten. Nathan wollte nicht einmal daran denken, was das für Jordana bedeuten würde. Er trat hinaus in die Galerie und schaute sich um. Er musste herausfinden, in welche Richtung Jordana gegangen war. »Angesichts dieser Nachricht«, sagte Chase mit einem vorsichtigen Ton in der Stimme, »ist es mehr als nur ein bisschen beunruhigend, dass Cass Jordana genau an dem Tag im Museum aufgesucht hat, an dem er ermordet wurde.« »Sie weiß nichts davon«, platzte Nathan heraus. »Darauf würde er sein Leben verwetten.« »Ein Geheimnis von dieser Tragweite hätte Jordana ihm nicht verschwiegen. Sie war zu offen, zu unschuldig. Sie hätte Nathan nicht die ganze Zeit so zum Narren halten können.« »Das Team und ich sind auf dem Weg zum Museum«, sagte der Kommander. »Wir wissen, dass Gates auf der Eröffnung ist. Wir müssen ihn zum Verhör festnehmen.« »Verdammte Scheiße.« »Ich verstehe«, erwiderte Nathan. Der nach kalter Logik handelnde Krieger in ihm kämpfte sofort an gegen den Mann, der sich davor scheute, der Frau, die er liebte, solch einen Schmerz anzutun. »Lass ihn nicht gehen«, befahl Chase. »Wir sind in höchstens zwei Minuten vor Ort. Tu, was nötig ist, damit er sich nicht davon macht, bevor wir da sind.« »Ich verstehe«, bestätigte Nathan den Befehl hölzern und beendete das Gespräch mit einem unwirschen Fluch. Vor den geöffneten Türflügeln zur Ausstellungshalle entdeckte er Carys, die sich angeregt mit einer kleinen Gruppe von Damen der feinen Gesellschaft unterhielt. Er winkte sie zu sich heran, als er mit dem schnellen, entschlossenen Gang eines Soldaten den Marmorboden überquerte. »Finde Jordana, sofort. Sieh zu, dass sie nicht in die Halle kommt.« Das Gesicht der Stammesgefährtin wurde bleich. »Was ist passiert?« »Finde sie«, befahl er ihr schroff. »Bring sie heim und lass sie keine Sekunde lang aus den Augen, hast du verstanden, und sag ihr«, »ach verdammt, sag ihr, es tut mir leid.« »Nathan«, rief Carys ihm hinterher, aber er gab keine Antwort. Ihm war schwer ums Herz, als er mit raschen Schritten wie ein Geist in die glitzernde Eröffnungsparty eintauchte. Mit dem skrupellosen Blick des Jägers hielt er in der Menge Ausschau nach seiner Beute. Vor dem Spiegel über dem Waschbecken richtete sich Jordana die Haare und brachte ihre Frisur wieder halbwegs in Form. Ein letztes Mal überprüfte sie ihr Aussehen, nachdem sie sich frisch gemacht hatte. Das äußerst zufriedene Grinsen in ihrem Gesicht konnte sie nicht unterdrücken, doch sie sah wieder vorzeigbar aus. Natürlich konnte niemand in der Ausstellung erraten, was sie während ihrer Abwesenheit getrieben hatte. Doch wie sollte sie all den Leuten unter die Augen treten, ohne dass sie von Kopf bis Fuß rot anlief? Sie selbst wusste ja genau, wo sie gewesen war und mit wem, und dass ihr zerrissener Slip nun tief unten im Abfalleimer der Damentoilette lag, das würde sie so schnell auch nicht vergessen können. Sie wussten nicht, ob sie so gut schauspielern konnte. Wahrscheinlich sahen ihr alle an, dass sie gerade eben gründlich und wunderbar durchgefickt worden war, nur ein paar Meter und eine geschlossene Tür von der Halle entfernt, in der hunderte der wohlhabendsten und wichtigsten Bürger Bostons die Ausstellung bewunderten. Ganz zu schweigen von ihrem Vater. Eigentlich hatte sie ihm gleich nach ihrer Eröffnungsrede Nathan vorstellen wollen. Der Plan war gründlich in die Hose gegangen. Ihre Libido hatte da ganz andere Ideen gehabt. Sehr gute Ideen, wie sich herausgestellt hatte. Dann würde sie die beiden Männer einander eben später vorstellen. Ein lauter, schriller Ton aus dem Orchester in der Ausstellungshalle unterbrach Jordanas Gedanken. Gläser und Porzellan schienen in die Brüche zu gehen. Jemand schrie laut auf. Jordana sang das Herz. Was zum Teufel? Die Toilettentür schwang auf und dann stand Karis neben ihr. Jordana sagte sie sanft. Ihr Gesichtsausdruck war ernst und angespannt. Ihre dunkelblonden Brauen zogen sich besorgt über ihren Augen zusammen. Nathan hat mir gesagt, ich soll dich suchen. Was ist los? Jordanas Herz rutschte noch tiefer. Eine eisige Kälte breitete sich in ihrem Magen aus. Wo ist er? Was zum Teufel ist da draußen gerade passiert? Jordana stürzte zur Tür. Aber Karis hielt sie zurück. Nathan hat mich gebeten, dich nicht in die Ausstellungshalle zu lassen. Was? Warum will er nicht, dass ich in die Halle gehe? Ungläubiges Erstaunen, Irritation, ein ganzes Trommelfeuer verwirrender Gefühle prallten in ihr aufeinander. Sie versuchte zu begreifen, was los war. Dann schüttelte sie alles ab und wollte um ihre Freundin herum zur Tür gehen. Doch sie schaffte es nicht. Karis war eine Stammesgefährtin und ihr Griff dementsprechend kräftig. Und sie schien zu allem entschlossen. Ich denke nicht, dass du da rausgehen solltest. Ärger stieg in Jordana auf und riss den Schleier der Verwirrung, der sich über sie gelegt hatte, herunter. Lass mich los. Sie machte sich von ihrer Freundin los und stürzte nach draußen in den Gang. Verängstigte Gäste strömten aus der Ausstellungshalle und der daneben liegenden Galerie. Eine immer größer werdende Menge sammelte sich an der Brüstung des Balkons, von dem aus man das Foyer des Museums überblicken konnte. Kampfgeräusche, die wütenden Schreie eines Mannes, das Trampeln von Stiefeln, die über glänzende Marmorfliesen rannten, drangen von unten hoch. Jemand wurde mit Gewalt aus der Halle geschleppt und erwehrte sich heftig und fluchend dagegen. Jordana stürzte zum Geländer und vor Schreck setzte ihr Herz für einen Moment aus. Vater? Martin Gates kämpfte wie wild, seine Fänge waren voll ausgefahren und er warf den Kopf hin und her. Mit verzweifelter Kraft wandte er sich und trat mit den Beinen um sich, um sich aus dem Griff des großen Stammesvampirs zu befreien, der in die Arme auf den Rücken gedreht hatte, als wäre Gates ein Verbrecher. Der Vampir drängte ihn rasch durch die Eingangshalle auf den Haupteingang zu. Vater! schrie Jordana. Sie rannte zu der breiten Treppe, die hinunter in die Halle führte. Sie spürte ihren panischen Herzschlag bis hoch in ihren Hals. Kühle Luft drang durch die sich öffnenden Glastüren herein, als ein Team von Ordenskriegern das Foyer betrat. Sie waren in schwarze Kampfmontur gekleidet und schwer bewaffnet. Kaum im Foyer schwärmten sie aus, um dem großen Vampir zu helfen. »Nimm die Finger von mir!« brüllte ihr Vater. »Ihr habt kein Recht, mich so zu behandeln!« Aus weiter Ferne und wie in Zeitlupe, als wäre sie im Horror eines furchtbaren Traums gefangen, nahm Jordana ihren eigenen Schrei wahr. Sie spürte den harten Marmorboden unter ihren hohen Absätzen, als sie die Stufen hinunterrannte. Es war, als würde sie sich in Treibsand bewegen, jeder Schritt dauerte eine quälende Ewigkeit. Sie blickte in die grimmigen Gesichter der Bostoner Krieger, die sich am Eingang positionierten. Sie warteten auf ihren Vater, der unnachgiebig und gnadenlos zu ihnen gebracht wurde. Und endlich, in einem furchtbaren Moment des Erkennens, erharschte sie ein Blick auf den riesigen Stammesvampir, dessen Hände ihren Vater wie Schraubzwingen gepackt hielten. Dieselben Hände hatten noch vor wenigen Minuten sanft und lustvoll jeden Zentimeter ihres nackten Körpers gestreichelt. Nathan, brachte sie heraus. Sie war starr vor Schock. Dabei hatte sie es in ihrem Herzen schon die ganze Zeit gewusst, noch bevor er den Kopf zu ihr wandte, als sie im Foyer auf ihn zuging. »Warum machst du das? Was geht dir vor? Was hat er getan?« Sie konnte nichts in seinem verschlossenen Gesichtsausdruck erkennen. Seine stürmischgrauen Augen waren emotionslos und eiskalt. Der leidenschaftliche Liebhaber, den sie in ihrem Büro zurückgelassen hatte, war verschwunden. An seiner Stelle stand der kalte Stammeskrieger vor ihr, der gnadenlose Jäger. Carys. Nathans undurchdringlicher Blick schaute über Jordana hinweg. Seine Stimme war schneidend, ein leiser Befehl. »Scheiße nochmal, bring sie raus hier!« Weiche Hände legten sich von hinten auf Jordanas Schultern. Jordana schüttelte die tröstende Berührung mit einem erstickten Schrei ab. Sie wandte stumm den Kopf ab. Sie war zu durcheinander und zu überrascht von dem Verrat, als dass sie noch etwas hätte sagen können. Nathan warf ihr einen letzten Blick zu. Immerhin lag jetzt eine Spur von Bedauern in seinen Augen. Doch dann stieß er ihren Vater vorwärts, und die übrigen Ordensmitglieder nahmen sie in Empfang. In wenigen Sekunden waren sie alle verschwunden, verschluckt von einem schwarzen Geländewagen, der am Straßenrand auf sie wartete. Die Reifen kreischten auf dem Asphalt, als sie in rasantem Tempo durchstarteten. Dann verschwanden sie in der Nacht. Als Nathan und der Orden Martin Gates zum Verhör in die Kommandozentrale brachten, war ein Großteil seiner Wut und seines Hasses schon wieder verraucht. Er war der Anführer eines mächtigen, dunklen Hafens, und er hatte fast während der gesamten kurzen Fahrt durch die Stadt getobt und protestiert. Doch als er schließlich in dem Verhörraum saß, ließ der Stammesvampir in dem zerknitterten Smoking die Schultern hängen. Seine Augen unter den dunkelbraunen, scharf gezogenen Brauen glühten nicht mehr vor Ärger. Aber er war vorsichtig und äußerst wachsam, als er Nathan und die anderen Krieger voller Argwohn beobachtete. »Ich verlange, dass man mir endlich erklärt, um was es hier geht«, brummte er. »Das ist ein Skandal. Ich bin eine Privatperson. Der Orden hat kein Recht.« »Wir haben sehr wohl das Recht, Sie hier festzuhalten«, informierte Sterling Chase ihn. Der Bostoner Commander lehnte mit verschränkten Armen an der hinteren Wand des kleinen Raums. »Wir haben Beweise, dass Sie in kriminelle Machenschaften in der Stadt verwickelt.« »Kriminelle Machenschaften?«, sagte Gates spöttisch. »Das ist doch lächerlich.« »Das glauben Sie doch selbst nicht. Und Beweise haben Sie erst recht nicht.« »Ich versichere Ihnen, wir haben stichhaltige Beweise«, sagte Chase. »Und Justice wird es sicher sehr interessieren, dass ein aufrechtes Mitglied der feinen Bostoner Gesellschaft sich heimlich an illegalen Kämpfen und etlichen anderen widerlichen Geschäften beteiligt.« »Das ist doch verrückt«, sagte Gates abfällig. Dann richtete er seinen finsteren Blick direkt auf Nathan. »Wenn du denkst, dass diese entwürdigende Festnahme vor den Augen meiner Tochter und denen meiner Freunde irgendetwas an meinem Versprechen von heute Abend ändern wird, dann täuscht du dich gewaltig.« Chase warf Nathan einen fragenden Blick zu, und Nathan konnte ein ärgerliches Knurren nicht unterdrücken. »Mr. Gates hat mir unmissverständlich klargemacht, dass er mein Interesse an Jordana nicht gutheißt und mir jeden Kontakt zu ihr verboten.« »Hat er dich bedroht?« Nathan zuckte mit den Schultern. Die Drohung hatte ihm im Gespräch mit Gates nichts ausgemacht. Und jetzt war es sowieso egal. So wie die Dinge heute Abend gelaufen waren, wie Jordana ihn angeschaut hatte, so zutiefst verletzt und verraten, ging er davon aus, dass Gates nichts mehr zu befürchten hatte, zumindest nichts, was Nathans Verbindung zu seiner Tochter betraf. Nathan konnte sich glücklich schätzen, wenn Jordana überhaupt noch einmal mit ihm redete. Wahrscheinlich würde sie ihm nie verzeihen, dass er ihr den Vater genommen hatte. Wahrscheinlich würde sie Nathan für immer hassen, weil er ihr das Herz gebrochen hatte. Und er konnte es ihr nicht einmal übel nehmen. Er war ihrer nie würdig gewesen. Ihre Welten waren von Anfang an zu unterschiedlich. Die Ereignisse heute Nacht hatten ihm das in aller Deutlichkeit gezeigt. Es war die bittere Wahrheit, aber die kalte Leere in seiner Brust war deshalb nicht weniger schmerzhaft. Am liebsten wäre er jetzt sofort zu ihr gegangen, um sie zu trösten, ihr alles zu erklären und ihr zu versichern, dass alles in Ordnung kommen würde. Doch als er beobachtete, wie Jordanas Vater erst protestierte und sich dann im Verlauf des Verhörs immer mehr herauszureden versuchte, wurde Nathan klar, dass er Jordana keinen Trost bringen konnte. Nichts würde in Ordnung kommen. Jeder konnte sehen, dass Martin Gates schuldig war. Der Mann hatte dunkle Geheimnisse. Geheimnisse, die er offenbar seit vielen Jahren verborgen hatte. Sein ängstlicher Blick ließ hierhin und dorthin. Er wusste genau, dass ihm die respektable Maske, hinter der er sich so lange versteckt hatte, jeden Moment vom Gesicht gerissen werden würde. Gates hatte sich mit einer Lüge eingerichtet, die nun plötzlich enthüllt wurde. Und wenn das passierte, dann würde sich Jordanas Leben vollkommen ändern. »Ich habe nicht die Absicht, mir dieses rücksichtslose Vorgehen eine Sekunde länger bieten zu lassen,« verkündete Gates. Es war der letzte fadenscheinige Versuch, das verstörende Verhör zu beenden, bevor es zu spät war. »Ich verlange, dass Sie mich sofort freilassen, sonst werde ich...« »Was wollen Sie sonst tun, Mr. Gates?« warf Chase ruhig ein. »Zur Polizei rennen? Sich bei Ihren Kumpels aus den dunklen Häfen oder bei Ihren Kollegen aus dem Country Club beschweren? Oder vielleicht haben Sie noch andere Verbündete, an die Sie sich wenden können? Die Art von Verbündeten, über die Sie und Cashin Gray in der Öffentlichkeit nie ein Wort verlieren würden, genauso wenig wie über Ihre anderen, weniger respektablen Geschäfte.« Gates' Gesichtszüge erstarrten. »Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.« Chase schaute ihn nur an, stumm und gefährlich. Für ein paar Augenblicke hielt Gates die einsetzende Stille aus. Doch sein Blick glitt von Chase und Nathan, die vor ihm standen, zu Jacks, Eli und Raffi, die neben der Tür des Verhörraums positioniert waren. Abrupt stieß er einen abgehackten Fluch aus und sprang auf die Füße. »Ich muss hier nicht sitzen und mir diesen Schwachsinn anhören. Ich gehe jetzt. Alles weitere erfahren Sie von meinem Anwalt.« Nathan machte einen halben Schritt vorwärts und schnitt Gates damit effektiv den Weg zur Tür ab. Worte oder körperliche Argumente waren nicht nötig. Gates warf einen Blick auf Nathan und sah offenbar die unbedingte Entschlossenheit in seinen Augen. Er gab sofort auf. Schwer ließ er sich wieder auf den Stuhl fallen. Der letzte Rest seines überheblichen Gehabes war verschwunden. Gates starrte zu Nathan auf und betrachtete ihn nervös. In dem Gesicht des Mannes zeichnete sich seine Niederlage ab, so als läge ihm eine überwältigende Last schon viel zu lange auf der Seele. Er senkte den Kopf. Als er sprach, war seine Stimme verhalten, kaum mehr als ein kraftloses Flüstern. »Habt Ihr es schon die ganze Zeit gewusst?« »Sie und Cass haben ihre Spuren sehr gut verwischt,« erwiderte Chase. »Eine Weile hat es gedauert, bis wir alles aufgedröselt hatten. Aber sie konnten sich nicht für immer verstecken. Wir wissen, dass Sie der Besitzer des Lanotte sind. Cass hat den Laden geführt, aber der Club und alle Einkünfte, legale wie illegale, gehören Ihnen. Und jetzt wüssten wir gerne, welche Verbindungen sie außerdem noch zu ihm hatten.« Gates schaute mit schmalen Augen hoch. »Seit wann hat der Orden die Befugnis, die privaten und geschäftlichen Belange eines normalen Bürgers zu überprüfen?« Chase beugte sich mit einem Knurren über den Vampir. »Seit der Nacht letzte Woche, als Opus Nostrum einen globalen Friedensgipfel in die Luft sprengen wollte.« »Opus Nostrum?«, erwiderte Gates sichtlich überrascht. »Wollen Sie damit andeuten, dass Sie vermuten, ich oder Cassian Gray hätten irgendwas mit dieser Sache zu tun?« Chase hob eine Schulter. »Ich habe noch nicht gehört, dass Sie es abgestritten hätten.« »Was ich hiermit tue? Ich habe nichts damit zu tun, und Cass auch nicht, das schwöre ich Ihnen,« sagte Gates. Dann stieß er einen langen Seufzer aus und lehnte sich im Stuhl zurück. »Ich hoffe doch, der Orden hat bessere Hinweise auf die Hintermänner der Attacke letzte Woche, und nicht nur solche angeblichen Beweise, mit denen Sie anscheinend mich oder Cassian Gray mit diesen Terroristen von Opus Nostrum in Verbindung bringen wollen.« Gates räusperte sich betont. »Wenn Sie sonst nichts mehr...« Er verschweigt uns etwas. Nathan trat näher und bemerkte den erleichterten Ausdruck im Gesicht des Mannes aus den dunklen Häfen. »Der Club ist nicht das einzige Unternehmen, in das er mit Cassian Gray investiert hat. Was halten Sie sonst noch geheim vor uns?« Gates grunzte verächtlich. »Cassian Gray ist mein Freund. Unsere geschäftlichen Beziehungen gehen nur uns etwas an. Wir bewegen uns nicht in den gleichen gesellschaftlichen Kreisen, aber das ist ja wohl nicht verboten.« Nathan knurrte. »Haben Sie viele Atlantiden als Freunde?« Gates starrte ihn an. Offensichtlich hat es ihm für einen Moment die Sprache verschlagen. »Wenn Sie Fragen über Cass haben,« sagte er dann, »sollten Sie ihn selbst fragen, nicht mich?« »Das würde ich,« sagte Nathan. »Aber leider hat ihm jemand gestern den Kopf abgeschlagen.« Gates Lippen bewegten sich tonlos. Dann schluckte er. »Was?« »Was sagen Sie da?« »Cassian Gray ist tot. Jemand hat ihn vor dem Lanotte angegriffen und getötet.« »Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen getroffen. Ich hatte keine Ahnung, dass es das letzte Mal war,« flüsterte Gates. Der Stammesvampir wurde mit einem Mal ganz still. Seine Stimme war vollkommen ruhig und sehr leise. »Ach, Himmel! Jordana! Ich muss sofort mit Jordana sprechen. Ich musste ihm versprechen, dass ich es ihr sage, wenn es jemals dazu kommen sollte.« Nathan wechselte einen kurzen Blick mit Sterling Chase. »Was ist mit Jordana?« »Wo ist sie?« fragte Gates. Eine hektische Unruhe kroch in seine Stimme. »Verdammt, ich muss hier raus!« Er erhob sich und seine Muskeln spannten sich an, als wolle er zur Tür vorpreschen. »Ich muss jetzt sofort mit Jordana reden. Ich muss dafür sorgen, dass sie in Sicherheit ist.« Chase trat vor und blickte Gates finster an, als er sich ihm in den Weg stellte. »Was zum Teufel soll das alles mit ihr zu tun haben?« Der Mann aus dem dunklen Hafen schaute mit einem besorgten Blick in die Runde. »Mein Gott!« hauchte er. »Ihr wisst es wirklich nicht, was? Meine Freundschaft mit Cass, unsere Geschäftsbeziehungen, das war alles nur wegen ihr. Jordana ist die Tochter von Cassian Gray.« Jordana stand mitten im Foyer des Museums wie gelähmt und beobachtete in einem Zustand von distanzierter Betäubung, ausgelöst durch den überwältigenden, unwirklichen Schock, wie ihr Vater abgeführt wurde und die Eröffnungsparty abrupt beendet war, als ihre Gäste sich nach dem Verschwinden des Ordens ebenfalls davonmachten. Die Leute wisperten miteinander und warfen ihr neugierige, mitleidige Blicke zu, als sie sich eilig verabschiedeten. Ein paar murmelten leise, dass alles sicher ein Versehen sei, nur ein schreckliches Missverständnis, durch das Martin Gates irgendwie mit Luke und Thorne und seinen Kriegern in Konflikt geraten war. Jordana wollte gerne glauben, dass es so war. Sie wollte glauben, dass Nathan jeden Moment ins Foyer treten würde, um ihr zu sagen, dass es nur ein Witz oder ein schlechter Traum gewesen sei, irgendetwas, damit der schneidende Schmerz in ihr aufhörte. Doch der Schmerz war da, weil es kein Versehen oder Missverständnis gewesen war. Ihr Vater hatte sich nicht wie ein Mann verhalten, der unschuldig war. Er hatte mit einer solchen Verzweiflung gekämpft und sich gegen die Festnahme gewehrt, dass es Jordana fast das Herz gebrochen hatte, als sie zusehen musste, wie Nathan ihn abgeführt hatte. Noch nie hatte Jordana ihren Vater in so einem Zustand gesehen, so voller Angst und gleichzeitig so aggressiv, als ob er genau wüsste, dass er etwas zu verbergen hatte. Nathan. Wenn sie an ihn dachte, wurde der Schmerz noch schlimmer. War es falsch gewesen, dass sie sich so nahe gekommen waren? War ihr Vater vielleicht der Grund, warum Nathan überhaupt Interesse an ihr gezeigt hatte? Von Anfang an hatte Nathan ihr gesagt, dass er nicht der Mann war, den sie sich vielleicht wünschte. Erst gestern Nacht hatten sie wieder darüber gesprochen. So wie er es beschrieb, suchte er sich sein Ziel und verfolgte es, bis er es erreicht hatte. Dann suchte er sich etwas Neues, und das war's. Oh Gott. Jordana wurde schlecht. Hatte er sie nur benutzt, um für den Orden Zeit zu gewinnen, für die perfekte Gelegenheit, um sich ihren Vater zu schnappen? Nathan hatte ihr nie vorgespielt, dass er etwas anderes war als das, was er nun mal war, ein Krieger, ein Jäger. Jordana hatte sich trotzdem in ihn verliebt. Gestern Nacht hatte sie eine andere Seite von ihm gesehen. Zumindest hatte sie sich das eingebildet. Eine sanfte Seite, als hätte er Teile seines Schutzpanzers abgelegt und ihr den verletzlichen, großmütigen Mann gezeigt, der sich hinter der abweisenden Wand aus undurchdringlichem Stein und hartem, schneidendem Stahl verbarg, die er für den Rest der Welt aufrechterhielt. Bei der Eröffnung heute Abend und während ihrer gestohlenen Stunde voller Leidenschaft in ihrem Büro hatte Jordana das Gefühl gehabt, dass sie einen Nathan sah, den noch nie jemand außer ihr zu Gesicht bekommen hatte. Er hatte ihr das Gefühl gegeben, dass sie etwas Besonderes war, dass sie ihm etwas bedeutete, dass er sie vielleicht sogar ebenso liebte wie sie ihn. War das alles nur eine Lüge gewesen, damit sie noch mehr in ihr Vertrauen zog? War es möglich, dass er und der Orden ihrem Vater eine Falle gestellt hatten und sie war unwissentlich der Köder gewesen? Bei der Vorstellung begann sie zu schwanken. Ihr Herz wollte den Gedanken sofort und vehement zurückweisen, aber Zweifel rannen ihr wie Gift durch die Adern. Wie geht's dir, Süße? Karis kam aus der Halle ins Foyer und ihre Absätze klagten leise auf dem Marmorboden. Sie schaltete die Lichter hinter sich aus, als sie auf Jordana zukam. Alle sind weg, ich habe alles abgeschlossen. Komm, wir bringen dich nach Hause. Nein. Jordana schüttelte den Kopf, um das dumpfe Gefühl loszuwerden. Nein, nicht. Ich will nicht nach Hause. Ich möchte meinen Vater sehen. Ich möchte Nathan sehen. Ich muss wissen, ob er das, was heute Abend hier passiert ist, schon die ganze Zeit geplant hat. Karis runzelte leicht die Stirn. Jordana, du musst doch wissen, dass Nathan niemals ... Ich weiß überhaupt nichts mehr, erwiderte sie hitzig. Es tat so weh, als müsste ihr das Herz in der Brust zerspringen. Zuerst möchte ich von meinem Vater hören, was er getan hat. Von Nathan möchte ich hören, dass er mich nicht benutzt hat als Köder für seine Mission für den Orden. Ich muss herausfinden, ob die beiden Männer, die mir auf der Welt am meisten bedeuten, mich die ganze Zeit nur angelogen haben. Karis wollte sie tröstend in die Arme nehmen. Doch Jordana riss sich von ihr los. Ich gehe jetzt dahin. Ich halte es keine Minute länger aus, wenn ich nicht endlich die Wahrheit erfahre. »Jordana, warte!« Sie ignorierte ihre Freundin und ging mit schnellen Schritten durch das Foyer auf den Eingang zu. Weit kam sie nicht. Jordana fühlte in ihrem Rücken eine Bewegung in der Luft. Sie hörte, wie Karis scharf die Luft einsog, und dann hörte sie nichts mehr von ihr. Jordana drehte sich rasch um und sah in der Dunkelheit gerade noch, wie ihre Freundin zu Boden ging. Eine große, vermummte Gestalt in einem schwarzen Trenchcoat beugte sich über die Stammesgefährtin. Als er Karis schlaffen Körper aus seinen Händen gleiten ließ, hob der Mann den Kopf. Sein Gesicht war in den dunklen Schatten nicht zu erkennen. Er hatte keine Waffe, aber seine Handflächen leuchteten mit einem überirdischen Licht. Er trat von Karis weg und kam direkt auf Jordana zu. Sie schrie. Panik explodierte in ihrer Brust, und sie stürzte zum Eingang. Rasch drückte sie die Glastüren auf, holte tief Luft, und kühle Nachtluft drang in ihre Lungen, bevor sie um Hilfe schreien konnte. Kein Ton kam ihr über die Lippen. Ihre Beine gehorchten ihr nicht mehr. All ihre Angst, all ihr bewusstes Denken wurde schnell und leise ausgelöscht, als ihr Kopf sich unerwartet mit Hitze und Licht füllte. Dann wurde ihr schwarz vor Augen. »Ich musste Cass versprechen, dass ich sein Geheimnis wahre«, sagte Martin Gates. Er klang elend, und ein niedergeschlagener Zug lag um seinen Mund. »Ich musste ihm schwören, dass sie nie erfahren würde, wer ihr Vater war, außer für den Fall, dass es zum Schlimmsten kommen sollte und seine Feinde ihn entdeckten.« Nathan musste zugeben, dass es ihn nicht völlig überraschte zu hören, dass Cashen Gray Jordanas leiblicher Vater gewesen war. Zum einen war da die oberflächliche Ähnlichkeit, weil sie beide hellhäutig und blond waren. Doch es war die Tatsache, dass Cass Jordanas an seinem Todestag im Museum aufgesucht hatte, die ihm einen Hinweis darauf hätte geben können. Es war an sich nicht wirklich eine Sensation, dass Jordanas das Kind eines Atlantiden war. Das Wissen um die Atlantiden war zwar viele Jahrhunderte lang verborgen geblieben, und für die breite Öffentlichkeit war es immer noch ein Geheimnis. Doch vor ein paar Jahrzehnten hatte der Orden die Verbindung zwischen dem Stamm und der unsterblichen Rasse entdeckt, die die wenigen Frauen gezeugt hatte, die als Stammesgefährtinnen geboren wurden. Wenn Cassie vor Feinden aus den Reihen seiner eigenen Rasse schützen wollte, sagte Nathan, dann hätte er Jordaner besser ihrer Verantwortung überlassen und sich von Boston fernhalten sollen. Gates nickte. Das hat er versucht, und er hat sich nie länger als für ein paar Wochen am Stück in der Stadt aufgehalten, für den Fall, dass er entdeckt wird. Aber Jordana hat ihm alles bedeutet. Cass hat sie mindestens so sehr geliebt wie ich. Ich glaube, darum hat er auch verstanden, dass ich den anderen Teil meines Versprechens nicht einhalten konnte. Was haben sie ihm denn noch versprochen? unterbrach ihn Chase und musterte den Anführer aus den dunklen Häfen mit einem scharfen Blick. Dass ich Jordana vor ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag zu meiner Gefährtin mache. Allein schon die Vorstellung stieß Nathan ab und verwirrte ihn. Warum zum Teufel sollte das von ihm wollen? fragte er argwöhnisch. Cass wollte, dass sie mit jemandem eine Blutsverbindung einging, dem er vertraute. Jemand, bei dem er sich darauf verlassen konnte, dass Jordana in Sicherheit war. Gates schüttelte langsam den Kopf. Aber ich konnte nicht dieser Mann sein. Ich habe sie wie mein eigenes Kind aufgezogen. Jordana ist genauso meine Tochter wie die von Cass. Auch wenn ich es ihm vor all den Jahren versprochen habe, könnte ich sie nie zu einer Blutsverbindung mit mir zwingen. Als sie älter wurde, wurde mir klar, dass ich einen anderen Weg finden musste, damit sie weiterhin in Sicherheit war. Ich musste jemanden finden, dem ich ihr Geheimnis anvertrauen konnte. Etwas an dieser Geschichte kam Nathan immer noch unlogisch und seltsam vor. Cass' Plan ergab keinen rechten Sinn. Und tief in seinem Innersten loderte ein beschützerischer, besitzergreifender Zorn auf bei dem Gedanken, dass Jordana mit einem anderen Mann als ihm zusammen sein sollte. Warum soll Jordana nicht selbst entscheiden, wen sie sich zum Gefährten nimmt? Eine Blutsverbindung ist heilig, sie ist unauflöslich. Nathan konnte die Wut nicht aus seiner Stimme heraushalten. Er musste daran denken, wie leichtfertig Gates Jordana in die Arme von Elliot Bentley Squire gedrängt hatte, der ja ein anständiger Kerl sein mochte, doch er liebte Jordana nicht. Nicht so, wie Nathan sie liebte, leidenschaftlich und aus ganzem Herzen. Sie hätten sie zu einer unlösbaren Verbindung genötigt, nur wegen eines Versprechens, das ohne ihre Zustimmung gegeben wurde? Nathan stieß einen harschen Fluch aus. Jordana ist eine außergewöhnliche Frau. Sie haben sie aufgezogen. Sie sollten sie besser kennen. Sie verdient mehr, als sie oder irgendjemand, den sie für sie auswählen, ihr als Gefährte geben kann. Sie verdient, weiß Gott, mehr, als ich ihr je geben könnte. Gates hob sein Kinn, und so etwas wie Verständnis glitt über seine Züge. Sie liegt ihnen wirklich am Herzen. Nathan nickte entschieden. Seine Brust war voll von allem, was er für Jordana empfand. Ich liebe sie, erwiderte er feierlich. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn ich sie nie getroffen hätte, würde ich immer darauf bestehen, dass eine Stammesgefährtin niemals in eine Verbindung gezwungen werden soll, die sie nicht möchte. Aus welchem Grund auch immer. Gates starrte ihn an. Jordana ist keine Stammesgefährtin. Das habe ich nie gesagt. Ein ungläubiges Murmeln lief durch den Raum. Vielleicht kam es von Chase, vielleicht von einem der Mitglieder seines Teams. Nathan wusste es nicht. Die paar Mal, als es ihm aus irgendeinem Grund die Sprache verschlagen hatte, konnte Nathan an einer Hand abzählen. Und nie war es so wie jetzt gewesen. Jason. Nie hatte er das Gefühl gehabt, als öffne sich der Boden unter ihm und er hinge über einem Abgrund, der in ein ihm völlig unbekanntes Terrain führte. Chase sagte schließlich etwas, während Nathan noch immer nach Worten suchte. Was soll das heißen, sie ist keine Stammesgefährtin? »Jordanas Mutter war kein Mensch«, sagte Gates. »Sie war eine von Cass Rasse.« »Wollen Sie damit sagen, dass Jordana unsterblich ist?« drängte Chase. Gates nickte. »Sie ist eine Atlantidin, genau wie ihre Eltern.« Endlich fand Nathan seine Stimme wieder. »Sie trägt das Merkmal der Stammesgefährtin.« Er hatte den kleinen scharlachroten Tropfen und den liegenden Halbmond klar vor Augen. Mehr als einmal hatte er das Muttermal gestreichelt, als sie sich geliebt hatten. Es ist auf der Innenseite von Jordanas linkem Handgelenk. »Es ist ein Tattoo, das wie das Mal aussieht«, erklärte Gates. »Cass hat es ihr selbst tätowiert, als sie noch ein Kleinkind war, kurz nachdem er sie aus dem Reich der Atlantiden gebracht hat.« »Mann, oh Mann«, brummte Raffi, der immer noch an der Tür des kleinen Verhörraum stand. »Warum das denn? Warum wollte Cass sie als etwas anderes ausgeben als das, was sie in Wirklichkeit ist?« Aber Nathan wusste, warum. »Er wollte sein Kind unter den Stammesvampiren verstecken«, sagte er, als die Teile des Puzzles allmählich alle an die richtige Stelle fielen. Cass wollte Jordana an einem Ort verstecken, den er für den sichersten hielt, als eine allen bekannte Stammesgefährtin in einem dunklen Hafen. Chase musterte Gates aus schmalen Augen. »Wie konnte er sich so sicher sein, dass sie sein Geheimnis nicht verraten? Oder dass er ihnen sein Kind anvertrauen kann?« »Ich habe mir sein Vertrauen in der Nacht erworben, als ich Cass mit einem Kleinkind in meiner Scheune fand. Ich habe damals außerhalb von Vancouver gelebt. Cass war schon seit Tagen auf der Flucht. Er blutete und war schwer verletzt, selbst für einen Unsterblichen«, erklärte Gates. »Der Geruch seines Bluts zog mich an, und ich entdeckte ihn in seinem Versteck in der Scheune. Er bat mich, ihm zu helfen, und als ich das Baby auf seinem Arm sah, habe ich meinen Durst gezügelt und die beiden bei mir aufgenommen, bis Cass wieder gesund war.« Nathan stellte sich die Situation vor und überlegte, wie er wohl an Martin Gates' Stelle gehandelt hätte. Er war dazu erzogen worden, weder Erbarmen noch Mitleid zu fühlen. Als Jäger war er konditioniert darauf, Schwächen auszunützen und freundliche Gesten zu bestrafen. Doch Nathan musste zugeben, dass ihn Gates ehrenvolle Tat tief beeindruckte, und er war dem Mann aus tiefstem Herzen dankbar. Cass hatte Glück, dass er bei ihnen gelandet ist. Die wenigsten Leute wären so großzügig gewesen und hätten ihm einfach so vertraut. Mit einem Schulterzucken tat Gates die anerkennenden Worte ab. »Ich hatte auch Glück. Damals war ich völlig auf mich gestellt, ohne Gefährtin und ohne Familie. Alles, was ich besaß, war eine kleine Farm irgendwo im Nirgendwo.« Gates' Gesichtszüge wurden weich, als er sich erinnerte. »Ich habe es Cass zu verdanken, dass ich heute ein luxuriöses Leben führen kann. Ohne seine Unterstützung hätte ich mir in Boston keine neue Existenz aufbauen können. Er hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und er hat mir das Kostbarste gegeben, das er mir je hätte schenken können, meine Tochter.« »Und sie weiß nichts davon?« fragte Nathan. »Jordana weiß nicht, dass sie keine Stammesgefährtin ist, sondern eine reinrassige Atlantidin?« »Nein. Aber sie wird es bald herausfinden.« Gates blickte mit ernstem Gesicht zu Nathan und den anderen Kriegern im Raum. »Wenn Jordana fünfundzwanzig Jahre alt wird, werden ihre atlantidischen Kräfte voll zur Reife kommen. Sie besitzt übersinnliche Fähigkeiten wie eine normale Stammesgefährtin. Aber darüber hinaus wird sie körperlich und seelisch stärker werden. Sie wird nicht weiter altern, und nur noch die schlimmsten Verletzungen werden ihr etwas anhaben können. Sie wird merken, dass ich ihr die ganzen Jahre ihre wahre Herkunft verschwiegen habe. Aber noch schlimmer ist, wovor Cass mich immer gewarnt hat. Wenn Jordana nicht durch eine Blutsverbindung geschützt ist, dann können seine Feinde spüren, dass sie eine Atlantidin ist.« Beim Gedanken, dass Jordana von den Killern verfolgt wurde, die Cass geköpft hatten, gefror Nathan das Blut in den Adern vor Angst um sie. Er würde sie beschützen, und es war ihm egal, wenn er sich deshalb mit der ganzen atlantidischen Rasse anlegen musste. Es gab nichts, was er nicht für sie tun würde. Und wenn er gewusst hätte, dass sein Blut ihr Sicherheit bringen konnte, dann hätte er sie schon angefleht, eine Blutsverbindung mit ihm einzugehen. Verdammt, er wollte auf diese Weise mit ihr verbunden sein. Nichts von dem, was er eben erfahren hatte, änderte daran etwas. Und er konnte nur hoffen, dass er alles, was heute Abend schiefgegangen war, bei ihr wiedergutmachen durfte. Sie muss es erfahren. Nathan zog sein Kommunikationsgerät aus der Tasche und drückte Carys' Nummer. Er schritt zur Tür, während er darauf wartete, dass Carys abnahm. Jordana hätte das alles schon viel früher erfahren müssen. Und er musste ihr sagen, was er für sie empfand, dass er sie liebte, und dass er sie für immer lieben würde, wenn sie ihn nur wollte. Carys ging einfach nicht ran. Langsam, wie auslaufende Säure drang die Tatsache in sein Bewusstsein, etwas stimmte hier nicht. Nathan spürte es tief in seinem Inneren. Er stürzte aus dem Verhörraum auf den Flur, als er am anderen Ende des langen Gangs die lauter werdenden Stimmen von verängstigten Frauen hörte. Tavia Chase hatte den Arm um die Talie ihrer Tochter geschlungen und stützte sie, während Carys unsicher neben ihrer Mutter herstolperte. Als sie Nathan näherkommen sah, schluchzte Carys verzweifelt auf. »Ich habe ihn erst gesehen, als es schon zu spät war«, krächzte sie. »Er hat etwas mit mir gemacht. Da war helles Licht in meinem Kopf. So stark. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Es tut mir so leid, Nathan. Ich konnte nichts tun. Es ging alles so schnell.« Das Blut in Nathans Körper geriet ins Stocken und schien in seinen Adern zu Eis zu gefrieren. »Wo ist Jordana?« »Er hat sie entführt.« Carys schüttelte kraftlos den Kopf. Ihr Gesicht war verzerrt vor Angst und Sorge. »Ich bin vor ein paar Minuten im Foyer des Museums wieder zu mir gekommen. Keine Spur von ihr. Oh Gott, Nathan. Jordana ist verschwunden.« Das helle Gezwitscher eines Vogels drang mit einem Mal durch den Nebel, der sich um Jordanas Sinne gelegt hatte. Eine sanfte, warme Brise wehte den Duft eines nahegelegenen Gartens heran. Es roch nach Blumen und Zitronen und dunkler, fruchtbarer Erde. Weiter entfernt war leises Donnergrollen zu hören, das Jordana aus einem tiefen, traumlosen Schlaf geweckt hatte. »Nein!« Das war kein Donnern. Wellen. Das Meer. Wo war sie?« Mit Schrecken erinnerte sie sich an den dunklen Eindringling im Museum. An den Angriff, der aus dem Nichts gekommen war. An Carys, die bewusstlos auf dem Boden des Foyers lag. An den vermummten Mann, der sich über ihren bewegungslosen Körper beugte. Dann dieses gleißende, blendende Licht, das in Jordanas Kopf explodierte, kurz bevor alles um sie herum in Dunkelheit versank. »Oh Gott! Was war passiert? Wohin hatte er sie gebracht?« Jordana öffnete die Augen. Zumindest wollte sie sich mit offenem Blick dem Horror ihrer Gefangennahme stellen. Sie rechnete mit Schmerzen, mit scharf und kalt in ihrer Haut schneidenden Fesseln und allen möglichen anderen Misshandlungen, die der Kidnapper ihr angetan haben mochte. Aber ihr tat gar nichts weh. Als sie vorsichtig ihre Muskeln dehnte, konnte sie alle ihre Gliedmaßen frei bewegen. Sie spürte nichts außer einem angenehmen, kühlen Leintuch, das über eine weiche, geradezu unverschämt bequeme Matratze gespannt war. Und das Zimmer, in dem sie aufgewacht war, hatte ganz und gar nichts von einer Gefängniszelle. Der Raum war groß und wirkte einladend. Er war geschmackvoll mit Antiquitäten möbliert. Das übergroße Bett, auf dem sie lag, hatte ein Waldachin aus luxuriöser weißer Seide. Rechts und links davon standen zierliche Nachttischchen im französischen Landhausstil. Die Wände waren mit cremefarben lackiertem Holz verkleidet. Der Boden war mit schneeweißem Marmor ausgelegt. Auch das prachtvolle Bad war luxuriös ausgestattet. Langsam setzte Jordana sich auf, um ihre Umgebung genauer zu erkunden. Es war still. Kein Geräusch war zu hören, außer den sanften Bewegungen der luftigen Seidenvorhänge, die vor dem offenen Fenster flatterten. Wo war ihr Entführer? Jordana glitt vorsichtig über den Rand der Matratze und stellte ihre Füße barfuß auf den kühlen Marmorboden. Sie trug immer noch ihr rotes Kleid von der Eröffnungsfeier, und ihre Schuhe hatte jemand ordentlich neben einen Sekretär gestellt, einen echten Ludwig XIV., wenn sie sich nicht täuschte. Auf dem kostbaren Möbel stand eine Vase mit einem Strauß frischer, bunter Blumen. Anscheinend eine italienische Porzellanvase, die in ein Museum gehört hätte. Himmel und dieses Renaissance-Gemälde, das hinter dem Strauß hing, das konnte doch wohl kein echter Raphael sein, oder doch? Fast hätte sie sich das Gemälde genauer angeschaut. Aber sie war gegen ihren Willen hierher gebracht worden, auch wenn der Raum, in dem sie sich befand, wirklich beeindruckend war. Irgendjemand hatte mit bloßen Händen eine Stammesgefährtin außer Gefecht gesetzt, und er hatte Jordana das Bewusstsein genommen und sie anscheinend weit, weit weggezaubert von allem, was sie in Boston kannte. Warum? Was zum Teufel war hier los? Sie erhob sich und tapste geräuschlos über den Boden. Nach ein paar zögerlichen Schritten blickte sie in den noch geräumigeren, ähnlich luxuriös ausgestatteten Wohnbereich neben dem Schlafzimmer. Von ihrem Entführer war keine Spur zu sehen. In dem Raum war niemand und auch sonst nirgends in der sonnendurchfluteten, wundervoll eingerichteten Villa. Jordana bewegte sich auf die offene Schlafzimmertür zu. Dann trat sie in das Wohnzimmer. Dort waren die Gerüche, die vom Garten und Meer hereinwehten, noch stärker, fast schon betörend. Breite Flügeltüren führten hinaus auf eine Terrasse, die hoch oben an den Abhang eines Felsens gebaut war, der über eine zerklüftete, grüne Küstenlinie ragte. Die Türen standen offen, und soweit das Auge reichte, war nur blaues Meer zu sehen, auf dem sich das frühmorgendliche Licht der Sonne brach. Bäumchen mit großen, gelben Zitronen wuchsen um die breiten Terrakotta-Fliesen herum, und im Schatten üppiger Büsche voller duftender, exotischer Blüten stand ein hübsches Bistro-Tischchen, das für zwei Personen gedeckt war. Es fehlte nichts. Von den frisch gebügelten, weißen Stoffservietten bis zum funkelnden Silberbesteck war alles da für ein perfektes Frühstück. Jordana musterte die köstlich aussehenden Brötchen, das Obst und den hauchzart geschnittenen Aufschnitt mit einem misstrauischen Stirnrunzeln. Sollte das ein Witz sein? Oder war sie vom höflichsten Psychopathen auf dem Planeten entführt worden? Jordana ging ein paar Meter in den Hauptraum der Villa hinein. Dann entdeckte sie ihn draußen auf der Terrasse. Er war wirklich so kräftig gebaut und groß, wie sie ihn in Erinnerung hatte. Allerdings war er nicht mehr in Schwarz gekleidet, und sein Gesicht war auch nicht mehr vermummt. Stattdessen trug er ein langes, dünnes Leinenhemd und lose, sitzende Leinenhosen. Er stand mit dem Rücken zur Villa an der Brüstung und blickte hinaus auf das Meer. Die Arme hatte er weit nach beiden Seiten ausgebreitet, mit nach oben gerichteten Handflächen. Um ein Handgelenk war ein braunes Lederband geschlungen, an dem ein silberner Anhänger im Licht der aufgehenden Sonne blitzte. Während sie ihn beobachtete, legte der Mann seinen goldblonden Kopf zurück in den Nacken und ließ das Morgenlicht voll auf sein Gesicht scheinen. Es war die Haltung eines Betenden, ein Bild des Friedens. Trotzdem konnte es keinen Zweifel geben an der gewaltigen Kraft, die von jeder Pore und jedem Muskel seines Körpers ausstrahlte. Dieser Mann war kein Mensch und ganz offensichtlich auch kein Stammesvampir. Nicht einmal ein Tagwandler wie Karis oder ihr Bruder Eric würden sich solch einer intensiven UV-Strahlung aussetzen. Doch der Mann schien das Sonnenlicht zu genießen. Er schien es zu brauchen. Hoffentlich war er so tief in seine Meditation versunken, dass er ihre Flucht erst bemerkte, wenn sie die Villa schon weit hinter sich gelassen hatte. Jordana wandte sich um und ging leise einen weiteren Schritt auf die Tür zu. Guten Morgen. Der goldene Mann von der Terrasse stand direkt vor ihr. Vor Schreck blieb ihr der Schrei im Hals stecken. Jordana blickte entsetzt über ihre Schulter hinaus zur Terrasse, doch sie hatte sich nicht getäuscht. Der Mann stand nicht mehr an der Brüstung. Nein, er war von seinem Standort mehrere Meter entfernt auf der Terrasse verschwunden und keine Handbreit entfernt von der Stelle, wo sie stand aufgetaucht. Kupferfarbene Lichtreflexe leuchteten in seinem schulterlangen blonden Haar, seine Züge waren perfekt geschnitten, seine goldbraune Haut war makellos und seine Augen strahlten in einem hinreißenden tropischen Blau. Okay, der Irre, der sie entführt hatte, war also nicht nur ein höflicher Kunstliebhaber, sondern er sah auch noch unverschämt gut aus. Das machte ihn keine Spur weniger bedrohlich, im Gegenteil. Er wollte sie berühren, und jetzt begann Jordana zu schreien. Angst und Wut brodelten in ihr hoch wie ein heißes Feuer, das sich mit einem scharfen, verängstigten Schrei Luft machte. Gleichzeitig verpasste sie dem muskulösen Körper ihres Entführers einen harten Stoß und versuchte links an ihm vorbei zur Tür zu kommen. Zu ihrer Verwunderung stolperte er einen halben Meter rückwärts, bevor er sich wieder fing und sie an den Oberarmen packte. Es schien ihm zu gefallen, wie sie sich wehrte. Beeindruckend! Deine Kräfte sind natürlich noch wenig entwickelt, aber schon deutlich zu spüren. Sie werden sich sehr bald bemerkbar machen. Jordanas Hände kribbelten, als würden sie von tausend winzigen Nadeln gepiekt. Sie hatte dieses seltsame Gefühl schon früher gehabt, zuletzt während sie mit Nathan geschlafen hatte. Bei der Erinnerung daran und der Sehnsucht tat ihr das Herz weh. Sie schaute hinunter auf ihre Handflächen und blinzelte erstaunt, denn ihre Hände waren in ein warm leuchtendes Licht gehüllt. Es war schwach, aber deutlich zu sehen. Und es war ziemlich erschreckend. Mein Gott, fragte sie ihren Entführer entsetzt, was ist das? Wer sind Sie? Was haben Sie mit mir gemacht? Scheiße! Er ließ sie los und schüttelte den Kopf. Ich jage die Angst ein, es tut mir leid, Jordana. Woher wissen Sie meinen Namen? Ihre Panik nahm zu. Wo sind wir? Was ist das für ein Ort? Wie zum Teufel haben Sie mich hierher gebracht? Was haben Sie mit meiner Freundin Carys angestellt? So viele Fragen, murmelte er. Was verständlich ist. Deiner Freundin geht es gut, ich habe ihr nichts angetan. Auch du hast von mir nichts zu befürchten. Ich möchte dir nur helfen, darum hat dein Vater mich gerufen. Mein Vater? Sie wagte kaum zu hoffen, dass der Mann die Wahrheit sagte, aber mehr als das blieb ihr im Moment nicht. Wann haben Sie mit ihm gesprochen? Hat der Orden ihn wieder freigelassen? Ich möchte ihn sehen, jetzt sofort, bitte. Sie müssen mich zu ihm bringen. Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. Der goldene Mann hörte schweigend und mit einem mitfühlenden Ausdruck zu. Ich wünschte nur, sagte er, ich hätte dir das alles auf eine andere, freundlichere Art und Weise erklären können. Mir blieb keine Zeit mehr. Wenn ich dich nicht weg von Boston gebracht hätte, wären sie mir zuvor gekommen. Sie hatten dich schon im Visier, Jordana. Wovon reden sie eigentlich? Wer hatte mich im Visier? Die Feinde deines Vaters. Die Soldaten, die früher einmal unter seinem Kommando gedient haben, so wie ich vor sehr langer Zeit. Ich heiße Ekizael. Jordana schüttelte den Kopf. Der Typ mochte ja aussehen wie ein gefallener Engel, aber er war offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf. Hören Sie, Ekizael. Sa'el, sagte er und deutete mit dem Kopf eine höfliche Verbeugung an. Und bitte, sag doch du. Jordana starrte ihn an. Ich habe keine Ahnung, wer sie, wer du bist. Aber meinen Vater kennst du sicher nicht. Er heißt Martin Gates und er ist ein Geschäftsmann. Der Anführer eines dunklen Hafens. Er war nie ein Soldat. Und Feinde hat er auch keine. Nein, Jordana, erwiderte er ruhig. Ich spreche nicht von dem Stammesvampir, der dich aufgezogen hat. Dein wirklicher Vater war ein Mitglied der königlichen Garde. Früher war er einmal der am höchsten dekorierte Krieger in der Legion der Königin. Der Legion der Königin? Ach so, richtig, alles klar. Ein leises, fast hysterisches Lachen blubberte in ihrer Kehle hoch, das sie nicht ganz unterdrücken konnte. Und um welche Königin geht es? Die Königin von England oder die von Saba? Der goldene Mann, Sa'el, fügte sie in Gedanken hinzu, verzog keine Miene, er blieb vollkommen ernst. Ihr Name ist Selene. Sie ist seit tausenden von Jahren die Königin meines Volkes, das Volk, zu dem auch du gehörst, Jordana. Am liebsten hätte sie auch diesen Unsinn einfach spöttisch abgetan. Aber noch während ihr in Führer sprach, begannen seine Hände in dem weichen, bernsteinfarbenen Licht zu glühen, in dem ihre eigenen Hände noch vor wenigen Augenblicken geleuchtet hatten. Noch viel verstörender war das Symbol, das in der Mitte seiner großen Handfläche aufglühte. Sie erkannte es sofort. Es war das wie eine Träne und ein Halbmond geformte Mahl, das auch auf der Innenseite ihres linken Handgelenks prangte. Das Muttermal der Stammesgefährtinnen, murmelte sie. Das verstehe ich nicht. Wie kannst du … Es ist unser Symbol, Jordana. Das Symbol der atlantidischen Rasse. Das Mahl an deinem Handgelenk ist eine Fälschung, die zu deinem Schutz dort eintätowiert wurde. Dein Vater hat gehofft, dass du mit diesem Tattoo beim Stamm Unterschlupf findest, als eine der halbatlantidischen Töchter unserer Art, die außerhalb des Reichs geboren wurden. Ich wurde mit diesem Muttermal geboren, erwiderte sie, genau wie alle anderen Stammesgefährtinnen. Nein, du, Jordana, bist etwas anderes. Saels tiefe Stimme klang vollkommen vernünftig, was Jordana nur noch mehr irritierte. Du bist keine Halbatlantide, ganz und gar nicht. Du gehörst zu den Unsterblichen, eine reinrassige Atlantidin. Sie schaute sich ihr Muttermal an, als würde sie es zum ersten Mal wirklich sehen. Ihr wurde klar, dass es vielleicht wirklich kein Muttermal war, sondern rote Tinte, die sorgfältig in ihre Haut gestochen worden war. Jordana war nun völlig verwirrt. Am liebsten hätte sie geleugnet, was sie mit eigenen Augen vor sich sah, und alles abgestritten, was Sael ihr erzählte. Aber die Beweise waren zu überzeugend. Sie konnte sie nicht einfach abtun. Sie lebte schon in einer Welt, in der Vampire und Menschen Seite an Seite existierten. Warum ängstigte sie die Vorstellung so sehr, dass sie noch etwas anderes sein könnte? Weil sie dann akzeptieren musste, dass ihr ganzes bisheriges Leben eine Lüge gewesen war. Hat Vater das alles gewusst? Martin Gates, meine ich. Weiß er es? Sael nickte leicht. Er hat sich bereit erklärt, dich in Sicherheit großzuziehen, als seine Tochter, als eine Stammesgefährtin. Zu deinem eigenen Schutz hat er dir verschwiegen, was du wirklich bist. Cass hat ihm bedingungslos vertraut. Und er hat dieses Geheimnis. Cass? flüsterte Jordana. Für einen Moment bekam sie keine Luft mehr. Cassian Gray. Sie schloss die Augen, als ihr klar wurde, was das bedeutete. Zuerst war da nur Schock. Dann kam die Trauer, als sie sich an Cass' seltsamen Besuch im Museum erinnerte. Sie hatte die Zeit mit ihm genossen, aber ihr Gespräch war viel zu kurz gewesen. Und dann das Unvorstellbare, wie er kurz danach ermordet worden war. Sein wirklicher Name war Cassianus, sagte Sael. Er hat mit seiner neuen Identität einen einfacheren Namen angenommen, damit er sich besser in die Welt der Stablichen einfügen konnte, nachdem er das Reich der Atlantiden verlassen hatte. »Ist das dieser Ort hier?« Sie blickte durch die Flügeltüren hinaus auf das atemberaubende Küstenparadies, und angesichts der neuen Realität, von der sie eben erfahren hatte, konnte sie nicht anders und fragte, »Ist das hier Atlantis?« »Nein.« Sael lachte leise und senkte den Kopf. »Atlantis ist vor sehr langer Zeit zerstört worden, von unseren schlimmsten Feinden, den Vätern der Stammesvampire, die man die Ältesten nennt. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen dieser Gegend und Atlantis, aber wir befinden uns hier an der Amalfi-Küste in Italien. Diese Villa gehörte Cass und war lange Zeit sein privater Rückzugsort, aber er ist seit vielen Jahren nicht mehr hier gewesen. Jordana brachte kaum einen Ton heraus. Sie schaute sich um in der eleganten Villa mit den unbezahlbaren Antiquitäten und den Meisterwerken an den Wänden. Sie verstand jetzt, woher Cassians unerwartetes und unheimliches Wissen über Renaissance-Skulpturen stammte. Offenbar hatte er die Kunst genauso geliebt wie sie. Cassian Gray war ihr Vater. Diese Neuigkeit überraschte sie am meisten, mehr als alle anderen der unglaublichen Enthüllungen von Sael. Einmal ganz abgesehen davon, dass sie das alles nicht daheim in Boston erfuhr, sondern aus dem Munde eines Mannes, der sie dazu weit weg auf einen anderen Kontinent gebracht hatte. Und sie wusste nicht einmal, wie er das angestellt hatte, und traute sich kaum danach zu fragen. Hunderte von Fragen wirbelten ihr durch den Kopf, so viele, dass sie nicht wusste, womit sie anfangen sollte. Du hast gesagt, Cass hatte Feinde, sagte sie schließlich. Soldaten aus der Legion der Königin, die auch hinter mir her sind. Damit meinst du atlantidische Soldaten, richtig? Die haben ihn umgebracht? Ja. Saelsmine verhärtete sich. Die Art, wie sie ihn getötet haben, ist eindeutig. Sie haben ihn schon sehr lange verfolgt, auf Befehl von Selene. Aber warum? Jordana kämpfte gegen die Erinnerungen an die grausame Tat an, die in ihr hochkamen. Was hat er ihr angetan, dass sie ihn aus Hass hat töten lassen? Er hat sich in ein Mitglied des königlichen Hofs verliebt. Und das war nur der Anfang. Solch eine Verbindung war verboten, selbst für so einen angesehenen und berühmten Legionssoldaten wie Cassianus. Aber Soraya hat ihn auch geliebt, erklärte Sael. Eine Zeit lang trafen sie sich heimlich, wo immer sie konnten. Sie haben das Reich sogar verlassen, um zusammen zu sein, und sind hierher gekommen in diese Villa, was sehr riskant war. Jordana konnte sich leicht vorstellen, wie es war, jemanden zu lieben entgegen der Wünsche und Erwartungen von anderen. Was die Liebe betraf, so wusste sie aus eigener Erfahrung, dass das Herz frei und offen wählte und keine Kompromisse kannte, und manchmal auch keine Vernunft. Ihre Augen trafen Saels ernsten Blick, und sie wusste, dass die Geschichte dieser verbotenen Liebe kein glückliches Ende gefunden hatte. Cassianus und Soraya. Sie waren meine Eltern? Er nickte langsam, und die nächste Frage lag wie eine bittere Pille im Mund. Was ist mit meiner Mutter passiert? Sie ist gestorben, sagte Sael. Soraya brachte dich heimlich zur Welt, hier in der Villa. Cass dachte, ihr drei könntet im Exil als Familie zusammenbleiben. Er wollte lieber ständig auf der Flucht sein, als ins Reich zurückzugehen. Doch Raya vermisste das atlantidische Leben. Sie vermisste ihre Heimat. Ihr zuliebe kehrte Cass mit Raya und dir zurück. Selene war außer sich. Sie verlangte seine sofortige Hinrichtung. Raya bat sie um Gnade, und Selene ließ sich erweichen, aber Cass' Leben hatte einen Preis. Jordana hörte ihm gebannt zu, obwohl ihr das Herz wehtat angesichts des Schicksals ihrer Eltern. Was hat die Königin von ihnen verlangt? Raya sollte einen Gefährten nehmen, den Selene für sie auswählte, und sie sollte mit dir ins Exil gehen, bis du fünfundzwanzig wirst und sich deine Kräfte manifestieren. Erst dann hätte Raya zurückkehren dürfen, und du solltest dann deinen Platz als Mitglied des königlichen Hofs einnehmen. Aber Soraya hat sich nicht auf die Bedingungen der Königin eingelassen, vermutete Jordana. Hätte sie es getan, dann wäre Jordana nie als Martin Gates' Tochter aufgewachsen. Sie hätte nie Nathan kennengelernt. Vielleicht bedeutete sie ihm wirklich nichts. Bei der Gedanke, sie hätten sich nie berührt, nie geküsst und nie miteinander geschlafen, war so trostlos, dass Jordana es sich kaum vorstellen mochte. Sa'el schüttelte den Kopf und sagte leise, Raya konnte einfach keine Verbindung mit einem anderen Mann eingehen. Sie flehte die Königin an, sie anders zu bestrafen. Aber Selene ließ sich nicht umstimmen. An dem Tag schließlich, als Raya und du den Hof verlassen und in euer Neues heimziehen solltet, traf sie eine unwiderrufliche Entscheidung und ging einen anderen, radikaleren Weg. Was ist passiert? flüsterte Jordana, und ihr schlug das Herz bis hoch in die Kehle. Raya brachte dich in die Kinderstube des Palasts. Dann ging sie in ihre Räume, schloss sich ein und hat alles in Brand gesteckt. Als das Feuer entdeckt wurde, war es zu spät. Auch eine Unsterbliche kann solche Wunden, wie Raya sie sich selbst zugefügt hatte, nicht überleben. Jordana schluckte und holte Luft. Und Cassianus, was hat er gemacht? Ein trauriges, stolzes Lächeln glitt über Saels Gesicht. Er tat, was jeder Vater tun würde, der sein Kind liebt. Er riskierte alles, um dich von dort wegzuholen und dir ein neues Leben in Sicherheit zu geben, ein besseres Leben, an einem Ort, wo Selenes Wächter dich nicht finden konnten. Cass wollte, dass du ein selbstbestimmtes Leben führen kannst. Was für eine Ironie des Schicksals, dass sie bei Martin Gates zwar bisher ein gutes Leben gehabt hatte, aber dass es nicht echt gewesen war. Sie war unter einem Mantel aus Geheimnissen und Halbwahrheiten aufgewachsen und hatte nie wirklich gewusst, wer oder was sie war. Sie hatte nie die Möglichkeit gehabt, die beiden Menschen kennenzulernen, die ihre Eltern gewesen waren und die alles, sogar ihr eigenes Leben für sie gegeben hatten. Sie vermisste ihre Eltern so sehr, obwohl sie nur so kurz Teil ihres Lebens gewesen waren. »Warum hat sie es getan?« murmelte Jordana. »Warum konnte die Königin das Glück der beiden nicht einfach akzeptieren? Warum hat sie Cass nach all den Jahren immer noch jagen und töten lassen? Warum suchen ihre Wächter immer noch nach mir?« Sael ließ sie nicht einen Moment aus seinen leuchtend blauen Augen. »Weil Soraya ihr einziges Kind war.« In Jordana wurde es ganz still. Langsam bewegte sie den Kopf hin und her. Mit einem Mal wusste sie nicht mehr, was sie sagen sollte. Sie blieb stumm, aber Sael sprach für sie. »Du, Jordana, bist Selenes Enkelin. Du bist ihre einzige lebende Nachfolgerin, ihre einzige Erbin mit einem Anspruch auf den atlantidischen Thron.« Nach der Ankunft von Carys wurden in der Bostoner Kommandozentrale eine Stunde lang ernste Gespräche geführt und gleichzeitig wurde in aller Eile eine intensive Fahndung in der gesamten Stadt vorbereitet. Nathan, Raffi, Eli und Jax hatten sich in der Waffenkammer versammelt und gingen den Plan des Teams noch einmal durch. Sie würden ganz Boston auf den Kopf stellen, um den Atlantiden-Mistkerl zu finden, der Jordana in seiner Gewalt hatte. Im Gang vor der Einsatzzentrale versuchten Sterling Chase und seine Gefährtin Tavia, den gebrochenen, schluchzenden Martin Gates zu beruhigen. »Der Orden wird alles in seiner Macht stehende unternehmen, um Jordana schnell zu finden und sie sicher und gesund wieder zu ihnen zurückzubringen«, versicherte ihm Chase. Nathan sprach zu niemandem ein Wort. Er hatte keine Energie für irgendwelche Worte, Hoffnungen oder Wünsche. Seine Geduld für trostspendende Gesten war aufgebraucht und idiotischen Versprechungen, dass der neue Tag nicht anbrechen durfte, wenn Jordana nicht wieder zu Hause war, glaubte er nicht. Ihm war nur sein eiserner Wille geblieben, seine schonungslose Disziplin. Mit roboterhafter Effizienz legte Nathan seine Ausrüstung an. In vollkommener Stille und mit tödlicher Ruhe schlüpfte er in den schwarzen Tarnanzug und in die Kampfstiefel, machte Reißverschlüsse zu, zog den Gürtel fest und befestigte Schutzpolster. Dann schnallte er seinen Waffengürtel und die Holster für seine Schusswaffen um. Er würde Jordana finden. Bei dieser Mission konnte es kein Versagen geben. Er würde sie nicht enttäuschen, nie wieder. In seinem ganzen Leben war er noch nie so eisern entschlossen gewesen, das Ziel einer Mission zu erreichen. Jordana war alles, was für ihn zählte. Wenn Jordana verletzt war, wenn der Kerl, der sie heute Abend entführt hatte, ihr auch nur ein Haar gekrümmt hatte, dann würde Nathan dem Schweinehund persönlich die Eingeweide herausschneiden. Und zwar schön langsam. Er kannte sich mit unzähligen Arten zu töten aus. Er wusste, wie man, wenn nötig, jemandem ganz langsam das Leben nahm. Falls Jordana verletzt worden war, dann würde ihr Entführer die gesamte gnadenlose Härte von Nathans Zorn zu spüren bekommen. Er steckte die letzte Waffe ein und warf seinem Team einen scharfen Blick zu. Los, gehen wir. Er schritt als erster hinaus in den Korridor. Raffi, Jax und Eli folgten ihm. Sie waren schon halb den verwinkelten Gang zum Ausgang hochgelaufen, als Karis um die Ecke gerannt kam. Ihr Gesichtsausdruck war besorgt und sehr ernst. Sie hielt ihr Kommunikationsgerät so fest umklammert, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Nathan, warte, es ist etwas passiert. Angesichts der Angst in ihrer Stimme setzte Nathans Herz beinahe aus. Fast fürchtete er sich vor dieser neuen, offensichtlich schlechten Nachricht. Jordana? Karis schüttelte den Kopf. Das Lanotte ist vor ein paar Minuten überfallen worden. Rune sagt, dass Sin tot ist. Rune möchte mit ihr reden. Normalerweise war der Tod eines Käfigkämpfers das Letzte, um was sich der Orden kümmerte. Und weder Sin noch Rune hatten viele Freunde unter den Kriegern. Aber in dieser Nacht war sowieso nichts normal. Und eine tödliche Attacke auf Cash & Grace Club, wenige Stunden nachdem Jordana verschwunden war, das konnte kein Zufall sein. Ohne langsamer zu werden, griff Nathan nach Karis Kommunikationsgerät und hielt es sich ans Ohr. Was ist passiert? Das würde ich auch gern wissen. Rune atmete flach. Er klang abgehackt. In seiner tiefen, knurrenden Stimme lag eine Müdigkeit, wie sie Nathan noch nie von dem Käfigkämpfer gehört hatte. Wir hatten gerade einen üblen Überfall auf den Club. Eine Gruppe von Schlägertypen hat Kaspero verwüstet. Sie haben Sin umgebracht, haben ihm jeden verdammten Knochen im Leib gebrochen. Wie Rune war auch Sin ein ausgewiesener Champion unter den Käfigkämpfern. Wer immer ihn umgelegt hatte, musste ein teuflischer Gegner sein. Hast du die Kerle gesehen, die das getan haben? Es war ein Schuss ins Blaue. Doch Rune brummte. Ja, ich hab sie gesehen. Hab Krach oben in den Büros über der Kampfarena gehört. Dann hab ich das Blut gerochen. Massen von Blut. Drei Kerle haben den Laden zerlegt. Sin war schon ziemlich am Ende. Der konnte sich nicht mehr wehren. Ich hab einen der Scheißkerle umgelegt, aber die beiden anderen sind davon. Rune hielt kurz inne. Der, den ich erledigt hab, der war echt nicht leicht unterzukriegen, Mann. Ich musste ihn seinen verdammten Kopf von den Schultern reißen. Dann ist der ganze Laden hell geworden, als wäre da die Sonne aufgegangen. So hat er geleuchtet, als er gestorben ist. Das war ganz sicher kein Mensch. Aber ein Vampir war er auch nicht. Nein, dachte Nathan, dem der Ernst der Lage bewusst wurde. Es waren Atlantiden. Hast du eine Ahnung, nach was sie gesucht haben? Ja, erwiderte Rune. Ich bin dazugekommen, als die Schweine Sin bearbeitet haben. Die wollten von ihm wissen, wo Cass' Tochter steckt. Nathan stieß einen Fluch aus und blieb abrupt stehen. Sin hat ihnen gesagt, dass Cass keine Familie hat, immer wieder. Aber sie haben ihm nicht geglaubt. Nathan stand wie festgefroren im Gang. Fieberhaft ging er das Gehörte in Gedanken durch. Das ist jetzt gerade passiert, richtig? Diese Männer, sie waren eben noch im Club? Ja, sagte Rune. Die Leiche von dem, den ich erledigt habe, ist noch warm. Raffi stellte sich neben Nathan. Der blonde Krieger runzelte Fragen die Stirn. Was ist los? Bist du sicher, dass sie nach Cass' Tochter gesucht haben? Absolut sicher. Der Kämpfer schwieg einen Moment, dass selbst durch das Gerät konnte Nathan noch seine Wut spüren. Carys hat mir gerade erzählt, was ihr und Jordana passiert ist. Verdammte Scheiße, Nathan. Es tut mir echt leid wegen Jordana. Und dass Sin dran glauben musste, ist das allerletzte. Aber diese Scheißkerle, wer oder was sie auch sind, haben sich heute an meiner Frau vergriffen. Diese Kacke betrifft mich ab jetzt persönlich. Das geht mir genauso, antwortete Nathan düster. Er beendete das Gespräch und reichte das Kommunikationsgerät an Carys zurück. Sie wandte sich um und sprach mit leiser, vertraulicher Stimme mit ihrem Geliebten. Vor der Einsatzzentrale stießen Sterling Chase und Tavia zu Nathan und seinem Team. Ihre Gesichter verrieten, dass sie über die Neuigkeiten informiert waren, die er gerade erfahren hatte. Auch Martin Gates kam zu ihnen. Was ist los? Gibt es etwas Neues von Jordana? Nathan blickte finster von seinem Commander und den Männern in seinem Team zu Jordanas verzweifeltem Vater. Drei Männer sind gerade in Cass' Büro im Nanotte eingebrochen. Sie haben einen der Kämpfer getötet. Rune sagte, dass sie nach Jordana suchen. »Atlantiden«, murmelte Gates tonlos. Nathan nickte ernst. Dann wandte er sich an Chase und die anderen Ordenskrieger. »Also, wenn Cass' Feinde Jordana noch nicht gefunden haben.« »Wer hat sie dann entführt?« vollendete Tavia seine Frage. Nathan drehte sich zu Gates um. »Gibt es vielleicht noch jemanden, dem Cass anvertraut hatte, dass Jordana in Boston lebt, jemanden aus seinem Volk.« Martin Gates überlegte einen Augenblick. Dann nickte er zögerlich. »Ja, es gibt noch eine andere Person, die in das Geheimnis eingeweiht war. Oh mein Gott, kann ich wirklich hoffen, dass sie bei ihm ist?« »Das ist vielleicht unsere einzige Hoffnung«, erwiderte Chase. Gates blickte zu Nathan, der ihn unverwandt anstarrte. »Wenn sie wirklich an einen sicheren Ort gebracht wurde, dann weiß ich, wo du sie finden kannst.« Jordana wischte die Mitte der beschlagenen Spiegelfläche frei. Sie hatte in dem geräumigen Bad der Villa geduscht und stand jetzt vor dem großen Spiegel. Ein Moment lang starrte sie ihr Spiegelbild an und versuchte zu verstehen, wie das vertraute Gesicht und die hellblauen Augen, die aus dem Spiegel entgegenblickten, sich nun so fremd anfühlen konnten. Ihr Gespräch mit Sahel lag erst ein paar Stunden zurück. Inzwischen war alles, was sie je über sich selbst gewusst und gedacht hatte, vollkommen anders geworden. Draußen ging die Sonne über der Villa unter, in der sie geboren war. Jordana blickte in ein neues Gesicht, in eine neue Wirklichkeit. Sie war eine Atlantidin, unsterblich. Die elternlose Enkelin der rachsüchtigen Königin dieser Rasse. Das alles fühlte sich so fremd für sie an, so unglaublich. Und auch schien es ihr, als hätte sie endlich die noch fehlenden Teile eines Puzzles gefunden. Ihre Ruhelosigkeit, das Gefühl, als ginge sie wie eine Schlafwandlerin durch ihr eigenes Leben, als lebte sie eine Vision, die ein anderer von ihrem Leben entworfen hatte. Für all das gab es einen Grund. Sie hatte bisher wirklich nicht ihr eigenes Leben gelebt. Sie hatte eine Fantasie gelebt, die ihre Eltern und ihr geliebte Adoptivvater zu ihrem Schutz heraufbeschworen hatten. Ihre Eltern würde sie nie kennenlernen, und ihr Vater hatte die Vergangenheit vor 25 Jahren dem Versprechen geopfert, dass er sie in Sicherheit aufziehen würde. Er hatte sie vor Feinden versteckt, von deren Existenz sie nicht einmal gewusst hatte. Vor Feinden, die nun nach ihr suchten. Nachdem der erste Schock etwas nachgelassen hatte, erklärte Saell ihr so gut er konnte alles über sein Volk, ihr gemeinsames Volk, und über Cassianus und Soraya und das Atlantidische Reich. Er war geduldig und freundlich und sprach freimütig über alles, was sie wissen wollte. Aber sie hatte immer noch so viele Fragen. Vor allem wollte sie wissen, wann sie wieder nach Boston zurück zu ihrem Leben konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf und einer ausgiebigen Dusche fühlte sie sich einigermaßen erfrischt. Sie zog sich bequeme Hosen aus weißem Leinen und ein ärmelloses T-Shirt aus dem gleichen Stoff über. Ihre feuchten Haare flocht sie zu einem Zopf, die ihr lang über den Rücken fiel. Sie hörte Saell in der Küche der Villa werkeln. Der Geruch von gebratenem Fleisch, Wein und Gewürzen und von warmem, frisch gebackenem Brot zog durch alle Räume. Das Essen roch wunderbar, aber ihr Magen war offenbar anderer Meinung. Jordana war schlecht, und obwohl sie langsam und vorsichtig in die Küche tappte, fühlte sie sich, als müsse sie sich jeden Augenblick übergeben. Durch ihre Adern schien ein schwacher Strom zu kreisen, und ihre Handflächen kribbelten wieder und waren warm. »Wie fühlst du dich?« fragte Saell, als sie die offene Wohnküche betrat, die wie für einen Sternekoch ausgestattet war. Der Mittagsschlaf und die Dusche haben mir gut getan, aber jetzt ist mir ein bisschen komisch. Ihre Knie wurden weich, und sie stand wackelig auf den Beinen wie ein neugeborenes Rehkitz. Sofort kam Saell zu ihr und half ihr auf einen der hohen Barhocker, die an der Kücheninsel in der Mitte des Raumes standen. Besser? Sie nickte matt, legte die Arme auf die Küchenplatte aus weißem Marmor und bettete ihren Kopf darauf. So, wie sie sich fühlte, war sie sicher ziemlich grün um die Nase. »Ich bin echt eine tolle, unsterbliche Prinzessin, was?« Er lachte leise. »Das ist ganz normal. Wir alle haben es durchgemacht. Es sind so etwas wie atlantidische Wachstumsschmerzen. Du wirst dich voll entwickeln, und dein System wird sich stabilisieren, sobald du fünfundzwanzig bist.« »Mein Geburtstag ist nächste Woche.« Saell nickte und reichte ihr wortlos ein Glas Wasser. »Was wird dann mit mir passieren?« Jordana setzte sich auf und nippte an dem Wasser. Saell kochte weiter, schnippelte frisches Gemüse und dünstete es kurz in einer Pfanne an. »Dein Körper wird aufhören zu altern. Du wirst stärker werden und deine Sinne ausgeprägter und schärfer. Du wirst in der Lage sein, auf eine Energie zurückzugreifen, die alle von unserer Art verbindet. So wie heute Morgen, als ich dir Angst gemacht habe und du instinktiv diese Kraft genutzt hast, um mich wegzustoßen.« »Meine Hände haben geleuchtet,« sagte Jordana und schaute dabei hinunter auf ihre Handflächen, die immer noch kribbelten. Aber es strömte kein Licht mehr von ihnen aus. »Deine Hände haben auch geleuchtet, aber da hat auch das Träne- und Halbmond-Symbol in ihnen geglüht.« »Ja«, sagte er, »dein Symbol wird irgendwann auch in deiner Hand erscheinen. Aber bis das passiert, musst du sehr viel älter sein.« »Wie alt?« Er hob eine seiner kräftigen Schultern. »So um die hundert Jahre. Vielleicht etwas früher, vielleicht später.« »Das heißt, du bist...« »Um einiges älter als das,« erwiderte er und grinste.« Jordana schüttelte den Kopf. »Wenn ihr jemand hätte weismachen wollen, der jugendliche goldblonde Mann sei schon über dreißig, hätte sie es nicht geglaubt.« »Wie alt kannst du... Also wie alt können wir denn werden?« »Atlantiden zählen die Lebensjahre nicht so wie die Menschen und auch nicht wie die Stammesvampire. Wir können viele Jahrtausende lang leben und einige von uns sind schon sehr alt. Selene ist eine der Ältesten unter uns. Wenn unsere Kräfte sich zeigen und wir erwachsen werden, dann entwickeln wir auch die Fähigkeit, von selbst zu heilen. Nur noch sehr schlimme Verletzungen können einen Atlantiden dann töten.« »Wie eine Enthauptung«, sagte Jordana leise. »Oder eine Selbstverbrennung.« Sael nickte ernst. »Hätte er es mir irgendwann einmal gesagt? Hätte Cass mir das alles irgendwann erzählen wollen, wer ich bin, wer er war, wer meine Mutter war?« »Nein«, erwiderte Sael sanft. »Das hatte er nie vor. Er hat getan, was er für das Richtige für dich hielt. Er dachte, dass du außerhalb des Reichs ein besseres Leben haben wirst, hier in dieser Welt. Dass der Stamm deine Heimat und Familie werden könnte, wenn du als Stammesgefährtin aufwächst. Cass ist davon ausgegangen, dass du dann am sichersten bist, wenn niemand, nicht einmal du selbst, weiß, wer du bist.« Aber wie hätte mein Geheimnis unentdeckt bleiben können? Wie hätte ich es nicht merken sollen? Sogar jetzt im Moment konnte sie die Energie spüren, die durch ihren Körper kreiste und immer stärker wurde. »Ich wusste, dass ich nicht wie die anderen Stammesgefährtinnen bin. Mein ganzes Leben lang habe ich schon das Gefühl, dass etwas an mir anders ist, dass ein Teil von mir fehlt.« Sael nickte. »Genau deshalb wollte Cass, dass du eine Blutsverbindung mit einem Stammesvampir eingehst, bevor du fünfundzwanzig wirst. Die Verbindung hätte die Veränderungen in dir erleichtert. Sie hätte erklärt, warum du nicht mehr alterst. Und was für Cass am wichtigsten war, sie hätte dich vor Selenes Wächtern geschützt, weil deine Energie dann für unsere Art nicht mehr so leicht aufzuspüren ist.« Der Unsterbliche sagte das alles im Brustton der Überzeugung, doch Jordana musste trotzdem fragen. »Das klingt, als wären das alles bewiesene Tatsachen. Aber ist das schon einmal vorgekommen, dass eine Atlantidin sich mit einem vom Stamm verbunden hat?« Sael nickte. »Es gibt immer wieder Liebesverbindungen zwischen unseren Rassen. Aber sie sind selten, und das Geheimnis dieser blutsverbundenen Paare kennen nur einige wenige Ausgewählte vertraute.« »Deshalb wollte mein Vater, Martin Gates, also unbedingt, dass ich mit jemandem eine Verbindung eingehe.« Wieder senkte Sael zustimmend den Kopf. »Er und Cass hatten beschlossen, dass du vor deinem fünfundzwanzigsten Geburtstag blutsverbunden sein solltest.« Jordana lehnte sich auf dem Hocker zurück und seufzte tief. »Es macht mich ganz fertig, wenn ich mir vorstelle, wie viele Versprechungen meinetwegen gemacht, wie viele Opfer erbracht wurden. Und ich verstehe schon, dass das alles aus Liebe geschehen ist, die reinste Liebe, die es gibt, die Liebe von Eltern, die nur das Beste für ihr Kind wollen.« Jordana wich dem Blick nicht aus, den Sael ihr über die Kücheninsel weg zuwarf. »Aber bei all diesen heimlichen Plänen und Versprechungen gab es einen Punkt, den niemand bedacht hat. Es war mein Leben, das hier verplant wurde, meine Zukunft. Es ging um meine Gefühle, um mein Herz.« Sie hätten sie zu einer Verbindung mit jemandem gezwungen, den sie nicht wollte und niemals lieben könnte. Nicht so, wie sie Nathan wollte, nicht so, wie sie Nathan liebte. Ein tief unglücklicher, verzweifelter Teil in ihr hoffte immer noch, dass alles nur ein Traum war. Sie würde einfach zu Hause in Boston aufwachen und feststellen, dass nichts von all dem hier real war. Jordana schloss die Augen. Sie wünschte sich so sehr, dass sie, wenn sie die Augen wieder öffnete, an Nathan geschmiegt in ihrem Bett läge. Am liebsten hätte sie ein inbrünstiges Gebet still in den Himmel geschickt. Vielleicht stellte sich dann heraus, dass dem Schicksal einfach ein Riesenfehler unterlaufen war. Vielleicht hatte die Ausstellungseröffnung noch gar nicht stattgefunden, und ihre ganze Welt war noch nicht zusammengebrochen, als Nathan mit kalter, unerbittlicher Miene ihren Vater wie einen Verbrecher abgeführt hatte. Vielleicht hatte Nathan sie doch nicht nur verführt, um an ihren Vater heranzukommen. Vielleicht bedeutete sie ihm tatsächlich etwas. Vielleicht wollte er sie wirklich und liebte sie, zumindest ein bisschen. Und vielleicht träumte und wünschte sie sich auch einen Fantasie-Nathen zurecht, der er in Wirklichkeit niemals sein würde. Er hatte sie gewarnt, aber sie war bis über beide Ohren verliebt gewesen und hatte nicht auf ihn gehört. Sie hatte sich vor ihm geängstigt, wie vor einem wilden, gefährlichen Sturm. Und doch war sie von weit oben auf ihrer unnahbaren Klippe direkt in diesen Sturm hineingesprungen. Dabei hatte sie genau gewusst, dass sie vielleicht auf den Felsen zerschellen würde. Jetzt lag sie mit gebrochenem Herz am Boden und konnte niemandem außer sich selbst die Schuld geben, dass sie den Sprung gewagt hatte. Sahel hatte sie die ganze Zeit schweigend und nachdenklich gemustert. Wer ist er? fragte er schließlich. Sie schaute zu Boden und schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, ob es noch wichtig ist. Für mich schon, aber ich weiß nicht, was es ihm noch bedeutet. Doch als sie über Nathan und die Ereignisse auf der Ausstellungseröffnung nachdachte, wurde sie immer besorgter um ihren Vater. Ich muss wieder nach Hause. Es ist sehr wichtig. Gestern Abend hat der Orden meinen Vater festgenommen und ich … Sie brach ab, weil sie plötzlich unsicher wurde. Das war doch gestern Abend oder nicht? Wie lange sind wir schon weg? Und wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Ich habe dich gestern Abend aus Boston geholt, so gegen neun, sagte er. Du bist jetzt seit fast fünfzehn Stunden hier. Giordana versuchte im Kopf, die Entfernung zwischen Boston und Italien und die unterschiedlichen Zeitzonen in Einklang zu bringen. Da räusperte sich Sahel leise. Was die Art und Weise betrifft, wie wir hierher gekommen sind. Er hob den Arm, sodass sie das Lederband mit dem silbernen Anhänger an seinem Handgelenk sehen konnte. Giordana erkannte, dass der Anhänger das Stammesgefährtinnenmal darstellte, oder besser gesagt das Symbol der Atlantiden. Und er bestand auch nicht aus Silber, sondern aus einem ungewöhnlichen Kristall, der ein bisschen wie Silberglas aussah. Sie blinzelte. Ich verstehe nicht. Der Kristall, aus dem dieser Anhänger gemacht wurde, stammt von einer Kraftquelle, die unserem Volk gehört. Sie erzeugt Energie und schützt uns. Sie kann für viele Dinge genutzt werden, gute wie böse. Mit dieser Energie können wir große Entfernungen zurücklegen, oder natürlich auch kleinere, alles in der Zeitspanne eines Augenblicks. Giordana starrte ihn mit offenem Mund an. Willst du damit sagen, dieses Armband hat uns hierher gebracht? Es kann uns überall hinbringen. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Reisende sich den Ort, wo er hin möchte, deutlichen Gedanken vorstellen kann. Saels Stimme wurde wieder ernster. Es kann dich an einen Zufluchtsort bringen, an dem du sicher bist. Dort werden dich Selene und ihre Soldaten nie finden können. Es leben auch andere im Exil, einige schon seit Jahrhunderten. Sollte es zum Äußersten kommen und die Legionen ihn doch noch aufspüren, dann wollte Cass, dass ich dir davon erzähle. Deshalb hat er mich gerufen. Er wollte, dass du weißt, es gibt diese Fluchtmöglichkeit. Du kannst in eine geschützte Kolonie gehen, in der andere von deiner Art leben. Ich soll von Boston weggehen? fragte sie. Jetzt sofort, meinst du? Für immer? Er nickte traurig. Du könntest niemandem anvertrauen, wo du hingehst, aus offensichtlichen Gründen. Und niemand darf die Kolonie wieder verlassen. Nur so kann die Sicherheit aller, die dort leben, garantiert werden. Wer nicht zur Kolonie gehört, wird nicht eingelassen, außer unter ganz besonderen Umständen, so wie jetzt meine Mission, mit dir in Kontakt zu treten. Wenn du dort hingehst, ist es eine endgültige Entscheidung. Und dir bleibt nicht viel Zeit zum Überlegen. Deine Kräfte manifestieren sich schon deutlich, und jede Minute, die wir noch länger hier reden, riskieren wir, dass die Wächter der Königin dich entdecken. Der Gedanke, dass sie in dieser Kolonie Zuflucht finden könnte, war verführerisch. Ein Gefühl von Erleichterung machte sich in ihr breit. Es gab einen Ort, wo sie sicher war vor den Feinden, die Cass getötet hatten und die nun sie jagten. Ein Ort, wo sie mit anderen zusammenleben konnte, die wie sie waren, Unsterbliche, Atlantiden. In der Kolonie müsste sie nicht verheimlichen, wer und was sie war. Dort würde ihre bloße Existenz nicht das Leben aller gefährden, die sie liebten und schützen wollten. Ein Teil von ihr sehnte sich nach einem solchen Zufluchtsort, wie ihn Sa'el beschrieb. Aber konnte sie wirklich alles ohne ein Wort des Abschieds hinter sich lassen? Konnte sie ihren Vater verlassen? Und Karis und ihre anderen Freunde? Konnte sie ihren geliebten Job und die Kollegen aufgeben und die Kunstszene, in der sie all die Jahre gearbeitet hatte? Und was war mit Nathan? Konnte sie sich wirklich ein Leben vorstellen, in dem er nicht irgendwie eine Rolle spielte? Bei all den Leuten, die sie liebte und die sie furchtbar vermissen würde, war es dieser letzte Gedanke an Nathan, der ihr das Herz am meisten zerriss. Dabei war es gut möglich, dass das, was sie mit Nathan verbannt, gar nicht mehr existierte oder vielleicht nie existiert hatte. Aber konnte sie so einfach verschwinden, ohne je die Wahrheit zu erfahren? Ich weiß, was so eine Entscheidung für dich bedeuten muss, Jordana. Sie schüttelte langsam den Kopf. Nein, das kannst du nicht wissen. Du verlangst, dass ich das einzige Zuhause, das ich je kannte, hinter mir lasse, dass ich die Menschen, die ich am meisten in dieser Welt liebe, nie wiedersehe. Ist meine Sicherheit das wert? Kann denn überhaupt irgendetwas diesen Preis wert sein? Ein seltsam andächtiger Ausdruck glitt über Saels schön geschnittenes Gesicht. Ein dunkler, sehr persönlicher Schmerz schwang tief in seinen meerblauen Augen. Du musst dich bald entscheiden. Wenn wir in die Kolonie flüchten wollen, bevor du entdeckt wirst, dann müssen wir noch heute Abend fort. Lass dich von der Abgeschiedenheit der Villa nicht täuschen. Selenes Soldaten werden dich hier finden. Die Frage ist nur, wann? Nathan saß auf der Rückbank einer dunklen Limousine, die langsam eine schmale Straße des Küstenstädtchens Amalfi entlang fuhr. Die Scheiben des Wagens waren aus UV-undurchlässigem Glas, doch es dämmerte bereits. Der Fahrer war ein Mensch, ein diskreter, loyaler Verbündeter, dem Lazaro Archer, der Kommandant des Ordens in Rom, schon früher am Nachmittag den Auftrag gegeben hatte, Nathan vom Flugplatz abzuholen. Keine drei Stunden nach Jordanas Verschwinden war Nathan in Boston abgeflogen. Der Flug im Privatjet des Ordens dauerte ewig, und als er in Italien ankam, musste er noch warten, bis die Sonne endlich unterging. Dabei war er fast verrückt geworden. Die Sekunden krochen unendlich langsam dahin. Er hatte die ganze Warterei nur ertragen, weil Martin Gates sicher gewesen war, dass Jordana sich in guten Händen befand, an einem Ort, der einmal der private Zufluchtsort von Cash and Grey gewesen war. Wobei das Wissen, dass Jordana bei einem anderen Mann war, noch dazu bei einem Atlantiden, das Warten, bis er endlich bei ihr war, fast genauso unerträglich machte. Endlich waren sie da. Nathan schaute hoch zu der abgelegenen Villa, die oberhalb der kurvenreichen schmalen Straße an den steilen, dicht bewaldeten Hang gebaut war. Er öffnete die Wagentür und stieg aus. Leise klopfte er auf das Dach der Limousine, das Zeichen für Salvatore, ohne ihn zurückzufahren. Nathan wusste nicht, was ihn in der Villa erwartete, und er und Lazaro Archer waren sich einig gewesen, dass es besser war, Menschen, auch wenn sie loyale Verbündete waren, so weit wie möglich aus den Angelegenheiten des Ordens herauszuhalten. Das galt umso mehr, da es bei dieser Angelegenheit um die Rasse der Unsterblichen ging, die offenbar nichts Besseres zu tun hatten, als ihre eigenen Angehörigen zu jagen und zu töten, während sie doch vorgeblich einen Krieg gegen den Stamm und die Menschheit planten. Und zu dieser Rasse von Unsterblichen gehörte nun auch Jordana. In seinem Innersten konnte Nathan es noch immer nicht ganz fassen, dass sie zu einem anderen Volk, zu einer anderen Welt gehören sollte. Von Anfang an hatte er das Gefühl gehabt, dass sie jemanden verdiente, der besser war als er, einen Mann, der Jordana ebenbürtig war. Nathan hatte gespürt, dass sie für Dinge bestimmt war, die er ihr nicht einmal im Traum bieten konnte. Doch nie hätte er geahnt, dass die Unterschiede zwischen ihnen so groß sein könnten. Eine Bewegung hoch oben auf der Terrasse lenkte seine Aufmerksamkeit zurück zu der Villa. Als wäre sie seinen Gedanken entsprungen, trat Jordana in diesem Moment an das Geländer und blickte über den Abhang und die Küstenlinie. Eine Welle der Erleichterung durchflutete ihn bei ihrem Anblick. Sie war am Leben. Gott sei Dank, sie war am Leben. Und sie war noch schöner als je zuvor. Er konnte kaum atmen vor Freude, so laut hämmerte ihm das Herz in der Brust, als er sie auf der Terrasse beobachtete. Nathan rührte sich nicht. Er starrte gebannt auf ihre Silhouette, die sich vor dem ausgewaschenen Blau der Dämmerung abzeichnete. Ihm kam es so vor, als sähe sie heute Abend anders aus, irgendwie verändert, stärker, lebendiger. Ihre einfache Kleidung, ein lockeres weißes Leinentop und durchscheinende Hosen konnte die verführerischen Kurven und die klaren, anmutigen Linien von Jordanas Körper nicht vollständig verbergen. Sie hatte die langen, platinblonden Haare zu einem dicken Zopf geflochten, der sich über ihren Rücken schlängelte. Ihr zierliches Gesicht war deutlich zu sehen. Sie leuchtete wie silbriges Mondlicht, und ihre schlanke, ätherische Gestalt war so atemberaubend schön wie die einer Göttin. Es war nur angemessen, dachte er, dass sie so hinreißend aussah, ein Wesen aus einer anderen Welt. Nathan selbst kam sich so fehl am Platz vor wie selten in seinem Leben. In voller Montur und ausgerüstet mit den hässlichen, brutalen Waffen eines Kriegers stand er verborgen im Schatten und konnte nur zu ihr hochstarren. Er war nach Amalfi gekommen, um sie zu finden, um sie heimzubringen. Er hatte ihr endlich erklären wollen, was sie ihm bedeutete. All die Dinge hatte er ihr sagen wollen, die er ihr schon längst hätte sagen sollen, vor Tagen schon, als er noch Gelegenheit dazu gehabt hatte, nicht erst jetzt, nachdem gestern Abend alles so fürchterlich schiefgegangen war. Er war hier, um sie im Auftrag ihres Vaters und des Ordens zu schützen. Doch Nathan machte sich nichts vor. In seinem Herzen wusste er, dass er gekommen war in der Hoffnung, Jordana als seine Gefährtin mit nach Hause zu nehmen. Doch jetzt fragte er sich, ob sie nicht schon einen anderen Pfad eingeschlagen hatte, ohne ihn, einen Pfad, der für sie bestimmt war. Er war unsicher, wie er empfangen werden würde und ob Jordana ihn überhaupt noch einmal sehen wollte. Nathan trat einen Schritt heraus aus dem düsteren Schatten auf die Straße. Er hob die Hand und wollte sie schon rufen und sie wissen lassen, dass er hier war. Doch bevor er etwas sagen konnte, kam ein Mann auf die Terrasse und trat neben sie. Hitze flammte auf in Nathans Brust und für einen Moment bekam er keine Luft, als Jordana diesem Fremden ihr weiches Lächeln schenkte. Er war groß und mit seinen goldblonden Haaren sah er zu gut aus für einen Sterblichen. Der Mann legte beschützend einen Arm um Jordanas Schultern. Dann führte ihr atlantidischer Beschützer sie sanft weg vom Geländer, und die beiden verschwanden im Inneren der Villa. Jordana war plötzlich kalt geworden, und sie rieb sich ihre nackten Arme. Nur widerwillig ging sie mit Sael wieder hinein in die Villa. Eigentlich wäre sie lieber auf der Terrasse geblieben, in der warmen Nachtluft hier am Geländer, während Sael den Tisch für das Abendessen deckte, das er gekocht hatte. Sie war hinausgegangen, um Antworten zu finden. Und Trost. Und weil sie für einen Moment allein sein musste, um über die Entscheidung nachzudenken, die sie getroffen hatte. Bald würde sie mit Sael die Villa verlassen. Ob ihre Entscheidung die richtige war, oder ob sie sie für den Rest ihres Lebens für alle Ewigkeit, wie sie jetzt wusste, bedauern würde, darüber war sich Jordana immer noch nicht im Klaren. Sael hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ihre Entscheidung endgültig sein würde, egal ob sie sich für Boston oder die atlantidische Kolonie entschied. Wenn sie jetzt die Villa mit ihm verließ, dann gab es kein Zurück mehr. »Möchtest du lieber Wein oder Wasser zum Kokowain?« fragte er und wartete höflich, bis sie sich an den Tisch gesetzt hatte. Das Essen duftete herrlich und sah sogar noch köstlicher aus. Nur, dass sie überhaupt keinen Hunger hatte. »Ich hätte gerne nur Wasser, bitte.« Ihr war immer noch leicht schummrig zumute, und das leichte elektrische Summen, das sie schon den ganzen Tag in ihren Adern spürte, wurde stärker. Sie legte ihre kribbelnden Hände in den Schoß und verbarg sie unter dem Tisch. Das warme Prickeln in ihren Handflächen versuchte sie einfach zu ignorieren. »Wann brechen wir auf?« »Wann immer du bereit bist.« Sael nahm eine Flasche San Pellegrino und schenkte ihr ein. Dabei warf er ihr einen ernsten Blick zu. Offensichtlich konnte sie ihm nichts vormachen. Er hatte bemerkt, dass ihre Kräfte mit jeder Minute an Stärke zunahmen. »Jetzt kannst du dich noch umentscheiden. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit.« »Glaubst du denn, dass ich die richtige Wahl treffe?« Sails Gesichtsausdruck blieb freundlich, doch er vermiet es, jegliche Emotionen zu zeigen. »Darauf kannst nur du dir eine Antwort geben.« Sie nickte und nahm einen Schluck von dem perlenden Wasser. Sael setzte sich ihr gegenüber an den Esstisch und machte sich mit sichtlichem Genuss über sein kulinarisches Meisterwerk her. Er schien ihr gelassen und zuversichtlich, und er aß ohne jede Eile. Doch Jordana war aufgefallen, dass er im Laufe des Tages ein schmales, glänzendes Schwert aus einem Zimmer in der Villa geholt hatte. Die lange Klinge lehnte zu seiner Rechten am Tisch, sodass er das Schwert im Notfall sofort zur Hand haben würde. Jordana hatte noch nie solch ein Schwert gesehen. Der Stahl der Klinge war überzogen mit altertümlich wirkenden Buchstaben und Zeichen. Und in den Knauf war das vertraute Symbol eingraviert, von dem Jordana jetzt wußte, dass es das Symbol der Atlantiden war. »Du glaubst doch nicht wirklich, dass du es gebrochen wirst, oder?« Sie deutete auf das Schwert. Sael zuckte mit den Schultern und schob sich dabei eine Gabel mit Huhn in den Mund. Seine Lippen zuckten amüsiert, als ein Ausdruck von männlichem Stolz über sein Gesicht glitt. »Wenn es dazu kommt, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich weiß, wie man mit einem Schwert umgeht.« Kaum hatte er das letzte Wort gesagt, wich der Schalk aus seinen Augen. Er ließ die Gabel fallen, sein Gesicht nahm von einer Sekunde zur nächsten einen kämpferischen Ausdruck an. Jordana fuhr herum und starrte durch die offenen Flügeltüren auf die Terrasse. Im Dunkeln stand ein düster wirkender Mann in einem schwarzen Kampfanzug. Schock und Unglauben durchfuhren sie, und doch loderte gleichzeitig heiße, verzweifelte Hoffnung in ihr auf. Sie sprang auf und wandte sich zu ihm. »Nathan!« Sael war schon in Bewegung, bevor sie atemlos Nathans Namen über die Lippen gebracht hatte. Gerade noch hatte er ihr gegenüber am Tisch gesessen. Im nächsten Moment war er verschwunden. Und jetzt stand er direkt vor ihr, und sein ganzer Körper war ein Schild zu ihrem Schutz. Sein atlantidisches Schwert hielt er in Verteidigungshaltung vor sich und Jordana, doch die Spitze zeigte genau auf Nathans Herz. Obwohl Sael in Angriffsposition gegangen war, zog Nathan seine Waffen nicht, sondern ließ sie in den Holstern und Scheiden stecken. Beide Hände hingen locker an seinen Seiten. »Nein!« Jordana legte die Hände kurz auf die Schultern des Atlantiden. Sie warf Nathan einen zögerlichen, fragenden Blick zu. »Kein Grund zur Sorge, Sael. Nathan ist mein...« Er gehört zum Orden. Die Anspannung löste sich etwas in Saels muskulösem Körper. Doch er blieb wachsam. Die Schwertklinge senkte sich keinen Zentimeter. Allerdings ging Sael auch nicht zum Angriff über. Nathan sagte nichts. Der stürmische Blick seiner blaugrünen Augen glitt von Jordanas Beschützer zu ihr. Von ihrer Position hinter Sael aus konnte sie im Schatten der Terrasse nichts in Nathans Ausdruck erkennen. Seine Züge blieben unbewegt und emotionslos, ganz der perfekt geschulte Kämpfer. Am liebsten wäre Jordana an Sael vorbeigerannt und hätte sich in seine Arme geworfen. Doch sie unterdrückte den Impuls, aus Angst, dass er sie zurückweisen könnte. Sie war noch zu verletzt davon, wie es gestern Abend zwischen ihnen geendet hatte. Noch einmal wollte sie sich das Herz nicht brechen lassen. Die Stille zwischen ihnen wog schwer. Dann trat Sael einen Schritt zur Seite. Er warf Jordana einen vielsagenden Blick zu. Er verstand, dass Nathan der Mann war, an den sie heute Nachmittag gedacht hatte. Der Mann, nachdem sie sich gesehnt hatte, als sie davon sprach, dass bei all den großen Plänen kaum bedacht worden war, wie sie selbst sich ihr Leben vorstellte oder wo ihr Herz am glücklichsten war. Sael wusste, dass dies der Mann war, den Jordana liebte. Es war deutlich, in seinem weisen, alterslosen Blick zu lesen. Er verbeugte sich leicht, doch fast ehrfurchtsvoll vor ihr. Ihr möchtet sicher einen Moment allein sein. Ich bin drüben im anderen Zimmer, wenn du mich brauchst. Nein, sagte Jordana leise. Sie war erleichtert und voller Hoffnung, als sie Nathan auf der Terrasse stehen sah. Trotzdem hatte sie Angst vor den Neuigkeiten, die er brachte. Sie hoffte inständig, dass der Orden ihrem Vater nichts angetan hatte. Und sie hatte Angst um sich und um ihr Herz, das Wild in ihrer Brust klopfte. Das leichtsinnige Organ wollte Nathan alles verzeihen und glauben, dass sie ihm etwas bedeutete, einfach nur, weil er gekommen war. Aber sie wusste nicht, warum er hier war, und nach allem, was seit gestern Abend passiert war, konnte sie ihm nicht mehr wie eine naive Idiotin einfach vertrauen. Nein, Sael, sagte sie. Ich möchte, dass du bleibst. Was der Orden mir zu sagen hat, kannst du ruhig hören. Nathan sog scharf die Luft ein. Der erste Riss in seiner unerschütterlichen Fassade. Das habe ich wohl verdient. Jordana blieb nach außen unerbittlich. Aber mit seiner tiefen Stimme brachte Nathan immer noch etwas in ihrem Innersten zum Schmelzen. Er blickte kurz zu Sael. Der Atlantide senkte das Schwert und blieb dann völlig gelassen neben Jordana stehen. Ist alles in Ordnung mit dir? Nathan ging einen Schritt auf sie zu und trat in den Lichtschein, der aus dem Wohnzimmer auf die Terrasse fiel. Hat dir jemand wehgetan? Nein, zumindest Sael nicht. Die Worte klangen bitter und anklagend, aber sie konnte sie nicht hinunterschlucken. Jordana nahm ihre ganze Kraft zusammen, als Nathan in die Villa trat und noch näher auf sie zukam. Wo ist mein Vater? Was haben du und der Orden mit Martin Gates gemacht? Dein Vater befindet sich in der Kommandozentrale in Boston. Er macht sich große Sorgen um dich, Jordana. Und Carys auch. Nathans Kühler warnender Blick glitt zu Sael. Alle möchten, dass du wohlbehalten nach Hause kommst. Ich bin hier, um dich zurückzubringen. Und eins ist sicher, ich werde diese Villa nicht ohne dich verlassen. Sie wehrte sich innerlich dagegen, dass er anscheinend annahm, er könne irgendeinen Aspekt ihres Lebens bestimmen. Noch dazu, wenn er es nur im Namen von anderen tat, ihres Vaters, ihrer Freundin, des Ordens. Was er selbst wollte, sagte er nicht. Sie hob das Kinn und konnte nur hoffen, dass er nicht sah, wie sehr sie seine Worte schon wieder verletzten. Und wenn ich entscheide, dass ich nicht mit dir zurück nach Boston möchte? Was dann? Willst du mich mit Gewalt in Gewahrsam nehmen wie mein Vater? Neben ihr richtete sich Sael auf. Die Warnung war deutlich zu spüren. Nathan schaute sie mit hochgezogenen Augenbrauen an und schüttelte dann langsam den Kopf. Herrgott, es stieß ein leisen, derben Fluch aus. Denkst du wirklich, ich würde dir das antun? Ich weiß nicht, was ich denken soll, Nathan. Gestern Abend dachte ich, ich kenne dich. Nicht den Krieger oder den Jäger. Ich dachte, ich kenne dich. Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Ich dachte, du und ich, wir … Sie brach ab, bevor er noch herausrutschte, was sie gehofft hatte und wie enttäuscht sie war. Es ist egal, was ich gestern Abend gedacht habe, denn heute ist alles anders. Das stimmt. Heute ist alles anders, antwortete Nathan. Gestern Abend haben wir Martin Gates festgenommen, weil wir entdeckt hatten, dass er schon seit Jahren mit Cashen Gray Geschäfte machte. Mit Cashen? Was für Geschäfte denn? Martin Gates ist der Besitzer des Lanotte, nicht Cass. Diese Neuigkeit kam doch überraschend. Nicht einmal im Traum würde ihr Vater sein Geld in einen Club wie das Lanotte investieren, mit der illegalen Kampfarena im Keller und im Wettgeschäft, ganz zu schweigen von den BDSM-Spielwiesen. Das verstehe ich nicht, murmelte Jordana und versuchte, sich irgendeinen Reim darauf zu machen. So ging es uns auch. Und weil die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden schon so lange andauerten, mussten wir annehmen, dass Gates wusste, dass Cass kein Mensch war. Wir mussten einfach herausfinden, was hinter den Geheimnissen der beiden steckte, Jordana. Es gab auch den dringenden Verdacht, dass Martin Gates und Cass Verbindungen zu Opus Nostrum unterhielten. Deshalb haben wir Gates zum Verhör geholt. Nein, das ist unmöglich. Es war schon ziemlich unglaublich, dass Martin Gates etwas mit Cass berüchtigtem Club zu tun haben könnte. Aber sie weigerte sich schlichtweg zu glauben, dass ihr Vater oder auch Cass zu der terroristischen Gruppe gehört hatte, die für so viele Attentate und den Angriff auf den Friedensgipfel vor kurzem in Washington, D.C. verantwortlich war. Nathan nickte. Wir haben auch ziemlich schnell festgestellt, dass das nicht stimmt. Martin Gates und Cassian Gray verband ein sehr großes Geheimnis. Aber es ging nicht um Opus Nostrum. Es ging um dich. Er kam noch näher. Doch sie trat einen Schritt zurück. Wie lange wusstest du, dass der Orden hinter meinem Vater her ist? Hast du es etwa schon den ganzen Abend über gewusst? Jordana versagte fast die Stimme. Sie konnte selbst hören, wie verletzt sie klang. Hast du seine Festnahme schon geplant, als du und ich zusammen in meinem Büro waren? Hast du mich benutzt, Nathan? Neben ihr knurrte Sahel leise und wütend. Empörung zog über Nathans finsteres Gesicht. Ob ich dich benutzt habe? Verdammt noch mal, nein, das habe ich nie getan, Jordana. Er schüttelte kurz und heftig den Kopf. Aber du musst auch verstehen, dass ich meinen Job machen musste. Sie stieß einen spöttischen Laut aus. Doch die Tür zu ihrem Herzen ging ein kleines bisschen weiter auf. Machst du jetzt auch nur deinen Job? Bist du deshalb hergekommen, weil ihr erfahren habt, was ich bin und wer ich bin? Als wir herausgefunden hatten, wo du dich wahrscheinlich aufhältst, bin ich sofort los. Nichts hätte mich aufhalten können, nichts und niemand. Er starrte sie an und kam noch einen Schritt näher, trotz des warnenden Knurrens aus Sahels Kehle. Du musst mit mir kommen, Jordana. Wir müssen zurück nach Boston, und dort wird es mein Job sein und der des Ordens, dich vor Cass' Feinden zu schützen. Und vor allem sonst, die meinen, sie könnten irgendwelche Ansprüche an dich geltend machen, fügte er hinzu und warf dabei Sahel einen herausfordernden Blick zu. Ich mache keine Ansprüche geltend, sagte Sahel ruhig. Aber jemand, der noch viel mächtiger ist als ich, tut genau das. Auf ihren Befehl hin haben diese Soldaten meinen alten Freund Cassianus verfolgt und getötet. Und wenn sie nicht aufgehalten werden oder wenn sie nicht die Spur verlieren, die sie hundertprozentig im Moment verfolgen, dann werden diese Männer weiter nach Jordana suchen, und zwar, weil ihre Königin es ihnen befohlen hat. Ihre Königin, brummte Nathan, der Sahel offensichtlich kein Wort glaubte. Wovon redest du? Jordana ist ihre Enkelin. Nathan stieß einen rauen, ungläubigen Fluch aus. Doch Sahel sprach völlig unbeeindruckt weiter. Die Soldaten hätten Jordana gestern Abend in Boston fast geschnappt. Sie hätten sie fast geschnappt, begann Nathan, und dann begann er zu verstehen. Weil Jordanas Kräfte immer stärker werden. Dann führt ihre atlantidische Natur die Soldaten direkt zu ihr, wie eine Art Leuchtfeuer. Sahel Die Soldaten haben sich schon in Boston aufgehalten seit der Nacht, in der sie Cass aufgespürt haben. Sie hätten Jordana auf jeden Fall entdeckt. Wir hatten Glück, dass ich sie zuerst erreicht habe. Sonst hätten sie Jordana schon längst zurück ins Reich gebracht. Oh Gott! Nathan drehte sich mit einem entsetzten Gesichtsausdruck zu Jordana. Und ich habe dich dort allein zurückgelassen. Sie hätten dich gefunden. Und ich wäre nicht da gewesen. Jetzt schoss doch Ärger in Jordana hoch. Es ist nicht dein Job, mich zu beschützen, Nathan. Niemand muss mich beschützen. Ihre Stimme wurde lauter, und das Kribbeln in ihren Händen wurde noch intensiver. Das leise Summen in ihren Adern war tiefer geworden, wie ein pulsierender Trommelschlag, der ihr in den Ohren klang. Sie schaute wütend von Nathan zu Sahel. Ich bin nicht aus Glas, und ich bin kein Kind mehr. Ich bin eine erwachsene Frau, und mir reicht es allmählich, dass mich alle so behandeln, als wüssten sie genau, was das Beste für mich ist. Ihr wurde erst klar, wie stark die Hitze und Energie in ihren Händen geworden war, als sie bemerkte, dass sowohl Sahel als auch Nathan sie anstarrten. Erst dann schaute sie hinunter auf ihre Hände. Feuriges Licht strahlte aus ihren Handflächen. Und mitten in dem bernsteinfarbigen Glühen erkannte sie die Umrisse eines Halbmondes und einer Träne, das Symbol der Atlantiden. Heilige Scheiße. Nathan rang nach Atem. Sein stürmischer Blick suchte ihre Augen, und für einen Moment schien es ihm vor Ehrfurcht, die Sprache zu verschlagen. Mein Gott! Jordana! Sahels Reaktion war weniger beeindruckt, als vielmehr alarmiert. Verdammter Mist! Er legte ihr den Kopf vielleicht schief und lauschte, dann warf Herr Jordana einen ernsten Blick zu. Wir haben zu lange gewartet. Sie sind hier! Nathan ging sofort in Kampfstellung, als er Sahels Warnung hörte. Jeder Muskel in seinem Körper war angespannt. Es blieb ihm keine Zeit, um sich an die erstaunliche Veränderung, die in Jordana vorgegangen war, zu gewöhnen. Er hatte nicht einmal die Möglichkeit, diese neue Gefahr einzuschätzen oder die vielen ungeschützten Gefahrenstellen in ihrer Umgebung auszumachen, als Vorbereitung auf den Kampf, der ihnen bevorstand. Wir müssen verhindern, dass Jordana ihnen in die Hände fällt, sagte Sael ernst. Er blickte Nathan düster an. Als er redete, bemerkte Nathan das Lederband, das um Saels Handgelenk geschlungen war. Der silberne Anhänger leuchtete mit einem übernatürlichen Licht. Dieser Kristall kann sie weit außerhalb der Reichweite der Königin transportieren, aber ich muss sie sofort dorthin bringen. Nathan erwiderte den Blick des atlantidischen Kriegers und nickte. Als er sich zu Jordana umdrehte, presste es ihm vor Schmerz das Herz zusammen. »Geh mit ihm. Ich muss wissen, dass du irgendwo in Sicherheit bist.« »Aber was ist mit dir?« Panik machte sich auf ihren Zügen breit. Ihre eisblauen Augen, die ihn heute Abend schon mit so viel Schmerz und Misstrauen angeschaut hatten, waren weit aufgerissen. »Sael«, sagte sie, und ihre drängende Stimme klang wie der Befehl einer Königin. »Was wird aus Nathan?« Der Atlantide schüttelte den Kopf und hob bedauernd die Schultern. »Es tut mir leid, Jordana. Der Kristall funktioniert nur für unsere Art, und außerdem kann Nathan nicht an den Ort mitkommen, wo ich dich hinbringe.« Sael hielt sein Schwert in der einen Hand und streckte die andere nach ihr aus. Das Licht des Kristalls wurde stärker. »Nein! Ich gehe nirgendwo hin. Fass mich nicht an, Sael!« Jordana zog ihre Hand rasch von ihm zurück. Sie warf Nathan einen gequälten Blick zu. »Wie kannst du nur glauben, dass ich dich hier zurücklasse, nur um mich zu retten? Kannst du dir denn nicht vorstellen, wie schlimm das für mich wäre?« Nathan fluchte. »Wenn ihr jetzt etwas zustieß, dann war das schlimmer als alles, was er je hatte erleiden müssen. Er würde es sich nie verzeihen.« »Jordana, ich zähle nicht. Ich möchte, dass du gehst.« »Verdammt, Nathan! Verstehst du denn nicht? Ich liebe dich!« Kaum waren die Worte über ihre Lippen gekommen, bewegte sich draußen vor den offenstehenden Flügeltüren die Luft. Von einem Moment auf den anderen materialisierten sich zwei riesige Männer auf der Terrasse. Sie waren offensichtlich Soldaten, und wie Sael gesagt hatte, waren sie ganz offensichtlich nur aus einem Grund hier, wegen Jordana. Sie waren beide mit langen, glänzenden Schwertern bewaffnet, ganz ähnlich dem, das Sael nun vor sich erhoben hatte, während er Jordana schnell hinter sich schob. Nathan wartete nicht, bis die beiden zum Angriff übergingen. Er zog einen seiner Revolver und eröffnete das Feuer auf die Atlantiden. Der Größere der beiden, ein dunkelhaariger Typ, stolperte mit einem Brüllen rückwärts, als das Trommelfeuer ihm die Brust und den Schädel aufriss. Sein Gefährte, ein Krieger mit kupferfarbenem Haar und einem durchdringenden, entschlossenen Blick in den grünen Augen, bekam ein paar Kugelladungen ab, dann löste er sich in Luft auf. Nathan feuerte weiter auf den Großen und riss noch mehr Löcher in seinen zerfetzten Körper. Ohne sich zu wehren ließ sich der Kerl unter dem Kugelhagel ans Terrassengeländer drängen, verlor dort das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. In diesem Moment schrie Jordana. Nathan fuhr herum. Der andere Soldat war im Inneren der Villa wieder aufgetaucht und griff sie und Sael an. Sael brachte seinen Körper zwischen Jordana und den Angreifer, er hob abwehrend die Klinge in die Höhe, als das Schwert des anderen Atlatiden auf ihn niederfuhr. Die Waffen krachten mit einem metallischen Kreischen aufeinander. Kurz stob ein Regen aus blauen und grünen Funken auf. Saels Gegner hielt ihm stand. Dann, mit einer unerwarteten Vorwärtsdrehung seines Arms, zwang er Sael nach unten, sodass dieser sich auf einem Knie aufstützen musste. Nathan ließ seinen leergeschossenen Revolver fallen. Mit der übernatürlichen Geschwindigkeit seiner Stammesgene durchquerte er blitzschnell den Raum und kam hinter dem rothaarigen Soldaten zum Stehen. Er packte den Kopf des Atlantiden mit beiden Händen und drehte ihn ruckartig zu einer Seite. Das Geräusch der brechenden Wirbel war so laut, als ob jemand Knallkörper gezündet hätte. Das Schwert glitt dem Soldaten aus der Hand, und er sank leblos zu Boden. Kaum war er gefallen, öffnete Sael den Mund, einen Warnschrei auf den Lippen. Zu spät. Nathan spürte, wie eine scharfe, eisige Spitze seinen Körper von hinten durchbohrte. Er fuhr auf dem Absatz herum. Zu seinem Erstaunen stand der dunkelhaarige Atlantide vor ihm. Sein Körper war blutverschmiert, doch von den vielen Schussverletzungen war nichts zu sehen. Der Unsterbliche hatte den Kugelhagel und den Sturz von der Terrasse überlebt. Blut tropfte von seinem leuchtenden, rotbefleckten Schwert. Nathan blutete aus den Ein- und Austrittswunden im Rücken und in seinem Unterleib. Die Verletzung war schlimm, aber nicht lebensgefährlich. Aber jetzt war Nathan erst recht in Rage. Doch bevor er sich sammeln und zum Gegenangriff ansetzen konnte, zerriss Jordanas angstvoller Schrei die Luft. »Oh Gott, Nathan!« Sie stürzte an Sael vorbei und auf ihn zu. Der dunkelhaarige Atlantide reagierte sofort. Er packte sie, und seine langen Finger schlossen sich mit einem gnadenlosen, unerbittlichen Griff um ihren Arm. Nathan sah, dass er wie Sael ein Lederband um sein Handgelenk trug. Der kristallene Anhänger fing an zu strahlen, ein feuriges, gleißendes Licht. Er wollte Jordana mit sich nehmen, zurück in das Reich der Atlantiden, zurück zu ihrer Königin. Jordana schaute ihn mit einem wilden, verängstigten Blick in den Augen an. »Nein!« Er konnte sie nicht verlieren. »Verdammt noch mal! Nein!« schrie Nathan. Er griff nach ihrer anderen Hand, packte sie und hielt sie fest. Er könnte es nicht ertragen, wenn sie ihm entrissen würde. Und im selben Moment spürte er, wie urplötzlich Hitze in Jordanas Fingern aufstieg. Die Energie war ungeheuerlich, furchterregend, nicht von dieser Welt. »Lass mich los!« zischte Jordana den Soldaten an, der sie immer noch festhielt. Die Energie in ihr breitete sich aus und gewann in Sekundenschnelle an Stärke. In einem blendenden Blitz brach sie aus ihr heraus, und Jordana wiederholte den Befehl mit lauter Stimme. »Lass mich los!« Der atlantidische Wächter wurde von ihr geschleudert, als hätte ihn eine unsichtbare Macht von ihr weggerissen. Auch Nathan wurde durch die unerwartete Explosion von Licht und Energie aus Jordanas Händen überrascht. Er ließ sie los, aber nur weil er in diesem Moment sah, dass der dunkelhaarige Angreifer sein Schwert hatte fallen lassen. Blitzschnell griff Nathan danach und hob es auf. Im selben Augenblick warf sich Saelle auf den Soldaten, dessen Reflexe noch von Jordanas Verteidigungsschlag beeinträchtigt waren. Saelle rang ihn zu Boden. Aber nun hatte sich auch der zweite atlantidische Soldat wieder von seiner Verletzung erholt. Nathan hatte ihm das Genick gebrochen, doch der Unsterbliche schüttelte sein kupferrotes Haar und erhob sich mit einem leisen, drohenden Lachen. Er drehte kurz den Kopf zu beiden Seiten, und seine Wirbel sprang mit einem schnappenden Geräusch wieder an ihren Platz. Nathan schnellte hoch und drehte sich dabei um die eigene Achse. Er hielt das Schwert des dunkelhaarigen Atlantiden fest in beiden Händen und setzte damit zum Schlag an, genau in dem Moment, als der zweite Wächter sich auf ihn stürzte. Stahl traf auf lebendiges Fleisch. Mit einem einzigen, sicheren, tödlichen Hieb trennte Nathan den Kopf des Unsterblichen von seinem Körper. Hinter ihm schnitt auch Saelles Schwert tief durch Muskeln und Knochen. Mit einem dumpfen, endgültigen Schlag landete der Kopf des anderen Atlantiden ebenfalls auf dem Boden. Nathan! Durch das Blutbad kam Jordana auf ihn zugerannt. Ihr Herz pochte hoch bis in ihre Kehle, und Panik und Erleichterung durchfluteten sie gleichzeitig. Jordana stürzte auf Nathan zu und schloss ihn in ihre Arme. Es war ihr egal, ob er sich vielleicht aus ihrer Umarmung entziehen würde oder ihre Sorge um ihn ablehnte. In diesem Augenblick war es ihr sogar egal, ob er ihre Liebe erwiderte oder nicht. All diese banalen Unsicherheiten kümmerten sie nicht, denn jetzt zählte nur eins. Nathan war am Leben. Er war verwundet und blutete, aber er stand immerhin. Er hatte sie gerettet. Wahrscheinlich hatte er sogar Saelles das Leben gerettet. Nichts konnte Jordana davon abhalten, ihn zu umarmen, ihr Gesicht an seine warme Brust zu schmiegen und zu fühlen, wie er atmete. »Oh Gott!« flüsterte sie in den Stoff seines Kampfanzugs. Sie klammerte sich an ihn, weil sie mit ihrem ganzen Körper spüren musste, dass er am Leben war. »Ich hatte noch nie solche Angst, Nathan.« »Als dieser Soldat dich mit seinem Schwert durchbohrt hat.« »Ist ja gut«, beruhigte er sie und strich ihr über den Rücken. Dabei küsste er sie zärtlich auf den Kopf, den sie an seiner Brust verborgen hatte. Er drückte sie so fest an sich, dass sie seinen Herzschlag an ihrem Ohr hören konnte. Das kräftige, regelmäßige Geräusch war unendlich tröstend. »Das ist bald wieder verheilt. Ich habe schon Schlimmeres überstanden.« Er hob ihr Kinn an. Seine Finger und sein weicher Blick glitten über ihr Gesicht. »Es braucht eine ganze Menge mehr als so ein bescheuertes Schwert, um mich aufzuhalten. Ich hätte nie zugelassen, dass sie dich in die Hände bekommen. Diese atlantitische Königin samt ihrer ganzen Armee ist mir sowas von scheißegal. Sollen sie doch denken, sie hätten irgendeinen Anspruch auf dich. »Sie müssen alle zuerst an mir vorbei.« Er senkte den Kopf und küsste sie. Es war kein zurückhaltender Kuss, im Gegenteil. Nathan küsste sie wild und hemmungslos. Jordana schmolz dahin. Wie er schmeckte, wie er sich anfühlte, sie konnte nicht genug davon bekommen. Wieder spürte sie die überirdische Energie, die während des Kampfes durch ihre Adern geströmt war. Doch als Nathans Mund von ihrem Besitz ergriff und sie in einem tiefen, leidenschaftlichen Kuss verbunden waren, fühlte sich die Energie ganz anders an. Würde sie wohl immer so stark auf seine Berührungen, auf seinen Kuss reagieren? Oder würde sie ihn, wenn ihre atlantidischen Gene voll erwachten und ein Teil von ihr wurden, mit einer noch größeren Leidenschaft begehren? Sie hoffte, dass sie das alles noch herausfinden durfte. Sie hoffte, dass es für sie eine Zukunft gab, die sie gemeinsam mit Nathan entdecken durfte. Doch jetzt im Moment musste seine Wunde verbunden werden. Und auf der anderen Seite des Raums beugte sich Sa'el über die Leichen der atlantidischen Krieger. Nathan stöhnte leise auf, als er seine Lippen von ihrem Mund löste. Er hob den Kopf und schaute zu Sa'el. Dabei nahm er instinktiv eine Verteidigungshaltung ein und legte den Arm schützend über Jordana. Werden noch mehr Soldaten kommen? Sa'el nickte ernst. Sobald Selene erfährt, dass diese beiden in ihrer Mission versagt haben und für sie verloren sind, wird sie neue Soldaten schicken. Sie wird immer wieder welche schicken, bis sie ihr Ziel erreicht. Die Königin kann eine Niederlage nur sehr schwer akzeptieren, und wer sie besiegt hat, dem verzeiht sie nie. Sa'els Blick glitze Jordana. Die Kolonie ist der sicherste Ort für dich. Dort kann die Königin dir nichts anhaben. Sie kann mich auch nicht finden, wenn ich eine Blutsverbindung eingehe, sagte Jordana. Wenn du in der Welt der Sterblichen bleibst, dann ist eine Blutsverbindung dein einziger Schutz, aber nur, wenn dich Selenes Wächter nicht vorher aufspüren. Und sie hat mich. Nathan sprach die Worte wie einen Schwur, mit fester Stimme und im Brustton der Überzeugung. Das stimmt, bestätigte Sa'el mit ruhigem Blick. Doch der düstere Ton in seiner Stimme klang nicht wirklich ermutigend. Doch leider ist Jordana nirgends so sicher wie in der Kolonie, wenn sie dort Zuflucht sucht. Die Kolonie ist verborgen, und nur wenige wissen überhaupt von ihrer Existenz. Ich bin einer der wenigen, der weiß, wo sie sich befindet. Normalerweise wird dieses Wissen nur Exil Atlantiden anvertraut, die verborgen im Schutz der Kolonie leben. Wie wird die Kolonie denn vor der Königin geschützt? fragte Nathan. Sa'el deutete auf den Kristallanhänger an dem Lederband an seinem Handgelenk. Das hier stammt von einer viel größeren kristallinen Kraftquelle, die unserem Volk gehört. Die Kolonie hat einen solch großen Kristall, und auch Selene besitzt einen. Vor langer Zeit existierten einmal fünf dieser Kristalle im Reich. Sie waren viel größer als dieses kleine Stück, das von einem der noch existierenden Kristalle gebrochen wurde. Die Kristalle sind dem Volk der Atlantiden heilig. Sie schirmen uns vor der Welt außerhalb ab, und sie schützen das Reich vor Feinden, die uns auslöschen wollen. Nathan stand immer noch eng an Jordanas Seite. Er musterte Sa'els Armband mit schmalen Augen. Ein solcher Kristall stammt nicht von der Erde. Nein, tut er nicht, bestätigte Sa'el. Mein Volk stammt von einem anderen Planeten, genau wie die ältesten deiner Art, die Urväter der Stammesvampire. Die beiden Rassen lagen schon im Krieg, bevor das Schicksal sie beide auf die Erde verschlagen hat. Nathan stieß einen leisen Fluch aus. Jetzt wird mir einiges klar. Deshalb hat wohl auch diese andere Atlantide, Reginald Crow, vor seinem Tod damit gedroht, die Königin plane einen neuen Krieg, und zwar sowohl gegen die Menschen wie auch gegen den Stamm.« »Selene ist eine verbitterte Königin.« Sa'el gab ein Knurren von sich. »Was schlimmer ist, sie ist eine Frau, die betrogen wurde. Ich bin in ihre Pläne nicht eingeweiht. Aber sie sucht immer nach Gründen, um einen Krieg anzuzetteln, oder nach Feinden, die sie zerstören kann. Doch sie war nicht immer so. Was ist denn geschehen, dass sie so geworden ist? Jordana fürchtete diese Frau, die ihre Mutter in den Selbstmord getrieben hatte und auf deren Befehl Soldaten Jordanas Vater gejagt und hingerichtet hatten. Aber wenn sie konnte, dann wollte sie wenigstens etwas von dem verstehen, was in der Königin vorging. »Selene hat sich verändert, nachdem unsere erste Ansiedlung in Atlantis zerstört wurde,« erklärte Sa'el. »Zwei der Kristalle des Reichs waren gestohlen worden, und unsere Feinde, die Vorfahren eurer Ältesten,« sagte er zu Nathan gewandt, »benutzten die Energie dieser Kristalle, um uns auszulöschen.« »Selene ist mit allen von Atlantis geflohen, die der Katastrophe entkommen konnten.« »Alles, was wir aufgebaut hatten, wurde zerstört und der Rest von einer riesigen Flutwelle weggespült.« »Genau wie im Mythos von Atlantis,« flüsterte Jordana, »diese Geschichte wird schon seit tausenden von Jahren erzählt.« Sa'el zuckte leicht mit den Schultern. »Mehr oder weniger.« »Doch Selene hat seit diesem Tag nur noch Misstrauen oder Hass übrig für die meisten, die mit ihr in Kontakt kommen.« Nathan runzelte die Stirn. »Einen Kristall hat also die Kolonie. Und die Königin besitzt auch einen. Zwei wurden beim Angriff der Ältesten gestohlen. Und der fünfte?« »Was aus dem fünften Kristall geworden ist, weiß niemand mit Sicherheit. Er ist vor fünfundzwanzig Jahren verschwunden.« Sa'el blickte zu Jordana. »Es gab Gerüchte, Cassianus habe ihn mit sich genommen, als er mit dir aus dem Reich geflohen ist.« »Aber du glaubst das nicht?« fragte sie. Sa'el hob nachdenklich die Augenbrauen. »Zuzutrauen wäre es Cass schon gewesen, das ist sicher. Aber sich mit einem mächtigen Objekt von dieser Größenordnung davonzustehlen? Und es die ganzen Jahre so zu verbergen, dass es unentdeckt bleibt? Das wäre eine ganz schöne Leistung gewesen. Cass hätte den Kristall irgendwie abschirmen müssen.« »So wie er meine Kräfte durch eine Blutsverbindung abschirmen wollte,« sagte Jordana. »Hatte Cass denn einen Grund, warum er den Kristall hätte mitnehmen wollen, als er das Reich verließ. Wer weiß, wie wertvoll der Kristall ist, braucht keinen besonderen Grund, um ihn haben zu wollen.« Sa'el dachte einen Moment lang nach. Dann lachte er leise in sich hinein und schaute dabei Jordana an. Cass dachte vielleicht, der Kristall könnte ihm auch noch auf andere Weise nützlich werden. »Als sein Einsatz bei möglichen Verhandlungen vielleicht,« meinte Nathan. »Um einen Vorteil zu haben gegenüber der Königin, die den Kristall unbedingt wiederhaben möchte. Vielleicht ist der Kristall der Königin wichtiger als alles andere, sogar wichtiger als ihre Enkelin.« Sa'el brummte etwas Unverständliches. »Selbst wenn Cass den Kristall genommen hätte, kann er nun niemandem mehr verraten, wo er ist. Der fünfte Kristall ist wahrscheinlich für immer verloren.« Vielleicht war Cassianus mit einem wertvollen atlantidischen Schatz geflüchtet. Sie konnten lange darüber rätseln, warum er das getan haben mochte. Doch Jordana spürte vor allem, wie die Trauer um ihren unbekannten Vater wieder in ihr hochkam. Sie trauerte auch um ihre Mutter, um ihre verlorene Liebe und um die Familie, die sie nie gehabt hatte. Ein wenig hatte sie sogar Mitleid mit ihrer Großmutter. Denn nur ein tiefsitzender und über einen langen Zeitraum nagender Schmerz konnte eine Frau in ein so gefühlloses, zerstörerisches Monster verwandeln, wie es die Königin anscheinend war. Nathan warf Sa'el einen fragenden Blick zu. »Wenn Cass so besorgt war um Jordana und ihre Sicherheit. Warum hat er sie da nicht schon als Kleinkind in die Kolonie gebracht und ist dort mit ihr geblieben? Warum hat er ihre Zukunft, verdammt, warum hat er ihr Leben riskiert, indem er sie beim Stamm und bei den Menschen hat aufwachsen lassen?« Hätte er sie als Kind in die Kolonie gebracht, dann hätte sie, wie alle anderen Kolonisten, für die gesamte Dauer ihrer Existenz im Verborgenen leben müssen. Cass wusste das. Und er wollte eine Entscheidung von diesem Ausmaß nicht für sie treffen. Das Exil in der Kolonie war der letzte Ausweg für den schlimmsten Notfall, wenn keine Zeit mehr blieb. Aber Cass wollte, dass seine Tochter sich ihren eigenen Weg sucht. Nathans dunkler Blick fand Jordana. Er war ihr nie unsicher erschienen, nicht während der gesamten Zeit, die sie ihn kannte. Aber jetzt sah sie ein Zögern in seinen Augen, und als er sprach, hörte sie die Angst in seiner Stimme. Wenn ich heute Abend nicht gekommen wäre. Wohin wärst du gegangen, Jordana? Sie hat sich schon entschieden, warf Saell sanft ein. Jordana hatte ihre Wahl vor deiner Ankunft getroffen. Wir wollten gerade aufbrechen, als du aufgetaucht bist. Nathan lehnte den Kopf etwas zurück, und ein zweifelnder Ausdruck glitt über sein Gesicht, das sonst immer so emotionslos und beherrscht war. Hätte ich dich wirklich fast für immer verloren? Jordana schüttelte den Kopf. Ihr Herz war so voll, dass sie fast kein Wort hervorbrachte. Saell sollte mich heim nach Boston bringen. Alles und jeder, der mir etwas bedeutet, ist dort. Oder steht direkt vor mir? Nathan atmete erleichtert aus. Ich bin gekommen, weil ich dich finden musste. Du bist alles, was mir etwas bedeutet. Ihr schossen Tränen des Glücks in die Augen, und sie lachte auf, und Nathan nahm sie in die Arme. Als er widersprach, berührte er sie so zärtlich wie noch nie zuvor. Ich werde dich immer beschützen, Jordana, selbst wenn es mich das Leben kostet. Seine Stimme klang feierlich und voller Ehrfurcht. Und ich werde mit dir hier und jetzt die Blutsverbindung eingehen, damit solche Männer wie die beiden hier dich nie mehr aufspüren können. Sein Versprechen berührte sie tief. Allein schon dafür liebte sie ihn. Bei Gott, sie liebte Nathan dafür und aus tausend anderen Gründen. Jordana stockte fast der Atem, als er sanft ihre Wange streichelte. In seinen stürmischen Augen funkelte ein ganzer Himmel voller bernsteinfarbener Sterne. Denk aber nicht, dass ich dir das aus Pflichtgefühl oder sonst irgendeiner noblen Geste wegen anbiete. Ich bin ein egoistischer Mistkerl, der wildes alles nach seiner Pfeife tanzt, und ich gebe mich erst zufrieden, wenn ich habe, was ich will. Und jetzt will ich dich, und zwar für immer. Er stieß einen leisen, rauen Fluch aus, und doch leuchteten seine Augen vor Zärtlichkeit. Er hielt ihr Gesicht in seinen Händen und schaute sie mit einem so intensiven Blick an, dass ihr ganz heiß wurde. Ich möchte mit dir blutsverbunden sein, weil ich dich liebe, weil ich dich brauche, Jordana, und weil ich mir nicht mehr vorstellen kann, wie mein Leben ohne dich aussehen soll. Er küsste sie heftig und mit solch glühender Leidenschaft, dass sie sich völlig dem überwältigenden Gefühl dieses Augenblicks hingab. Dass Sael auch noch im Raum war, hatte sie vollkommen vergessen, bis der Atlantide sich umständlich räusperte. Nathan ließ sie los, stieß ein tiefes, knurrendes Geräusch aus und zog sie noch einmal zu sich in einen begierigen, wenn auch kurzen Kuss. Sie lachte, als er sie endlich aus den Armen ließ, und beide wandten sich Sael zu. Während sie in ihrer Liebe versunken waren, hatte er die sterblichen Überreste der Soldaten zusammengetragen. Er legte sich gerade die Gürtel mit ihren Schwertscheiden um und steckte die atlantidischen Schwerter ein. Ich muss los, sagte er. Der Kristall an seinem Handgelenk begann zu leuchten. Ich nehme die Toten mit mir und begrabe sie irgendwo weit entfernt von der Villa und von Boston, damit die Verfolger nicht auf unsere Spur kommen. Die Soldaten, die Selene als nächstes schickt, werden wieder ganz von vorn mit ihrer Suche anfangen müssen. Und wenn du bis dahin blutsverbunden bist, das wird sie sein. Die Gewissheit in Nathans dunkler Stimme jagte Jordana einen feurigen Blitz durch die Adern. Sael lächelte. Er hielt Jordana seine Hand hin. In der Handfläche lag ein Lederband, das dem, das Sael trug, sehr ähnlich war. Erst jetzt fiel Jordana auf, dass einem der toten Wächter sein Band fehlte. Für dich, falls du es einmal brauchen solltest. Wenn du in Schwierigkeiten bist, bringt dich der Kristall an jeden Ort, den du dir in Gedanken vorstellen kannst. Aber nur mich, sagte sie. Sie erinnerte sich an Saels Warnung, dass der Kristall nur Atlantiden transportieren konnte. Sie schaute hoch zu Nathan, dann wieder zu Sael. Kopfschütteln, sagte sie. Es gibt keinen Ort, an den ich ohne Nathan fliehen würde. Sie umfasste Saels kräftige, goldbraune Finger und schloss sie um sein Geschenk, das sie nicht annehmen wollte. Danke, dass du meinem Vater ein guter Freund warst und auch mein Freund geworden bist. Gern geschehen. Sael senkte den Kopf in einer ehrfurchtsvollen Verbeugung. Eine gute Reise und ein langes, glückliches Leben wünsche ich dir, Prinzessin Jordana. Sael reichte Nathan die Hand. Die beiden großen Männer, der eine golden wie ein Gott, der andere dunkel und gefährlich wie die Nacht, schüttelten einander die Hände in einer wortlosen Geste der Freundschaft. Dann ging Sael zu den gefallenen Atlantiden und kniete sich neben ihre Leichen. Er umfasste erst das Handgelenk des einen, dann griff er auch nach dem anderen. Der Kristall an seinem Armband leuchtete immer stärker und stärker. Gleißendes Licht explodierte in alle Richtungen, eine blitzschnelle Entladung von reiner Energie. Als es im nächsten Moment wieder dunkel wurde, waren Sael und Selenes tote Wächter verschwunden. Nachdem Sael verschwunden war, wurde es still in der Villa. Nathan hielt Jordana immer noch im Arm. Jetzt waren sie allein mit all den Eindrücken dessen, was sie gerade gesehen, erlebt und erfahren hatten. Der Kampf gegen die beiden unsterblichen Wächter war grauenvoll gewesen, und sie hatten nur knapp den Sieg davon getragen. Davor und danach hatte Sael ihnen Erstaunliches erzählt, manches davon fast unglaublich. Über nichts hatte Nathan so umgehauen wie Jordanas Liebeserklärung. Er konnte kaum glauben, dass sie ein sicheres Asyl aufgegeben hatte, um nach Boston zu ihm zurückzukehren. Und zwar noch bevor sie überhaupt gewusst hatte, dass er auf dem Weg zu ihr war. Es war ein Opfer, das er kaum fassen konnte. Und doch, ja, er konnte es verstehen. Denn in diesem Moment hielt er Jordana in seinem Arm, und er wusste tief in seinem Innersten, dass er alles aufgeben würde, wenn er dafür für immer mit ihr zusammen sein konnte. Er hätte sie noch ewig so halten können. Sie so nahe bei sich zu spüren war alles, was er zu seinem Glück brauchte. Doch Jordana trat einen Schritt zur Seite und stellte sich dann vor ihn. Deine Wunde, Nathan. Sie schaute hinunter auf ihre Hand, die auf seinem Unterleib gelegen hatte. Sie war rot vor Blut. Sie blutet noch. Komm, ich kümmere mich jetzt um dich. Der Heilungsprozess hatte schon eingesetzt. Nathan wusste, dass sich seine Verletzungen bald von selbst schließen und heilen würden. Doch er weigerte sich nicht, als sie ihn bei der Hand nahm und durch die Villa in ein luxuriöses Bad führte, das von dem großen Schlafzimmer abging. Setz dich hier hin. Sie deutete auf den Rand einer tiefen Badewanne aus weißem Marmor. Er befolgte ihren sanften Befehl, und sie holte saubere Waschlappen und Handtücher und legte sie neben ihn. Dann zog sie vorsichtig sein eng anliegendes schwarzes Shirt aus dem Hosenbund. Kannst du deine Arme anheben? Er tat wie befohlen. Dabei wurde ihm klar, dass dies das erste Mal in seinem Leben war, dass sich jemand so um ihn kümmerte. Das erste Mal, dass er es zuließ, dass sich jemand so um ihn kümmerte. Und dass er es wirklich wollte. Dunkle Erinnerungen stiegen langsam aus seinem Unterbewusstsein hoch, als Jordana vorsichtig sein zerfetztes Shirt von der klebrigen, blutverschmierten Wunde löste. Ihre Hände waren so weich und ihre Berührungen so sanft, als sie das Shirt zur Seite legte und sich vor ihm kniete, um die Wunde genauer anzusehen. Sie drehte den Hahn über der Wanne auf und ließ Wasser auf den Waschlappen laufen. Dann wischte sie mit größter Vorsicht die schlimmsten Blutspuren weg. Der feuchte Lappen kühlte das verletzte Fleisch wie ein Balsam, der den Schmerz fast so sehr linderte wie ihre zärtliche Fürsorge. Doch tief vergraben in seinem Bewusstsein spürte Nathan den Hieb einer Peitsche. Er hörte das Klirren von Ketten, er roch den öligen Gestank von blutverschmiertem Metall und Stein. Er musste gegen alle seine Instinkte ankämpfen, um Jordanas Hand nicht wegzuschieben. Sie spürte offenbar seine Anspannung, denn sie schaute hoch zu ihm. Ein besorgter Ausdruck lag auf ihrem bezaubernden Gesicht. »Tue ich dir weh?« »Nein.« Er musste sich so zusammenreißen, dass er das eine erstickte Wort kaum herausbrachte. Sie wusch die Wunde weiter aus. Doch ihre Berührungen waren zögerlicher, und sie beobachtete ihn dabei aufmerksam. Sicher konnte sie spüren, wie angespannt seine Muskeln waren. Wahrscheinlich entging ihr auch nicht, wie sehr er sich quälte. Mit aller Kraft kämpfte er dagegen an, dass die furchtbaren Erlebnisse in seiner Vergangenheit ihn überwältigten, während sie ihn so liebevoll versorgte. »Nathan, wenn du nicht möchtest, dass ich dich berühre, wenn ich aufhören soll.« »Nein, verfluchte Scheiße, nein, du sollst nicht aufhören.« Er streichelte ihr Gesicht. Es tat ihm in der Seele weh, dass sie denken musste, er könnte jetzt noch irgendeine Geste oder Berührung von ihr zurückweisen. Nach allem, was sie zusammen durchgestanden hatten, durfte sich nicht auch noch seine verhasste Vergangenheit zwischen sie stellen. Leise stieß er einen rauen Fluch aus. »Du machst nichts falsch, es ist nur.« Er hielt ihren unschuldigen Blick nicht länger aus und musste sich abwenden. Er wollte nicht, dass sie ihn durchschaute und den Jäger in ihm sah, der immer noch ein Teil von ihm war. Sie sollte die Narben nicht sehen, die nie ganz verheilt waren, auch wenn dank seiner Stammesgene alle sichtbaren Spuren der Verletzungen vollständig verschwunden waren. Jordana griff nach seinen Fingern, die er an ihre Wange gelegt hatte. »Du kannst es mir sagen, wenn du bereit dazu bist. Oder auch nicht. Ich werde dich immer lieben, egal was es ist, Nathan.« Ihr Versprechen war so süß, so voller Geduld. Alles, was er darauf hätte erwidern wollen, blieb ihm in der Kehle stecken. Was würde sie sagen, wenn sie wüsste, was seine Ausbilder ihm angetan und wie sie ihn zum Schluss gebrochen hatten? Was würde sie von ihm denken, wenn sie erfuhr, was er getan hatte, um zu überleben? Als sie sich wieder seinen Wunden zuwandte, fluteten die Erinnerungen in Nathan hoch. Er konnte die Bilder nicht mehr unterdrücken. Und er verstand mit einem Mal, dass er darüber sprechen musste. Wenn er es jetzt nicht tat, dann würde die Vergangenheit immer zwischen ihm und der Zukunft stehen, die er sich für sich und Jordana erhoffte. »Während der Ausbildung wurden Tests mit uns durchgeführt, um die leistungsfähigsten Jäger auszusortieren«, sagte er leise. In dem stillen Badezimmer klang seine Stimme hölzern. »Körperliche Stärke, lineares und abstraktes Denken, die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Solche Dinge wurden getestet. Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, Schmerzen auszuhalten. Alle möglichen Schmerzen.« Jordana hörte auf, ihn zu waschen. Sie lehnte sich etwas zurück und kauerte vor ihm auf den Fersen. Wortlos hörte sie ihm zu, doch er sah die Furcht in ihren Augen. »Nathan«, flüsterte sie. Er hörte nicht auf zu sprechen. Er musste es hinter sich bringen, bevor ihr Mitleid ihn zum Schweigen brachte. Die Schläge waren leicht auszuhalten. Sogar die Folterungen kann man überstehen. Irgendwann findet man diesen Ort tief im Inneren und zieht sich dahin zurück, und so kann man sich selbst von dem lösen, was dem Körper angetan wird. Das ist die Lektion, die uns die Ausbilder beibringen sollten. Aber wenn sie nichts finden, mit dem sie dich brechen können, wirst du für manche Leute zur Herausforderung. Sie fangen an, nach etwas zu suchen, mit dem sie dich fertig machen können. Sie werden kreativ. Sie werden verdammt sadistisch.« Sie schluckte und starrte ihn an, als rechne sie jeden Moment damit, selbst einen Schlag abzubekommen. »Nathan«. Sie haben mich mit Knüppeln und Ketten maltretiert. Er konnte immer noch spüren, wie sein Fleisch aufplatzte und seine Knochen unter ihren Schlägen brachen. Als ich dann immer noch nicht um Gnade gewinselt habe, fingen sie mit Messern an. Sie setzten mich dem Sonnenlicht aus, manchmal noch Feuer. Aber sie hätten mich mit jeder Waffe foltern können, ich hätte alles ausgehalten. Es war nur körperlicher Schmerz. Mein Körper verhallte immer vollständig, wegen der Gen 1-DNS, mit der sie uns gezüchtet hatten. Er holte tief Luft, als er sich an die langen Stunden und Tage erinnerte, die er zitternd auf dem Boden seiner Zelle gelegen hatte, mit Knochenbrüchen und anderen Verletzungen, die Stammesvampire mit weniger widerstandsfähigen Genen das Leben gekostet hätten. Aber die Jäger sollten nicht sterben. Das war nicht das Ziel der Ausbildung. Dragos wollte perfekte Killermaschinen schaffen, seelenlose Waffen, die seinen Befehlen bedingungslos gehorchten. Dafür suchte er nur die stärksten unter seinen Züchtungen aus, die erbarmungslosesten. Irgendwann haben meine Ausbilder beschlossen, mich auf andere Weise zu testen. Sie lehrten mich ganz neue Lektionen. Sie fügten mir Verletzungen zu, die Narben in meiner Seele hinterlassen haben. Und diese Verletzungen können Gene nicht heilen, egal wie widerstandsfähig sie sind. Jordana seufzte leise und zitternd. Nathan, nicht. Du musst mir nicht mehr davon erzählen. Doch. Muss ich, stieß er hervor. Gerade dir würde ich am liebsten gar nichts davon erzählen. Aber du bist die Einzige, mit der ich darüber überhaupt reden kann. Und du musst es wissen, Jordana. Wenn du mich berührst und mir sagst, dass du mich liebst, und wenn ich dir eine Zukunft verspreche, von der ich nicht mal sicher bin, ob ich sie dir geben kann, dann musst du vorher wissen, wer ich bin, und zwar alles, was ich bin. Während er weitersprach, schaute sie ihm ins Gesicht, und ihre hellblauen Augen wandten sich nicht einmal von ihm ab. Irgendwann haben sie mit der Einzelfolder aufgehört und mich in eine Zelle zu einem anderen Jäger gebracht. Er war noch jünger als ich, und unsere Ausbilder sagten mir, dies wäre sein erstes Training. Ich habe sofort gesehen, dass er Angst hatte, obwohl er es sich nicht anmerken lassen wollte. Sie haben ihm nichts angetan, sondern ließen ihn nur zuschauen, wie ich gefoltert wurde. Und an dem Tag waren sie besonders grausam und kreativ bei den Dingen, die sie mit mir anstellten. Nathan atmete scharf aus. Mir war nicht klar, dass die Lektion für den anderen Jäger erst später kam. Wir beide sollten an dem Tag verschiedene Dinge lernen. Jordana griff nach seiner Hand. Es kostete ihn alle seine Willenskraft, damit er die tröstende Geste annehmen und seine Finger um ihre schließen konnte, während er sich an die grauenvollen Folterungen erinnerte, die er an diesem Tag in der Zelle erlitten hatte und an die noch viel schlimmere Lektion, die darauf folgte. Sie haben mich auf dem Boden liegen lassen, in einer Lache aus meinem Blut und Erbrochenem. Ich hatte nicht mitbekommen, dass der andere Jäger immer noch in der Zelle mit mir war. Doch irgendwann habe ich seine Hände unter mir gespürt, als er mir aufhalf. Er hat mich an eine saubere Stelle in der Zelle geschleppt und mir dann mit seinem Hemd das Blut aus dem Gesicht gewischt. Wir wussten beide nicht, dass die Ausbilder uns die ganze Zeit weiter beobachteten. Die haben nur auf diese Art von Schwäche gewartet, und dann konnten sie es kaum erwarten, uns dafür zu bestrafen. Jordana atmete hörbar ein. Der Druck ihrer Finger um seine Hand wurde stärker. Oh nein! Nathan hatte schon Ewigkeiten nicht mehr an den Jungen gedacht, dessen Mitgefühl ihn das Leben gekostet hatte. Er war nicht der Letzte gewesen, der diese spezielle Lektion nicht bestanden hatte. Ich hätte wissen sollen, was sie vorhatten. Ganz am Anfang meines Trainings haben meine Ausbilder das gleiche Spiel mit mir gespielt. Zuerst wurde ich geschlagen und misshandelt, und nach einer Weile kamen sie zurück und boten mir die Hand an, um mir aufzuhelfen oder machten sonst eine freundliche Geste. Wenn ich darauf einging, wurde ich dafür mit mehr Schlägen bestraft. Und es war immer schlimmer als das, was sie mir vorher angetan hatten. Er schaute in Jordanas Gesicht und sah, dass Tränen in ihren Augen schimmerten. Nach dieser Lektion brachten sie noch mehr Jäger zu mir in die Zelle. Sie sollten zuschauen, wie ich ausgebildet wurde. Wenn sie mir nachher helfen wollten oder irgendwann Mitleid oder Freundlichkeit mir gegenüber zeigten, wurden sie von meinen Ausbildern gefoltert und getötet. Und wenn ich die anderen Jäger warnte, dann haben meine Ausbilder mich gezwungen, ihre Arbeit für sie zu tun. Jordana schlug die freie Hand vor den Mund und schüttelte stumm den Kopf. Eine Träne löste sich und rollte ihr über die Wange. Irgendwann hat dieses Training dann aufgehört, sagte er. Sie fanden wohl, dass meine Ausbildung abgeschlossen war und haben mich weggeschickt. Ich habe bei dem Ausbilder gelebt, der mich bewachte, während ich auf meinen ersten Tötungsbefehl wartete. Wieder atmete Jordana leise aus. Sie hatte die Lieder gesenkt, sodass er ihren weichen Blick kaum sehen konnte. Mein Gott, Nathan, wie lange hat diese Ausbildung denn gedauert? Bei mir hat es länger gedauert, bis ich alles so gemacht habe, wie sie es wollten, bis ich mich ihnen unterworfen habe. Er hielt kurz inne und dachte nach. Ich war vielleicht sieben, als ich für immer rauskam aus den Laboratorien. Sie zuckte zusammen. Du warst ja noch ein Kind, ein kleiner Junge. Ein Kind? Ich war immer nur das, was sie aus mir gemacht haben. Ein Jäger, ein Killer. Eine Waffe, die Dragos einsetzen konnte, wann und wie er wollte. Hast du nie versucht zu fliehen? Er lachte bitter. Flucht war unmöglich. Ich trug immer ein elektronisches Halsband, durch das ich für jeden Ungehorsam mit dem Tod bestraft werden konnte. Jeder Jäger hatte so eines. Sobald wir laufen konnten, wurden allen die Dinger um den Hals gelegt. Wenn man sich zu weit entfernte, einen Befehl verweigerte, einen Fluchtversuch unternahm. Er schüttelte den Kopf. Ich habe mehr als einmal zugesehen, wie ein Jäger sich selbst ausgelöscht hat, weil sein Halsband explodiert ist. Einige haben es absichtlich getan. In ihrem schreckgeweiteten Blick sah er, dass sie begriff, was er ihr sagen wollte. »Wenn du also einen Befehl deiner Ausbilder verweigert hast...« Er nickte langsam, und Jordana schloss kurz die Augen. »Sie haben dich so konditioniert, dass du Zärtlichkeit gefürchtet hast, dass du die Berührungen von anderen hassen musst. Das haben sie dir beigebracht.« »Sie haben mir beigebracht, dass ich nur überleben kann, wenn ich die Kontrolle habe«, sagte er. »Ich habe gelernt, dass ich jede mögliche Situation beherrschen muss oder darin umkomme.« »Aber jetzt bist du frei«, betonte sie. »Wenn du es nicht zulässt, dann kann die Vergangenheit dich nicht in dem Gefängnis einsperren, das sie für dich gebaut haben, Nathan.« Langsam, aber ohne auf seine Erlaubnis oder Zustimmung zu warten, beugte sie sich zu ihm und drückte ihren Mund auf seine Kehle, wo früher einmal das kalte, schwere UV-Halsband seine Haut aufgescheuert hatte. Er musste sich zusammenreißen, als ihre warmen Lippen ihn berührten. Ohne jede Eile und mit unglaublicher Anmut küßte sie ihn auf beide Seiten seines Halses. Ihre Küsse bildeten eine Spur, da, wo einmal das Halsband gelegen hatte. Ob sie einfach sanft demnach spürte, was er erlitten hatte, oder ob ihre Küsse eine unverdiente Absolution waren für das, was er getan hatte, Nathan hätte es nicht sagen können. Er wusste nicht, ob er jemals der Zuneigung, der Liebe würdig sein konnte, die Jordana ihm so offen schenkte. Sie hatte ihn verändert. Die Strategien, mit denen er früher Schwierigkeiten gemeistert und furchtbare Situationen überlebt hatte, funktionierten nicht mehr seit dem Augenblick, als sie in sein Leben getreten war. Sie hatte ihn mit einem Kuss gefangen. Sie hatte ihn herausgefordert, hatte eine weichere Seite in ihm herausgelockt. Jetzt gehörte er ganz ihr. Nathan knurrte vor Lust, als sie langsam den Kreis aus Küssen um seinen Hals fortsetzte. Ihre Zunge folgte den Linien der Dermaglyphen in seinem Nacken. Sein Blut pochte in seinen Adern, er atmete schwerer, als Begierde wie ein Wildfeuer in ihm entflammte. Er legte den Kopf zurück und konnte ein leises, bebendes Stöhnen nicht unterdrücken, als ihre Küsse weiter nach unten wanderten über seine nackte Brust. »Ich wünschte, ich wäre ein besserer Mann für dich,« flüsterte er, nahm ihr Gesicht sanft in seine Hände und hob ihren Kopf an, sodass er ihr in die Augen blicken konnte. Er wollte sie so sehr, seine Stimme war rau vor Verlangen und voller Liebe für diese Frau. »Ich wünschte, ich könnte dir ein ruhiges, normales Leben versprechen, eine friedliche Zukunft. Ich kann dir diese Dinge nicht geben, Jordana.« »Nein, das kannst du nicht.« Sie lächelte und strich ihm übers Gesicht. Mit den Fingerspitzen fuhr sie leicht über die Falte zwischen seinen Augenbrauen. »Aber ich möchte das alles nicht. Ich möchte dich. Ich möchte den Sturm, den ich in deinen Augen sehe, wenn du mich anschaust. Ich möchte die steile Klippe und den atemlosen Sprung ins Dunkel. Denn so fühle ich mich, wenn ich mit dir zusammen bin. Du bist alles, was ich will, Nathan. Ich liebe dich.« Das Herz ging Nathan auf bei diesen Worten. Sie wusste jetzt alles über ihn, seine schlimmsten Sünden und seine ganze erbärmliche und unehrenhafte Vergangenheit. Und trotzdem wollte sie ihn, trotzdem liebte sie ihn. Das Gefühl überwältigte ihn, und er presste seine Lippen besitzergreifend auf ihren Mund. Seine Fänge fuhren aus dem Zahnfleisch. Bernsteinfarbenes Licht explodierte hinter seinen Lidern, als seine Pupillen sich veränderten. Jordana schlang die Arme um ihn, als er sie hoch zu sich auf den Wannenrand und auf seinen Schoß zog. Ihre Münder lösten sich dabei nicht voneinander, waren in beiderseitigem Hunger vereint. Schließlich lehnte Nathan mit einem leisen Stöhnen den Kopf zurück und schaute sie an. »Du gehörst mir.« »Ja«, sie streichelte seine Wange, und er presste sein Gesicht fester in ihre Hand. Ihr Lächeln wurde weich, als sie das sah. »Und du gehörst mir.« Nathan nickte. »Für immer.« »Dann nimm mich«, sagte sie. »Ich bin bereit für diesen nächsten Sprung mit dir.« Das Blut in seinen Adern reagierte, bevor er noch etwas erwidern konnte. Sein Puls hämmerte, es war, als hätte ein Stromschlag ihn angefeuert. Mehr als alles wollte er die Verbindung eingehen, die Jordana für immer zu seiner Frau machen würde. Zu seiner Gefährtin bis in alle Ewigkeit. Sie schauten sich in die Augen. Nathan brachte sein Handgelenk zum Mund und biss in sein eigenes Fleisch. »Trinkt das«, sagte er. Sein Mund wurde schlagartig staubtrocken, als Jordana sich mit der Zunge über die Lippen fuhr. Sie beugte sich über seinen Arm und legte den Mund auf die Bisswunde. Zuerst saugte sie sehr langsam und vorsichtig. Doch als der erste Schluck Blut ihre Kehle hin und daran, stöhnte sie auf. Mit beiden Händen packte sie seinen Arm und saugte stärker, saugte immer mehr Blut aus seiner Ader. Nathans Erektion war hart wie Stahl. Jeder Muskel in seinem Körper war zum Zerreißen angespannt, alle seine Sinne auf das erotische Saugen von Jordanas Mund gerichtet. Er fluchte stöhnend, und drückte lustvoll seinen Rücken durch, als würde sie ihm gleichzeitig einblasen. Mit der freien Hand streichelte er ihren Kopf, während sie immer mehr von ihm trank. Sein erregter Blick fiel auf die dunkelviolette Ader, die seitlich an ihrem zierlichen Hals heftig pochte. Er spürte das Echo ihrer pulsierenden Halsschlagader in seinem eigenen Blut. Mit oder ohne Blutsverbindung gehörte er ganz Jordana. Aber er hielt es keine Sekunde mehr aus, wenn er sie nicht endlich vollständig zu seiner Gefährtin machen konnte. Er strich sanft über ihren eleganten Hals. Jordana wimmerte vor Lust, als er sie dort streichelte. Dann legte sie den Kopf zur Seite, damit er besser an die Halsschlagader herankam. Die Versuchung war unwiderstehlich. Mit einem hungrigen Knurren berührte Nathan ihre bleiche Haut mit seinem Mund. Dann drückte er die Spitzen seiner Fangzähne tief in ihr Fleisch. Heißes, berauschendes Blut schoss über seine Zunge. Ach, Himmel! Sie schmeckte wie das Paradies. Ein Hauch von Zitrus, exotische Gewürze und reinstes Licht. Der erste heiße Schwall ihres Blutes toste mit solcher Gewalt in ihm, dass er fast gekommen wäre. Wie ein flüssiger Blitz fuhr ihr Blut durch seinen Körper, in seine Zellen, in seine Seele. Er spürte, wie ihr Licht ihn umschloss und ihn aus seinem Inneren heraus überflutete. Hitze schoss hoch in die Arterien in seinem Hals, in seine Arme und Beine. Die feurige Kraft von Jordanas atlantidischem Blut erfüllte und nährte jede Faser seines Körpers. Sie gab ihm, was ihm fehlte. Die Gefühle, die ihr Blut in ihm auslösten, waren überwältigend und so intensiv, dass er sich nicht dagegen wehren konnte. Eine übermächtige Flut aus Leidenschaft und Empfindung, aus reiner grenzenloser Liebe. Jordana spürte es auch, das wusste er. Denn nicht nur ihre Körper, auch ihre Gefühle waren nun durch die Blutsverbindung vereint. Sie löste seufzend ihren Mund von seinem Handgelenk und hob den Kopf. Ihr Gesicht leuchtete vor Lust, doch da war noch etwas anderes, etwas, das viel tiefer ging als körperliches Verlangen. Schlaf mit mir. Dem sanften Befehl in ihrer Stimme konnte er sich nicht entziehen, denn er wollte mehr als alles andere ihrem Befehl gehorchen. Jetzt, Nathan, ich muss dich in mir spüren. Er wusste nicht, ob er ihr eine Antwort gab oder nicht. Vielleicht war er gar nicht mehr zum Sprechen fähig. So überwältigend waren seine Gefühle für diese Frau. Seine Frau. Seine Gefährtin. Er nahm sich noch die Zeit, um die Bisswunden an ihrem Hals und an seinem Handgelenk mit seiner Zunge zu heilen. Dann zog er sie hoch in seine Arme. Jordana brannte vor Lust, als Nathan sie zu dem breiten Bett im Schlafzimmer trug. Jede Zelle ihres Körpers stand in Flammen und war wie zu neuem Leben erweckt, aufgeladen mit Licht und einer überirdischen Energie. Aber unter allem spürte sie eine rohe, dunkle Kraft, die ganz Nathan war. Sie hatte gefühlt, wie seine Stärke sich in ihr ausbreitete, als sie sein Blut getrunken hatte. Der erste Schluck war ein Schock gewesen, eine Offenbarung. Der zweite hatte sie in einen Zustand reinster Glückseligkeit katapultiert. Es war verwegen, berauschend gewesen. Als sie mehr und mehr von ihm trank, hatte Jordana begriffen, dass ihre Liebe zu ihm immer wie eine Sucht sein würde, eine Sucht, die sich mit nichts vergleichen ließ. Sie würde ihn immer begehren, selbst wenn sie nie die Blutsverbindung eingegangen wären. Aber jetzt hatte ihr Verlangen nach ihm eine neue, tiefere Qualität. Ihre Lust war wild und fordernd, ohne jede Geduld und gnadenlos. Sie konnte sich die Kleider nicht schnell genug vom Körper reißen, kaum hat er sie auf das Bett gelegt. In Sekundenschnelle hatte sie das leinende Gewand und die lockeren Hosen ausgezogen und mit einem rauen, lüsternden Knurren auf den Boden geworfen. Sie öffnete den Gürtel und den Reißverschluss von Nathans schwarzem Tarnanzug. Doch dann zögerte sie mit einem Mal. Denn die Wunde, die das Schwert durch seinen Leib gebohrt hatte, blutete nicht mehr. Kein Tropfen Blut war mehr zu sehen. Mein Gott, flüsterte sie, schau dir das an, Nathan. Er blickte an sich hinunter, und voller Erstaunen sahen sie beide zu, wie sich neue Haut über der Wunde bildete. Nach wenigen Augenblicken war die Verletzung nicht mehr zu sehen. Nicht einmal eine Narbe war geblieben. Nathan lachte leise, und als er sie wieder anschaute, waren seine stürmischen, bernsteingesprengelten Augen erfüllt von Staunen und Verwunderung. Und Liebe. So viel Liebe, dass sie darin versank. Eine Flut von Gefühlen brach so schnell und heftig über ihr zusammen, dass sie kaum mehr atmen konnte. Sie konnte Nathans Liebe in ihren Adern spüren und tief in ihren Knochen. Seine Liebe erfüllte sie bis in jede Faser ihres Seins. Es gab keine Zweifel, kein Verstecken mehr, für keinen von ihnen. Sie waren eins geworden. Und so eng würde ihre Verbindung bleiben, für alle Zeiten. Für alle Zeiten, knurrte Nathan so wild und leidenschaftlich, als könne er die Tiefe ihres Empfindens genauso fühlen, wie sie selbst es tat. Er zog schnell seine Hose und Stiefel aus, dann warf er sich sofort wieder neben sie auf das Bett. Sein nackter Körper strahlte eine sengende Hitze aus, als er sich zwischen ihre gespreizten Schenkel legte. Er küsste jeden Zentimeter ihrer Haut. Dann spielte seine Zunge so lange mit ihrer Perle, bis Giordana zittern vor Lust und nach Atem ringend unter ihm lag. Seine Augen blitzten, als er wieder hochkam und sich über sie beugte. Sie war so heiß und feucht, dass seine Lippen verschmiert waren von ihren Säften, und hinter einem zufriedenen, verführerischen Lächeln blitzten seine riesigen Fangzähne. Giordana berührte ihn, die strengen, wundervollen Linien seines Gesichts. Sie streichelte seine Wangen und sein kantiges Kinn. Dann fuhr sie mit den Fingerspitzen hinunter zu seinem Hals, wo sie die Erinnerungen an das grausame Halsband der Jäger weggeküsst hatte. Jetzt konnte er ihre Berührungen zulassen und hörte nicht auf, ihr dabei in die Augen zu blicken. Er zuckte nicht einmal, als sie ihm zärtlich über die breiten Schultern und über die massigen Muskeln seiner Arme strich. Erst als sie ihn weiter unten streichelte, wo sein erigierter Schwanz samtig warm und hart wie Stahl zwischen ihnen aufragte, schloss er die Augen, und ihm entwich ein leises, lustvolles Zischen durch die Zähne und Fänge hindurch. Als sie seinen harten Ständer berührte, stöhnte er laut auf. Er knurrte, als sie ihn fest in die Hand nahm. Dann stieß er ihren Namen aus, als wäre er ein Fluch oder ein Gebet, und sie öffnete ihre Beine noch weiter für ihn und führte ihn in ihre feuchte Möse. Er drang mit seiner Zunge in ihren Mund und küßte sie mit einer verzehrenden Leidenschaft. Da war keine Zärtlichkeit mehr in ihm, sondern nur noch pure Lust, die von der Intensität ihrer Verbindung noch mehr angeheizt wurde. In ihr brannte feuchte Hitze. Sie war bereit für ihn, noch nie war sie so bereit gewesen. Jetzt, flüsterte sie an seinem Mund, nimm mich. Mit einem atemlosen Knurren drang er in sie ein, bis er tief und hart und ganz in ihr war. Seine Hüften bewegten sich wie von selbst, und schon nach mehreren Stößen vögelte er sie mit einer solch wilden Begierde, dass sie schwindelig wurde. Er vergrub seinen Kopf an ihrer Schulter und stieß immer wieder in sie, in höchster Ekstase, mit einer Leidenschaft, wie sie nie eine größere erleben würde. Oh Gott, Giordana, du fühlst dich zu gut an. Ich kann nicht vorsichtig sein, Himmel. Fuck, ich kann nicht aufhören. Ich will nicht, dass du vorsichtig bist, nicht jetzt. Sie schlang ihre Beine um ihn und drückte ihre Fersen fest in seinen Hintern. Jeder Stoß seiner Hüften brachte sie näher zu dem, alles mit sich reißenden Orgasmus, der in ihr hochbrandete. Oh Gott, Nathan, ja, gib mir alles. Und das tat er. Er gab ihr den Sturm und die Klippen und den Sprung in einen tosenden Orkan. Das alles gab er ihr und mehr. Er nahm all ihre Sinne mit sich in schwindelerregende Höhen, von denen sie nicht einmal im Traum geahnt hatte, dass sie existieren könnten. Sie hielt sich fest an ihn geklammert, als er sich tief in ihr verlor. Und die ganze Zeit, als ihre Körper in solcher Leidenschaft verbunden waren, blickten sie sich in die Augen. Es fühlte sich so richtig an, diese glühende Leidenschaft, der sie sich gemeinsam hingaben, und die Blutsverbindung, die ihre Liebe nun für immer besiegelte. Er schrie auf, als er kam, und Jordana erreichte ihren Höhepunkt zusammen mit ihm. Gemeinsam wurden sie hochgeschleudert in die gleißende Welle eines erlösenden Orgasmus. Sie fühlte seine Lust und wusste gleichzeitig, dass er auch ihre Lust fühlen konnte. Jordana zerschmolz unter dem warmen Gewicht seines Körpers. Ihre Nervenenden knisterten vor Gefühl und reiner Lust, als ihr Körper langsam wieder zurück zur Erde kreiste. Sie keuchte, und immer wieder zuckten tausend kleine Nachbeben durch sie. Mit einem zittrigen Lachen holte sie tief Luft. Das war ... also ... wow! Nathans Stirn lag auf ihrer Schulter, und sie fuhr mit den Fingern durch das kurze, dunkle Haar. Glaubst du, so wird es immer zwischen uns sein? Er brummte etwas und drehte den Kopf. Sein heißer Atem glitt über ihren Hals. Nein, das glaube ich nicht. Sie hatte eine andere Antwort erwartet. Als er den Kopf hob und ihren Blick suchte, runzelte sie die Stirn. Aber in seinen dunklen, blaugrünen Augen lag keine Spur von Zweifel. Helle, bernsteinfarbene Funken glitzerten in ihnen, und tief in ihr zuckte sein Schwanz, der schon wieder hart war. Nathan grinste, während er schelmisch eine schwarze Augenbraue hob. Ich hab das Gefühl, es wird immer noch besser werden zwischen uns. Dann rollte er sich ohne jede Warnung auf den Rücken und nahm sie in der Bewegung mit, so dass sie auf ihm zu sitzen kam und sein Schwanz immer noch in ihr steckte. Aber am besten finden wir das gleich heraus, sagte er und zog sie hinunter zu sich in einen unwiderstehlichen Zungenkuss. Sie liebten sich noch stundenlang. Er hatte Recht gehabt. Ihr Sex miteinander würde nur besser werden. Nathan hatte es gefallen, Jordana in ihrer Lust zu beobachten, als sie auf ihm saß und das Tempo der nächsten Runde vorgab. Noch nie zuvor hatte er etwas so Erotisches wie ihren unersättlichen Enthusiasmus, ihre gnadenlose Wildheit gesehen, als sie einen zweiten und dann, es war nicht zu fassen, noch einen dritten und einen vierten explosiven Orgasmus erlebte. Kein Zweifel, seine wunderschöne Gefährtin war außergewöhnlich. Aber das hatte er ja die ganze Zeit über gewusst. Und er wusste, dass es sehr viel länger dauern würde, als die Jahre, die sie zusammen hatten, die Ewigkeit, wenn er da ein Wort mitzureden hatte, bevor er sie weniger begehren würde als heute Nacht. Es war Verlangen, das ihn aus einem kurzen, erholsamen Schlummer weckte. Er wollte Jordana schon wieder. Doch als er nach ihr tastete, fühlte er neben sich nur die kühle, leere Bettwäsche. Wo war sie hin? Er sprang aus dem Bett, schlagartig, in heller Alarmbereitschaft. Aber nur für einen kurzen Augenblick. Dann spürte er sie in seinem Blut, sicher und gelassen. Ihre Verbindung beruhigte ihn. Sie führte ihn auf die Terrasse hinaus, wo er Jordana fand, die in ihre dünne Bettdecke gehüllt im Mondlicht stand. Sie spürte ihn auch. Ohne sich umzudrehen, streckte sie die Hand nach ihm aus, winkte ihm, zu ihr herauszukommen. Nathan nahm ihre Hand und stellte sich neben sie. Dann schloss er sie in seine Arme und sah mit ihr auf das dunkle, sich kräuselnde Wasser und die schattenverhangenen Klippen hinunter. Es ist so schön hier, sagte sie leise. Ich kann verstehen, warum dieser Ort ihm so wichtig war. Es muss ihm das Herz gebrochen haben, als meine Mutter entschied, dass sie nicht bei ihm bleiben konnte, bei uns. Nathan küsste sie auf den Scheitel und zog sie fester an sich. Sie redete von ihren Eltern, Cass und Soraya. Jordana hatte ihm vor einer Weile im Bett von ihnen erzählt. Und auch alles, was Saell ihr anvertraut hatte, einschließlich der Tatsache, dass Jordana in eben dieser Villa zur Welt gekommen war. Und er wusste auch, welche Strafe ihrer Mutter dafür auferlegt worden war, sich in einen Mann unter ihrem Stand verliebt zu haben. Er wusste von dem Selbstmord der Cashen Grey, Cassianus, die Frau geraubt hatte, die er liebte, und der ihn auf die Flucht getrieben hatte, mit einer kleinen Tochter, die er um jeden Preis in Sicherheit bringen wollte. Eine Tochter, die ihn nie kennen würde. Eine junge Frau, die erst herausgefunden hatte, wie sehr ihr Vater sie liebte, als es zu spät war, um seine Zuneigung erwidern zu können. Nathan schloss sie feste in seine Arme. »Denkst du, du kommst mal wieder hierher zurück?« Sie schüttelte den Kopf an seiner nackten Brust. »Nein, das war sein Ort, ihr Ort. Er gehört ihnen, nicht mir.« Sie hob den Kopf, um ihn anzusehen. »Das einzige Zuhause, das ich brauche, ist in Boston, bei dir.« Sie hatten schon über ihr neues Leben gesprochen, und obwohl Nathans Quartier beim Orden, Jordanas luxuriösem Penthouse, auch nicht annähernd nahe kam, war sie einverstanden, mit ihm beim Orden zu leben. Nathan war bereit zu gehen, wohin sie wollte. Ein Teil von ihm hätte sie am liebsten so weit weg wie nur möglich von Boston und dieser Villa gebracht, von all den Orten, an denen Selenes Legion sie womöglich wieder suchen würde, aber sie weigerte sich, wieder davonzulaufen. Sie weigerte sich, sich zu ducken oder zu verstecken. Sie war stärker als ihre Eltern, das erkannte Nathan nur zu deutlich. Jordana war sanft und lieb, unschuldig in vieler Hinsicht, aber sie war auch wild und mutig. Wenn die Atlantidenkönigin eine Macht war, mit der man rechnen musste, würde sie in ihrer Enkelin, was Hartnäckigkeit und Unbeugsamkeit anging, eine absolut ebenbürtige finden. Wahrscheinlich wären die wenigsten überrascht, wenn sie wüssten, dass königliches, unsterbliches Blut in Jordanas Adern floss. Und jetzt auch Nathans Blut. Das beschämte ihn. Zum Glück hatte er das ganze Leben Zeit, um dafür zu sorgen, dass sie es nie bereute, sich ihm als seine Gefährtin gegeben zu haben. Ein Leben, von dem er nicht erwarten konnte, es zu Beginn. Wir sollten bald los, murmelte er an ihrer Stirn. Sarah Archer kann den Privatchat des Ordens jederzeit für uns startklar machen. Wenn ich ihn nicht bald anrufe und das arrangiere, stehen die Chancen gut, dass ich dich wieder ans Bett fessle und auf meine Art vernasche. Sie lächelte, wirkte alles andere als besorgt. Ich mag es, wie du mich vernaschst. Und ich mag es auch oben zu liegen. Vielleicht fessle ich ja mal dich ans Bett. Sein Schwanz reagierte schlagartig, unübersehbar für sie. Und sie konnte es auch durch die Blutsverbindung spüren. Als wollte sie ihn wissen lassen, dass sie ihn genau dort hatte, wo sie ihn haben wollte, streckte Jordana die Hand aus und streichelte seinen steifen Schwanz. Mit einem Stöhnen packte er ihre Hand und schlang seine Finger durch ihre. Komm, gehen wir rein, bevor ich dich noch hier draußen auf den Fliesen flachlege. Er führte sie wieder in die Villa, an dem Blut von der Schlacht vorbei, die sie zusammen überlebt hatten, und hinüber ins Wohnzimmer. Erst jetzt fiel Nathan auf, wie reich an Originalkunstwerken und anderen Schätzen Cass' Villa ausgestattet war. Und da war noch etwas, was er bisher nicht bemerkt hatte. Ein kleiner gerammter Schnappschuss, der an einem Ehrenplatz an der anderen Wand des Wohnzimmers hing. Es war das Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau mit langem, dunklem Haar, gekleidet in ein enges, knöchellanges Kleid aus hellem Leinen. Sie stand auf derselben Terrasse, von der Nathan und Jordana eben hereingekommen waren, mit Blick auf dieselbe Klippe und die Küste, nur dass sie im hellen Tageslicht dort stand und die Sonne Lichtreflexe auf ihr glänzendes Haar zauberte. Nathan runzelte die Stirn. »Ist das ein Foto von...« »Meine Mutter«, murmelte Jordana leise, praktisch im selben Moment. In ihrer Stimme lagen Bestürzungen und Staunen. »Oh mein Gott, das muss sie sein!« Sie löste sich von Nathan und durchquerte den Raum, um sich das Foto genauer anzusehen. Er folgte ihr, nahm die Einzelheiten des Bildes in sich auf, das offenbar heimlich aus der Villa gemacht worden war, von jemandem, der die junge Frau sichtlich vergötterte. Die Frau stand leicht gedreht am Geländer, das zarte Gesicht auf ihre Schulter geneigt, und lächelte in wehmütiger Freude über etwas, das nur sie allein wusste. Dieses elegante Profil kannte Nathan nur zu gut. Ein Blick in Jordanas Richtung hätte ihm dieselben hohen Wangenknochen, die kleine, gerade Nase und das majestätische, fast schon störrische Kinn gezeigt. »Das ist Soraya«, flüsterte Jordana. Sie zeigte auf das Foto, wo nur aus ihrem Blickwinkel die Andeutung eines gerundeten Bauches zu sehen war. »Nathan, das sind meine Mutter und ich«. Vorsichtig nahm Jordana den Rahmen von seinem Haken an der Wand. Er klemmte ein wenig, dann löste er sich plötzlich mit einem leisen Klicken, gefolgt von einem mechanischen Surren irgendwo in der Wand. Die hohe, hölzerne Täfelung glitt langsam zur Seite und enthüllte eine Nische hinter der falschen Wand versteckt. Nathan trat zurück und zog Jordana mit sich. »Was zur Hölle?« Er versuchte rasch, sie hinter sich zu ziehen, aber sie trat unerschrocken vor. »Nichts im Haus meines Vaters wird mir etwas tun«, beruhigte sie ihn. Trotzdem spannten sich Nathans Muskeln kampfbereit an, als die Täfelung ganz aufgeglitten war. Alle seine Sinne waren schlagartig in Alarmbereitschaft. Doch er erkannte sofort, dass seine Besorgnis unbegründet war. Die Täfelung verbarg ein weiteres von Cass' Kunstwerken. Es war die etwa dreißig Zentimeter hohe Skulptur eines gut aussehenden Schäfers, der unter einer Mondsichel schlief. Nathan hatte dieses Stück schon einmal gesehen. Es war Teil der Ausstellung, die Jordana so liebevoll vorbereitet und erst gestern Abend der Öffentlichkeit präsentiert hatte. »Der schlafende Endymion«, flüsterte Jordana, verblüfft, die Skulptur hier in der Villa ihres Vaters in Amalfi zu finden. »Wie ist das möglich?« Nathan stand neben ihr, als sie mit offenem Mund die Terrakotta-Statue anstarrte, die sie so gut kannte, oder vielmehr zu kennen gedacht hatte. Jetzt erkannte sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Dass es Dinge gab, die ihr bisher nicht aufgefallen waren, nicht vor diesem Augenblick. Als Cass an jenem Nachmittag ins Museum kam, haben wir uns über Kunst unterhalten. Er wusste so viel. »Jetzt, wo ich dieses Haus sehe, verstehe ich auch warum«, sagte sie, während sie versuchte, all die einzelnen Puzzleteile in ihrem Kopf zusammenzusetzen. Er hat mich nach meinem Lieblingsstück der Ausstellung gefragt und schien so erfreut, als ich ihm sagte, dass es das hier war. Sie schüttelte den Kopf, als es ihr aufging. »Nicht exakt dieses hier, sondern das, das Cass vor über zwanzig Jahren anonym dem Museum gestiftet hat. Er ist das gewesen.« »Was willst du damit sagen? Dass Cass diese Skulptur so viel bedeutete, dass es sich eine Privatkopie anfertigen ließ?« »Nein«, sie schüttelte ungläubig den Kopf. »Oh nein, Nathan, ich denke, das hier muss das Original sein. Das heißt, ich bin mir praktisch sicher.« »Das hier ist der echte Endymion?« Er sah sie an und runzelte fragend die Stirn. »Dann ist das in deiner Ausstellung im Museum...« Sie nickte. »Eine Fälschung. Eine sehr gute, makellose Reproduktion. So gut, dass es niemand je gemerkt hat. Nicht einmal die Kuratoren und Kunsthistoriker, die vor mir damit zu tun hatten.« Nathan beäugte die Skulptur genauer und stieß seinen Seufzer aus. »Vielleicht hat er es ja selbst nicht gewusst. Warum dem Museum bewusst eine Fälschung spenden?« »Weiß ich nicht. Es ergibt keinen Sinn. Als Kunstwerk ist es nicht wertvoll genug, um es zu rauben und gegen eine Fälschung auszutauschen. Es sei denn...« Sie überlegte einen Augenblick. Dann sah sie Nathan an. »Es sei denn, Cass hatte etwas, das er verstecken wollte. Vielleicht etwas anderes, das er aus dem Reich der Atlantiden mitgenommen hatte.« »Etwas, von dem er dachte, dass es unter den Augen der Öffentlichkeit am sichersten ist,« beendete Nathan ihren Gedanken. Er fuhr sich mit der Hand über den Kopf. »Wahnsinn. Du denkst doch nicht.« Schlagartig erinnerte sie sich wieder an das, was Sa'el von der Zerstörung von Atlantis erzählt hatte, dass er die Kristalle erwähnt hatte, die einst ihrem Volk gehört hatten, die von ihren Feinden, den Ältesten, gestohlen und gegen die Atlantiden eingesetzt worden waren. Und den einen, der den Gerüchten zufolge zur gleichen Zeit verschwunden war, als Cassianos überstürzt seine kleine Tochter fortbrachte, um sie als etwas leben zu lassen, was sie nicht war. Um sich selbst maskiert in der Öffentlichkeit zu verstecken, wo ihn die einfache Tatsache schützte, dass niemand Grund zum Argwohn hatte. »Wir müssen los,« murmelte Jordana. »Ich muss nach Boston zurück. Wir müssen wissen, ob mein Vater über all die Jahre auch noch andere Geheimnisse versteckt hat.« Nathan nickte. Ich rufe Lazaro an. Epilog Boston, zwei Tage später Jordana kam mit einem lustvollen Schrei, der Nathan wie immer vor männlichem Stolz zum Grinsen brachte. Hart wie Granit in ihrer engen, nassen Scheide, war er bereit für den dritten Orgasmus, der diesem explosiven zweiten rasch folgen würde. Er stöhnte, als er das Zucken ihrer Scheibenmuskeln um seinen Schwanz spürte, nur knapp davor zu kommen. Aber für sie hielt er durch. Er wusste genau, was sie brauchte, wie er seiner unersättlichen, unsterblichen Gefährtin Lust bereiten konnte. Er ballte die Fäuste, die sie ans Kopfende gefesselt hatte. Seine Muskeln spannten sich an, aber er machte keinen Versuch, sich von seinen Fesseln zu befreien. Er lernte es zu genießen, wenn Jordana die Kontrolle übernahm. Denn irgendwann war er wieder dran, und er liebte es, ihr Lust zu bereiten, so gnadenlos, wie sie es gerade für ihn tat. Sie hatte ihm schon einen geblasen, also begnügte er sich vorerst damit, ihr zuzusehen, wie sie ihn ritt. Ihre schönen Brüste hüpften auf und ab, die Brustwarzen wie Rosenknospen, immer noch aufgerichtet und glänzend von seinen Küssen. Sie kniff hinein, während sie absichtlich langsam an seinem Schwanz auf und abglitt, ihn gnadenlos mit ihrem Anblick reizte, ohne dass er sie berühren konnte. »Du fühlst dich so gut an, Nathan. Ich glaube, ich lasse dich nie wieder aus diesem Bett.« Sie beugte sich zu ihm hinunter, stützte die Unterarme neben seinem Kopf auf und küsste ihn. Ihre Zunge glitt an seinen Zähnen und Fängen vorbei, tief in seinen Mund. Ihr nackter Körper, der sich in ganzer Länge an ihn presste, machte ihn rasend vor Verlangen. Sie wandte sich und spannte die winzigen Scheidenmuskeln an, molk seinen schon riesig angeschwollenen Schwanz und bereitete ihm damit die süßesten Höllenqualen. Schließlich hielt er es keine Sekunde länger aus. Er riss sich von seinen seidenen Fesseln los, packte sie und warf sie rücklings aufs Bett. Mit einem heftigen Stoß seiner Hüften drang er ganz in sie ein. Er beschleunigte das Tempo, während er gleichzeitig immer tiefer in sie hineinstieß. Er liebte es, wie begierig ihr Körper auf ihn reagierte. Er konnte spüren, wie ihr Orgasmus aufzog, gleichzeitig mit seinem. Er spürte ihre zunehmende Lust am schweren Trommeln ihres Herzschlags und dem Pulsieren ihrer Blutsverbindung. Der erste Schauer erfasste sie, und sie packte seine Schultern, als ihren geöffneten Lippen ein zittriger Seufzer entfuhr. Stöhnend biss sie sich auf die Unterlippe. »Oh, du spielst nicht fair, du bringst mich zu schnell zum Kommen.« Normalerweise ließ es sich beim Sex mit Jordana alle Zeit der Welt, aber es war schon nach Sonnenuntergang, und obwohl die Patrouille der heutigen Nacht abgesagt worden war, wurden im Bostoner Hauptquartier jede Minute wichtige Gäste erwartet. »Morgen fangen wir früher an,« versprach er ihr. »Dann kann ich dich den ganzen Tag lang zum Schreien bringen.« Sie schlang ihm die Arme um den Hals, während er sie weiterfickte. »Warum? Weil morgen mein Geburtstag ist?« »Nein«, sagte er, »weil ich dich liebe. Geburtstag hast du nur einmal im Jahr. Wir wissen beide, dass das nicht annähernd oft genug ist.« Sie lachte, aber ihr Lachen wurde geschluckt von einem Keuchen und dem Schrei, der ihren Höhepunkt ankündigte. Nathan behielt seinen Rhythmus bei, vögelte sie gnadenlos und riss sie mit sich, als ihn mit fester, pulsierender Faust sein eigener Höhepunkt packte. Zwanzig Minuten später waren ihre Gesichter immer noch von der Leidenschaft erhitzt, nachdem sie schnell zusammen unter die Dusche gegangen waren, sich angezogen und zu den anderen gesellt hatten, die sich an diesem Abend in der Kommandozentrale des Hauptquartiers versammelt hatten. Alle in Nordamerika stationierten Ordenskrieger und ihre Gefährtinnen waren da. Sterling Chase und Tavia. Nathans Teamgefährten Raffi, Elijah und Jax. Karis. Nathans Mutter Corinne, die zierliche Schönheit mit dem rabenschwarzen Haar, zusammen mit ihrem riesigen, goldäugigen Gen-1-Gefährten Hunter, dem Commander des Ordensstandorts New Orleans. Sie waren heute aus dem Hauptquartier in Washington D.C. gekommen, zusammen mit dem Anführer des Ordens Lucan Thorne und seiner Gefährtin Gabrielle, sowie auch Gideon und Savannah und Tegan, der Commander des Standortes New York mit seiner geliebten Elise. Nathans Freunde Kellen und Myra, die erst kürzlich eine Blutsverbindung geschlossen hatten, waren mit Myras Adoptiveltern Nikolai und Renata gekommen, die schon lange zusammen waren und die in wenigen Wochen ihren Sohn, ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten. Der Rest der in den Staaten stationierten Krieger und ihre Gefährtinnen, Dante und Tess, Ryo und Dylan, Cade und Alexandra, Brock und Jenna, sie alle hatten sich hier mit den anderen versammelt, zu dem einzigen Zweck, Jordana kennenzulernen. Und um aus erster Hand zu erfahren, ob ihre Vermutungen über die Geheimnisse ihres Vaters korrekt waren. Das Objekt, um das diese Frage kreiste, stand jetzt vor ihnen auf dem Konferenztisch der Kommandozentrale. Sobald Nathan und Jordana nach Boston zurückgekehrt waren, war Jordana ins Museum gegangen, um die beiden Statuen auszutauschen und Cass' bemerkenswerte Fälschung dem Orden zu übergeben. Mehr als ein Augenpaar wanderte zu der harmlos wirkenden Terracotta-Statue hinüber, als Nathan seinen Eltern und der Großfamilie des Ordens die außergewöhnliche Frau vorstellte, die seine Gefährtin geworden war. Seine Mutter war sichtlich bewegt, in ihren Augen, die dieselbe blaugrüne Farbe hatten wie Nathans, glitzerten Tränen. Zögernd kam sie auf ihn zu. Wegen der traumatischen Vergangenheit ihres Sohnes war sie daran gewöhnt, mit offener Zuneigung und mütterlicher Wärme vorsichtig zu sein. Zu sehen, wie zurückhaltend sie ihm gegenüber war, beschämte Nathan jetzt. Tatsächlich brach es ihm sogar ein wenig das Herz. Als Corinne sich ihm also näherte, war er es, der sich zuerst bewegte und ihren zierlichen Körper fest in die Arme schloss. »Oh«, rief sie aus und erwiderte die liebevolle Umarmung. »Nathan, ich freue mich ja so für dich.« Sie lachte unter Tränen, als er sie losließ und Jordana vorstellte. Die beiden Frauen begrüßten einander herzlich, und der Anblick, wie sie einander umarmten, war ein Balsam für Nathan. Er hatte noch nicht einmal gewusst, dass er ihn überhaupt brauchte. Nathan hielt Hunter die Hand hin, und er und der ehemalige Killer schüttelten einander fest die Hände. »Jetzt verstehe ich es«, sagte Nathan. »Ich habe nicht gewusst, dass es möglich ist, so etwas zu fühlen.« Der hühnenhafte Krieger nickte nur. Worte waren hier nicht nötig. Sie beide hatten ihre schreckliche Kindheit und Jugend in Dragos Zuchtlaboren überlebt, und beide Männer waren durch ihre Blutsverbindungen erlöst worden. Als Nathan und Hunter zusahen, wie ihre Gefährtinnen sich kennenlernten, schlenderte Dante, einer der früheren Ordenskrieger in Boston, der jetzt Commander des Standorts Seattle war, zu ihnen herüber, Hand in Hand mit seiner Stammesgefährtin Tess. Die beiden hatten mit ihrem Sohn Raffi geredet, gingen aber jetzt zu der Skulptur hinüber, die in der Mitte des Konferenztisches stand. Jordana und Corinne, Nathan und Hunter, alle folgten ihnen zu dem Kunstwerk. Tess betrachtete den schlafenden Endymion mit einem wehmütigen Lächeln und drehte sich dann wieder zu ihrem dunkelhaarigen Gefährten um. »Vor zwanzig Jahren haben wir uns im Kunstmuseum getroffen, vor genau dieser Skulptur, weißt du noch?« Dante knurrte leise und hob belustig die Mundwinkel. »Ich weiß noch, dass es unsere zweite Begegnung war. Beim ersten Mal habe ich dir die Fänge in den Hals geschlagen und du hast mir eine volle Dröhnung Betäubungsmittel für Tiere verpasst, was ich wohlgemerkt auch verdient hatte.« Tess lachte. »Nicht direkt romantisch, was?« Dante schüttelte den Kopf. »Herzchen und Blümchen war noch nie mein Ding. Zum Glück habe ich andere Talente.« »Oh ja, die hast du allerdings,« sagte sie und schlang liebevoll die Arme um ihn. Als sie so in ihren Erinnerungen schwelgten und immer mehr von den anderen sich zu ihnen gesellten, kamen Gideon und seine Stammesgefährtin Savannah zu Jordana und Nathan herüber, um sie zu begrüßen. Das Universalgenie des Ordens war so klug gewesen, vor etwas über fünfzig Jahren die sanfte, aber starke Savannah zu seiner Stammesgefährtin zu machen. Die hervorstechenden Eigenschaften der Schönheit mit der mockerfarbenen Haut waren ihre Güte und ihr scharfer Verstand, aber auch ihre unersättliche Neugier, bei der ihre übersinnliche Gabe der Psychometrie ihr zur Hilfe kam. Sie musterte die Skulptur einen Augenblick. Dann warf sie Jordana einen Blick zu, in ihren sanften, braunen Augen lag brennende Ungeduld. »Wäre es okay, wenn ich ...« »Darf ich sie anfassen?« »Natürlich«, Jordana nickte. »Wir können damit machen, was wir wollen. Die Skulptur mitsamt den Geheimnissen, die sie vielleicht enthält, gehört jetzt dem Orden. Ihr alle seid jetzt meine Familie. Alles, was ich besitze, gehört uns allen.« Und Jordana besaß eine Menge. Ein riesiges Vermögen an unbezahlbaren Kunstschätzen, wie sich herausgestellt hatte. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Boston hatten Nathan und Jordana Martin Gates aufgesucht. Jordana wollte, dass der Stammesvampir wusste, dass sie ihm dankbar war für das Leben, das er ihr als seiner Tochter ermöglicht hatte, und sie hatte ihm versichert, dass er immer ihre Familie sein würde, der Vater, der sie großgezogen hatte. Gates war erleichtert gewesen, dass endlich alle Geheimnisse zwischen ihnen beseitigt waren. Er hatte ihr von seiner Freundschaft mit Cass erzählt und dem Club, den Cass in seinem Namen führte. Zu ihrer Verblüffung informierte Gatesy, dass alle Profite des Lanotte über all die Jahre, die Cass ihn geleitet hatte, in die zwei Bereiche investiert worden waren, die er liebte, Kunst und Jordana. Der Club und all seine Liegenschaften gehörten jetzt ihr, um nach Belieben darüber zu verfügen. Keine Geheimnisse mehr, keine Lügen mehr. Das einzige Unbekannte, das noch blieb, war die Terrakotta-Statue vor ihnen auf dem Tisch. Savannah streckte vorsichtig die Hand aus und legte sie leicht auf die Skulptur. Niemand sagte ein Wort in dem langen Augenblick, der folgte. Dann schüttelte sie den Kopf und ließ die Statue wieder los. »Ich spüre gar nichts. Es ist, als stehe etwas meiner Gabe im Weg, als ob etwas sie blockiere.« Lucan knurrte, seine dunklen Brauen waren finster gerunzelt. »Wir müssen wissen, was diese Skulptur bedeutet. Nicht nur für den Orden, sondern für die Atlantiden und den Rest der Welt.« Er sah Jordana mit seinen ernsten grauen Augen an. »Wenn sie das enthält, was du vermutest, müssen wir seine Kraft verstehen, um sie entweder für uns zu nutzen oder notfalls Maßnahmen ergreifen, um sie zu zerstören.« Carys sah zu ihrer besten Freundin hinüber. »Denkst du wirklich, in Endymion steckt ein Kristall der Atlantiden, Jordana?« Jordana sah zu Nathan auf, bevor sie in die erwartungsvollen Gesichter der anderen in der Kommandozentrale blickte. »Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden.« Lucan nickte ihr entschlossen zu. Doch Nathan registrierte, dass der Anführer des Ordens seine Stammesgefährtin beschützend enger an sich zog. So tat es auch der Rest der Krieger mit seinen Frauen. Alle wappneten sich gegen das, was gleich geschehen würde. Jordana nahm die Skulptur in beide Hände und hob sie hoch. Mit angehaltenem Atem und einem Blick zu Nathan ließ sie sie los. Die Terrakotta-Statue schlug mit einem lauten Krachen vor ihren Füßen auf dem Boden auf und zersplitterte in hunderte von Scherben. Mitten in den Trümmern lag eine polierte Metallschachtel von etwa der Größe ihrer Handfläche. »Titan«, riet Nikolai. Der blonde Krieger war ein Experte für dieses kostbare Metall, aus dem er seit Jahren die Spezialmunition und Klingen für den Orden herstellte. Jordana bückte sich, um die Schachtel aufzuheben. Unter den ermunternden Blicken von Nathan und dem Rest des Ordens öffnete sie vorsichtig den Verschluss und dann den Behälter. Ein glatter, silbriger Kristall von der Größe eines Hühnereis lag darin. Er war bemerkenswert, ein Ding aus einer anderen Welt, voll kosmischer Kraft und Schönheit, genau wie die Frau, die ihn hielt. Jordana richtete sich wieder auf, sah Nathan an und lächelte. In ihren eisblauen Augen tanzten Staunen und Verblüffung. »Der Kristall«, flüsterte sie, als alle näher kamen, um diesen außergewöhnlichen Schatz besser zu sehen. Jordana reichte ihn Luken, und Nathan ergriff die Gelegenheit, um seine Gefährtin in eine schützende Umarmung zu ziehen. Er küsste sie, genoss das Gefühl ihres Körpers an seinem und ihren Herzschlag, im selben Takt mit seinem. Und welche Kräfte dieser Kristall auch besitzen mochte. Als Nathan Jordana an sich drückte, verstand er von ganzem Herzen und aus tiefster Seele, dass er in Jordana, die ihn liebte, bereits den größten Schatz besaß, den alle Welten jemals kennen würden. Das war Lara Adrian, Kriegerin der Schatten.